Francesca Marcelli war erst seit 20 Minuten schwanger und schon tat ihr der Rücken weh. Für meinen Geschmack ist das etwas zu realistisch, mummelte sie und justierte die Gurte, die den künstlichen Acht-Monats-Bauch an Ort und Stelle hielten. Die Größe des Bauchs war wirklich beängstigend. Francesca konnte weder ihre Füße sehen, noch fand sie eine bequeme Sitzposition und das Gewicht war der reine Horror. Es fühlte sich an, als hätte sie sich einen Baby-Elefanten umgeschnallt. Wer immer dieses Teil erfunden hatte, musste einen seltsamen Sinn für Humor haben. Ihr Rücken bettelte um Erbarmen und dank des Drucks auf ihre Blase hatte sie nur noch einen Gedanken, nämlich die nächstbeste Toilette aufzusuchen. Alles für den guten Zweck, murmelte sie. Francesca verlagerte das Gewicht, um den schmerzenden Rücken etwas zu entlasten, und stützte sich auf den schweren Wagen, den sie in den Lastenaufzug des sechs Stockwerke hohen Bankgebäudes manövrierte. Als die Türen sich öffneten, schob sie den überladenen Wagen in den Flur hinaus. Die aufgestapelten Kartons schwankten gefährlich und drohten jeden Moment, auf den mit Teppich ausgelegten Boden zu fallen. Es war kurz nach fünf an einem Freitagnachmittag. Um sie herum eilten Dutzende von Angestellten in Richtung der Personenfahrstühle, um endlich ins Wochenende zu kommen. Francesca schob ihre Brille auf der Nase hoch und strich sich das Kleid glatt. Sie trug das hässlichste Umstandskleid, das sie hatte finden können. Der übergroße Kragen ließ ihre Schultern und ihren Kopf unnatürlich schmal aussehen. Der in Pink- und Rosatönen gehaltene Blumendruck schien ihr alle Farbe aus dem Gesicht zu saugen. Sie hatte sich ein wenig Puder ins Haar gekämmt, um ihm einen mausbraunen Schimmer zu geben, und ihr Make-up hatte sie nur dazu benutzt, um sich einen müden, erschöpften und unattraktiven Anstrich zu verleihen. Sie schaute auf die Uhr, dann straffte sie die Schultern und machte sich auf den Weg. Showtime, flüsterte sie, obwohl niemand in der Nähe war, der sie hätte hören können. Drei Männer aus dem Versicherungsmaklerbüro am Ende des Flurs gingen an ihr vorbei, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen. Francesca schob den Wagen mit den Päckchen und Paketen weiter gegen den Strom der ihr entgegenkommenden Menschen. Zwei Frauen in grauen Anzügen schenkten ihr ein mitfühlendes Lächeln. Ihnen folgten ein Mann und eine Frau, beide mit teuer aussehenden Aktentaschen in der Hand. Die Frau schaute, der Mann nicht. Zu ihrer rechten Seite ging ein weiterer Flur ab. Francesca stemmte sich gegen den Wagen, um ihn um die Kurve zu buxieren. Mehrere Pakete fielen herunter. Ein Mann ging an ihr vorbei, ohne seinen Schritt zu verlangsamen. Ein Mädchen im College-Alter blieb lange genug stehen, um Francesca beim Aufheben der Kartons zu helfen. Dann lief sie auf den Fahrstuhl zu und rief, Wartet auf mich! Fünf Minuten später hatte Francesca ihr Ziel erreicht. Ein Büro, das sie in der vorangegangenen Woche ausgespäht hatte. Sie hatte es ausgewählt, weil die Firma vor kurzem geschlossen worden war. Hier stand sie nun, hochschwanger, verloren, mit mehr als einem Dutzend Päckchen auf dem überladenen Wagen, die sie anliefern sollte. Und niemand da, um sie entgegenzunehmen. Wenn sie Schauspielerin gewesen wäre, hätte sie jetzt noch eine Träne aus dem Augenwinkel gedrückt. Die Regeln besagten, dass sie nicht aktiv um Hilfe bitten durfte. Sie musste ihr angeboten werden. Also würde sie die geforderten 30 Minuten warten, in Gedanken mitzählen, wer sie ignorierte, wer lächelte und wer stehen blieb, um ihr Hilfe anzubieten. Hier in dem Gebäude arbeiteten nur hochbezahlte Kräfte mit erlesenem Geschmack und wenig Zeit. Sie hegte keine große Hoffnung, dass irgendjemand ihr helfen würde. Ihrer Erfahrung nach »Sie sehen aus, als hätten sie sich verlaufen«. Francesca wirbelte herum. Neben ihrem Wagen stand ein großer Mann. Ein großer, gut aussehender Mann, in einem dunkelblauen, machtausstrahlenden Anzug. »Hey«, sagte sie als Einleitung für die vorbereitete Rede, in der sie ihm erklären würde, dass sie diese Pakete an die nicht mehr existierende Firma ausliefern musste. Nur leider konnte sie sich an nichts mehr von dem erinnern, was sie sagen sollte. Der Mann wartete geduldig. Er hatte dunkelblonde Haare und braune Augen, die beinahe golden aussahen. Sein intensiver Blick erinnerte sie an die Art, mit der Jäger ihre Beute belauerten. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, als sie an Gazellen dachte, die von Löwen gerissen wurden. Unglücklicherweise ähnelte sie in ihrer momentanen Verfassung eher einem Wasserbüffel als einer Gazelle. Er wirkte selbstbewusst, wichtig und mächtig. Nicht gerade die Art Mann, von der man erwartete, dass sie stehen blieb, um einer unattraktiven Schwangerin in Not zu helfen. Männer wie er schickten ihre Assistenten, um sich um die unangenehmen Dinge des Lebens zu kümmern. »Sprechen Sie Englisch?« Er betonte jedes Wort sehr deutlich. »Was?« »Oh, natürlich.« Sie atmete tief ein. »Was war nur mit ihr los?« Sie hätte ihren akuten mentalen Schluckauf ja gern auf eine Lebensmittelvergiftung geschoben, doch leider hatte sie an diesem Tag noch nichts gegessen. »Ich bin, äh...« Francesca räusperte sich. Ihr Gehirn schien wieder zu arbeiten, und ihr fiel endlich wieder ein, was sie sagen sollte. »Hallo, ich bin Francesca. Ich soll diese Pakete hier abliefern, aber da scheint es ein Problem zu geben.« Sie zeigte auf die geschlossene Bürotür. Der Mann schaute erst auf die Kartons, die alle sorgfältig an die nicht mehr existente Firma adressiert waren, und dann zu der Tür, auf der ein handgeschriebener Zettel verriet, dass Markham & White Data Tag hier nicht mehr zu finden war. »Die Lieferung hier abzugeben war der letzte Auftrag, den mein Chef mir erteilt hat, bevor er die Stadt verließ«, sagte sie. »Wenn ich sie nicht ausliefere, wird er mich umbringen.« Francesca bemühte sich, verzweifelt auszusehen. Dazu musste sie nur an ihren Kontostand und die bald fällige werdende Stromrechnung denken. Irgendwann würde sie die Früchte ihres Hochschulstudiums ernten, aber solange sie noch nicht promoviert hatte und keinen Doktortitel benutzen konnte, schien sie zu einem Leben in Armut verdammt. »Da werden sie wohl seine Wut riskieren müssen«, sagte der Mann ruhig. »Diese Kartons gehen heute nirgendwo mehr hin. Die Firma existiert nicht mehr. Nach allem, was ich gehört habe, haben die Gesellschafter die Stadt mit den letzten paar Dollar, die noch übrig waren, fluchtartig verlassen und ihre Angestellten ohne Bezahlung, aber dafür mit einer ganzen Reihe verärgerter Kunden zurückgelassen. Wie heißen sie nochmal?« »Francesca Marcelli«, er lächelte sie an, als würde er sich wirklich freuen, sie kennenzulernen. Ein echtes Lächeln, das bis zu seinen Augen reichte, wo es kleine Fältchen in die Winkel zeichnete. Mit einem Mal wurden ihre Handflächen ganz feucht. So viel Spaß hatte sie seit Tagen nicht gehabt. Ihr Retter stellte sich als Sam Reese vor. »Kommen Sie, ich bringe Sie erst mal aus diesem Flur heraus, und dann überlegen wir, was wir tun können.« »Wir? Sie waren jetzt ein... wer?« Sam schnappte sich den Wagen und schob ihn mit einer Leichtigkeit den Flur hinunter, die Francesca neidisch machte. Na gut, er musste sich auch keine Sorgen machen, dass ein falscher Schwangerschaftsbauch ihn behinderte. Langsam ging sie hinter ihm her und fragte sich, was er wohl als nächstes tun würde. Wie weit würde Sam die Sache treiben? In Situationen wie dieser hier, die eindeutig kein Notfall war, stellten die Menschen ihre Hilfe meistens an dem Punkt ein, an dem es für sie unbequem wurde. »Einfach dahin durch«, er zeigte auf eine gläserne Doppeltür. Bevor Francesca den Namen der Firma lesen konnte, wurde eine der Türen geöffnet und ein großer Mann trat auf den Flur. Unwillkürlich blieb sie stehen und starrte ihn an. Der Mann musste mindestens zwei Meter groß sein. Er war gebaut wie ein Berg, hatte einen kräftigen Hals und Schultern, die breit genug waren, um ein paar Wohnwagen abzustützen. Mit seiner dunklen Haut, dem stechenden Blick und dem festen, vollkommen ernsten Mund sah er gefährlich und ziemlich angsteinflößend aus. »Sham«, sagte der Mann und ließ seinen Blick zwischen ihrem Retter und ihr hin- und hergleiten. »Gibt es ein Problem?« »Vielleicht, ja«, Sam warf ihr einen Blick zu. Miss Marcelli versuchte, bei Markham und Dwight eine Lieferung abzugeben. »Die haben letzte Woche dichtgemacht.« »Ja, das habe ich Miss Marcelli bereits erklärt.« Er zeigte auf den beladenen Wagen. »Bring den bitte rein, Jason, und lagere die Kartons in einem unserer Konferenzräume.« Er wandte sich wieder Francesca zu. »Wenn ihr Chef erwartet, dass diese Lieferung bezahlt wird, muss ich Sie enttäuschen. Das wird nicht passieren. Zumindest nicht im Moment. Aber kommen Sie doch erst mal rein, dann können wir alles Weitere in Ruhe bereden.« Francesca wurde in ein exklusives Büro mit einer in Brau und Burgunderrot eingerichteten Sitzecke geführt. Eine attraktive Frau Anfang 40 saß am Empfangstresen. Sie sprach gerade in ihr Headset, als sie an ihr vorbeigingen, und nickte Sam nur kurz zu. »Ich kann versuchen, Markum und White aufzutreiben,« erklärte Sam, während sie einen langen Flur mit elegant gerahmten Bildern und schmalen, an den Wänden stehenden Beistelltischchen entlang gingen. »Ich habe schon lange nach einem Grund gesucht, um sie aufzuscheuchen.« Er klang entschlossen, als hätte er mit den verschwundenen Geschäftsleuten noch eine persönliche Rechnung offen. Francesca ging hinter ihm, hin- und hergerissen zwischen der Frage, wieso es Sam Rees etwas ausmachte, wenn eine Firma in diesem Gebäude schloss, und dem Gedanken, in was für eine Situation sie sich hier gerade hineingeritten hatte. Sie kamen an mehreren großen Konferenzräumen vorbei, die aussahen wie Klassenzimmer, und an einigen Büros, in denen große Tische, Computer und Aktenschränke standen. Also die typische Büroeinrichtung, die keinerlei Rückschlüsse auf die Art der Geschäfte zuließ, die hier getätigt wurden. Am Ende des Flurs bogen sie nach links ab, dann wieder nach rechts, bevor sie vor einem großen, offenen Foyer stehen blieben, in dem ein weiterer großer Schreibtisch mit Computer stand. Dahinter saß ein gut angezogener Mann in einem Sakko. »Jack, das ist Miss Marcelli.« Der junge Mann, vielleicht 25 Jahre alt und gebaut wie ein Footballspieler, erhob sich. »Schön, Sie kennenzulernen, Ma'am.« Francesca trat näher, um ihm die Hand zu schütteln. Dabei rutschte ihr die Handtasche am Arm herunter und fiel zu Boden. »Hups«, schnell beugte sie sich vor, um sie aufzuheben. Als sie sich wieder aufrichtete, wich ihr alles Blut aus dem Kopf. Der Raum fing an, sich zu drehen, und sie spürte, wie sie ins Schwanken geriet. Für den Bruchteil einer Sekunde fürchtete sie, ohnmächtig zu werden. Einen halben Herzschlag später umfing sie ein starker Arm um die Taille und hielt sie fest. »Miss Marcelli, geht es Ihnen gut? Ist etwas mit dem Baby nicht in Ordnung?« »Baby? Was? Oh, das Baby.« Francesca schüttelte leicht den Kopf. Ihr Gleichgewichtssinn war so weit zurückgekehrt, dass sie sich bewusst war, sehr nah neben Sam zu stehen. Nah genug, um die unglaublich langen Wimpern zu erkennen, die seine Augen umrahmten. Wo sie gerade davon sprach, sie schaute genauer hin. Aus dieser Nähe hatten sie eine wirklich ungewöhnliche Farbe. Hellbraun mit goldenen Sprenkeln. Überirdische Augen. Katzenaugen. Katzenaugen an einem mächtigen Mann. Sie spürte seine Wärme und seine Kraft. Irgendwie hatte sie immer angenommen, Führungskräfte wären unter dem teuren Stoff ihrer Maßanzüge vollkommen verweichlicht. Da hatte sie sich wohl gründlich geirrt. »Miss Marcelli«, Sam Rees klang angespannt. Sie schüttelte noch einmal den Kopf und versuchte, sich aus Sams Griff zu lösen. Als er sie nicht freigab, schenkte sie ihm ein kleines Lächeln. »Mir geht es gut. Sie sind beinahe ohnmächtig geworden. Ich weiß, ich habe heute nicht genügend gegessen. Das passiert mir manchmal. Die Arbeit lenkt mich so ab und dann sinkt mein Blutzuckerspiegel. Das ist bestimmt nicht gut für das Kind. Da es kein Kind gab, war ihr seine Sorge ein wenig unangenehm. »Mir geht es gut«, wiederholte sie. »Wirklich.« Langsam löste er seinen Arm von ihrer Taille. »Jack, bring Miss Marcelli bitte eine Tasse Kräutertee. In der Kaffeeküche haben wir eine kleine Auswahl. Und schau doch bitte auch nach, ob wir von unserem Meeting noch ein Sandwich übrig haben.« Francesca überlegte erneut zu protestieren. Aber bevor sie wusste, was sie sagen konnte, ohne ihre Tarnung aufliegen zu lassen, wurde sie schon in ein Büro von der Größe Jutas geführt. Die vom Boden bis zur Decke reichenden Fenster boten auf der einen Seite einen Ausblick über Santa Barbara und die Berge, auf der anderen Seite sah man die Stadt und das Meer am Horizont. Geschmackvolle Bilder hingen an den nicht mit Fenstern versehenen Wänden. Zwei große Sofas bildeten in einer Ecke einen netten Rückzugsort für vertrauliche Gespräche. Zwischen ihnen und dem Schreibtisch war so viel Platz, dass man einen Kickbox-Kurs hätte abhalten können. Sam ließ sie auf dem Sofa Platz nehmen und setzte sich dann neben sie. Bevor sie wusste, wie ihr geschah, hatte er ihre Hand in seine genommen und fühlte ihren Puls am Handgelenk. Ihr Herz rast, soll ich ihren Arzt anrufen? Sie ging immer zum studentischen Gesundheitsdienst, wenn sie etwas brauchte. Irgendwie hatte sie das Gefühl, das freundliche Geplauder mit der Arzthelferin dort war nicht das gleiche wie einen eigenen Arzt zu haben. Allerdings musste sie zugeben, dass es sehr angenehm war, von einem attraktiven Mann die Hand gehalten zu bekommen. Er war warm und geduldig und unglaublich sexy. Hätte sie nicht ausgesehen wie etwas, das eine streunende Katze angeschleppt hatte, hätte sie vielleicht versucht, mit ihm zu flirten und schlagfertige Kommentare zum Besten gegeben. Vorausgesetzt, ihr wären irgendwelche schlagfertigen Kommentare eingefallen. Nein, danke, das ist nicht nötig. Widerstrebend entzog sie ihm die Hand. Mit mir ist alles in Ordnung, ich habe sowieso schon viel zu viel ihrer Zeit in Anspruch genommen. Sie wollte aufstehen, doch Sam hielt sie davon ab, indem er sie durchdringend ansah. Trinken Sie einen Tee, sagte er, danach fühlen Sie sich besser. Beides klang wie ein Befehl. Bevor sie widersprechen konnte, kam Jack mit einem Tablett herein. Auf dem standen eine Tasse mit dampfendem Tee und ein Teller mit einem eingepackten Sandwich. Wir hatten nur noch Pute, sagte er entschuldigend, als er das Tablett auf den gläsernen Kaffeetisch stellte. Das leichte Schuldgefühl, das Francesca bis jetzt verspürt hatte, pumpte sich zu doppelter Größe auf. Also sie waren wirklich nett, sie alle beide, aber es gibt keinen Grund, mich so zu bemuttern. Die Männer ignorierten sie. Geh an den Computer, sagte Sam zu seinem Assistenten. Sieh nach, ob du entweder Markham oder White irgendwo aufspüren kannst. Du findest den Ordner am üblichen Platz. Dann wandte er seiner Aufmerksamkeit wieder Francesca zu. Sie haben gesagt, ihr Boss wäre für den Rest des Tages außer Haus. Wie können Sie mit ihm in Verbindung treten? Ich möchte ihn gerne darüber informieren, dass die Pakete nicht ausgeliefert werden können. Außerdem werde ich veranlassen, dass sie zu ihm zurückgeschickt werden. Sein ernster Gesichtsausdruck wurde ein wenig weicher. Er hätte niemals zulassen dürfen, dass sie sich alleine darum kümmern. Das macht mir nichts aus, sagte sie schwach. Sie spürte, wie der Boden unter ihr zu Treibsand wurde. In wenigen Sekunden wäre sie so tief darin versunken, dass niemand sie je wiederfinden würde. Und ich kann ihn nicht erreichen, er ist auf dem Weg zum, äh, Flughafen, um, äh, wegzufliegen. Innerlich zuckte sie zusammen. Es war ihr noch nie leicht gefallen zu lügen. Aber auf dem Weg zum Flughafen, um wegzufliegen? Warum sollte man sonst zum Flughafen fahren? Francesca seufzte. Irgendwie war dieses Experiment außer Kontrolle geraten. Gemäß ihrer bisherigen Forschungen hätte Sam nicht stehenbleiben dürfen, um ihr zu helfen, und schon gar nicht hätte er es so weit treiben sollen. Dieser Mann brachte ihre ganzen bisher gesammelten Daten durcheinander. Welche Fluggesellschaft, welcher Flug? Er nahm ein schmales, ledergebundenes Notizbuch aus seiner Tasche. Francesca wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Sie werden ihn nicht finden. Versuchen wir es wenigstens. Oh oh, jetzt ging es wirklich zu weit. Sie warf Jack einen hilfesuchenden Blick zu, den er entweder nicht verstand oder einfach ignorierte. Jason, der große, starke Mann von vorhin, steckte seinen Kopf zur Tür herein, um Sam darüber zu informieren, dass er die Pakete in Konferenzraum 2 gelagert hatte. Jack verschwand mit Jason und schloss die Tür hinter ihnen. Damit war Francesca auf einmal sehr allein, mit einem Mann, der offensichtlich in der Lage war, das Universum nach seiner Pfeife tanzen zu lassen. Also, Miss Marcelli, der Flug ihres Chefs. Sein Name wäre auch sehr hilfreich. Bitte nennen Sie mich doch Francesca. Sie griff nach ihrem Tee. Ihr knurrte der Magen, aber sie weigerte sich, das Sandwich anzurühren. Nicht, solange sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hier war. Können Sie wirklich jemanden anrufen, der in einem Flugzeug sitzt? Wenn es nötig ist. Es wäre allerdings einfacher, ihn vor seinem Flug zu erreichen. Fliegt er von Los Angeles oder vom Geschäftsfliegerzentrum in Santa Barbara? Francesca dachte an all die Male, die sie bereits ähnliche Experimente durchgeführt hatte, um herauszufinden, ob fremde Menschen sich die Mühe machten, stehen zu bleiben und ihr zu helfen. Sie hatte nette alte Damen getroffen, die ihr anboten, sie in ihrem Auto mitzunehmen. Sogar ein Schulkind, das ihr bei der Suche nach ihrem entlaufenden Hund helfen wollte. Aber niemals war jemand so weit gegangen wie Sam Rees. Sie atmete tief ein. Sie waren großartig, sagte sie. Wirklich unglaublich, ich weiß gar nicht, wie ich ihnen danken soll. Sein Blick ruhte auf ihrem Gesicht. Sie bedauerte ihre mausbraunen Haare und die übergroße Brille, ganz zu schweigen von dem absichtlich und schmeichelhaft aufgetragenen Make-up. Erfolgreiche, umwerfende Männer wie er waren an der Uni selten. Warum hatte sie sich an diesem Tag nicht für ihr sexy Biker-Girl-Outfit entschieden, anstatt als hässliche Schwangere herumzulaufen? Sam wartete geduldig. Als wenn er alle Zeit der Welt hätte und an Menschen gewöhnt war, die ihm nur widerstrebend die gewünschten Informationen gaben. Wenn sie nicht wollen, dass ich ihren Boss aufspüre, ist es ihre Entscheidung, sagte er. Aber bitte essen sie doch etwas. Wenn schon nicht für sie selbst, dann wenigstens für das Baby. Sie wünschte, er würde aufhören, ihre Schwangerschaft zu erwähnen. Okay, in all den Jahren, in denen sie so etwas schon machte, hatte sie kein einziges Mal ihre Tarnung aufdecken müssen. Doch jetzt wurde sie von Schuldgefühlen überwältigt. Schuldgefühle? Gepaart mit einer mehr als nur oberflächlichen Anziehungskraft eines gutaussehenden Mannes. Ich bin nicht schwanger. Sein Blick ruhte weiter auf ihrem Gesicht. Ein Punkt für ihn. Sie nahm die Brille ab und warf sie auf den Tisch. Es war eine kleine Geste der Eitelkeit, aber unter diesen Umständen, mit dem hässlichsten Kleid der Welt, praktischen Schuhen und einer wenig schmeichelhaften Frisur, war sie einfach unumgänglich. Ich studiere Sozialpsychologie und beobachte, wie Menschen unter verschiedenen Umständen reagieren. In meiner Arbeit versuche ich zu erkennen, ob die gesellschaftliche Stellung, die Erscheinung oder das Geschlecht des Verhalten beeinflussen. Sam steckte sein Notizbuch zurück in die Jackentasche und sah Francesca fragend an. Halten vielbeschäftigte Leute, die es kaum erwarten können, endlich ins Wochenende zu kommen, an einem Freitagnachmittag inne, um einer schwangeren Frau zu helfen? Genau. Seine Augen verengten sich ein wenig, als er Francesca genauer musterte. Was ist in den Kisten? Sie räusperte sich. Altpapier. Sie haben sie absichtlich an eine Firma adressiert, die es nicht mehr gibt? Ja. Nun fiel sein Blick auf ihren dicken Bauch. Und das? Eine Krankheit. Er riss erschrocken die Augen auf. Sie lachte leise. Ich mache nur Witze. Das ist eine Vorrichtung, um eine Schwangerschaft zu simulieren. Ich habe mir den Bauch von einem Umstandsmodengeschäft geliehen. Frauen benutzen ihn, um zu sehen, wie ihre Kleidung aussehen wird, wenn der Bauch einen Umfang zunimmt. Kopfschüttelnd nahm er ihre Brille in die Hand und schaute durch die Gläser. Fensterglas. Er lächelte. Ein ansteckendes, umwerfendes Lächeln, das in Francesca den Wunsch weckte, ihre praktischen Schuhe gegen ein paar rote High Heels einzutauschen. Ich bin normalerweise nicht leicht zu täuschen, Francesca. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, wann das zuletzt jemandem gelungen ist. Sie sind sehr beeindruckend. Und der Ohnmachtsanfall hat dem Ganzen noch den besonderen Kick gegeben. Sie zuckte mit den Schultern. Der Teil war nicht gespielt. Ich habe den ganzen Tag noch nicht gegessen und das verträgt mein Blutzucker nicht so gut. Er zeigte auf ihren dicken Bauch. Sie verbringen ihren Tag in diesem Aufzug und das nur aus wissenschaftlichen Gründen? Ich verkleide mich nicht immer als Schwangere. Manchmal bin ich im Rollstuhl unterwegs, manchmal tätowiert und ganz in Leder. Er lehnte sich auf dem Sofa zurück. Das sorgt bestimmt für Verkehrsstaus. Kommt ganz drauf an, wo ich bin. Lächelnd streckte sie die Hand nach ihrer Teetasse aus. Es gibt Dutzende von Studien über den Effekt, den das Aussehen auf das Verhalten hat. Wussten Sie, dass einem attraktiven Menschen öfter geholfen wird als einem unattraktiven? Männer sind sehr visuelle Kreaturen. Aber das gilt nicht nur für Männer. Frauen reagieren genauso. Ich studiere... Sie unterbrach sich und stellte ihre Teetasse wieder ab. Tut mir leid, ich gerate ins Plaudern. Meine Studien faszinieren mich. Das kann ich gut verstehen. Wo werden sie morgen sein? Wenn ihr Kostüm schwarzes Leder beinhaltet, schauen Sie gerne noch einmal vorbei. Sie lachte. Eigentlich sollte ich die Forschungsphase schon längst abgeschlossen haben. Mein Projekt für diesen Sommer ist das Schreiben meiner Dissertation. Aber der Gedanke daran, die ganze Zeit vor dem Computer zu verbringen, macht mich ganz kribbelig. Also schiebe ich es vor mir her. Was soll ich mit den Kartons machen? Oh, den nehme ich wieder mit. Ich muss ja auch den Wagen zurückbringen. Den habe ich mir vom Hausmeister geliehen. Also bekommt er die volle Punktzahl für Hilfsbereitschaft einer schwangeren Lady gegenüber? Absolut. Und ich? Sam hat eine großartige Stimme, dachte Francesca. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Tief, volltönend, verführerisch. Sie bekommen Bonuspunkte, erklärte sie. Gut zu wissen. Er streckte die Hand nach ihr aus. Wie wäre es, wenn ich Ihnen die Punkte lasse und Sie mir stattdessen heute Abend zum Dinnergesellschaft leisten? Unter normalen Umständen hätte Francesca die Einladung niemals angenommen. Sie kannte Sam Rees ja gar nicht. Gut, er war sehr ansprechend. Aber war das wirklich so wichtig? Dumme Frage, mummelte sie und manövrierte ihren Truck durch den frühabendlichen Berufsverkehr in Santa Barbara. Es war Anfang Juni und die Touristensaison war in vollem Gange. Auf den Bürgersteigen drängten sich die Menschen. Die Restaurants waren voll besetzt und der Verkehr bewegte sich in Schrittgeschwindigkeit über die State Street. Ansprechend zu sein ist natürlich wichtig. Genau wie diese Katzenaugen, das verlockende Lächeln und die Leichtigkeit, mit der sie sich mit ihm unterhalten konnte. Aber der wahre Grund, weshalb sie einem Date mit Sam Rees zugestimmt hatte, war, dass sie Sex haben musste. Denn ein Versprechen war ein Versprechen. Beim Gedanken daran, wie Sam reagiert hätte, wenn sie ihm dieses kleine Detail gestanden hätte, musste sie grinsen. Hätte er versucht, sich so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen oder angefangen, sein Hemd aufzuknöpfen. Sie würde gerne das Letztere glauben, aber sie hatte zu Hause in den Spiegel geschaut und den lauten Schrei nicht vor Entzücken ausgestoßen. Nein, der Mann wäre um sein Leben gerannt. Eine heiße Dusche mit dreimaligen einschaumenden Haare, um den Puder herauszuwaschen, ein schneller Kleiderwechsel und ein Hauch Make-up. Und schon war sie bereit, ihn vielleicht nicht gerade umzuhauen, aber ihm zumindest ein wenig den Kopf zu verdrehen. Was nicht sonderlich schwer sein sollte, bedachte man, wie furchtbar sie vorher ausgesehen hatte. Nun war sie also auf dem Weg, Sam Rees den Kopf zu verdrehen und zu schauen, was sie in Hinsicht auf ihr Versprechen erreichen konnte. Das Versprechen mit dem erstbesten attraktiven Mann, der ihren Weg kreuzte, ins Bett zu gehen. In dem Moment, als Francesca feststellte, dass das Parken am Restaurant teurer war als ein durchschnittliches Menü bei McDonald's, wusste sie, dass sie nicht mehr in Kansas war. Sie lächelte den surferblonden Parkwächter strahlend an, der ihren zehn Jahre alten Pick-up angeekelt musterte, bevor er kopfschüttelnd die Schlüssel entgegennahm. Nur zu gut konnte sie sich vorstellen, was der Kerl getan hätte, wenn sie immer noch schwanger und, naja, hässlich gewesen wäre. Ohne Zweifel hätte er sie an einen Tisch ganz hinten im Restaurant verbannt. Francesca schob die Gedanken an den Parkwächter beiseite und konzentrierte sich stattdessen auf den schönen Abend. Die Sonne hing tief am Himmel und warf ihre goldenen Strahlen in den Innenhof, der zum Eingang des Restaurants führte. Sie, Francesca, würde mit einem sehr netten Mann zu Abend essen, der ihr unter Umständen dabei helfen würde, eine Vereinbarung zu erfüllen, die sie mit ihren Schwestern getroffen hatte. Zwei Monate zuvor, nach zu viel Wein und viel zu vielen Keksen, hatte sie Katie und Brenner versprochen, sie würde es mit dem ersten normalen Single-Mann treiben, den sie traf. Das wäre das Ende ihres selbst auferlegten dreijährigen Zölibats. Ihre Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen, was so vollkommen untypisch für sie war, hatte mehr mit dem Mangel an Romantik und Spaß in ihrem Leben zu tun, als mit der Herausforderung selbst. Sie wollte keine feste Beziehung, das hatte sie hinter sich. Aber ein attraktiver Mann und eine warme Sommernacht, das war eine ganz andere Sache. In den letzten 63 Tagen war ihr nicht ein einziger geeigneter Kandidat begegnet, was einiges über den Status ihres gesellschaftlichen Lebens aussagte. Dann war Sam aufgetaucht. Er hatte sie gerettet, hatte ihren Puls schneller schlagen lassen und sie zum Abendessen eingeladen. Sie musste nicht erst im Kaffeesatz lesen, um die Zeichen zu erkennen, vor allem wenn sie in Großbuchstaben und Kursiv geschrieben waren. Was ist so lustig? Die weiche, nach rotem Wein und dunkler Schokolade klingende Stimme ließ sie zusammenzucken. Langsam drehte sie sich um und sah Sam neben einem glänzenden, silberfarbenen Wagen stehen. Sie konnte die Marke nicht erkennen, aber ohne Zweifel war es ein sehr teures Auto. Wie machen Sie das nur? fragte sie. Das ist schon das zweite Mal, dass Sie sich heimlich an mich herangeschlichen haben. Er ließ den Blick über ihr Gesicht gleiten, was ein zutiefst verstörendes Gefühl in ihr weckte. Er war über 1,90 groß. Sie war 1,79 und hatte hohe Absätze an, aber trotzdem musste sie ihren Kopf leicht in den Nacken legen, um ihm in die Augen schauen zu können. Mich anzuschleichen ist mein Beruf. Sie sehen übrigens bezaubernd aus. Überrascht schaute sie an dem schlichten schwarzen Kleid herunter, das sie zuvor schnell übergezogen hatte. Sie hatte es aus einem Impuls heraus von einem Typen erstanden, der auf dem Campus aus seinem Lieferwagen heraus Klamotten verkaufte. Da das Label herausgeschnitten war und es auch kein Preisschild gegeben hatte, vermutete sie, die Aktion war nicht ganz legal gewesen. Aber es hatte kaum etwas gekostet und sie fühlte sich in dem Kleid einfach elegant und weltgewandt. Zwei Gefühle, die sie in dieser Nacht gut gebrauchen konnte. Sie streckte die Arme aus, zog den Bauch ein und drehte sich einmal langsam um die eigene Achse. Die Wunder der modernen Medizin. War es ein Junge oder ein Mädchen, erkundigte er sich grinsend. Es war mehr ein Sack Bohnen unbestimmten Geschlechts. Sie kam vor ihm zum Stehen und warf sich die Haare über die Schulter. Eine Geste, die sie bereits mit 14 Jahren perfektioniert, aber seit viel zu langer Zeit nicht mehr eingesetzt hatte. Das machte Spaß. Vielleicht hatte sie sich in ihrem Zölibat zu voreilig bequem eingerichtet. Die Bewunderung in den Augen eines Mannes zu sehen, hatte einen nicht zu unterschätzenden Effekt auf das Selbstbewusstsein. Sam nahm ihre Hand und legte sie sich in die Armbeuge. Wollen wir? Er deutete auf den offenen Innenhof des Restaurants. Warum nicht? Warum nicht? Nun, zum einen war da dieses merkwürdige Gefühl in ihrem Magen. Sam war so… geschmeidig. Die Männer in ihrem bekannten Kreis kleideten sich nicht wie aus der GQ und benahmen sich auch nicht wie James Bond. Die Jungen auf der Universität waren mehr für Jeans und Taco Bell zu haben. Na gut. Sie hatte gesagt, sie würde sich wieder in den Strom des Lebens stürzen und der schnellste Weg dahin war ein Kopfsprung. Wenn ihr Plan daneben ging, würde sie einfach zurück ans Ufer paddeln und ihre nassen Hintern aus dem Wasser hieven. Bei diesem Bild musste sie lächeln. Als sie das Restaurant betraten, krallte Francesca ihre Finger in den weichen Stoff von Sams Jackett und spürte andeutungsweise die darunterliegenden Muskeln. Oh ja, er war sehr maskulin, sehr überhaupt nicht in ihr Leben passend, sehr irgendwas, das sie gerne näher erkunden würde. Sie kamen an den Empfang, wo die Gästemanagerin Sam lächelnd begrüßte. Guten Abend, Mr. Rees, darf ich Sie zu Ihrem Tisch führen? Ein Mann mit einem eigenen Tisch, murmelte Francesca. Wow, wenn man hier oft genug herkommt, erhält man dann auch andere Teile der Einrichtung. Sicher, letztes Jahr habe ich einen Stuhl und ein Sideboard bekommen. Sie lächelte. Ich bin beeindruckt, dass Sie wissen, was ein Sideboard ist. Ich bin ein sehr beeindruckender Typ. Sam legte seine Hand auf ihre und drückte sie sanft. Der leichte Druck, ganz zu schweigen von der Hitze seiner Berührung, ließ Francesca beinahe stolpern. Sie sind also sehr selbstbewusst, merkte sie an, als sie ihren Tisch erreichten, der in einer lauschigen Nische stand. Einige große Topfpflanzen vermittelten eine gewisse Privatsphäre. Sam ließ ihre Hand los und zog einen Stuhl für Francesca hervor. Als sie sich setzte, überlegte sie, wann das jemals jemand für sie getan hatte. Die Antwort war leicht. Nee. Sam ging um den Tisch herum und setzte sich ihr gegenüber. Die Gästemanagerin legte die Speisekarten auf den Tisch und ging. Immer. Und was ist, wenn Sie sich nicht sicher sind? Täuschen Sie die Selbstsicherheit dann vor? Er beugte sich zu ihr. Ich muss niemals etwas vortäuschen. Man könnte meinen, diese ganze Prahlerei diene nur dazu, etwas zu verbergen. Dann läge man falsch. Sie lachte. Na gut, ich merke schon, bei Ihnen muss ich auf der Hut sein. Ich bin froh, Psychologie studiert zu haben. Das wird Ihnen nicht helfen. Das sagen Sie nur, weil Sie kein Profi sind. Und ob ich das bin. Der Kellner kam mit der Weinkarte. Sam wartete, bis er wieder gegangen war, bevor er die Karte zur Hand nahm. Kennen Sie sich mit Wein aus? Francesca überlegte kurz. Nicht so gut wie meine Schwester, aber ich werfe gern einen Blick in die Karte. Sam beobachtete, wie Francesca langsam durch die Karte blätterte. Ihre langen, dunklen Haare wogten bei jeder Bewegung und fingen das gedämpfte Licht ein. Die tiefbraune Farbe erinnerte nichts mehr an das Mausbrauen von zuvor. Francesca hatte die Brille, den Schwangerschaftsbauch und die wenig schmeichelhaften Klamotten abgelegt. Stattdessen trug sie nun ein schwarzes Kleid, das sich an ihre schlanken Kurven schmiegte und ihre langen, attraktiven Beine zeigte. Ihre Haut hatte einen hellen Olivton, der in diesem Licht beinahe leuchtend wirkte. Haselnussfarbene Augen mit einem Stich ins Grüne weiteten sich, als sie einen Eintrag las. Sie hatte einen Mund, der einen Mann in arge Schwierigkeiten bringen konnte, und Sam stellte fest, dass er gern herausfinden würde, was sie wohl anzubieten hätte. Auf dem Weg zum Restaurant hatte er sich für die dumme Idee gescholten, diese Frau zum Dinner einzuladen. Anfangs hatte er ihr seine Hilfe angeboten, weil sie sie zu benötigen schien und er einfach nicht anders konnte. Doch dann hatte er sie näher angeschaut und Möglichkeiten in ihr gesehen. Sie klappte die Karte zu und reichte sie ihm. Irgendetwas dabei, das Ihnen zusagt? fragte er. Ich überlasse Ihnen die Auswahl. Ist das ein Test? Vielleicht. Sie wandte sich der Speisekarte zu. Können Sie etwas empfehlen? Ja, alles. Wissen Sie schon, was Sie wollen? Er wartete, bis sie aufschaute, bevor er antwortete. Ich weiß genau, was ich will. Die Worte erzielten die erhoffte Reaktion. Ihre Augen weiteten sich und um ihren Mund, der zu sagen schien, Nimm mich, ich gehöre ganz dir, zuckte es. Ein Punkt für sie. Sie lächelte. Oh, zählen wir mit? Ich denke, das werde ich wohl müssen. Was bekommt der Sieger? Was hätten Sie denn gerne? Sobald sie die Worte ausgesprochen hatte, hob sie abwehrend die Hand. Tun Sie bitte so, als hätte ich das nicht gesagt. Er lachte leise. Geht Ihnen das alles etwa zu schnell? Ein wenig, ich werde nicht fragen, ob es für Sie dasselbe ist. Ich schätze, ich weiß die Antwort schon. Das war wenigstens ehrlich. Was würden Sie denn gerne essen? Ich bin mir nicht sicher. Sind Sie Vegetarierin? Sie runzelte die Stirn. Nein, wie kommen Sie darauf? Hauptfach Psychologie. Hauptfach Psychologie. Eine gefühlsduselige Grenzwissenschaft. Das zieht viele Vegetarier an. Sie lachte auf. Wie gut, dass Sie kein Mensch sind, der in Stereotypen denkt. Das ist nicht mein Stil. Ich frage lieber nicht, was Daniels Stil ist. Ich würde es Ihnen mit Freuden verraten. Darauf wette ich. Also, was werden Sie bestellen? Fragte sie. Ein Steak. Das ist aber ziemlich klischeehaft. Ich kann nicht anders. Der Kellner trat an den Tisch und stellte ihnen die Tagesgerichte vor. Francesca entschied sich für ein überbackenes Hühnchengericht und Sam blieb bei seinem Steak. Dazu bestellte er eine Flasche Cabernet von Walt's Sea Vineyards, einem örtlichen Weingut. Interessante Wahl, bemerkte Francesca. Der Wein, meine ich. Der ist von hier aus Kalifornien. Ich weiß. Sie neigte den Kopf. In ihren braunen Augen spiegelten sich Emotionen, die er nicht deuten konnte. Also, Sam Rees, warum haben Sie mich zum Abendessen eingeladen? Das ist leicht zu beantworten. Sie haben mich reingelegt. Das passiert nicht so häufig. Ich war beeindruckt. Von meiner Verkleidung? Ja, ich hätte sie durchschauen müssen, hab ich aber nicht. Als sie beinahe in Ohnmacht gefallen wären, hatte ich Angst, dass sie ihr Baby gleich dort im Büro bekommen würden. Es wäre eine Schande, so einen schönen Teppich zu ruinieren. Sie lächelte. Ich war ziemlich unattraktiv. Es überrascht mich, dass sie nicht schreiend weggelaufen sind. Der Kellner kehrte zurück und zeigte Sam die Weinflasche. Als Sam nickte, entkorkte er die Flasche und goss einen kleinen Schluck in Sams Glas. Sam probierte. Sehr schön. Francesca wartete, bis der Kellner gegangen war, bevor sie den Wein ebenfalls probierte. Schmeckt er Ihnen? Wollte Sam wissen. Wie Sie schon sagten, er ist sehr schön. Irgendetwas schwang in ihrer Stimme mit. Etwas, das er nicht deuten konnte. Klang sie amüsiert? Genervt? Beides? Warum haben Sie meine Einladung überhaupt angenommen? nahm er den Faden ihrer Unterhaltung wieder auf. Weil ich es wollte. Gute Antwort, dachte er und ließ einen Blick zu ihrem sinnlichen Mund wandern. Erzählen Sie mir, was Sie beruflich machen, bat sie. Ich habe zwar ein schönes Büro mit vielen Zimmern gesehen, aber keine Hinweise auf Ihre Tätigkeit entdecken können. Ich bin der Leiter von Security International. Wir haben unseren Hauptsitz hier in Santa Barbara, operieren jedoch auf der ganzen Welt. Was für eine Art von Security? Die Personenschutz. Wir stellen Bodyguards, sowohl für Teilzeitprojekte als auch als Vollzeitangestellte. Außerdem haben wir eine Abteilung für Sicherheitsberatung und bilden die Bodyguards anderer Leute aus. Überrascht sah sie ihn an. Wie in dem Film? Er wusste, was sie meinte. Meine Leute werden gefeuert, wenn sie mit ihren Kunden ins Bett gehen. Das ist aber sehr streng. Sie werden dafür bezahlt, wachsam zu sein und nicht dafür, sich flachlegen zu lassen. Haben Sie irgendwelche berühmten Kunden? Ja. Sie wartete einen Moment, dann lachte sie. Sie werden mir wohl keine Namen verraten, was? Nicht einmal einen Buchstaben. Der riesige Kerl aus Ihrem Büro, Jason, ist er einer Ihrer Bodyguards? Sam nickte. Er ist nicht gerade jemand, der sich unauffällig unter die Leute mischen kann. Manchmal ist das genau das, was ein Kunde will. Sind alle Ihre Bodyguards bewaffnet? Sicher. Sie auch? Er lächelte träge. Vor allem ich. Sie nahm ihr Weinglas in die Hand. Sogar jetzt? Wollen Sie es sehen? Francesca würde darauf wetten, dass Sam in seinem ganzen Leben nicht länger als 15 Minuten am Stück ohne eine Frau in seiner Nähe verbracht hatte. Ihre Aussage war eindeutig gewesen. Sie würde sich dem ersten geeigneten, attraktiven Mann an den Hals werfen, der ihren Weg kreuzte. Insgeheim hatte sie erwartet, dass es nervenaufreibend und irgendwie peinlich würde. Auf keinen Fall hätte sie gedacht, dass sie als Landei es mit einem aus der Profiliga zu tun bekäme. Ich bin nicht sicher, ob Sie das Personal hier verschrecken sollten. Sie schaute sich um. Immerhin ist das hier eines der besseren Restaurants der Gegend. Da sieht man so etwas bestimmt nicht gerne. Sie nippte an ihrem Wein, der gar nicht einmal so schlecht war, was sie ihrer Schwester aber niemals erzählen würde. Haben Sie Angst? Fragte er. Sie ist gesichert. Tss, 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 als ob Sie über eine Pistole sprechen würden. Ich habe keine Angst. Ich bin lediglich vorsichtig und vernünftig. Sie stellte das Glas ab. Wie lange sind Sie schon im Security-Bereich tätig? Mein ganzes Leben. Die Firma ist von meinem Großvater gegründet worden. Mit Familienkonzernen kannte sie sich aus. Haben Sie irgendwelche Geschwister, mit denen Sie die Verantwortung teilen? Nein, er zuckte mit den Schultern. Mein Vater starb, als ich noch ein Kind war. Meine Mutter ist ihm vor ein paar Jahren gefolgt. Aber wir haben uns nie nahe gestanden. Jetzt gibt es nur noch meinen Großvater und mich. Der Kellner kam und servierte ihnen die Salate. Francesca betrachtete das kunstvolle Arrangement aus grünem Salat, Apfelspalten, blausche Milchkäse und Walnüssen. In ihrem Kopf wirbelten die verschiedenen Möglichkeiten umher. Verheiratet? Nein, auf keinen Fall. So viel Pech durfte sie nicht haben. Es konnte nicht sein, dass der erste Kerl, den sie seit über drei Jahren anziehen, fand eine »Sie sind nicht verheiratet, oder?« platzte es aus ihr heraus. Sam hielt mitten in der Bewegung inne. Die Gabel schwebte vor seinen Lippen in der Luft. Dann senkte er die Hand. Francesca wappnete sich gegen einen Witz oder eine schneidende Bemerkung. Doch sein Gesichtsausdruck wurde einfach nur sehr ernst. Wenn ich verheiratet wäre oder in einer festen Beziehung leben würde, hätte ich sie nicht eingeladen. Erleichterung vermischte sich mit dem Geschmack des zartschmelzenden Käses. Gut zu wissen. Und Sie? Irgendwelche aktuellen oder ehemaligen Mr. Marcellis im Umlauf? Nein. Marcelli ist mein Mädchenname. Ich war vor vielen Jahren schon einmal verheiratet. Mein Mann ist jedoch gestorben. Das tut mir leid. Sie müssen sehr jung geheiratet haben. Mit 18. Nach den verqueren Erwartungen meiner Familie war das genau das richtige Alter. Sie spießte ein Apfelstück auf. Ich stamme aus einer italienisch-irischen Familie. Sehr groß, sehr traditionsbewusst. Wir sollen jung heiraten und uns reichlich vermehren. Haben Sie Kinder? Sie unterdrückte ein Lächeln. Nicht, dass ich wüsste. Er lachte. Meine Ehe hat unter keinem guten Stern gestanden. Ich war gerade einmal 22, frisch aus dem College und allein in Europa. Wir haben nicht einmal unseren ersten Hochzeitstag gemeinsam erlebt. Er zuckte mit den Schultern. Wir waren beide zu jung. Zum Glück hatten wir auch keine Kinder. Meine Scheidung ist für sie immer schwer. Das stimmt. Er nahm sein Glas. Schluss mit den ernsten Themen. Haben Sie vor, mich später zu verführen? Gut, dass Francesca gerade nichts getrunken hatte. Sie hätte den Wein sonst quer über den Tisch gespuckt. Mal abgesehen von den Versprechen und Plänen, die sie in Gegenwart ihrer Schwestern geschmiedet hatte, war das hier immer noch ein erstes Date. Sie hatte vielleicht vor, sich kopfüber ins Ungewisse zu stürzen, aber doch nicht innerhalb der ersten Stunde. Sie war sich ziemlich sicher, dass Sam sie bloß aufzog, aber nur für den Fall, dass in der Frage ein Hauch Wahrheit steckte, entschied sie sich für die reifste und vernünftigste Reaktion, die ihr einfiel. Sie ignorierte die Frage. Ist Ihre Firma schon immer in Santa Barbara ansässig gewesen? Sam lachte leise. Weitling. Aha, und jetzt gehen Sie doch bitte liebenswürdigerweise auf den Themenwechsel ein. Okay. Mein Großvater hat eine Zeit lang eine Zweigstelle in Los Angeles unterhalten, aber das Hauptquartier war immer hier. Sie sprachen darüber, wie sich die Stadt in den letzten zehn Jahren verändert hatte. Dass Prominente den Schutz eines Bodyguards einerseits wollten und ihm andererseits oftmals unnötigerweise die Arbeit schwer machten und über die verschiedenen Experimente, die Francesca während ihrer Forschung durchgeführt hatte. Sam war fast fertig mit seinem Steak, als ein Blick auf ihr beinahe noch volles Glas fiel. Schmeckt Ihnen der Wein nicht? Sie berührte den Stil ihres Glases. Doch er ist gut. Francesca, was verschweigen Sie mir? Ich bin kein großer Freund des Wild Sea-Wine-Guts. Warum nicht? Das ist eine lange Geschichte. Haben Sie heute noch was vor? Vorhaben? Mit ihm? Naja, wo er es gerade erwähnte. Sie schob den Gedanken energisch beiseite. Nein, eigentlich nicht. Nun, ich kann mir auch keinen Ort vorstellen, an dem ich lieber wäre, sagte er. Also erzählen Sie mir die Geschichte. Na gut. Das war wenigstens ein unverfängliches Thema ohne Doppeldeutigkeiten und ohne jeglichen Anflug von sexueller Spannung. Im Jahr 1923 kamen die beiden Freunde Antonio Marcelli und Salvatore Giovanni gemeinsam aus Italien nach Amerika. Als zweitgeborene Söhne hatten sie beide keinerlei Hoffnung, die Familienbetriebe zu Hause zu erben. Aber sie schworen ihren Eltern, dass sie in Amerika großen Erfolg haben würden. Sie ließen sich in Kalifornien nieder und kümmerten sich sorgfältig um die Schätze, die sie mitgebracht hatten. Sie legte eine kleine Pause ein und lächelte. Weinreben. Sam lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Diese Frau bag eine Überraschung nach der anderen in sich. Francesca Marcelli von den Marcelli-Weinen. Genau die. Er deutete auf die Flasche, die auf dem Tisch stand. Und der stammt von der Familie Giovanni, nehme ich an. Stimmt, genau. Die jungfräuliche Erde, die windumtosten Hügel, das milde Klima, das alles war perfekt, um Wein anzubauen. Antonio und Salvatore kauften aneinander grenzende Grundstücke. Sie teilten sich die Arbeit, feierten ihre Erfolge und stießen gemeinsam mit ihrer ersten Ernte an. Als die Zeit gekommen war, kehrten sie nach Italien zurück, um zu heiraten, und kamen mit ihren Frauen wieder hierher nach Kalifornien. Das sollte der Anfang eines glücklichen und erfüllten Lebens sein. World Sea Vineyards und Marcelli Wines waren geboren. Antonio und Salvatore bekamen je einen Sohn und zwei Töchter. Sie machte eine Pause und trank einen Schluck Wasser. Sam beugte sich vor. Sie haben diese Geschichte während ihrer Kindheit oft gehört. So ungefähr 1000 Mal. Ihre Stimme verändert sich, wenn sie über ihre Familiengeschichte sprechen. Doch es war nicht nur ihre Stimme, die sich veränderte. Ihr Blick ging an ihm vorbei direkt in die Vergangenheit. Meine Großmutter spricht oft über die alten Zeiten. Ich schätze, ich wiederhole nur, was sie sagt. Sie atmete tief ein und fuhr fort. Die Ereignisse im Europa der späten 1930er Jahre bereiteten den beiden Freunden Kummer. Mit der deutschen Besetzung von Frankreich und den Drohungen gegen Italien während des Zweiten Weltkriegs gingen große Sorgen um den Zustand der Weinstöcke daheim einher. Würden Generationen gesunder Reben zerstört werden? Antonio und Salvatore reisten nach Europa, wo ihnen Freunde Ableger der Weinstöcke anboten. Sie fuhren weiter durch die Länder und sammelten immer mehr Ableger von den berühmtesten Weingütern Frankreichs und Italiens. Dann kehrten sie heim, um diese Ableger mit ihren stärksten Rebstöcken zu veredeln. Was auch immer in Europa geschehe, in Amerika würde die Tradition fortgesetzt. Mir ist bereits aufgefallen, dass die Wild Sea-Weine einen etwas europäischen Geschmack haben, warf Sam ein. Aber auf die Marcelli-Weine trifft es meiner Meinung nach nicht zu. Ich weiß, sie zuckte mit den Schultern. Niemand weiß genau, was passiert ist oder warum. Anfangs entwickelten sich beide Weinberge gut. Aber nach einer gewissen Zeit gingen die Reben auf dem Grundstück der Marcellis ein. Antonio beschuldigte Salvatore, sein Land verflucht oder seine Rebstöcke vergiftet zu haben. Die beiden Männer hatten einen großen Streit, der dazu führte, dass die Freundschaft zwischen ihnen und ihren Familien zerbrach. Bis zum heutigen Tag sind Marcelli-Weines und Wild Sea-Veneyards Erzfeinde. Die Geschichte gefiel ihm. Aber irgendwie gefiel ihm alles, was Francesca zu erzählen hatte. Gab es auch Blutvergießen? Wollte er wissen. Nein, das ist nicht unser Stil. Sie lächelte. Wir sind mehr die Typen für hitzige Diskussionen. Mein Großvater, Antonius' Sohn, hat das meiste Interesse daran, die Feder aufrecht zu erhalten. Meine Eltern waren an diesem alten Streit nie besonders interessiert. Und meine Schwestern und ich stehen dem Ganzen relativ neutral gegenüber. Wer leitet Wild Sea heute? Salvatores Urenkel Nicolás. Sie berührte die Flasche mit ihren Fingerspitzen. Ihr Geschäft floriert, seitdem sie die neuen europäischen Reben anbauen. Wir führen zwar ein erfolgreiches Unternehmen, doch sie besitzen ein internationales Konglomerat. Wie kommt es, dass Sie Psychologie studieren und nicht Weinwirtschaft? Grandpa Lorenzo sagt, der Weinanbau muss mit Leidenschaft betrieben werden. Doch die konnte ich nie aufbringen. Meiner Schwester Brenner hingegen liegt es im Blut. Der Kellner räumte ihre Teller ab. Dankend lehnte Francesca ein Dessert ab. Sam reichte dem Kellner seine Kreditkarte. Vielen Dank fürs Essen, sagte Francesca, als Sie wieder allein waren. Ich habe den Abend sehr genossen. Ich auch, Sam lächelte. Ich würde Sie gerne wiedersehen. Ein heißes Kribbeln breitete sich in Ihrer Magengegend aus. Ich sehe auch. Wie wäre es mit morgen Abend? Außer Sie haben schon andere Pläne. Sie nahm an, dass sie so tun sollte, als wäre sie viel gefragt. Das behauptete ihre kleine Schwester Mia zumindest immer. Doch Francesca war noch nie sonderlich gut darin gewesen, Anweisungen zu befolgen. Morgen passt mir gut. Sam zog eine Visitenkarte aus seiner Sakkotasche und schrieb etwas auf die Rückseite. Meine Privatnummer, sagte er und reichte ihr die Karte. Dann nahm er eine weitere Karte zur Hand. Und Ihre? Sie diktierte ihm die Nummer. Dann schaute sie sich die Vorderseite seiner Visitenkarte an. Ihr Blick blieb an dem Titel hängen, der unter seinem Namen stand. Präsident und CEO. Sie leiten die Firma. Sie versuchte nicht in Panik zu verfallen. Natürlich tat er das, das hatte er doch schon gesagt. Ich dachte, würde das jetzt alles ändern? Ja, bereits seit ein paar Jahren. Sie hob den Kopf und schaute ihn an. Wie alt sind Sie? 34. In diesem Augenblick wurden sie vom Kellner unterbrochen, der Sam seine Kreditkarte zurückgab und ihm den Beleg zum Unterschreiben reichte. Nachdem Sam seine Unterschrift getätigt hatte, warf er Francesca einen Blick zu. Habe ich es geschafft, sie zu Wild Sea Weinen überlaufen zu lassen? Sie lachte leise. Wohl kaum. Ich bin nicht sicher, ob ich jemals zuvor einen Wild Sea Cabernet getrunken habe. Er war ehrlich gesagt ziemlich gut. Allerdings werde ich das meinem Großvater gegenüber niemals zugeben. Er würde sie vermutlich aus seinem Testament streichen. Oder mich aus der Familie verstoßen. Sam steckte die Quittung in seine Sakkotasche, dann stand er auf und stellte sich hinter Francescas Stuhl. Als sie sich erhob, zog er den Stuhl ganz Gentleman nach hinten und stützte sie mit einer Hand am unteren Rücken ab. Sie spürte die Wärme seiner Handfläche und Finger durch den Stoff bis auf die Haut und musste den Impuls unterdrücken, näher an ihn heranzurücken. Der Parkplatzwächter, der aussah wie ein Surfer, empfing sie am Ausgang. Er salutierte kurz vor Sam und zeigte dann die Straße hinunter. Francesca schaute in die entsprechende Richtung und sah ihren Truck direkt hinter einer glänzenden, silberfarbenen Limousine stehen. Sam hielt seine freie Hand auf und der Parkplatzwächter ließ die beiden Autoschlüssel hineinfallen. Er wird uns unsere Autos nicht bringen? fragte sie verwirrt. Sam reichte ihr den Truck-Schlüssel und steckte den anderen in seine Tasche. Ich habe veranlasst, dass unsere Autos dort hinten geparkt werden. Warum? Das ist etwas geschützter als hier vor dem Restaurant. Ich möchte schließlich keine Zuschauer, wenn ich ihnen einen Gute-Nacht-Kuss gebe. Francesca sagte sich, dass es sehr positiv war, wenn ein Mann derart vorausschauend handelte. Stattdessen fühlte sie sich mit einem Mal unsicher, nervös, tollpatschig und ein kleines bisschen kribbelig. Diese seltsame Mischung aus Besorgnis und Vorfreude vertrug sich nicht sonderlich gut mit ihrem überbackenen Hühnchen. Die Hand, die auf ihrem unteren Rücken ruhte, dirigierte sie langsam die Straße hinunter. Zwischen ihrem Truck und seiner Limousine blieb Sam stehen. Francesca musste zugeben, dass es hier wirklich sehr geschützt war. Und ruhig. Sehr ruhig. Die Stimmen der Gäste aus dem Restaurant waren nur noch als gedämpftes Murmeln zu vernehmen. Irgendwo erklang Musik aus einem Radio. Die Nacht war warm und klar. Alles war perfekt. Bis auf ihr plötzliches Bedürfnis, sich zu übergeben. Was sich im Gespräch mit ihren Schwestern vernünftig, ja sogar nach Spaß angehört hatte, nämlich Sex mit einem völlig Fremden zu haben, kam ihr nun vollkommen verrückt vor. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Wenn sie einen Kopfsprung ins kalte Wasser machte, würde sie lediglich nass und vielleicht sogar von der Brandung mitgerissen. Gut, Swimmingpools hatten normalerweise keine Brandung, aber trotzdem. Sie waren … Sam umfasste ihr Gesicht mit beiden Händen, beugte sich vor und küsste sie. Einfach so. Da sie ihre Handtasche in der einen und ihre Autoschlüssel in der anderen Hand hielt, konnte sie nicht mehr tun, als ihre Hände ein wenig hin und her zu drehen. Sehr attraktiv. Wenn sie nur ein kleines bisschen … Nerven, die schon zu lange untätig gewesen waren, erwachten mit einem Jubelschrei zum Leben. Die intellektuelle Wahrnehmung dessen, was sie tat, machte den Gefühlen Platz, die sie schlagartig durchströmten. Sam küsste sie. Seine warmen, festen Lippen strichen über ihre, bewegten sich langsam, erkundeten, berührten sie. Sie spürte, wie die Wärme, die er ausstrahlte, sich auf sie übertrug. Seine langen Finger strichen über ihre Wangen. Dann ließ er seine Hände auf ihre Schultern sinken. Sie fühlte sich gleichzeitig schwach und so lebendig wie nie. Nichts auf der Welt hätte sie jetzt dazu bringen können, sich zu bewegen. Sie wollte, dass dieser Kuss nie endete. Sam neigte den Kopf und intensivierte den Kuss. Ein Kribbeln erfasste ihren gesamten Körper und ließ ihr Herz schneller schlagen. Zum ersten Mal seit Jahren erinnerte sie sich daran, dass ihre Brüste auf so köstliche Weise empfindlich waren. Ihre Haut kribbelte in Erwartung seiner Berührung. Von Leidenschaft übermannt erkannte sie, dass sie sich nach dieser Art der Intimität seit gefühlten drei Lebenszeiten gesehnt hatte. Zärtlich strich er mit der Zunge über ihre Unterlippe. Ein Schauer lief ihr über ihren Rücken und löschte das letzte bisschen gesunden Menschenverstand aus, das sie bis dahin noch besessen hatte. Sie hob eine Hand, die mit den Autoschlüsseln, und schlang ihren Arm um seinen Hals, wozu sie sich auf Zehenspitzen stellen musste. Sam reagierte, indem er sie näher an sich zog, sodass sie sich überall berührten. Seine Härte an ihrer Weichheit. Sie hatte diese Worte schon tausendmal gehört und in Büchern gelesen, aber niemals zuvor hatten sie so viel Sinn ergeben. Jeder Teil von ihm war hart, fest und unnachgiebig. Ihre Kurven passten sich ihm an. Sie fühlte sich weich und sehr weiblich. Sie fühlte sich sicher. Als er erneut über ihre Unterlippe leckte, öffnete sie den Mund, um ihn einzulassen. Bei der ersten Berührung ihrer Zunge fühlte sie sich, als könnte sie fliegen. Bei der zweiten loderte ein Feuer in ihr auf, das sie zu verschlingen drohte. Eine Hitze ohne Flammen, die sie an den Rand des Wahnsinns trieb. Diese Gefühle waren vollkommen neu für sie. Irgendetwas musste sie in der Vergangenheit beim Küssen falsch gemacht haben. Oder sie machte dieses Mal irgendetwas sehr richtig. Sie wollte mehr. Sie wollte alles. Sie wollte, dass er sie küsste, bis sie nicht mehr denken, nicht mehr atmen, gar nichts mehr tun konnte, außer zu fühlen, zu wollen und sich zu verzehren. Seufzend versuchte sie, sich näher an ihn zu drängen. Als das nicht möglich war, begann sie, seinen Kuss zu erwidern. In genau dem Moment trat Sam einen Schritt zurück und zwang sie so, ihren Arm um seinen Hals zu lösen. »Straße«, stieß Sam heiser aus und machte noch einen Schritt rückwärts. Fragend sah Francesca ihn an. »Straße?« Seine goldbraunen Augen wirkten dunkler als zuvor und gleichzeitig strahlender. Seine Lippen waren feucht, was ihn extrem sexy aussehen ließ. Verlangen packte sie. Um seine Mundwinkel zuckte es. »Wir stehen auf der Straße.« »Okay, und wieso genau war das wichtig?« Dann wurde sie sich langsam ihrer Umgebung bewusst. Sie schaute sich um und sah, dass mehrere Häuser und Autos in der Nähe standen. Menschen gingen mit ihren Hunden Gassi oder kamen aus dem Restaurant. »Ich schätze, du hast recht.« Sie verstummte, weil sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Einzugestehen, dass sie von der Leidenschaft übermannt worden war, wäre peinlich. Wenn nicht ihm, dann ganz gewiss ihr. »Ist alles in Ordnung mit dir?« fragte er. »In Ordnung?« Ihr ging es ganz hervorragend. Ihr ging es sogar so gut, dass sie eine Opern-Arie hätte anstimmen können. Doch sie schenkte ihm lediglich ein kühles, selbstsicheres Lächeln, das ausdrücken sollte, dass sie so etwas andauernd tat. »Oh ja, alles gut.« Dann drehte sie sich um und ging zur Fahrradtür ihres Trucks. Die Weltgewandtheit, die sie bis eben noch so gut vorgetäuscht hatte, fiel in sich zusammen, als sie das Schloss verfehlte und den Schlüssel beinahe durchs Türblech gestoßen hätte. Sie spürte, dass sie errötete. »Ups«, murmelte sie. »Francesca?« Sie schaute über die Schulter und sah Sam hinter sich stehen. »Ich rufe dich morgen Nachmittag an, damit wir eine Zeit für morgen Abend vereinbaren können. Willst du zu Hause sein?« »Zu Hause?« Sie würde vermutlich zusammengerollt auf dem Sofa liegen und den besten Kuss seit Kelly McGillis und Tom Cruise in Top Gun in allen Einzelheiten nacherleben. »Klar, ich muss ja an meiner Dissertation arbeiten.« »Dann bis morgen.« Sie nickte und kletterte in den Truck. Sam kam näher. »Danke für den heutigen Abend«, sagte er und drückte vorsichtig die Tür ins Schloss. Sie wollte auch etwas Nettes oder wenigstens etwas Cleveres sagen, aber in ihrem Kopf herrschte noch immer das reinste Chaos. Also begnügte sie sich mit einem Winken, startete dann den Motor und lenkte den Wagen auf die Straße. Auf der nächsten Kreuzung fing sie an, ein flottes Lied von Toscanini zu summen. In dieser Nacht schlief Francesca nur wenig und wachte beim ersten Sonnenstrahl am Morgen auf. Deshalb brauchte sie auch eine halbe Kanne Kaffee, um ihr Gehirn einigermaßen in Schwung zu bringen. Als sie wieder in der Lage war, in ganzen Sätzen zu denken, räumte sie den Stapel Bücher vom Küchentisch, schnappte sich ein Blatt Papier und fing an, ihre To-do-Liste zu erstellen. Zuerst kamen die üblichen Aufgaben wie Wäsche waschen, Lebensmittel einkaufen, bei ihrem Budget immer eine Herausforderung und Staubsaugen. Dann die grobe Struktur für ihre Dissertation erstellen, etwas, das sie schon vor zehn Tagen hätte tun sollen, aber immer wieder aufgeschoben hatte. Und schließlich der feste Entschluss, nicht an Sam zu denken, an ihr gestriges Date, ihr heutiges Date und den versprochenen Anruf. Ihr war ein wenig schwindelig. Sie fühlte sich lebendig und völlig im Einklang mit dem Universum. In ihrem Unterleib machte sich ein deutliches Kribbeln bemerkbar. Ihre Weiblichkeit, die sich im Winterschlaf befunden hatte, bevor sie Sam begegnet war, tanzte aus Vorfreude auf künftige Aktivitäten Salsa. Du weißt doch noch gar nicht, ob er wirklich mit dir schlafen will, rief sie sich streng zur Ordnung, während sie sich die vierte Tasse Kaffee eingoss. Ein Kuss macht noch keine körperliche Beziehung. Stimmt, aber es war ein umwerfender Kuss gewesen, einer, der einen nationalen Feiertag verdient hatte. Oder wenigstens eine eigene Briefmarke. Sie dachte daran, wie Sam sie an sich gezogen und die Führung übernommen hatte. An das Gefühl von seinen Lippen auf ihren, an seinen Geschmack, die Hitze, die… Ein Klopfen unterbrach ihre Gedanken. Widerstrebend verbannte Francesca den nicht jugendfreien Film aus ihrem Kopf und ging zur Tür. Als sie sie öffnete, stand sie Mia, ihrer jüngsten Schwester, gegenüber. Ich wollte mich nur verabschieden, Mia trat ein. Hast du einen Kaffee und irgendetwas zum Frühstück? Ich bin am Verhungern. Francesca lachte. Bist du sicher, dass das alles ist, was du brauchst? Wie wäre es mit Geld? Willst du ein Darlehen? Mia umarmte sie. Auf gar keinen Fall, du bist doch pleite. Mit dieser fröhlichen Bemerkung machte sie sich auf den Weg in die Küche. Francesca folgte ihr und lehnte sich gegen den Türrahmen. Mia goss sich einen Becher Kaffee ein und fügte einen großzügigen Schuss Milch dazu. Sie nahm einen Schluck, stellte die Tasse dann auf die Arbeitsfläche und öffnete den Gefrierschrank. Hat Brenner keine Donuts hier gelassen? fragte sie, während sie sich durch ein paar Tupperdosen mit gefrorenen Vorspeisen wühlte, Ravioli, die Grandma Tessa geschickt hatte, und auf eine Notfallportion Ben & Jerry's stieß. Ich glaube nicht, Francesca schüttelte den Kopf. Mia hielt ihr einen in Folie gewickelten Behälter hin. Guckst du denn so etwas gar nicht nach? Ich meine, Brenner hat nach der Trennung von Jeff beinahe einen Monat bei dir gewohnt. Ist es dir da nicht mal in den Sinn gekommen, dass sie ein paar Donuts eingefroren hat? Ehrlich gesagt, nein. Für jemanden mit einem Studienabschluss in Psychologie weißt du erstaunlich wenig über deinen Zwilling. Francesca lachte. Ich dachte, sie hätte die Donuts mitgenommen. Mhm. Mia wickelte die Krispy Kremes aus und ließ sie auf ein Haushaltstuch gleiten. Dann packte sie sie in die Mikrowelle und wählte das Auftauprogramm für 15 Sekunden. Summend und wackelnd erwachte das alte Gerät zum Leben. Mia runzelte die Stirn. Ist das noch sicher oder werden wir uns jetzt radioaktive Verbrennungen zuziehen? Ich denke nicht, dass Mikrowellen Radioaktivität freisetzen. Mia wollte das Risiko lieber nicht eingehen und trat einen Schritt zurück. Francesca grinste. Als die Uhr piepte, zog Mia das Haushaltstuch heraus und trug es zum Tisch. Komm, sagte sie, ich teile mit dir. Das will ich doch hoffen. Wenn Brenner Essen im Haus zurückgelassen hat, gehört es rechtlich gesehen mir. Mia schnappte sich ihren Kaffee und zog sich an den Stuhl heran. Trotz der relativ frühen Stunde an einem Samstagvormittag sah sie wach und erholt aus. Ihre Augen waren klar und strahlten. Ihr dunkles Haar hatte frische, honigfarbene Strähnen und ausnahmsweise trug sie einmal nicht so übertrieben viel Make-up, dass sie den Neid eines Las Vegas-Showgirls auf sich gezogen hätte. Francesca setzte sich ihr gegenüber und nahm sich einen der dampfenden Donuts. Wo ist dein Gesicht? fragte sie. Mia rümpfte die Nase. Mom hat mich gebeten, während meiner Zeit in D.C. nicht wie eine Schlampe auszusehen. Das waren ihre exakten Worte. Sehe ich für dich wie eine Schlampe aus? Francesca musterte die hübschen Gesichtszüge, die runden Wangen und den zu einem Grinsen verzogenen Mund ihrer Schwester. Heute nicht. Mia knüllte das Haushaltstuch zusammen und warf es nach ihr. Katie macht mir wegen meines Make-ups auch ständig die Hölle heiß. Ich denke, das liegt daran, dass ihr alle schon so alt seid. Ihr seid nur neidisch. Ja, ich bin sicher, daran liegt's. Mia schluckte das letzte Stück Donut hinunter und griff nach dem nächsten. Mein Flug geht morgen ganz früh. Mom und Dad fahren mich heute Nachmittag nach L.A. Und ich übernachte im Airport Hotel. Videokanal und Zimmerservice. Hast du Lust, mitzukommen? Das geht auf sie und sag nicht, dass du nicht schnorchst. Das hier ist etwas anderes. Francesca war mehr wegen ihrer Verabredung besorgt, als darüber, ihren Eltern auf der Tasche zu liegen. Ich weiß, dass es etwas anderes ist. Mia verdrehte die Augen. Du bist so stur. Mom und Dad würden dir nur zu gerne finanziell aushelfen. Warum lässt du sie nicht? Ich bin auf dem College und mir helfen sie auch. Soll ich mich deswegen schuldig fühlen? Es war eine vertraute Diskussion. Natürlich nicht, Mia. Du bist 18. Du bist begabt. Und natürlich wollen unsere Eltern dir dein Studium finanzieren. Na und? Dann bist du eben alt. Das heißt doch aber nicht, dass sie dir nicht helfen würden. Ich werde den Teil mit dem Alt ignorieren, gab Francesca zurück. Ich war verheiratet. Ich habe schon allein gelebt. Es war meine Entscheidung, noch einmal aufs College zu gehen, nachdem Todd gestorben ist. Für mich ist es wichtig, das selbst zu bezahlen. Ich will unabhängig sein. Das ist auch einer der Gründe, warum ich meinen Mädchennamen wieder angenommen habe. Man würde meinen, der alte Furzkopf hätte dir wenigstens ein paar Dollar hinterlassen, grummelte Mia. Ja, das würde man, stimmte Francesca zu. Aber das hat er nicht und mir geht es gut. Mia schaute sich in der winzigen Küche um. Wenn du meinst. Ja, meine ich. Und jetzt lass uns über dich sprechen. Bist du schon aufgeregt wegen Washington? Mia rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. Die See ist so riesig. Ich wünschte immer noch, ich könnte meinen Sprachkurs in Japan machen, aber das hier ist fast genauso gut. Ich nehme an, wenn ich gerade nicht studiere, hänge ich ein wenig im Kapitol ab und schnappe mir ein paar schnuckelige Kongressmitarbeiter. Sie trank einen Schluck Kaffee. Ich meine, immerhin muss ich mich von einem gebrochenen Herzen erholen. Francesca schüttelte den Kopf. Mia hatte zwar erst vor kurzem ihre Verlobung gelöst, aber ein gebrochenes Herz war weit und breit nicht in Sicht. Du scheinst die Erholungsphase schon abgeschlossen zu haben, stellte sie fest. Ja, kann sein. Was bedeutet, es war die richtige Entscheidung, David nicht zu heiraten, oder? Und was hast du heute noch so vor? Das Übliche, Erledigungen. Sie zeigte auf die angefangene Liste, die auf dem Tisch lag. Mia nahm sie in die Hand. Genau zwei Sekunden später bemerkte Francesca ihren Fehler. Mia brauchte noch fünf Sekunden länger. Ihr Mund öffnete sich, sie stieß einen verächtlichen Laut aus und lachte dann erstickt auf. Du musst dein Diaphragma überprüfen? Irgendwie fürchte ich, dass du damit nicht die medizinische Bezeichnung fürs Zwerchel meinst. Das ist mir nicht peinlich. Das ist mir nicht peinlich, redete Francesca sich gut zu. Sie griff über den Tisch, um sich die Liste zu schnappen, doch Mia hielt sie außer Reichweite. Oh nein, auf keinen Fall. Erst erzählst du mir, was es damit auf sich hat. Dann gebe ich sie dir zurück. Meinetwegen, ist keine große Sache. Sie nahm einen Donut in die Hand und biss ab. Mia starrte sie an. Das reicht mir nicht, ich will Einzelheiten. Fang am Anfang an und sprich schön langsam. Francesca nahm an, dass es keinen Sinn hatte, das Unausweichliche hinauszuzögern. Mia hatte den typischen Dickkopf aller Marcelli-Schwestern. Als ich mit Todd verheiratet war, habe ich die Pille nicht vertragen. Also habe ich angefangen, ein Diaphragma zu tragen. In den letzten Jahren gab es nur ein- oder zweimal Anlass, es zu entstauben und deshalb habe ich mich gefragt, ob es hier noch irgendwo herumfliegt. Mia ließ die Liste sinken und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Du bist so eine Lügnerin, Francesca nickte. Ich weiß, ich habe nur überprüfen wollen, ob ich inzwischen besser geworden bin. Was meinst du? Kein Stück, also los, spuck's endlich aus. Nachdem Brenner wieder bei mir ausgezogen ist, haben sie, Katie und ich uns getroffen und geredet. Besser gesagt, wir haben Wein getrunken und zu viele Kekse gegessen, aber das ist eine andere Geschichte. Mia zog eine Schnute. Verdammt, wieso bin ich bei den wirklich lustigen Sachen nie dabei? Ihr hängt immer zusammen rum und ladet mich nie ein. Ich hasse das. Das liegt nur daran, dass du und Brenner Zwillinge seid und Katie lediglich ein Jahr älter ist. Ich bin nur das Anhängsel. Tut mir leid, Mia, das war keine Absicht und nur fürs Protokoll. Wir lieben dich über alles. Du bist kein Anhängsel. Okay, vielleicht nicht, aber das macht es nicht weniger doof. Also erzähl mir, was passiert ist. Francesca trank noch einen Schluck Kaffee. Wir haben über die Jungen gesprochen, die wir in der Highschool mochten, mit denen wir aber nicht geschlafen haben, und wir sprachen über Jeff, Todd und Zach. Brenner und Katie haben mich dann damit aufgezogen, dass ich seit drei Jahren kein Date mehr hatte. Oder Sex, ergänzte Mia. Das auch, ja. Naja, ich habe an diesem Tag mehr oder weniger versprochen, mit dem erstbesten normalen Typen ins Bett zu gehen, den ich treffe. Mia riss die Augen auf. Also willst du jetzt einfach auf gut Glück durch die Nachbarschaft streifen? Nein, ich habe gestern jemanden kennengelernt. Ich habe gearbeitet und... Mia stöhnte und legte die Stirn auf die Tischplatte. Bitte, sag mir nicht, du warst das tätowierte Biker-Girl, bitte. Nein, war ich nicht, ich war schwanger. Mia richtete sich auf und schluckte sichtlich. Das ist eklig. Er hat eine Schwangere um eine Verabredung gebeten? Was stimmt nicht mit ihm? Nach allem, was ich bisher weiß, ist mit ihm alles in Ordnung. Er hat mir geholfen. Wir sind in sein Büro gegangen, wo ich schließlich solche Schuldgefühle bekam, dass ich ihm die Wahrheit erzählt habe. Wie hat er das denn geschafft? Francesca zuckte mit den Schultern. Er war einfach sehr nett. Wow, nett, das muss echt schmerzhaft gewesen sein. Sag mir wenigstens, dass er gut aussieht. Oh ja, wirklich gut. Sie griff nach ihrer Tasche und holte Sams Visitenkarte heraus, um sie Mia zu geben. Ihre Schwester nahm sie und las. Präsident und CEO? Okay, ich nehme den Kommentar zurück, dass er eklig ist. Sie legte die Karte auf den Tisch. Wenn du jetzt erst nach deinem Diaphragma suchst, nehme ich an, dass ihr es gestern Abend nicht getan habt. Francesca war schockiert. Ich habe beim ersten Date keinen Sex. Mia wirkte nicht sonderlich beeindruckt. Das weißt du doch gar nicht. Um das herauszufinden, müsstest du erst mal wieder anfangen auszugehen. Guter Punkt, okay. Nein, nein, wir haben es nicht getan. Wir haben uns nur geküsst. Und? Es war eine religiöse Erfahrung. Mia kicherte. Gut so, Schwester. Sie neigte den Kopf. Lass mich raten, er ist der Grund, warum du mich nicht für eine Nacht mit Filmen und Zimmerservice nach Los Angeles begleiten kannst. Richtig, wir sind verabredet. Ich bin stolz auf dich. Mia stand auf und streckte sich. So, dann lass uns mal dein Diaphragma suchen. Ich will sehen, wie so etwas aussieht. Und du solltest den Umgang damit nochmal üben. Denn für mich klingt das ganz so, als würde heute jemand noch großes Glück haben. Francesca folgte ihr ins Schlafzimmer. Ich dachte, Männer haben Glück und Frauen lassen einen ran. Wie auch immer. Mia ließ sich aufs Bett fallen. Los, fang an zu suchen. Francesca ging zu ihrer Kommode, zog aber keine der Schubladen auf. Sie hatte das Diaphragma aus einem Impuls heraus auf die Liste geschrieben. Sie hatte doch nicht wirklich vor, mit Sam zu schlafen, oder? Als sie Tod geheiratet hatte, war sie noch Jungfrau gewesen. Und nach seinem Tod hatte es für sie keinen Sex mehr gegeben. Es hatte verschiedene Gründe gehabt, von denen die meisten sich hervorragend als Thema für ihre Dissertation eignen würden. Ja, sie hatte es ihren Schwestern versprochen. Und ja, das Versprechen zu halten, war der einzige Weg, wieder aufs Datingkarussell aufzuspringen. Aber trotzdem. Sex mit einem Fremden? Sie rief sich in Erinnerung, dass einfacher Sex immer noch besser war als eine komplizierte Beziehung. Mia stöhnte. Ich höre förmlich, wie du es dir selbst ausredest. Komm schon, Francesca, das wird lustig. Das weißt du doch gar nicht. Doch, weiß ich sehr wohl. Sie drehte sich auf den Bauch. Vertrau mir, ein Leben mit Sex ist ziemlich aufregend. Ich kann nicht glauben, dass ich mir zu diesem Thema Ratschläge von meiner 18-jährigen Schwester anhören muss. Und ich kann nicht glauben, dass meine 27-jährige Schwester diese Ratschläge braucht. So, und jetzt fang endlich an zu suchen. Francesca musste nicht suchen. Sie wusste genau, wo das fragliche Objekt war. Stirnrunzelnd zog sie die oberste Schublade auf und räumte einen Stapel Sockenbeizung. Der schmale blaue Kasten lag in der hintersten Ecke. Als sie ihn aus der Schublade nahm, setzte Mia sich auf. Wie funktioniert das Ding? Es bildet eine Sperre gegen eindringende Spermien, erklärte Francesca. Man verteilt erst ein Gel darauf, dann klappt man es auf die Hälfte zusammen und führt es ein. Zweifelnd schaute Mia drein. Francesca öffnete das Kästchen und nahm das Diaphragma heraus. Mia sah es sich genau an. Bist du sicher, dass du die Pille nicht verträgst? Wollte sie wissen. Ich weiß nicht. Damals habe ich sehr heftig darauf reagiert. Das Problem ist, selbst wenn ich sie inzwischen vertrage, müsste ich warten, bis ich einen Termin beim Arzt bekomme, um sie mir verschreiben zu lassen. Ja, und dann musst du warten, bis deine Regel einsetzt. Mist. Sie stupste gegen das Diaphragma. Ich schätze, das könnte schon funktionieren, aber ich muss dir sagen, es einzusetzen wird ein echter Stimmungskiller. Über den Teil hatte Francesca noch gar nicht nachgedacht. Hm, da hast du recht. Ich nehme an, ich kann es einsetzen, bevor ich das Haus verlasse. Aber das kommt mir so unanständig vor. Als wenn ich fest davon ausgehe, dass etwas passiert. Es gibt so vieles zu bedenken, dachte sie auf dem Weg ins Badezimmer, wo sie das Diaphragma unter den Wasserhahn hielt und abspülte. Mia folgte ihr. Und, tust du das nicht? Francesca lachte. Ich will es zumindest nicht zugeben. Sie mochte Sam. Der gestrige Abend war schön gewesen. Und der Kuss, nun ja, sie hatte bereits ausreichend Zeit damit verbracht, ihn in Gedanken nachzuerleben. War sie bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Würde sie … Das ist bestimmt nicht richtig, unterbrach Mia ihre Gedanken. Francesca schaute sich das Diaphragma an. Sie hatte es mit Wasser gefüllt, das jetzt langsam in der Mitte heraustropfte. Panik erfasste sie. Nein, murmelte sie, es darf kein Loch haben. Wie alt ist das Ding denn? Ich habe es im ersten Jahr meiner Ehe bekommen. Mia schüttelte den Kopf. Ich glaube nicht, dass so etwas neun Jahre lang halten soll, Schwester Herz. Francesca schüttete das Wasser aus und hielt das Diaphragma gegen das Licht. Tatsächlich, da waren drei kleine Löcher. Na toll, da entschließe ich mich endlich, mein Zölibat aufzugeben und das ist der Dank dafür. Ist doch nicht so schlimm, meinte Mia. Der Mann sollte sowieso ein Kondom benutzen. Achte nur darauf, dass er es wirklich tut. Oder besser, noch zwei übereinander. Francesca warf das Diaphragma ins Waschbecken und ließ sich auf den Badewannenrand sinken. Das ist einfach nicht fair. Mia hockte sich neben sie. Ist doch keine große Sache, wirklich nicht. Kondome sind sehr sicher. Und wenn du dir zu große Sorgen machst, dann schlaf einfach nicht mit ihm. Das löst das Problem auch. Am Montag kannst du dann zum Gesundheitszentrum auf dem Campus gehen und dort mit jemandem sprechen. Vielleicht kannst du etwas Zeitgemäßeres auf dem Verhütungssektor ausprobieren. Francescas Laune besserte sich. Gute Idee. Ich muss ja nicht mit Sam schlafen. Ich kann einfach Nein sagen. Noch nicht, sagte Grandpa Lorenzo, als sie durch Reihen von Cabernet Sauvignon gingen. Noch nicht bedeutete, der Wein hatte noch nicht angefangen zu reifen. Brenner Marcelli nahm die erbsengroßen grünen Trauben kaum wahr. Stattdessen erfüllte eine sanft abfallende Landschaft ihren Geist. Eine Landschaft, die inmitten einer kühlen Meeresbrise lag. Eingebettet zwischen Hügeln, die das frühe Morgen und das späte Nachmittagslicht abhielten. Ein Ort, auf dem morgens dichter Nebel lag. Perfekte Bedingungen für den qualitativ hochwertigen Pinot Noir, der dort wuchs. Perfekt und vielleicht auch zu verkaufen. Sie war bereits zweimal daran vorbeigefahren, hatte aber nicht die Nerven besessen anzuhalten. Denn beim Anblick des Landes würde sie nur wieder anfangen, von anderthalb Hektar perfektem Land zu träumen, die sie nie besitzen würde. Sie hatte nicht das Geld und wusste, dass es zwecklos war, ihren Großvater zum Kauf des Weinbergs überreden zu wollen. Vermutlich ist es ganz gut so, dachte sie grimmig. Warum mehr Land kaufen, wenn es Gerüchte gab, dass ihr Großvater Marcelli Wines verkaufen wollte? Die Gerüchte hielten sich nun schon eine ganze Weile sehr hartnäckig. »Wann beginnt die Flaschenabfüllung?«, fragte er und hockte sich vor eine Gruppe junger Trauben, die noch nicht zu Reifen begonnen hatten. Der Cabernet wurde immer als letzter gepflückt. »Mitte der Woche«, sagte sie. »Zu dem Termin haben wir auch die Helfer gebucht.« »Bist du bereit?« Brenner dachte an den umfangreichen Prozess der Flaschenabfüllung. Die verschiedenen Maschinen waren durch Förderbänder miteinander verbunden, die sich durch die Halle wandten wie eine Schlange, die Rumba tanzt. Die Flaschen klirrten und klangen, wurden mit Druckluft gesäubert, gefüllt, verkorkt und mit einem Etikett versehen. Ein mechanischer Tanz, der in Brenner jedes Mal den Wunsch nach mehr Zeit und Händen weckte, um die Flaschen einzeln per Hand abzufüllen. Sie hasste die Flaschenabfüllung. Sie wusste, dass der Wein von der schnellen und brutalen Reise aus den ruhigen Fässern in die rüttelnden Flaschen unweigerlich verletzt oder mit Luft versetzt wurde. Tausend Dinge konnten schiefgehen. Sie würde zwar ein paar Mal am Tag nach dem Rechten sehen, hatte aber ansonsten vor, sich von dem Prozess so weit wie möglich fernzuhalten. »Der Chardonnay ist fast so weit«, sagte sie. »Wir kriegen alles rechtzeitig fertig.« Die helle Sonne sorgte dafür, dass Brenner ihre Baseballkappe tiefer in die Stirn zog und blinzelnd über den sich meilenweit in alle Richtungen streckenden Weinberg schaute. Der Geruch der Erde vermischte sich mit dem Duft der Trauben. Der Geruch war nicht so intensiv wie im Herbst, wenn allein ein Gang durch die Rebstöcke einen schon ganz schwindelig machen konnte. Aber in ihm lag das Versprechen auf eine gute Ernte und einen hervorragenden Wein. »Das hier ist mein Zuhause«, dachte sie zufrieden. Dieses Land, diese Weinstöcke befanden sich innerhalb der Grenzen der einzigen Welt, die sie je geliebt hatte. Doch sie hatte erst zurückkommen müssen, um das zu erkennen. Inzwischen wusste sie, dass sie niemals hätte gehen dürfen. Die vermeintlich sichere Wahl, die sie getroffen hatte, war ein Fehler gewesen, für den sie in den letzten neun Jahren wieder und wieder bezahlt hatte. Den ultimativen Preis würde sie zahlen, wenn ihr Großvater das Weingut verkaufte. Falls er es verkaufte. Brenner konnte keine Bestätigung für die Gerüchte finden, aber da so viele davon kursierten, nahm sie an, dass sie einen Funken Wahrheit enthielten. »Die Leute reden«, fing sie an. »Über das Weingut. Ich habe sie darüber sprechen hören, dass du überlegst, es zu verkaufen.« Ihr Großvater nahm eine Handvoll Erde auf und ließ sie durch seine Finger rieseln. Dann rieb er ein paar Blätter zwischen den Fingerspitzen, richtete sich auf und blinzelte in die Sonne. »Ein guter Tag«, sagte er. »Eine gute Saison«. Sie schwieg. Ihr Herz schien in ihrer Brust eingefroren zu sein. Trotz der nachmittäglichen Hitze war ihr eiskalt. Endlich drehte er sich zu ihr um. »Du hast mich das schon einmal gefragt und ich habe dir darauf geantwortet. Ich verkaufe nicht.« Sie betrachtete sein wettergegerbtes Gesicht. Er war ein strenger Mann, der seine Familie nach überholten Leitsätzen und mit strenger Disziplin führte, aber er würde sie niemals anlügen. Unendliche Erleichterung durchströmte sie. Ihr Herz fing wieder an, normal zu schlagen. Sie atmete tief ein und wieder aus. Solange sie den Weinberg hatte, gab es einen Grund zu leben. Es war egal, dass ihr Privatleben den Bach hinuntergegangen war und sie mit 27 Jahren wieder zu Hause hatte einziehen müssen. Die Reben waren ihr ein und alles. Sie … »Noch nicht«, fügte Grandpa hinzu. »Aber vielleicht bald.« Brenner starrte ihn an. »Nein«, hauchte sie. »Verkaufen?« »Marchelli Wines?« Ihre Brust schmerzte, als wenn ihr jemand ein Messer hineingestochen hätte. »Das kannst du nicht machen. Dieses Land befindet sich seit über 70 Jahren in Familienbesitz. Warum würdest du all das, wofür wir gearbeitet haben, einem Fremden überlassen?« »Ich bin alt.« »Ich nicht.« »Ich bin hier und ich arbeite hart.« Seine dunklen Augen verengten sich. »Ja, im Moment. Aber wie lange noch?« Sie hatten diese Unterhaltung schon unzählige Male geführt. Die Ungerechtigkeit brannte wie Feuer in ihr. Ihr ganzes Leben lang hatte man ihr eingebläut, dass es ihre Pflicht war, zu heiraten, sobald sie 18 würde. Was sie auch getan hatte. Diese Beziehung hatte sie von dem Weingut weggeführt, das sie so sehr liebte. Wütend drehte sie sich um und ging davon. Ihr Körper schmerzte. Aber der Schmerz war nichts im Gegensatz zu der Leere, die in ihrer Seele brannte. Ihr Großvater gab ihr die Schuld daran, dass sie das Weingut verlassen hatte. Nach all den Jahren, in denen er ihr gesagt hatte, sie solle heiraten, bestrafte er sie nun für ihren Gehorsam. Schlimmer noch. Brenner hatte seinen Vorwürfen nichts entgegenzusetzen. Sie wusste nicht, warum sie die Weinberge aufgegeben hatte, um dieses Arschloch von mittlerweile Ex-Mann zu heiraten, der bereits mitten in den Vorbereitungen für die Hochzeit mit Ehefrau Nummer zwei steckte. Ihr brannten die Augen, doch sie weinte nicht. Keine Träne würde sie wegen Jeff vergießen. Nicht mehr. Sie hatte den Hass, das Bedauern und die Rache-Gelüste hinter sich gelassen. Jetzt wollte sie einfach nur, dass dieses Kapitel ihres Lebens endgültig abgeschlossen war. Sollte er doch wieder heiraten. Wenn es nach ihr ginge, konnte er noch ein Dutzend Mal vor den Traualtar treten. Solange sie ihre Weinstöcke hatte. Sie stieg auf eine kleine Anhöhe und schaute über das Land. Sie war dazu geboren und aufgezogen worden, diese Reben zu hegen. Und doch hatte sie all dem den Rücken gekehrt. Wenn sie doch nur… Das helle Sonnenlicht ließ sie die Augen zusammenkneifen. In der Ferne auf dem angrenzenden Land der Giovannis sah sie eine Bewegung. War das Nick? Sie war zu weit entfernt, um es mit Bestimmtheit sagen zu können. Wenn sie doch nur was? Wenn sie doch nur auf ihr Herz gehört hätte, anstatt den einfachen Weg zu wählen und Jeff zu heiraten. Dann stünden die Dinge zwischen ihr und ihrem Großvater heute ebenfalls nicht viel besser. Es gab kein Wenn-sie-doch-nur. Es gab das Hier und Jetzt. Und die Tatsache, dass sie endlich alles gefunden hatte, was sie wollte. Nur um es in dem Augenblick wieder zu verlieren, wenn ihr Großvater das Weingut wirklich verkaufte. Sie hatte ihre Lektion gelernt. Unglücklicherweise war diese Einsicht etwas zu spät gekommen. Welche Bedeutung hatte es jetzt noch, dass sie nie wieder einem Mann ihr Herz und ihre Seele anvertrauen würde? Ohne Marcelli Wines war sie nichts. Francesca war noch nicht oft in Montecito gewesen, einem viertelöstlich von Santa Barbara, in dem die Besserbetuchten lebten. Sie schaute kurz auf die Wegbeschreibung, die sie sich aufgeschrieben hatte, dann wieder zurück auf die Straßenschilder. Was würde sie tun, wenn sie sich verfuhr? Die Polizei würde ihren Truck ohne Frage beschlagnahmen, weil er so gar nicht in diese vornehme Gegend passte. In diesem Viertel fuhren sogar die Hausmädchen einen Volvo. Francesca unterdrückte ein Lachen, als sie an die Panik dachte, die Sams Anruf in ihr ausgelöst hatte. Er hatte ein Barbecue auf seiner Terrasse vorgeschlagen oder, wie er es nannte, in Montecitos bester Grillküche. Sofort war ihr durch den Kopf geschossen, dass sie über keine funktionierende Empfängnisverhütung verfügte und aus diesem Grund diese Einladung unmöglich annehmen konnte. Dann war ihr der Gedanke ziemlich verlockend erschienen, woraufhin sie im nächsten Moment von einer betäubenden Angst gepackt worden war. Offensichtlich sollte sie öfter ausgehen. Erst als Sam seine Haushälterin erwähnte, die in seinem Haus wohnte und als Anstandsdame fungieren würde, hatte sie seinem Vorschlag zugestimmt. Knapp fünf Minuten später fand sie die richtige Straße und das richtige Haus. Besser gesagt, die richtige Einfahrt. Die schmale Straße wurde zu beiden Seiten von hohen Zäunen und mächtigen Toren gesäumt. Einige standen offen, andere waren fest verschlossen. Francesca bog in Sams Einfahrt, ließ ihr Fenster herunter und drückte den Knopf auf der Gegensprechanlage. Einige Sekunden vergingen, dann hörte sie eine vertraute Stimme. Hallo, Francesca. Schön, dass du da bist. Bei Sams Worten flatterte ihr Herz wie ein Schmetterling. Mit einem Mal war ihr ein wenig schwindelig, aber trotz ihrer Nervosität freute sie sich, ihn zu sehen. Hey, Sam. Komm rein. Die breiten Flügel des schmiedereisernen Tors schwangen auf, sodass Francesca aufs Grundstück fahren konnte. Nach ein paar hundert Metern bog sie um eine kleine Kurve und hielt vor einem alten zweistöckigen Haus, das in den 1920er Jahren erbaut worden war. Die Fassade im Tudor-Stil passte hervorragend zu dem parkähnlichen Garten, der sich auf beiden Seiten des Hauses erstreckte. In der Sicherheitsbranche scheint man gut zu verdienen, dachte sie, als sie ausstieg und über den Kies zur Haustür ging. Trotz Sams eleganter Büroräume und seines Titels als CEO hatte sie bisher nicht über ihre finanziellen Unterschiede nachgedacht. Das Vermögen ihrer Familie könnte vielleicht mit seinem mithalten, aber sie persönlich besaß keinen Penny. Marcelli Wines gehörte einzig und allein ihrem Großvater. Nervös schaute sie an dem schlichten Sommerkleid hinunter, das sie trug. Sie hatte sich die Zeit genommen, ihre Haare auf Wickler zu drehen, sodass sie ihr jetzt in weichen Wellen über die Schultern fielen. Und sie hatte sich auch ein wenig geschminkt. Doch ansonsten hatte sie nichts getan, um jemandem den Atem zu rauben. Lustig, wie sehr sie sich wünschte, dass es ihr bei Sam trotzdem gelingen möge. Die Haustür wurde geöffnet, noch bevor Francesca klopfen konnte. Hallo, mehr sagte sie nicht, sondern schaute sich ihren Gastgeber erst einmal genauer an. Was eine gute Eingebung war, denn nachdem sie ihn angesehen hatte, hatte sie nicht einmal mehr dieses kleine Wort herausgebracht. Sie hatte sich ihnen einem Anzug vorgestellt. Was natürlich nicht hieß, dass sie den gesamten Tag damit verbracht hatte, von ihm zu träumen. Doch er trug keinen Anzug, sondern ein rotes Polohemd, eine ausgeblichene Jeans und keine Schuhe. Dieser Anblick seiner nackten Füße schockierte sie irgendwie. Beinahe so, als wäre sie in sein Schlafzimmer geplatzt und hätte ihn aus Versehen nackt gesehen. Es sind doch nur Füße, ermahnte sie sich. Große Füße. Sie unterdrückte ein Lächeln, als ihr einfiel, was ihre Schwester Brenner zu diesem Thema sagen würde. Danke, dass du gekommen bist, Sam lächelte sie an. Sie verlor sich auf der Stelle in diesen sandfarbenen Augen, die sie schon am Vorabend bewundert hatte. Sein dunkelblondes Haar war zerwühlt, als wenn er mit den Händen hindurchgefahren wäre. Was war an leicht zerzausten Männern nur so anziehend? Warum kam er ihr jetzt so viel gefährlicher vor als bisher? Danke für die Einladung. Sie schaute an ihm vorbei ins Foyer. Das ist also die großartige Grillhütte, ja? Er lachte. Das Grillen selbst findet auf der Terrasse hinter dem Haus statt. Nächsten Monat wird darüber ein Artikel in Food and Spirits, dem Gourmet-Magazin, erscheinen. Danach werden sie dir die Bude einrennen. Ich bin froh, dass ich noch vor dem großen Ansturm einen Platz bekommen habe. Für dich hätte ich immer ein Plätzchen. Du meinst, im Laufe der Zeit könnte ich mir meinen eigenen Tisch verdienen? Vielleicht sogar einen Stuhl, wenn du brav bist. Das war der Moment, in dem eine weltgewandte, erfahrene Frau beteuern würde, dass sie immer brav sei. Die Worte lagen Francesca auf der Zunge, aber sie hielt sie zurück. Sich kopfüber ins Wasser zu stürzen, war eine Sache. Aber eine olympiareife Vorstellung zu versprechen, wenn man nicht mehr als paddeln konnte, wäre sicher nicht klug. Komm, ich gebe dir die kleine Führung, sagte er. Dann lernst du auch Elena kennen, damit du weißt, dass ich nicht gelogen habe. Danach gehen wir nach draußen auf die Terrasse, wo ich dich mit meinen Grillkünsten höllisch beeindrucken werde. Seine leise Stimme strich wie warmer Samt über ihrer Haut. Sie wollte ihm näher sein, wollte sich strecken, bis alle Anspannung aus ihrem Körper verschwunden war und sich dann an ihn schmiegen. Er machte einen Schritt und blieb dann stehen. Zieh ruhig die Schuhe aus, wenn du magst. Francesca zögerte eine Sekunde, dann schlüpfte sie aus ihren Sandalen und ließ ihre Tasche neben ihnen auf den Boden fallen. Irgendwie fand sie den Gedanken, dass sie beide nun barfuß waren, ein wenig skandalös. Aber schließlich spielte sie jetzt mit den großen Jungs. Sie folgte Sam durch den mit Holzdielen ausgelegten Flur und erhaschte dabei Blicke in ein großes Wohnzimmer, eine Bibliothek, ein Büro und ein Esszimmer. Du hast ein ganz schön großes Haus, sagte sie. Langsam verstehe ich, warum du eine Haushälterin hast, die hier wohnt. Sam lächelte. Das war nicht immer so. Früher hatte ich eine Zugehfrau, die mehrmals die Woche kam. Mein Großvater wohnt nur ein paar Meilen von hier entfernt. Er wird auch nicht jünger und braucht inzwischen mehr Hilfe als früher. Was er allerdings niemals zugeben würde. Ich wollte ihm jemanden besorgen, aber dickköpfig, wie er ist, hat er sich geweigert. Also habe ich meine Taktik geändert und mich darüber beklagt, dass ich gerne jemanden in Vollzeit einstellen würde, aber nicht genug zu tun hätte. Er hat so getan, als würde er mir glauben. Elena verbringt die meiste Zeit bei ihm, hat aber hier eine kleine Einliegerwohnung. Es ist ein Spiel, das mein Großvater und ich spielen, aber es funktioniert. Sie durchquerten die Küche und kamen in einen kleinen Flur im hinteren Teil des Hauses. Sam klopfte an eine geschlossene Tür. Elena, Francesca ist da. Eine kleine rothaarige Frau Anfang 50 öffnete die Tür. Sie trug eine Jogginghose und ein T-Shirt. Elena, das ist Francesca. Francesca, Elena führt hier den Haushalt. Ohne sie wären mein Großvater und ich vollkommen verloren. Sehr erfreut, sie kennenzulernen, sagte Francesca. Gleichfalls. Elena grinste ihren Arbeitgeber an. Okay, ich stimme zu, für sie hat sich das Warten gelohnt. Sam seufzte. Du solltest doch nicht sagen, was mich in Verlegenheit bringen kann. Elena lächelte noch breiter. Ich, was habe ich denn gesagt? Habe ich auch nur ein Wort über einen Mann verloren, der schon viel zu lange alleine lebt und nur eine alte Frau zur Gesellschaft hat? Nein. Keine Silbe. Habe ich gesagt, es ist an der Zeit, dass er sich eine gute Frau sucht? Nein. Ich kümmere mich um meine eigenen Angelegenheiten. Dafür werde ich schließlich bezahlt. Mein Mund ist fest verschlossen. Wo wir gerade von verschlossen reden, ich schließe jetzt diese Tür. Bist du sicher, dass ich dir kein Steak mitgrillen soll? Ja, rotes Fleisch bringt einen um. Aber ohne ist das Leben nicht lebenswert. Du musst mehr Gemüse essen. Gute Nacht, Elena. Er zog die Tür ins Schloss. Gute Nacht, rief sie. Macht euch einen schönen Abend. Sam schüttelte den Kopf und ging den Flur entlang voran. Sie macht mich noch verrückt. Du betest sie an. Stimmt. Gabriel kann ein echter Grießkram sein. Aber sie kommt wunderbar mit ihm zurecht. Wie du vielleicht bemerkt hast, teilt sie so gut aus, wie sie einsteckt. Er findet sie großartig, auch wenn er eher eine Handvoll Würmer essen würde, als es zuzugeben. Francesca schaute sich in den großzügigen Räumen um, an denen sie auf dem Weg durchs Haus vorbeikamen. Vermietest du auch Zimmer? Platz genug hätte ich. Wenn das Security-Geschäft einmal nicht mehr läuft, werde ich darüber nachdenken. Sie waren wieder in der Küche angekommen. Francesca erhaschte nur einen Blick auf gebeizte Fronten und eine gekachelte Arbeitsfläche. Eine große Glastür führte zur Terrasse hinaus, von der aus man in der Ferne das Meer sehen konnte. Doch Sams Worte spukten ihr immer noch im Kopf herum, sodass sie den Ausblick gar nicht recht genießen konnte. Sehr nett, dachte sie. Zu nett. Wenn Sam wirklich so war, wie er im Moment wirkte, wieso war er da nicht verheiratet und hatte sechs Kinder? Woran denkst du? Er trat einen Schritt näher und schaute sie fragend an. An nichts Bestimmtes, ich versuche nur, das alles auf mich wirken zu lassen. Ah, du erkundest die Umgebung. Er kam noch näher. Genau. Und ihn. Ob er nun so fehlerlos war, wie er wirkte oder nicht. Sie hätte nichts dagegen, ihn genauer zu erkunden. Du siehst wunderschön aus, sagte er. Du bist aber auch nicht schlecht. Er grinste. Gefällt dir mein Freizeitlook für Führungskräfte? Ja, der ist nicht übel. Er lachte leise. Dann trat er vor sie und legte seine Hände an ihre Taille. Sie hatte eine knappe halbe Sekunde, um sich vorzubereiten, bevor er sich vorbeugte und sie küsste. Die leichte Berührung seiner Lippen zog sie wie magisch an. Ihr Körper erwachte zum Leben. Sie berührte seine Schultern und spürte seine Kraft und Wärme. Er wurde heiß. Ihre Beine zitterten. Mit einem Seufzer ließ sie sich gegen ihn sinken. Wie gut das tat. Seine Hände strichen zärtlich über ihren Rücken. Seine Zunge glitt über ihre Unterlippe. Sie kamen gar nicht auf die Idee, zu protestieren oder sich Gedanken darüber zu machen, dass sie in einer Küche standen. Die Arbeitsflächen und Tische boten viele Möglichkeiten. Doch wofür das konnte sie schon nicht mehr sagen, als seine Zunge ihre Lippen teilte und ihr die Sinne schwanden. Sie hatte das Gefühl, dass die erotische Spannung zwischen ihnen die Luft um sie herum zum Knistern brachte. Er roch so gut. Männlich. Frisch. Sexy. Und er schmeckte noch viel besser. Ihre Zungen umtanzten einander, liebkosten und erkundeten einander. Sam ließ die Hände tiefer gleiten und umfasste ihren Po. Instinktiv drückte sie den Rücken durch und brachte so ihren Bauch mit seiner Erektion in Berührung. Der Beweis seiner Erregung war aufregend und beängstigend zugleich. Er löste sich von ihr und schaute sie an. Funken tanzten in seinen goldbraunen Augen. Du bist genau die Art Frau, vor der mein Großvater mich immer gewarnt hat. Die Art, die einen Mann wie mich in Schwierigkeiten bringt. Seine Hände lagen wieder auf ihrer Taille. Das Gefühl gefiel ihr. Wie um alles in der Welt sollte ich dich in Schwierigkeiten bringen? Oh, da fielen mir tausend Wege ein. Ihr auch. Aber sie war noch nicht bereit zu vergleichen, ob sie mit seinen übereinstimmten. Sie musterte sein Gesicht und genoss, wie er sie anschaute. Als wenn ihm gefiel, was er sah. Sie bewegten sich nicht, berührten sich nicht außer an den Stellen, wo ihre Hände ruhten. Eigentlich sollte der Augenblick weder besonders noch vertraut sein. Und doch war er beides. Die Sehnsucht in ihrem Inneren wuchs. Das Gefühl saß ganz tief in ihrem Unterleib und strahlte in die Oberschenkel aus. Ihr Körper fühlte sich so schwer an, ihr Schoß war heiß und feucht. Und das alles nur von einem einzigen Kuss. Sie wollte es nicht wissen. Na gut, vielleicht wollte sie es doch. Was denkst du? Fragte er. Nichts, was ich dir erzählen würde. Er lachte. Das klingt vielversprechend. Komm, wir machen eine Flasche Wein auf und setzen uns nach draußen. Während wir auf das Meer schauen, kannst du mir von deinem Tag erzählen. Er ließ sie los und ging zum Tresen. Sie sah ihn an und merkte, dass sie überhaupt nicht in ihrem Element war. Im Gegensatz zu Sam, er wusste offensichtlich, was er tat. Wenn sie nicht aufpasste, würde er sie noch an diesem Abend nach allen Regeln der Kunst verführen. Sie ging zu ihm und lehnte sich gegen die Arbeitsfläche. Beim Anblick des vertrauten Etiketts musste sie lächeln. Ich sehe, ich habe dich bekehrt. Beinahe andächtig berührte sie die Flasche von Marcelli Wines. Das war nicht schwer. Er entkorkte den Wein und goss ihnen beiden je ein Glas Merlot ein. Dann ging er voran auf die Terrasse. Die Nachmittagssonne hatte den Holzboden und die Korbstühle angewärmt. Als Francesca sich gesetzt hatte, zog Sam eine Ottomane so heran, dass sie zwischen ihren beiden Stühlen stand. Auflaue Sommernächte, sagte er und hob sein Glas. Sie stieß mit ihm an und trank dann einen Schluck. Sommernächte. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals eine Seuche wie diese erlebt zu haben. Es blieb noch ungefähr eine Stunde, bis die Sonne untergehen würde. Der einmalige Ausblick über den Ozean, der sich in der Ferne erstreckte. Ein gut aussehender Mann an ihrer Seite, der ihre Haut kribbeln und ihr Herz schneller schlagen ließ. Dieser Abend hatte das Potenzial, zum Abend der Woche gewählt zu werden. Erzähl mir von deinem Tag, bat er, während er es sich gemütlich machte und seine Füße auf die Ottomane legte. Francesca hatte ihre Beine bereits ausgestreckt, sodass ihre Fersen auf dem weißen Korbgeflecht ruhten. Ihre nackten Zehen, die Nähe, die zwanglose Stimmung, all das gab ihr das Gefühl, schon tausendmal mit ihm hier gesessen zu haben. Es war befremdlich und zugleich sehr schön. Meine Schwester Mia hat mich heute besucht, fing sie an. Sie fliegt morgen ganz früh nach Washington, D.C. Mia ist 18, geht auf die UCLA und ist super klug. Sie studiert Politikwissenschaften und wird vermutlich irgendwann die Weltherrschaft übernehmen. Und als ob das noch nicht genug wäre, ist sie auch noch ein Sprachgenie. Diesen Sommer belegt sie einen sechswöchigen Japanischkurs. Interessiert schaute Sam sie an. Hast du noch mehr Geschwister? Francesca dachte an ihre Familie. Wie viel Angst soll ich dir machen? Deine Familiengeschichte kenne ich ja bereits. Ist die Gegenwart noch einschüchternder? Das musst du mir sagen. Sie nippte an ihrem Wein. Meine Großeltern väterlicherseits, meine andere Großmutter und meine Eltern leben alle in einer Hacienda oben in den Weinbergen. Ich habe eine Schwester Katie, die ein Jahr älter ist, und eine Zwillingsschwester namens Brenner. Mia ist das Baby. Sie ist neun Jahre jünger als ich. Sam wirkte beeindruckt. Ich werde mich ab sofort nicht mehr über Gabriel beschweren. Stimmt, das solltest du lieber lassen. Grand Matessa, die Mutter meines Vaters, ist eine Italienerin, wie sie im Buche steht. Für sie gibt es im Leben nichts, das nicht mit einem Teller Pasta behoben werden kann. Mary Margaret O'Shea ist die Mutter meiner Mutter. Wir nennen sie Grammy M. Sie ist Iren, winzig klein, aber mit eisernem Willen. Wir sind irisch-italienisch und katholisch. Die Familie ist laut, sprunghaft und hat immer einen Rosenkranz zur Hand. Er lächelte. Du liebst sie. Das höre ich an deiner Stimme. Stimmt, ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, in einer kleinen Familie aufzuwachsen. Das hat seine Vor- und Nachteile. Er stellte sein Weinglas neben seinem Stuhl auf den Boden. Aber jetzt werde ich dich erstmal mit meinen kulinarischen Fähigkeiten bezaubern. Wirklich? Aber sicher. Die Kartoffeln backen bereits im Ofen, Elena hat vorhin einen Salat gemacht und ich werde jetzt die Steaks auf den Grill werfen. Sie lachte. Ich bin so beeindruckt, dass ich kaum noch atmen kann. Wirst du die Kartoffeln tatsächlich selbst aus dem Ofen holen? Auf jeden Fall. Du kannst mir aber auch gerne helfen, wenn du dich dann besser fühlst. Das ist beinahe zu viel des Guten. Ich wette, gleich erzählst du mir noch, dass du Milch in eine Schale mit Müsli kippen und einen Toaster bedienen kannst. Wie hast du das nur erraten? Er stand auf. Komm, schau zu und staune. Sie stellte ihr Weinglas ebenfalls beiseite und erhob sich. So viel zum Thema, dass du Elena für deinen Großvater angestellt hast. Du klingst, als wenn du auch eine Haushälterin brauchst. Auf gar keinen Fall. Ich kann so gut Essen beim Lieferservice bestellen wie kein Zweiter hier im Ort. Ich schätze, ich sollte mich nicht über dich lustig machen. Ich kann selber nicht sonderlich gut kochen. Obwohl, meine aufgewärmten Dosen-Ravioli sind ein wahrer Gaumenschmaus. Das ist doch schon mal was. Er nahm ihre Hand und Francesca ließ sich von ihm nach drinnen führen. Sie fühlte sich gut, besser als gut. Ihr ganzer Körper kribbelte. In Sams Gegenwart war sie auf neue und aufregende Weise lebendig. Ihr gefiel es, wie sie miteinander scherzten und lachten. Bislang hatte es noch kein unangenehmes Schweigen oder peinliche Gesprächspausen gegeben. Diese Dating-Sache fing langsam an, ihr richtig Spaß zu machen. Sie gingen ins Fernsehzimmer, wo Sam Francescas Hand losließ und sich an einer beeindruckenden Stereoanlage zu schaffen machte. Gibt es einen Musikstil, den du besonders magst? Wollte er wissen. Eigentlich nicht. Er ging einen Stapel CDs durch und sie wanderte im Zimmer umher. Ein großes gepolstertes Sofa stand gegenüber von einem Flachbildfernseher, der von zwei riesigen Lautsprechern flankiert wurde. Links davon befand sich die Anlage, um die Sam sich gerade kümmerte. Rechts führte eine Doppeltür hinaus auf die Terrasse. Francesca ging nach rechts, wo in offenen Regalen Bücher und Fotos standen. Einige zeigten Sam mit einem älteren Mann, seinem Großvater, wie sie annahm. Ein paar waren in fernen Ländern aufgenommen und auf keinem Foto waren seine Eltern zu sehen. Und auch keine Frauen, was, wie sie hoffte, ein gutes Zeichen war. Auf dem Couchtisch lagen einige Zeitschriften. Times, Fortune, Car and Driver. Typisch Mann. Sie lächelte. Während sie sich weiter umsah, erfüllten sanfte Klänge den Raum. Sam berührte sie an der Schulter, damit sie sich zu ihm umdrehte. Er trat näher und legte ihr die Hände auf die Hüfte. Tanz mit mir, bat er. Mit einem Mal fühlte sie sich unbeholfen. Hier, im Fernsehzimmer? Wäre es dir in der Küche lieber? Nein, ich habe nur … Er wartete ihre Erklärung nicht ab, und sie hatte das Gefühl, dass er sowieso nicht sonderlich gerne wartete. Ganz langsam begann er sich im Takt der Musik zu bewegen, wobei er sie mit jedem Schritt näher zu sich heranzog. Sie gab sich dem Rhythmus hin und hob die Arme, damit sie die Hände hinter seinem Nacken verschränken konnte. Sein ruhiger Blick, das Gefühl seines Körpers an meinem … Es gibt prägende Momente im Leben, dachte sie verträumt, und magische. Dieser Tanz, dieser Abend, dieser Mann fielen definitiv in die letzte Kategorie. Wenn sie wirklich mit dem Gedanken spielte, sich auf einer Entdeckungsreise zu den Möglichkeiten, die das Leben bot, zu begeben, war er definitiv der richtige Begleiter dafür. Er beugte sich vor und hauchte ihr einen Kuss auf die Lippen. Dieses Mal konnte sie das drängende Gefühl in ihrem Inneren sofort einordnen. Es war pures Verlangen. Sie überließ sich ganz diesem Gefühl und dem Kuss. Seine Zunge neckte kurz ihre Unterlippe, bevor sie ihren Mund eroberte. Francesca hieß Sam willkommen, drängte sich an ihn. Die Welt um sie herum verschwamm und schien sich schließlich völlig aufzulösen, als Francesca sich in der Leidenschaft des Augenblicks verlor. Sams Kuss war zärtlich und verführerisch. Immer und immer wieder trafen sich ihre Zungen, umspielten einander, neckten sich, bis Francesca sich einfach nur noch ergeben wollte. Ihre Körper bewegten sich wie von selbst zum Rhythmus der Musik. Ein steter erotischer Takt, der mit dem Schlag ihres Herzens harmonierte. Hunger erfüllte sie, pulsierend, treibend und fordernd. Kein Hunger auf das versprochene Essen, sondern auf diesen Mann. Ihre Schwestern hatten sie damit aufgezogen, dass es schon zu lange her war, aber sie hatte ihnen nicht wirklich geglaubt. Nicht bis zu diesem Augenblick, in dem sie sich leer und unterernährt fühlte. Sie wollte überall berührt werden und ihn im Gegenzug überall berühren. Sie wollte feuchte Hitze und wogende Hingabe spüren. Sie wollte sich diesem Moment ergeben, diesem Mann, und dann die nächsten 48 Stunden in einem sinnlichen Nebel verbringen. Das Ziehen zwischen ihren Beinen wurde stärker. Ihr Slip war schon ganz feucht. Ihre Brüste spannten, als ihre Brustwarzen hart wurden. Ihre Kleidung schien plötzlich zu klein. Ihr ganzer Körper schmerzte. Zu küssen reicht mir nicht, dachte sie. Sie versuchte, das wachsende Begehren zu unterdrücken, doch es gelang ihr nicht. Noch enger drängte sie sich an Sam, rieb sich an ihm, wollte Spannung und Nähe und Lust empfinden. Ihr Denken setzte aus und der Instinkt übernahm die Kontrolle. Ihr Hunger wuchs und brannte wie rasend in ihr. Seine unerwartete Kraft hätte ihr Angst machen sollen, doch das tat sie nicht. Nicht mit einem Mann wie Sam. Er unterbrach den Kuss und schaute sie an. Leidenschaft zeichnete sich auf seinen Zügen ab. Sein Atem ging so schnell und schwer wie ihre. Was für ein Kuss, murmelte er heiser. Wortlos starrte sie ihn an. Er fluchte. Francesca, hast du eigentlich irgendeine Ahnung, was deine Augen mir gerade vermitteln? Wenn du nicht willst, dass sie Ja sagen, dann halte ich besser zurück. Sie wartete, ob ihr gesunder Menschenverstand wieder übernehmen würde, doch nichts passierte. Ich schätze, ich habe nichts zu sagen, flüsterte sie. Er fuhr mit dem Daumen über ihre Lippen. Du bist ein wahrgewordener Traum, weißt du das? Sie? Ein Traum? Das Kompliment funktionierte. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. Sam reagierte mit einem Stöhnen, das sie bis ins Mark erschütterte. Er nahm ihr Gesicht in beide Hände und vertiefte den Kuss. Irgendwann hörten sie auf zu tanzen, doch es machte ihr nichts aus. Nichts war mehr wichtig, außer dem Feuer in ihrem Inneren und dem Mann in ihren Armen. Er ließ die Hände auf ihre Schultern sinken, dann strich er an ihren Armen entlang und nahm ihre Hände. Während er sanfte Küsse auf ihren Wangen, ihrem Kinn, ihren Augenlidern verteilte, zog er sie mit sich aus dem Zimmer. Im Flur klammerten sie sich noch einmal kurz aneinander, bevor sie gemeinsam die breite Treppe nach oben liefen. Im ersten Stock nahm Francesca kaum mehr wahr als den Holzfußboden, die Fenster und Türen, bevor Sam sie einen weiteren Korridor entlang mit sich zog. Am Ende des Flurs öffnete er eine Flügeltür und schloss sie fest hinter ihnen. Dann zog er Francesca an sich und berührte sie. Überall. Er streichelte ihren Rücken, ihre Hüften, ihren Po, ließ seine Hände über ihre Taille gleiten und unterbrach dabei nicht einmal den Kuss. Seine Zunge drängte sich mit so einer leidenschaftlichen Zärtlichkeit in ihren Mund, dass Francesca der Atem stockte. Auch sie konnte ihre Hände nicht bei sich behalten. Diese breiten Schultern. Die harten Muskeln bildeten einen reizvollen Kontrast zu dem weichen Stoff seines Polohemns. Sie ließ die Finger über seine Brust zu seinem Rücken gleiten. Seine Hände näherten sich ihren Brüsten, während sie mit ihren seinem Po zustrebte. Im selben Moment erreichten sie ihr jeweiliges Ziel, und als sie die Finger an sein festes, muskulöses Hinterteil drückte, strichen seine sanft über ihre harten, empfindlichen Brustwarzen. Sam und Francesca keuchten gleichzeitig auf. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal dort berührt worden war. Wie viele Jahre war es her, dass sie den Druck einer leidenschaftlichen Berührung auf ihrer gespannten, hungrigen Haut gefühlt hatte? Sam umfasste ihre Brüste und unterbrach dann den Kuss, um sich hinunter zu beugen. Durch den Stoff von Kleid und BH hindurch spürte sie die Hitze seines Atems. Er biss so zärtlich zu, dass sie beinahe aufgeschrien hätte. Ganz langsam öffnete er die Knöpfe an der Vorderseite ihres Kleides. Währenddessen zerrte sie das Hemd aus dem Bund seiner Jeans. Sie erinnerte sich vage daran, in der Vergangenheit im Bett eher schüchtern und zurückhaltend gewesen zu sein. Vermutlich würde sie das irgendwann auch wieder sein, aber nicht jetzt. Nicht, wenn das Verlangen derart stark zwischen ihren Beinen pochte und sie feucht und bereit war. Sie wollte seine Hände auf ihrem Körper spüren, auf ihren Brüsten, zwischen ihren Schenkeln. Sie wollte überall von seinen Lippen berührt werden. Sie zitterte, sie bebte, brauchte ihn. Er öffnete den letzten Knopf und schob ihr das Kleid von den Schultern. Sie hob die Arme und ließ es zu Boden fallen. Jetzt stand sie nur noch in BH und Slip vor ihm. Staunend schaute Sam sie an und atmete tief ein. Berauschend, sagte er. Jetzt bin ich dran. Sie zupfte an seinem Polohemd. Sieh das aus. Er grinste. Jawohl, Ma'am. Schnell entledigte er sich seines Hemdes, dann löste er den Gürtel und zog auch die Jeans aus. Francesca nahm die gut ausgebildeten Muskeln in Augenschein, das feine blonde Haar auf seiner Brust, die schmale Taille und die Erektion, die sich mehr als deutlich unter seiner Boxershorts abzeichnete. Ihre Schwester hatte recht. Nicht die Nase, sondern die Füße verrieten, wie ein Mann gebaut war. Dann konnte sie nicht mehr denken, weil er erneut anfing, sie zu berühren. Er erkundete ihre Schultern, ihre Rippen, ihren Rücken und öffnete den BH. Als der Hauch von nichts zu Boden fiel, umfasste Sam ihre Brüste und küsste Francesca erneut. Die Kombination war elektrisierend. Warme Finger, die sie liebkosten, während seine Lippen sie erneut verzauberten. Sie stöhnte, sie wandte sich, wäre beinahe gleich hier und jetzt im Stehen gekommen. Sie wollte ihm näher sein, wollte ihre Beine um ihn schlingen und ihn in sich spüren. Sie wollte betteln und schreien und nach mehr verlangen. Als er anfing, sich in Richtung Bett zu bewegen, stöhnte sie erleichtert auf. Am Bett angekommen, zog Sam die Nachttischschublade auf und holte eine Packung mit Kondomen heraus. Der Anblick hätte Francesca eigentlich wieder zur Besinnung bringen müssen, doch sie war schon viel zu erregt, um sich jetzt noch zügeln zu können. Sie warf einen Blick auf die Packung und dankte Sam im Stillen für seine Voraussicht. Dann schlüpfte sie aus ihrem Slip und zwischen die Laken. Sofort war er bei ihr. Sie umschlangen einander, nackt, hungrig, wild. Während er ihre empfindlichen Brüste küßte und mit der Zunge liebkoste, ließ er eine Hand zwischen ihre Beine gleiten. Bei der ersten Berührung seiner Finger wäre sie beinahe explodiert. Ihr Hunger nach ihm war so groß, dass sie ihn am liebsten im Ganzen geschluckt hätte. Das Verlangen ließ sie erschauern. Mehr, flüsterte sie und klammerte sich an ihn. Berühr mich. Ja. Er hatte die alles entscheidende Stelle gefunden, diesen einen kleinen Punkt, der so viel Vergnügen bereiten konnte. Sanft streichelte er ihn. Perfekt. Sie ließ den Kopf ins Kissen sinken und atmete tief ein. Es war zu gut. Es war zu lange her und Sam wusste nur zu genau, was sie erweben ließ. Er umkreiste den empfindlichen Punkt, verlagerte sein Gewicht so, dass er sie mit seinem Daumen streicheln konnte, während er einen Finger in sie hineingleiten ließ. Das war zu viel. Ihre Muskeln zogen sich zusammen und sie kamen. Einfach so. Der Orgasmus brandete über sie hinweg und ließ sie zitternd, keuchend und stöhnend zurück. Ganz und gar verlor sie sich in dem wundervollen Gefühl. Es war so viel besser, als sie es in Erinnerung hatte. Die Erlösung kam in sanften, warmen Wellen, die langsam abebten. So gut konnte kein sterblicher Mann sein. Als sie langsam wieder zu sich kam, öffnete sie erst ein Auge, dann das andere. Sam sah sowohl zufrieden, als auch erstaunt aus. Sie musste grinsen. Es ist schon sehr lange her, gab sie zu. Er fuhr fort, sie sanft zu streicheln. Und ich dachte, es läge daran, dass ich so umwerfend gut bin. Das auch. Sie musterte seine Augen, die Art, wie sein blondes Haar ihm in die Stirn fiel. Die Vorspeise hatte sie gehabt, aber sie hatte immer noch Appetit auf den Hauptgang. Entschlossen streckte sie die Hand aus und umfasste seine beeindruckende Erektion. Eine langsame Handbewegung ließ ihn aufstöhnen. Ich dachte, vielleicht machen wir mit ihm eine kleine Probefahrt, sagte sie. Was meinst du? Eine Frau ganz nach meinem Geschmack. Er nahm sich ein Kondom und streifte es schnell über. Francesca spürte, wie ihr Körper sich dehnte, als Sam in sie eindrang. Sie musste sich sehr zusammenreißen, um nicht beim ersten Stoß sofort wieder zu kommen. Als er ganz in ihr war, stützte er sich so ab, dass er sie anschauen konnte. Seine Pupillen waren geweitet. Halt dich meinetwegen nicht zurück, sagte er leise. Du bist so verdammt feucht und heiß, ich werde nicht lange an mich halten können. Lächelnd legte sie ihm die Hände auf den Rücken und streichelte ihn. Wie stehst du zu Frauen, die im Bett schreien? Ich habe das zwar noch nie getan, aber ich habe das Gefühl, es könnte heute passieren. Das wäre ein riesiges Kompliment für mich. Oh gut. Er fing an, sich zu bewegen. Sie schloss die Augen und überließ sich ganz dem Vergnügen, wieder und wieder von ihm ausgefüllt zu werden. Nach einigen Stößen wurde die Spannung unerträglich und sie konnte sich nicht länger zurückhalten. Oh Sam, presste sie hervor, dann gab sie sich ganz ihren Gefühlen hin. Sie drängte sich ihm entgegen, umfasste sein Hinterteil und zog ihn tiefer und tiefer in sich hinein. Mächtige Kontraktionen durchzuckten sie. Sie keuchte, wandte sich, ergab sich. Vielleicht schrie sie sogar. Und ihr Orgasmus hörte nicht auf. Er erreichte seinen Höhepunkt, als Sam kurz innehielt und dann zitternd kam. Sein Körper spannte sich an, dann ließ er sich auf sie niedersinken. Francesca lag unter ihm und öffnete langsam die Augen. Sie fühlte sich gut. Besser als gut. Als könnte sie Wunder vollbringen. Mit ihm zu schlafen war großartig gewesen. Umwerfend. Sie wollte es gleich noch einmal tun. Wollte. In dem Moment drang die Wirklichkeit durch den dicken Nebel ihrer lüsternden Gedanken. In der einen Sekunde genoss sie noch das Nachglühen, das so hell war, dass sie aufpassen musste, sich keinen Sonnenbrand zu holen, und in der nächsten konnte sie kaum noch atmen. Panik erfasste sie. Sam stützte sich auf seinen Armen ab und lächelte verlegen. Tut mir leid, ich wollte dich nicht zerquetschen. Das hast du nicht. Sie unterdrückte den Drang, ihn fortzuschieben und wegzulaufen. Unglücklicherweise hatte sie ihre Gesichtszüge nicht so gut unter Kontrolle wie gedacht. Fragend sah er sie an. Was ist los? Nichts. Sie schluckte. Doch es führte kein Weg daran vorbei. Sie musste es ihm sagen. Alles, ich... Tief atmete sie ein. Auf gar keinen Fall werde ich jemals wieder heiraten. Geschockt richtete Sam sich weiter auf und setzte sich dann auf die Bettkante. Nachdem er sich des Kondoms entledigt hatte, drehte er sich zu Francesca um. Sie lag auf dem Rücken, die Lippen geschwollen, die Haut gerötet. Sie war wunderschön. Höllisch sexy. Und vermutlich verrückt. Verdammt. Er hätte es besser wissen müssen, als so schnell mit ihr ins Bett zu gehen. Das hatte er doch schon vor beinahe zehn Jahren aufgegeben. Mittlerweile zog er es vor, eine Frau kennenzulernen, bevor er sie mit ins Schlafzimmer nahm. Und das aus gutem Grund, wie er jetzt erkannte. Francesca biss sich auf die Unterlippe. Tut mir leid, das kam falsch rüber. Ich meine, ich weiß, dass du mir keinen Antrag gemacht hast oder so. Okay. Das war zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Er stand auf und hob ihren Slip, ihren BH und das Kleid auf und warf es ihr zu. Dann zog er seine Jeans an. Er schaute Francesca erst wieder an, nachdem sie in ihr Kleid geschlüpft und dabei war, die Knöpfe zu schließen. Als sie damit fertig war, sank sie auf die Matratze. Das war wirklich toll. Sie deutete in Richtung des Spetts und dann auf ihn. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mit einem Mann zusammen gewesen bin. Seufzend hielt sie inne. Also haben meine Schwestern mir das Versprechen abgenommen. Sie verstummte. Er war immer noch zu sehr auf der Hut, um sich dem Bett zu nähern. Du hast gesagt, du willst nicht heiraten. Ihre Miene hältte sich auf. Stimmt, das will ich nicht. Sie lächelte. Was ich damit meine, ist, dass ich nicht nach einem neuen Ehemann Ausschau halte. Sie schüttelte den Kopf. Ich bin kein wirklicher Freund dieser ganzen romantischen Heiratsgeschichten. Ich war einmal verheiratet und es hat mir nicht gefallen. Nach Tods Tod habe ich mich ein paar Mal verabredet, aber die Männer wollten immer mehr, als ich zu geben bereit war. Klingt das sehr schlimm? Nein. Seine Anspannung löste sich ein wenig. Glaubst du, weil ich mit dir geschlafen habe, möchte ich dich heiraten? Sie bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Das klingt so schrecklich. Sie ließ die Hände sinken und schaute ihn an. Es ist nur so, ich habe diese ganze Sache zwischen Männern und Frauen aufgegeben, weil es so anstrengend war. Meine Familie redet mir schon genügend Schuldgefühle ein. Sie wollten, dass meine Schwestern und ich sesshaft werden und Dutzende Kinder bekommen. Ich lebe mit dieser Schuld, bin aber nicht bereit, die Wünsche meiner Familie zu erfüllen. Ich habe mein Studium und nur noch wenige Jahre bis zum Anfang einer großartigen Karriere. Bis vor kurzem hat mir das gereicht. Das Einzige, was mir fehlt, ist … Sie räusperte sich und verlagerte verlegen das Gewicht. Er verstand sie sofort. Sex, sagte er grinsend. Ja, genau. Nun entspannte er sich wieder und entschuldigte sich in Gedanken dafür, sie für verrückt gehalten zu haben. Du willst keine Beziehung mit mir eingehen, stellte er fest. Du bist sehr nett, erklärte sie. Ein echt toller Mann. Er lachte leise und trat näher ans Bett. Sei ehrlich. Okay. Ich will keine Herzen blumen oder ein Bis ans Ende ihrer Tage. Aha. Er setzte sich neben sie und nahm ihre Hand. Aber du hättest nichts gegen ein wenig Kitzeln und ein paar Klapse einzuwenden. Sie riss die Augen auf. Ich glaube nicht, dass mir Schläge gefallen würden. Und den Hintern versorgen? Nur wenn ich es bei dir machen darf. Er grinste. Niemals. Immerhin bin ich gern der dominante Part. Sie streckte die andere Hand nach ihm aus. Tut mir leid, dass mir das mit dem Heiraten so rausgeplatzt ist. Der Sex war so gut und dann habe ich Panik bekommen. Ich auch. Ich dachte, du läufst gleich amok. Sie lachte leise. Nein, ich war nur total überwältigt von meiner körperlichen Reaktion. Er berührte sanft ihr Gesicht. Wunderschön, sinnlich und nicht an einer festen Bindung interessiert. Und ehrlich. Die Eigenschaft, die ihm am wichtigsten war. Ich bin selber ein Freund der seriellen Monogamie, gab er zu und legte seine Hand an ihre Wange. Ohne jegliche Hochzeitspläne. Ehrlich? Ehrlich, die Erfahrung, die ich mit der Ehe gemacht habe, hat mir auch nicht so gut gefallen. Sie atmete tief ein. Okay, auf die Gefahr hin, dass es zu schnell geht, aber wärst du bereit für eine monogame sexuelle Beziehung ohne emotionale Bindung? Das musste man ihn nicht zweimal fragen. Nicht, wenn die entsprechende Frau so aufregend war wie diese hier. Auf jeden Fall. Francesca hatte gedacht, der eben erlebte Höhepunkt wäre auch der Höhepunkt ihrer Begegnung mit Sam. Doch da war sie vielleicht ein wenig voreilig gewesen. War es wirklich möglich, alles zu haben, was sie wollte? Wir treffen uns, wann immer wir wollen, sagte er. Wir unterhalten uns gut, lachen viel und verbringen ausreichend Zeit im Bett. Wenn einer von uns beiden das Arrangement nicht mehr will, werden wir es beenden. Keine Erwartungen, kein schlechtes Gewissen. Abgemacht? Sie fühlte sich verrucht. Aufregend. Gott würde sie dafür vermutlich bestrafen und wenn ihre Großeltern es jemals herausfinden würden, wäre der Teufel los. Aber das war es wert. Abgemacht. Als Francesca am nächsten Tag zum Brunch auf der Hacienda ihrer Familie erschien, fürchtete sie, alle würden sehen, was sie getan hatte. Sie fühlte sich umwerfend, ihre Haut glühte und sie konnte einfach nicht aufhören zu grinsen. Was nicht ihre Schuld war. Sam und sie hatten ihre Abmachung damit besiegelt, dass sie sich die ganze Nacht geliebt hatten. Um Mitternacht waren sie einmal kurz nach unten in die Küche geschlichen, um sich etwas zu essen zu holen und hatten sich dann wieder in die stille, sinnliche Dunkelheit seines Schlafzimmers zurückgezogen. Nur der Gedanke, dass ihre Großeltern vermutlich das FBI auf sie ansetzen würden, wenn sie nicht zum allwöchentlichen Familienbrunch auftauchte, brachte sie dazu, sich von Sam loszueisen. Leider konnte sie ihn nicht mitbringen. Wenn sie ihn ihrer Familie vorstellen würde, würden die Marcellis sofort die Hochzeitsglocken läuten hören und das wollten sie schließlich beide nicht. Francesca stieg aus ihrem Truck und ging zur Hintertür des großen, im spanischen Stil gehaltenen Hauses. Es war Anfang Juni, was bedeutete, alle Pflanzen waren saftig, grün und wuchsten wie der Teufel. Dank der umstehenden hohen Bäume lag der hintere Teil des Hauses im Schatten. Der Gemüsegarten an der Garage saugte den Sonnenschein förmlich auf. In der Ferne rauschte der Wind durch unzählige Reihen von Rebstöcken und ließ die Blätter in der Brise tanzen. Die Blüten an den Weinreben waren bereits vertrocknet und hatten den kleinen, erbsengroßen Traubenplatz gemacht. Wenn Francesca die Zeichen, die sie auf dem Weg zur Hacienda gesehen hatte, richtig deutete, würde es ein sehr erfolgreiches Jahr für Marcelli Wines werden. Aber bis zur Ernte im Herbst blieb noch viel Zeit und Brenner würde ihr, Francesca, bestimmt nur zu gern erzählen, was bis dahin noch alles schiefgehen konnte. Plötzlich wurde die Tür aufgestoßen. »Francesca«, sie schaute auf und lächelte, als sie Grandma Tessa mit ausgestreckten Armen auf der Treppe stehen sah. »Komm, Kind, du hast uns gefehlt.« Francesca rannte zum Haus und die drei Stufen hinauf, dann umarmte sie ihre Großmutter überschwänglich. »Wie geht es dir? Fühlst du dich gut?« »Na ja, ich bin alt, es ist nicht mehr alles so, wie es mal war. Aber ich bin noch hier und das reicht mir.« Sie ließ ihre Enkeltochter los und kniff ihr in die Wange. »Immer noch ein hübsches Mädchen. Aber du bist auch nicht mehr so jung. Du solltest wieder heiraten, Francesca. Es ist langsam Zeit, dass du ein paar Bambini in die Welt setzt.« Normalerweise fand Francesca den Druck der Familie, endlich für Nachwuchs zu sorgen, ermüdend. Aber an diesem Tag konnte ihr nichts die gute Laune verderben. »Bevor ich zu alt bin, meinst du?« »Single Frauen über dreißig«, sagte ihre Großmutter wissend. »Ich habe gelesen, es ist wahrscheinlicher, dass sie von Aliens entführt werden, als dass sie noch einen Mann finden.« »Du hast nur noch drei Jahre, Francesca. Vergeude sie nicht.« Francesca lachte. Ihr brannte die Wange von Grandma Tessas enthusiastischer Begrüßung, aber der Schmerz war so vertraut, wie die Beschwörung, doch endlich zu heiraten und Kinder zu bekommen. Im Verlauf der letzten drei Jahre waren die Hinweise immer weniger subtil geworden. Die Verlobung ihrer Schwester hatte der Familie Auftrieb gegeben und sie hatten den Druck erhöht. Wenn sie Sam erwähnte, würden sie endlich aufhören, ihr in den Ohren zu liegen, sich einen vernünftigen Mann zu suchen. Natürlich würden sie ihn auch kennenlernen und herausfinden wollen, ob bereits ein Hochzeitsdatum festgelegt worden war. Sollten ihre Großmütter je von ihrer Abmachung mit Sam erfahren, würden sie sofort zu ihren Rosenkränzen eilen und Francescas Eltern zwingen, ein ernsthaftes Gespräch mit ihr zu führen. Also war es besser, einfach weiter mitzuspielen. »Sprich mit ihr«, sagte Grandma Tessa, als sie die offene und luftige Küche betraten. Grammy M., für den Rest der Welt Mary Margaret O'Shea und Francescas Großmutter mütterlicherseits, schaute von dem Teig auf, dem sie gerade auf der Granitarbeitsfläche ausrollte. »Francesca, mein liebes Mädchen«, sie wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab. Francesca beugte sich hinunter, um die winzige Frau zu umarmen, von der sie nicht in die Bange gekniffen wurde. »Grandma Tessa will, dass ich wieder heirate«, sagte sie gespielt überrascht. »Was meinst du?« Grammy M. schüttelte den Kopf, sodass ihre weißen Locken auf- und abhüpften. »Du sollst die Älteren respektieren, junge Lady, und dich nicht über sie lustig machen. Wir wollen, dass du glücklich bist.« »Ihr wollt, dass ich schwanger bin«, Francesca schnappte sich einen der Scones, die zum Abkühlen auf einem Gitter lagen. »Verheiratet und schwanger«, korrigierte Grandma Tessa. Grammy M. grinste. Ihre blauen Augen funkelten. »Oh, ich weiß nicht, Tessa. Ich denke, wir könnten vielleicht einen Weg finden, Francesca zu verzeihen, sollte sie sich unverheiratet mit einem Braten in der Röhre wiederfinden.« Francesca unterdrückte ein Lachen, versuchte aber gar nicht erst, sich in diese Unterhaltung einzubringen. Stattdessen brach sie den immer noch dampfenden Scone in der Mitte durch und biss ein kleines Stückchen ab. Die feste, goldbraune Kruste bedeckte einen weichen, perfekt gebackenen, nach Orange schmeckenden Teig, der ihr das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ, während er ihr auf der Zunge zerging. »Unglaublich«, hauchte sie. »Grammy M., wir werden es noch einmal mit einer Scones-Backstunde probieren müssen. Ich will so etwas auch selber machen können.« Ihre Großmutter warf ihr einen liebevollen Blick zu, bevor sie den Kopf schüttelte und sich wieder an ihren Teig machte. »Du bist ein süßes Mädchen, aber in der Küche leider vollkommen unbegabt.« »Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Kurs im Tortendekorieren mitgemacht.« »Dein Vater ist an seinem Stück beinahe erstickt«, erinnerte Grandmah Tessa sie. »Francesca wusste, dass die beiden recht hatten. Wenn es ums Kochen oder Backen ging, war sie eine einzige Katastrophe, obwohl sie immer weiter Unterricht nahm. Vor allem, da sie sich trotz ihres Diploms in Psychologie schuldig fühlte, weil sie die Erwartungen ihrer Familie in Bezug auf Ehe und Kinder nicht erfüllte. Also versuchte sie sich wenigstens in den hausfräulichen Künsten weiterzubilden. Die Blumen auf der Torte waren hübsch. »Das waren sie«, stimmte Grammy M. zu, »und du machst ganz bezaubernde Rosen aus Radieschen.« Francesca aß noch einen Bissen von ihrem Scone, dann ging sie zu dem Regal, das über dem Geschirrspüler hing, und nahm sich ein Glas. »Ist das eure Art, mir zu sagen, dass meine Backkünste zwar Stil, aber keine Substanz haben? Ich dachte daran, diesen Sommer einen Kochkurs für chinesisches Essen zu belegen. »Nein, es ist unsere Art, dir zu sagen, wenn du das Herz eines Mannes gewinnen willst, komm vorher hier vorbei und hole dir ein paar Ravioli ab«, erwiderte Grandma Tessa fröhlich. »Ich habe immer welche im Gefrierschrank, und dazu die gute Fleischsoße.« Das Thema, wie man das Herz eines Mannes gewann, wollte Francesca nicht vertiefen. Daher fragte sie, »ist Mia gut weggekommen?« »Kurz bevor du eingetrudelt bist, hat sie angerufen, um zu sagen, dass sie gut in Washington angekommen ist«, sagte Grammy M. »Ich weiß, der Sprachkurs wird ihr Spaß machen. Aber sie wird mir hier sehr fehlen.« »Ich bin sicher, dass sie uns auch vermisst«, Francesca erinnerte sich an Mias Plan, sich unter den Kongressmitarbeitern umzusehen. Unter diesen Umständen könnte es sein, dass ihre hübsche Schwester viel zu beschäftigt war, um Heimweh zu haben. Francesca streckte die Hand nach einem weiteren Scone aus und erntete dafür einen Klaps von Grandma Tessa. »Brenner ist im Weinberg, also wirst du den Tisch allein decken müssen. Wasch dir aber erst die Hände.« Francesca lachte. »Jawohl, Ma'am.« Ihre Großmutter drehte sich zu ihr um. Ihre Augenbrauen zogen sich düster zusammen, als sie versuchte, böse zu gucken. »Ich hab euch so lieb«, sagte Francesca aus einem Impuls heraus und zog die beiden Frauen an sich, bevor sie in das kleine Badezimmer gingen, das sich im Flur unter der Treppe verbarg. »Nimm das gute Porzellan«, rief Grandma Tessa ihr hinterher. »Du bist schon sehr lange allein, meine Liebe.« Francescas Mutter schaute sie sehr eindringlich an. Coline O'Shea Marcelli war eine zierliche, attraktive Frau mit dunklen Haaren und einem untrüglichen Gespür für Mode. Sogar bei diesem zwanglosen Familienbrunch sah sie aus, als würde sie gleich für ein Modemagazin posieren. Francesca war in ein ärmelloses Sommerkleid geschlüpft, weil es den Marcelli-Töchtern nicht erlaubt war, an Sonntagen zu den Mahlzeiten Shorts oder Hosen zu tragen. Während ihre Mutter in teuren Boutiquen einkaufte, die ausschließlich Designerstücke führten, zog Francesca die Kleiderstände mit den Sonderposten oder die abgelegte Kleidung von Brenner vor. Der einzigen ihrer Schwestern, die einigermaßen die gleiche Größe hatte. Auf der anderen Seite des großen Tisches sprachen Brenner und ihr Großvater über die kommende Ernte. Die Großmütter, von allen liebevoll Grants genannt, unterhielten sich darüber, welchen Film sie sich später im Kino anschauen wollten, und Francescas Vater, Marco Marcelli, nickte zu allem, was seine Frau sagte. Was bedeutete, dass sie ihren Angriff vorab geplant hatten? »Fünf Jahre«, sagte ihre Mutter. »Francesca, die Hingabe, mit der du Todds Andenken in Ehren hältst, ist wirklich eine Auszeichnung für eure Ehe. Aber du bist immer noch eine junge Frau. Willst du ihn für den Rest deines Lebens betrauern?« Francesca überlegte, ob sie ihre Großmutter zitieren sollte, dass sie kurz davor stand, den Zenit ihres Lebens zu überschreiten, zumindest was den Heiratsmarkt anging. Zum tausendsten Mal dachte sie daran, endlich die Karten auf den Tisch zu legen und zu gestehen, dass der Gedanke an einer Heirat für sie nichts Verlockendes hatte. Ihre Ehe mit Todd war eine Katastrophe gewesen. Der oberflächlich erfolgreiche Banker hatte keinerlei Interesse daran gehabt, einen wirklichen Menschen zur Frau zu nehmen. Ihm war es nur um ein schmückendes Beiwerk gegangen. Sein vorzeitiger Tod bei einem Autounfall hatte Francesca erkennen lassen, dass ihr verschwenderischer Lebensstil allein von Krediten, aber nicht von einem guten Einkommen finanziert worden war. Todd hatte sie mit hohen Schulden zurückgelassen und sie war gezwungen gewesen, alles zu verkaufen. Am Ende war sie zwar nicht reicher, aber wesentlich klüger als zu Beginn ihrer Ehe gewesen. Brenner hatte Jeff geheiratet und die nächsten neun Jahre ihres Lebens damit verbracht, ihn finanziell zu unterstützen, damit er ungestört sein Medizinstudium, die Praktika und die Facharztausbildung durchziehen konnte. Sie hatte ihre wahre Liebe, den Weinanbau, aufgegeben, um Jeff eine gute Ehefrau zu sein. Und was war der Dank dafür gewesen? Jeff hatte sie für eine Jüngere fallen lassen. Ja, ihre Eltern waren glücklich verheiratet und die Ehe von Grandpa Lorenzo und Grandma Tessa überdauerte nun schon mehrere Generationen. Aber das reichte nicht, um Francesca zu überzeugen. Soweit es sie betraf, wurde Liebe absolut überschätzt und sie hatte nicht die Absicht, jemals wieder vor den Traualter zu treten. Doch das konnten ihre Eltern nicht verstehen, was bedeutete, dass sie mindestens zweimal im Monat eine Unterhaltung darüber führten, wieso sie sich nicht endlich einen netten Mann suchte und sesshaft wurde. Ich trauere nicht mehr wegen Todd, gab sie ehrlich zurück und dachte an die letzte Nacht mit Sam. Trauer war das Letzte, was sie da im Sinn gehabt hatte. Da sie sich jedoch nicht erneut die immer gleiche Leier anhören wollte, entschied sie sich für einen neuen Ansatz. Sie holte Tiefluft. Ihr habt recht, ich sollte wirklich wieder anfangen auszugehen. Schweigen legte sich über den Tisch. Alle starrten sie an. Sogar Brenner, die fragend die Augenbrauen hob und sich in gespielter Überraschung die Hand aufs Herz legte. Warnend sah Francesca sie an. Grandpa Lorenzo, der trotz seiner über 70 Jahre immer noch groß und eindrucksvoll war, schlug mit der Faust auf den Tisch. Wurde langsam auch Zeit, dass du das einsiehst, junge Lady. Du bist die Hübscheste von meinen Enkelinnen, wenn ich an all die Jahre denke, die du damit vergeudet hast, aufs College zu gehen, wo du doch hättest heiraten und Kinder kriegen können. Francesca kannte seine Meinung und doch taten die Worte auch nach all den Jahren immer noch weh. In Brenners Augen blitzte Wut auf. Sie drehte sich zu ihrem Großvater um. Irgendwann wirst du einsehen müssen, dass wir in einem neuen Jahrhundert leben, Grandpa. Frauen brauchen keine Männer mehr, um sich ganz zu fühlen. Wir kommen gut allein zurecht. Wenn du dich ein wenig mehr um deinen Ehemann gekümmert hättest, hätte er dich vielleicht nicht verlassen, gab der alte Mann zurück. Lorenzo, Grandma Tessa schaute Brenner mitfühlend an. Wir wissen, dass du ein gutes Mädchen bist. Wir hätten dich niemals diesen Mann heiraten lassen dürfen. Du brauchst einen netten italienischen Jungen. Meine Cousine Marie hat einen Enkel, der in Chicago lebt. Brenner schüttelte den Kopf. Nein, Grandma, keine Verwandten oder Freunde von Verwandten. Ich bin noch nicht einmal offiziell geschieden. Gib mir ein wenig Zeit, okay? Grandma Tessa wirkte nicht so, als wollte sie freiwillig das Feld räumen. Francesca wusste genau, wie ihre Schwester sich jetzt fühlte. Obwohl sie ihre Familie liebte, konnte sie einem so richtig auf die Nerven gehen. Sie beschloss, die Atmosphäre aufzulockern, indem sie das Thema wechselte. Haben Katie und Zach schon einen Hochzeitstermin festgelegt? Diese Frage war ein voller Erfolg. Ihre Mutter erinnerte sie an das Familientreffen am Ende der Woche, auf dem das Ereignis geplant werden sollte. Die Grants fingen an, sich über das Menü zu streiten und Grandpa Lorenzo warf ein paar Weinempfehlungen in die Runde. Brenner nahm eine Flasche Chardonnay von Marcelli Wines und goss sich noch ein Glas ein. Dann hielt sie Francesca die Flasche hin. Für mich einen doppelten, murmelte sie so leise, dass nur Brenner sie hören konnte. Als Francescas Glas auch gefüllt war, rusteten sie einander zu. Darauf, dass wir diese Familie überleben, flüsterte Brenner. Möge Gott mich vor Maries Enkel schützen. Internationalen Ölbrokern mit Familien, die Todesdrohungen erhalten, sollte es nicht gestattet sein, zum Vergnügen zu reisen, sagte Sam erschöpft und warf eine Mappe auf seinen Schreibtisch. Jason streckte die Hand aus und nahm die Papiere an sich. Du machst Witze. Keineswegs, er hat gestern angerufen. Jason blätterte durch die Seiten und legte die Mappe dann auf Sams Schreibtisch zurück. Afrika? Eine Safari. Seine Tochter ist eine fanatische Tierliebhaberin. Die Reise ist Teil ihres Geburtstagsgeschenks. Konnte er ihr nicht einfach ein Fahrrad kaufen? Sam grinste. So läuft das nicht bei den Reichen und Mächtigen. Dann eben einen Fahrrad laden. Aber Afrika… Seine dunklen Augen verfinsterten sich. Sie werden sich bestimmt nicht an die üblichen Touristenorte halten, oder? Reiche und mächtige Typen mögen das Besondere, stimmt's? Sam nickte. Genau. Wir reden hier von Camping in der Wildnis und dem Besuch von eingeborenen Dörfern. Ich hasse die Natur, murmelte Jason. Warum können Sie nicht nach Monaco in den Urlaub fahren? Da würde es mir bestimmt hervorragend gefallen. Ich schätze, dahin wirst du irgendwann einmal auf eigene Kosten fliegen müssen. Jason verzog das Gesicht. Sag mir nochmal, warum ich mich freiwillig für diesen Job gemeldet habe. Weil du die Herausforderung liebst. Willst du deine Meinung noch ändern? Jason nahm erneut die Mappe zur Hand. Afrika, das bedeutet Zecken und Blutegel. Ich hasse alles Schleimige. Die gibt es nur im Dschungel. Du würdest hingegen in die Savanne reisen. Großartig. Also muss ich mir nur Sorgen um Malaria machen. Du wirst vielleicht einen Löwen sehen. Jasons Miene verfinsterte sich noch mehr. Katzen hasse ich auch. Sam lachte. Sie fliegen im September. Solange hast du Zeit, dir ein Team zusammenzustellen. Er lässt dir die freie Auswahl. Sein üblicher Bodyguard ist im Urlaub. Ich wette, der hatte nur keine Lust auf Zecken. Jason seufzte. Wenigstens muss ich mir keine Sorgen um irgendwelche europäischen Bodyguard-Flaschen in Anzügen machen. Energisch klappte er die Mappe zu. Verdammt, ich muss mich impfen lassen, oder? Im Anhang findest du eine entsprechende Liste. Bevor Jason sich weiter beschweren konnte, war das Geräusch ungewohnter Schritte auf dem Flur zu vernehmen. Schritt, Klack, Schlurf. Schritt, Klack, Schlurf. Du hast mir nicht gesagt, dass der alte Mann hier ist, sagte Jason. Ich hab's ja auch nicht gewusst. Heute ist Sonntag. Sein Großvater kam niemals am Wochenende ins Büro, ließ sich aber während der Woche regelmäßig blicken. Himmel, Herrgott, es ist Sonntag, polterte Gabriel Reese vom Eingang zu Sams Büro. Warum seid ihr nicht in der Kirche? Jason stand auf und nickte dem alten Mann zu. Guten Tag, Sir. Jason, lässt mein Enkel dich am Sonntag arbeiten? Ich hab mich freiwillig gemeldet. Guter Mann. Ich weiß, dass Sam auf dich aufmerksam gemacht hat. Hat er dir das je erzählt? Jason grinste. Ja, Sir. Sam deutete auf den zweiten Stuhl vor seinem Schreibtisch. Setz dich, Gabriel. Kann ich dir etwas zu trinken anbieten? Whisky. Aber bemühe dich nicht, mir zu sagen, dass es dafür noch zu früh am Tag ist. Ich warte, bis ich wieder zu Hause bin. Er stützte sich auf dem Gehstock ab und ließ sich langsam auf den Stuhl sinken. Du warst immer ein guter Geschäftsmann, Samuel, aber eine echte Nervensäge, wenn es um meine Gesundheit geht. Ich will nicht, dass du mir unter den Händen wegstirbst. Ich habe nicht vor, unter irgendjemandes Händen zu sterben, gab Gabriel zurück. Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich allein in meinem Bett liegen. Denn das ist die einzige Art, wie ein Mann sterben sollte. Sam stand auf und ging zu der Kaffeekanne, die auf einem Servierwagen in der Ecke stand. Er schenkte etwas ein, fügte reichlich Zucker und Milch dazu und brachte die Tasse zu seinem Großvater. Gabriel nahm einen Schluck und musterte Jason, der sich endlich wieder gesetzt hatte. Ich habe gehört, dass du nach Afrika gehst. Ich wünschte, ich wäre jung genug, um deinen Platz einzunehmen. Ich auch, sagte Jason düster. Sam grinste. Jason macht sich Sorgen um die Tierwelt. Schlangen, Blutegel und so. Gabriel nickte ernst. Trockene Socken, verkündete er. Das ist der Schlüssel zu einer gesunden Safari. Oh, und reichlich Insektenspray. Ach herrje, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Insekten. Jason warf Sam einen Blick zu. Wenn das vorbei ist, will ich einen Trip nach Monaco. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kopfschüttelnd stand Jason auf und verabschiedete sich von den beiden Männern. Als er gegangen war, lehnte Sam sich in seinem Stuhl zurück. Elenas Schwester hat heute Morgen angerufen. Sie ist hingefallen und hat sich die Hüfte gebrochen. Sie muss wohl operiert werden. Elena wird mindestens einen Monat bei ihr bleiben und sich um sie kümmern. Gabriel zuckte mit den Schultern. Was interessiert es mich? Sie ist deine Haushälterin. Sam ignorierte den Einwand. Ich kann ohne Probleme jemanden besorgen, der sich um den Hausputz kümmert, erklärte er dem alten Mann. Jemanden fürs Kochen zu finden, könnte sich als schwieriger erweisen. Gabriel schaute ihn finster an. Ich habe mich 60 Jahre lang alleine um mich gekümmert, Kleiner. Und das werde ich auch weiterhin tun, und zwar so lange, bis ich den Löffel abgebe. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne so lange zu mir ziehen, bis sie wieder da ist. Nicht im Traum. Sam wusste, dass sein Großvater seine Entscheidung getroffen hatte und auch nicht mehr von ihr abrücken würde. Wir könnten abends zusammen die Clubs unsicher machen und ein paar Mädels aufreißen. Um Gabriels Mundwinkel zuckte es. Ich bin zu alt für Mädels. Er verengte die Augen zu schmalen Schlitzen. Aber du nicht. Du arbeitest zu viel. Das habe ich von dir gelernt. Gabriel stieß einen verächtlichen Laut aus. Gute Antwort, aber da gibt es einen kleinen Unterschied. Ich hatte dich, der zu Hause auf mich wartete. Wen hast du? Eine Haushälterin mit großer Klappe, die nicht weiß, wo ihr Platz ist? Und nun noch nicht einmal mehr die. Du bist jetzt 34. Ich weiß. Du brauchst eine Frau. Wann wirst du endlich wieder heiraten? Wenn du es auch tust, erwiderte er. Der alte Mann lachte unterdrückt. Ich habe noch einen Funkenleben in mir, Sam. Vielleicht finde ich ja eine, die mir gefällt. Was sagst du dann? Genieß es. Jetzt lachte Gabriel laut auf und stemmte sich mit Hilfe seines Gehstocks vom Stuhl hoch. Ich gehe jetzt nach Hause. Arbeite nicht mehr so lang. Sam dachte an Francescas Versprechen, spätestens um fünf Uhr bei ihm zu Hause zu sein. Die Vorfreude zauberte ein Grinsen auf sein Gesicht. Keine Angst. Werde ich nicht. Als Francesca dieses Mal vor Sams Haus vorfuhr, stand das Tor weit offen. Mit einer Mischung aus Nervosität und vorfreudiger Erregung fuhr sie aufs Grundstück und parkte vor dem beeindruckenden Haus. Sie stellte den Motor ab und griff nach ihrer großen Tasche. Sam hatte sie gebeten, über Nacht zu bleiben, was bedeutete, dass sie eine Zahnbürste und Unterwäsche für den nächsten Morgen dabei haben musste. Sie wollte zwar nicht gleich mit einem ganzen Koffer auftauchen, um Sam nicht zu verschrecken, das hatte sie in den letzten 24 Stunden schon einmal getan, aber ganz auf frische Sachen verzichten wollte sie auch nicht. Ich hätte niemals mein Cosmopolitan-Abo auslaufen lassen dürfen, sagte sie sich, als sie aus dem Auto stieg. Darin stehen immer Tipps, wie man mit solchen Situationen souverän umgeht. Die Haustür öffnete sich, bevor Francesca klopfen konnte. Sam grinste. Hey, Schönheit. Selber hey. Sie schauten einander an. Sein Haar war zerzaust, seine Mine amüsiert. Sein Grinsen reichte beinahe von einem Ohr zum anderen. Er war ein Mann, der wusste, dass er schon sehr bald flachgelegt werden würde. Sie nahm sein Hawaii-Hemd in Augenschein, die abgetragene Jeans, die bloßen Füße und dachte, dass er gut genug aussehe, um als Lexikon-Abbildung für den Begriff Sünde herzuhalten. Sie war nicht sicher, was er sah, wenn er sie anschaute, aber es schien ihm gut genug zu gefallen, um sie an sich zu ziehen und sie leidenschaftlich zu küssen. Dieses Mal habe ich wirklich vor, dir etwas zum Abendessen zuzubereiten, sagte er und ließ sie kurz los, nur um sie dann gleich wieder zu küssen. Aber es könnte etwas später werden. Bin ich vollkommen mit einverstanden. Er zog sie ins Haus und schloss die Tür hinter sich. Wie wäre es mit einem Schluck Wein? Sicher, mach mich nur betrunken, das ist so typisch. Er lachte leise. Dann legte er ihr einen Arm um die Schultern und geleitete sie zur Küche. Wie war dein Tag? Er schaute sie an, bevor er den Merlot vom Marcelli-Weingut öffnete. Gut, ich war bei meiner Familie. Wir brunchen jeden Sonntag zusammen. Das ist so eine Art Pflichtveranstaltung, von der man nur befreit wird, wenn man nicht in der Stadt weilt. Sie machen mich verrückt, aber ich liebe sie. Wie war's bei dir? Er goss den Wein in zwei Gläser. Ich war arbeiten. Normalerweise mache ich sonntags frei, aber heute war ich irgendwie unruhig. Er hob die Augenbrauen. Ich schätze, das ist deine Schuld. Meine Schuld? Was habe ich denn getan? Zum einen ist da dieses Geräusch, das du machst, wenn du… Okay, schon klar, unterbrach sie ihn, bevor er ins Detail gehen konnte. Sie hatte den ganzen Tag über versucht, nicht an die wilde Lust zu denken, die sie in Sams Bett gezeigt hatte. Und in seiner Dusche. Sie hatte sich selbst immer als sexuell konservativ und nicht sonderlich leidenschaftlich eingestuft. Offensichtlich hatte sie sich geirrt. Sie nahm ihr Weinglas in beide Hände und brachte einen Gedanken zur Sprache, der sie schon die ganze Zeit über störte. Ich hoffe, wir haben Elena nicht belästigt. Das wäre mir wirklich peinlich. Keine Sorge. Ihre Wohnung liegt im Erdgeschoss auf der anderen Seite des Hauses. Dort kann sie unmöglich etwas von uns gehört haben. Aber vielleicht beruhigt es dich zu wissen, dass sie eine Weile nicht hier sein wird. Wieso nicht? Ihre Schwester ist hingefallen und hat sich die Hüfte gebrochen. Elena ist heute Morgen zu ihr geflogen und wird vermutlich den ganzen Monat über bei ihr bleiben. Er stellte sich vor sie. Also sind wir beide ganz allein. Kein Erwachsener, der auf uns aufpasst. Je näher Sam ihr kam, desto mehr pochte Francescas Herz. Ihr Atem beschleunigte sich und noch bevor er die Hand nach ihr ausstreckte, spannten sich ihre Muskeln erwartungsvoll an. Sie stellte ihr Glas auf die Arbeitsfläche und streckte die Arme nach Sam aus. Also können wir uns so richtig austoben? Du hast es erfasst. Ich hatte vorhin schon eine recht lebhafte Fantasie, in der du, etwas Champagner und der Küchentresen drin vorkam. Sie erschauerte vor Entzücken. Das klingt gut. Schon war sein heißer Mund auf ihrem und Francesca ergab sich dem leidenschaftlichen Kuss. Ihre Lippen öffneten sich und sie ließ ihre Zunge um seine tanzen. Sofort schwollen ihre Brüste, ihr Höschen wurde feucht und die Hitze ging ihr durch Mark und Bein. Der Hunger meldete sich erneut. Trotz der unzähligen Vergnügungen, die sie in der vergangenen Nacht und an diesem Morgen genossen hatte, wollte sie ihn schon wieder. Wollte ihn berühren, ihn in sich spüren. Es war, als wenn sie nie zuvor wirklich Liebe gemacht hätte. Es war … Das Telefon klingelnd durchbrach die Stille in der Küche. Sam hob kaum den Kopf. Der Anrufbeantworter wird gleich rangehen, murmelte er nur und zog weiter eine heiße Spur aus Küssen über ihren Hals. Was, wenn es eine deiner Frauen ist? Er lachte leise. Ich habe im Moment keine Frau. Nein, das stimmt nicht. Ich habe ja dich. Er widmete sich wieder ihrem Mund. Das Telefon klingelte noch dreimal. Beim vierten Mal hörte sie Sams Stimme, die dem Anrufer erklärte, dass er bitte einen Namen und eine Nummer hinterlassen solle. Ein kurzer Piepton erklang. Verdammt, Sam, wenn du nicht in der Stadt bist … Die Frau seufzte schwer. Hier ist nochmal Tanja. Ich habe dich bereits fünfmal angerufen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Jetzt habe ich wohl keine andere Wahl. Du musst mich sofort zurückrufen. Es handelt sich um einen Notfall. Sie sagte ihre Nummer, aber Francesca hörte nicht mehr zu. Sam hatte sich von ihr zurückgezogen und wirkte seltsam angespannt. Das ist meine Ex-Frau, sagte er. Warum zum Teufel sollte sie mich anrufen? Ratlos schaute er Francesca an. Ich habe ewig nichts mehr von ihr gehört. Das ist bestimmt zehn, zwölf Jahre her. Sie gab ihm einen kleinen Schubs in Richtung Telefon. Sie sagt, dass es sich um einen Notfall handelt. Du solltest besser rangehen. Sam zögerte. Er wollte den Augenblick nicht ruinieren, aber dann fiel ihm auf, dass es dafür bereits zu spät war. Entschlossen griff er nach dem Hörer. Tanja, ich bin Sam. Was ist los? Das wurde ja auch mal Zeit. Sie klang frustriert und ungeduldig. Ich habe den halben Morgen damit verbracht, deine verdammte Nummer zu finden, und dann warst du nicht da. Ja, freut mich auch, dich zu hören, erwiderte er sarkastisch. Ist schon lange her. Wie geht es dir? Sie atmete laut aus. Okay, hab's verstanden. Ich benehme mich wie eine Furie, und du hast keine Ahnung, weshalb. Weil das deine Art ist, dachte er grimmig. Die Sache ist die, fuhr sie fort. Oh, verdammt nochmal. Ich weiß einfach nicht, wie ich es dir sagen soll. Es ist schon zu lange her. Daran ist nur deine Mutter schuld, wenn sie... Meine Mutter? Er unterbrach sie. Seine Mutter war vor beinahe acht Jahren gestorben. Was hat sie damit zu tun? Ach, sie hat sich doch immer in alles eingemischt. Ich hatte Pläne, Sam. Ich habe verdammt hart gearbeitet, und das wird mir jetzt niemand wegnehmen. Tanja, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Es klingelte an der Tür. Sam drehte sich in die Richtung und runzelte die Stirn. Er hatte das Tor geschlossen, nachdem Francesca eingetroffen war. Wie war dann jemand aufs Grundstück gelangt? Was war das? fragte Tanja. Oh Gott, war das die Klingel? Ja, ich bin gleich wieder da. Sam? Warte. Tanjas Stimme wurde leise. Ich lege auf. In ein paar Minuten wirst du mich zurückrufen wollen. Ich habe dir meine Nummer eben auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ich werde hier sein. Mit diesen Worten war die Leitung tot. Sam starrte den Hörer einige Sekunden lang an, dann legte er ihn auf die Gabel zurück. Es klingelte erneut. Er drehte sich zu Francesca um. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Tanjas Gefasel hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Warte kurz, ich muss nachschauen, wer da an der Tür ist. Sie lächelte. Kein Problem, geh nur. Sie sah so ruhig und zufrieden aus und viel zu sexy, als dass er Worte dafür hätte finden können. Er gab ihr einen schnellen Kuss und lächelte. Wird nicht lange dauern, versprach er. Und dann nehme ich dich mit nach oben und sorge dafür, dass die Hörn und Sehen vergeht. Versprochen? Darauf kannst du wetten. Er ließ sie los und eilte zur Haustür. Ohne zu wissen, was ihn erwartete, öffnete er die Tür. Vor ihm stand ein Mädchen mit roten, lockigen Haaren, Sommersprossen und großen, grünen Augen. Verwundert schaute Sam zum Tor, das immer noch geschlossen war. Wie bist du hier hereingekommen? Wollte er wissen. Ich bin drüber geklettert. Die Rothaarige rückte ihren großen Rucksack zurecht. Bist du Sam Rees? Ja. Und wer bist du? Das Mädchen, er hatte keine Ahnung von Kindern, schätzte aber, dass es im frühen Teenageralter war, straffte die Schultern. Ich bin Kelly Nash. Deine Tochter. Sam starrte das Mädchen an. Das Mädchen starrte zurück. Keiner von beiden blinzelte. Ich habe sie falsch verstanden, sagte er sich. Oder Tochter war zu einem dieser Wörter geworden, die mehrere Bedeutungen hatten. So wie krass eigentlich gut meinte. Wie bitte? Fragte er. Kelly schob sich an ihm vorbei und betrat das Haus. Deine Tochter, du weißt schon, dein Kind, dein Nachkomme. Sie ließ ihren Rucksack auf den Boden fallen und schaute sich um. Nett. Hat Tanja dich nicht angerufen? Ich meine, sie wusste immerhin, dass ich kommen würde. Sam schloss die Tür. Was zum Teufel war hier los? Tanja? Kelly schaute ihn an und verdrehte die Augen. Tanja Nash, deine Ex-Frau. Meine Mutter. Ich bin heute Morgen abgehauen. Ich nahm an, sie würde Kontakt mit dir aufnehmen und dir erklären, was los ist. Ich war nicht zu Hause. Er sprach sehr langsam, weil er nicht wusste, was er sagen sollte. Sie hat mich eben gerade erst erwischt, als du geklingelt hast. Oh, lass mich raten. Sie hat gesagt, du sollst sie zurückrufen und dann aufgelegt. Sie hat's nicht so damit, Verantwortung zu übernehmen, weißt du? Ich habe Hunger. Hast du was zu essen im Haus? Sam? Francesca betrat den Eingangsbereich. Sie lächelte. Ist alles in Ordnung? Kelly warf ihr einen Blick zu und schaute dann Sam an. Die neue Frau? Er schüttelte den Kopf. Das hier passierte gerade nicht wirklich. Seine Tochter? Mit Tanja? Er hatte seine Ex-Frau seit Jahren nicht gesehen. Sie waren geschieden. Sie hatte nie etwas darüber verlauten lassen, dass sie schwanger war. Und sie war, weiß Gott nicht, der Typ, der ein Kind allein aufzog. Wie alt bist du? Fragte er Kelly. Zwölf. Sie seufzte. Ja, ja, ich weiß. Genau der Zeitpunkt eurer Scheidung. Kann ich was dafür, dass du deine Hose nicht anbehalten konntest? Glaubst du, ich habe das so gewollt? Aber ich hatte keine Wahl. Tanja muss außer Landes reisen, okay? Und sie nimmt mich nicht mit. Francescas Augen wurden ganz groß. Du bist... Sams kleines Mädchen, erwiderte Kelly fröhlich. Ich weiß, es ist ein ganz besonderer Augenblick. Sieh mal, ich hatte seit dem Flugzeug nichts mehr zu essen. Das Geld für die Taxifahrt vom Flughafen hierher hat mein ganzes Geld verschlungen. Also konnte ich nirgendwo anhalten und mir was zum Essen kaufen. Hast du was hier? Francesca sah so überrascht aus, wie Sam sich fühlte. Kelly starrte sie beide an und schüttelte dann den Kopf. Okay, während ihr zwei versucht, das hier auf die Reihe zu kriegen, besorge ich mir was zu essen. Und noch keine Hemmungen, sprecht ruhig offen, während ich weg bin. Mit diesen Worten schlenderte sie den Flur hinunter und wandte sich instinktiv Richtung Küche. Sam schaute ihr hinterher. Das passierte nicht wirklich. Das konnte nicht sein. Ein Kind? Eine Tochter? Francesca ging zu ihm. Du wirkst geschockt. Du auch. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Ein Kind. Sie kann nicht von mir sein. Tanja und ich. Er sah Francesca an. Sie hätte der Scheidung niemals zugestimmt, wenn sie gewusst hätte, dass sie schwanger ist. Sie hätte etwas gesagt. Meine Güte, sie hat immer nach einem Schlupfloch gesucht. All die Jahre. Warum hat sie mich nicht wegen Unterhalt angesprochen? Ich habe keine Ahnung. Natürlich nicht. Tut mir leid. Er fluchte unterdrückt. Das ist verrückt. Ich muss Tanja zurückrufen. Ich kann es kaum erwarten, ihre Geschichte zu hören. Er lächelte grimmig. Scheint mir, als könnte ich deine Geschichte mit den verfeindeten Weinbauern noch toppen. Er machte sich auf in Richtung Küche. Francesca hielt ihn zurück. Ruf sie nicht von da aus an. Warum nicht? Weil ihr euch vermutlich streiten werdet und das sollte Kelly nicht mit anhören. Verwirrt starrte Sam sie an. Was? Sie zuckte mit den Schultern. Ich bin 27 und hasse es immer noch, meine Eltern streiten zu hören. Kindisch, ich weiß. Eltern? Ich weiß ja nicht mal, ob sie mein Kind ist. Aber sie könnte es sein, warnte Francesca ein. Ich brauche einen Drink. Kopfschüttelnd setzte er den Weg in die Küche fort. Kelly saß an dem Tresen und füllte sich die Reste der Enchiladas aus dem Kühlschrank auf einen Teller. Sie schaute ihn an. Sie sehen gut aus vom Lieferservice? Nein, meine Haushälterin hat sie gemacht. Kelly nickte. Wohnt sie hier? Mama hat schon gesagt, dass du stinkreich bist. Ich schätze, sie hatte recht, was? Er ignorierte sie und ging zum Anrufbeantworter, wo er die Nachricht von Tanja abspielte. Er schrieb ihre Nummer auf und verließ dann steifen Schrittes die Küche. Francesca hatte recht. Er würde den Anruf von seinem Büro austätigen, wo er seiner wachsenden Frustration Luft machen könnte. Francesca kam in dem Moment in die Küche, in dem Kelly den Teller in die Mikrowelle stellte. Das Mädchen studierte die verschiedenen Knöpfe und gab dann eine Zeit ein. Das Gerät summte kaum hörbar, als es anfing, das Essen aufzuwärmen. Also, wenn du nicht seine Frau bist, bist du wohl seine Freundin, stellte Kelly fest. Sie setzte sich auf einen Barhocker. Sam und ich sind Freunde. Oh, Freunde, also habt ihr Sex, aber es ist nichts Ernstes, richtig? Francesca bemühte sich, keine Reaktion zu zeigen. Sams Tochter als frühreif zu bezeichnen, wäre stark untertrieben. Trotzdem, ihre vorlaute Art war Francesca schmerzlich vertraut. Sie erinnerte sich noch daran, wie sie selbst eine tapfere Mine aufgesetzt hatte, um die Welt davon zu überzeugen, dass mit ihr alles in bester Ordnung war. Vielleicht gehörte das zum Erwachsenwerden dazu. Doch das machte es nicht weniger schmerzhaft. Kelly lehnte sich zurück und stützte sich mit den Ellbogen hinter sich auf den Tresen ab. Sie war hübsch, schlank, mit großen Augen und wunderschönen roten Locken. Auf der Nase und den Wangen hatte sie Sommersprossen. Sie trug ein bauchfreies T-Shirt und eine tiefsitzende Jeans. Beides sah sehr teuer aus. Freunde sind etwas anderes als besondere Freunde, erklärte Kelly. Besondere Freunde heißt, die Frau will heiraten, aber der Mann nicht. Er benutzt das Wort besonders nur, um sie hinzuhalten. Besonders ist es nur für sie, aber nicht für ihn. Er schaut sich derweil nach einer besseren um, hat aber nicht den Mumsi zu verlassen, ohne eine neue zu haben, mit der er ins Bett geht. Tanja sagt, die meisten Probleme zwischen Männern und Frauen entstehen dadurch, dass die Frauen zu schnell nachgeben. Sexuell gesehen, meine ich. Ich verstehe. Francesca lehnte sich gegen die Arbeitsplatte. In ihrem Kopf drehte sich alles. Und sie wollte vor dem Kind nicht das Gleichgewicht verlieren. Sam hatte recht. Kelly war kein Kind. Für ihr Alter wirkte sie ausgesprochen reif. In Gedanken ging sie Kellys Kommentare noch einmal durch. Ohne Zweifel hatte das Mädchen erhofft, eine Reaktion zu erzielen. Francesca entschloss sich zu einer weniger kontroversen Frage. Du nennst deine Mutter Tanja? Klar. Kelly schob sich eine Locker aus der Stirn. Sie lügt andauernd, was ihr Alter angeht. Die Hälfte der Kerle, mit denen sie ausgeht, weiß nicht mal, dass sie ein Kind hat. Nur für den Fall, dass uns mal jemand zusammen erwischt, beim Einkaufen oder so, will sie, dass ich sie Tanja nenne. So kann sie behaupten, ich wäre das Kind ihrer viel älteren Schwester. Die Männer finden das immer total süß, als wäre sie dadurch ein total mütterlicher Typ oder so. Kelly verdrehte die Augen. Die meisten Männer sind so dumm. Okay. Diese Unterhaltung war also auch nicht viel sicherer. Wo wohnt ihr? fragte sie. In New York, Upper West Side. New York ist ziemlich cool. Ich wollte da nicht weg, aber Tanja wollte nicht, dass ich nach ihrem Umzug nach Europa allein in unserer Wohnung bleibe. Ich glaube, Raoul weiß gar nichts von mir. Was ist so typisch? Ich meine, alle meine Kurse finden dort statt. Ich kann nicht glauben, wie viel ich versäumen werde, während ich hier bin. Santa Barbara ist nicht gerade eine große Stadt. Francescas Irritation wuchs von Minute zu Minute. Du gehst im Sommer zur Schule? Die Mikrowelle piepte. Kelly glitz vom Hocker. Ballett, sagte sie ungeduldig. Ich tanze. Oh, das ist schön. Kelly nahm den Teller mit dem dampfenden Essen heraus und trug ihn zum Tresen. Das ist mehr als schön. Ich arbeite hart. Ich habe vor, professionelle Tänzerin zu werden. Aber ich habe im Internet auch eine Schule hier in der Nähe gefunden. Die Lehrerin war Tänzerin in verschiedenen internationalen Ensembles. Sam wird sie morgen früh anrufen und mir ein Vortanzen verschaffen müssen. Ich hätte das selber organisiert, aber ich habe ja erst gestern entschieden, hierher zu kommen. Francesca wünschte sich, dass hier wäre ein Film, damit sie auf Pause drücken konnte. Sie brauchte ein paar Minuten, um das alles zu verdauen. Entschieden? Warum? Kelly fing an, die Schubladen zu öffnen. Schließlich fand sie diejenige mit dem Besteck und nahm sich eine Gabel. Ich habe endlich den Namen meines Dads herausgefunden. Bis vor ein paar Monaten dachte ich, er wäre tot. Das hat Tanja mir zumindest immer erzählt. Dann habe ich einmal gehört, wie sie mit ihren Freundinnen über mich geredet hat. Kelly schaute sie an. In dem Gespräch erwähnte sie Sam, also wusste ich, dass er noch lebte. Ich fing an, sie zu drängen, mir endlich zu erzählen, wer er ist. Gestern hatten wir einen riesigen Streit und da ist es aus ihr herausgeplatzt. Nachdem ich den Namen wusste, habe ich gewartet, bis Tanja mit Raoul ausgegangen ist und habe dann ihr Zeug durchwühlt. In irgendwelchen alten Ordnern habe ich diese Adresse gefunden. Das war das zweite Mal, dass Kelly den Namen Raoul erwähnte und so sehr Francesca auch wissen wollte, wer das war, hatte sie doch noch eine drängendere Frage. Wie hast du es geschafft, auf eigene Faust hierher zu kommen? Kelly nahm einen Bissen Enchiladas und fing an zu kauen. Nachdem sie heruntergeschluckt hatte, sagte sie, Das war ganz leicht, ich habe das Ticket im Internet gekauft. Ich habe diese Kreditkarte, mit der ich so ziemlich tun und lassen kann, was ich will. Das wird alles vom Erbe meiner Großmutter bezahlt, also ist es Tanja egal. Wie auch immer, ich habe das Ticket gekauft, die Limousine organisiert, die mich hierher bringen sollte und alles im Voraus bezahlt. Leider hatte ich das Trinkgeld vergessen, was echt ein Knaller ist. Ich schätze, Sam wird mich mit Bargeld versorgen müssen. Sie dachte einen Moment über das Problem nach, dann fuhr sie fort. Tanja hat die Nacht bei Raúl verbracht, also war sie nicht zu Hause. Ich habe mir ein Taxi zum Flughafen genommen und bin ins Flugzeug gestiegen. Na, so einfach wird das doch wohl kaum gewesen sein, meinte Francesca. Doch, war es. Ich habe gewartet, bis der Flug bereit zum Boarden war und bin dann zum Counter gegangen, um mich anzumelden. Sie sind erst mal total ausgeflippt und haben nach meinen Eltern gefragt. Ich habe gesagt, dass meine Mom noch den Wagen parkt. Warst du jemals am JFK? Hast du eine Ahnung, wie schrecklich hektisch es da ist? Die Bodensdiadess wusste genau, wenn sie warten würde, bis meine Mutter auftaucht, würde sie den Flug niemals pünktlich starten können. Oh, und ich habe ihnen ein falsches Alter genannt. Ich habe gesagt, ich wäre 15. Sie hat mir geglaubt, also bin ich eingestiegen und nun bin ich hier. Kelly klang ruhig und gefasst. Aber Francesca fand trotzdem, dass eine Zwölfjährige nicht Mutterseelen allein quer durchs Land fliegen sollte, um einen Vater zu suchen, den sie gar nicht kannte, nur weil ihre Mutter nach Europa ziehen wollte. Gibt es irgendwo auch was zu trinken? Kelly schielte auf die offene Flasche Melo. Francesca ging zum Kühlschrank. Wie wäre es mit einem Glas Milch? Kelly verdrehte die Augen. Prima, Calcium ist gut für meine Knochen. Wovon zum Teufel redest du da? Mit dem schnurlosen Telefon am Ohr tigerte Sam in seinem Büro auf und ab. Ich weiß nicht, wie deine Mutter von meiner Schwangerschaft erfahren hat, sagte Tanja. Ich schätze, sie hat meinen Arzt bestochen, aber das ist nicht der Punkt. Was ich dir zu sagen versuche, ist, dass ich zwei Wochen, nachdem du und ich beschlossen hatten, uns scheiden zu lassen und ich ausgezogen war, festgestellt habe, dass ich schwanger bin. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sam stieß einen verächtlichen Laut aus. Das stimmte auf gar keinen Fall. Tanja hätte bestimmt überschlagen, wie viel sie aus dem Baby herausschlagen könnte. Zwei Tage später ist deine Mutter aufgetaucht. Sie wusste von der Scheidung und von der Schwangerschaft. Sie wollte nicht, dass ich zu dir zurückkehre oder dir von dem Baby erzähle. Er lehnte sich gegen seinen Schreibtisch und rieb sich die Augen. Sie wusste, ich hätte die Scheidung nie durchgezogen, wenn ich von der Schwangerschaft erfahren hätte. Genau, sie konnte es gar nicht abwarten, mich endlich aus deinem Leben verschwinden zu sehen, selbst wenn das bedeutete, ihr eigenes Enkelkind aufzugeben. Sam wollte es nicht glauben, aber er kannte seine Mutter. Sie hatte ihr gesamtes Leben damit verbracht, Menschen und Ereignisse zu ihrem Vorteil zu manipulieren, inklusive ihm. Was ihn direkt zur nächsten Frage brachte. Wie viel? Ist das nicht egal? Nein, ist es nicht. Na gut, 250.000 im Voraus und 5000 jeden Monat, bis sie 18 ist oder bei dir einzieht, was auch immer ihr eintrifft. Dazu die Übernahme sämtlicher Ausgaben für sie. Im Gegenzug musste ich nach New York ziehen und versprechen, dass du niemals von Kelly erfahren würdest. Er war wie betäubt. Und warum jetzt? Weil ich mir in den letzten zwölf Jahren den Arsch aufgerissen habe, Sam. Ich war zweimal mit reichen Männern verheiratet und ich habe mir, weiß Gott, jeden Cent meiner Abfindung verdient. Endlich habe ich finanzielle Sicherheit und bin bereit, mein Leben zu leben. Und Kelly steht dir dabei im Weg. Ich bin 34, das ist noch ein gutes Alter. Ich kann keine zwölfjährige Tochter haben. Sie zögerte. Ich werde heiraten und nach Europa ziehen. Kelly kann nicht mit mir kommen. Ich wollte sie in ein Internat stecken, aber als ich ihr davon erzählt habe, ist sie ausgeflippt. Sie wollte alleine hier in der Wohnung bleiben. Sie tanzt Ballett und das ist alles, was ihr etwas bedeutet. Ich nehme an, mit dem richtigen Personal, aber ich konnte das nicht riskieren. Es müsste nur mal ein Notfall eintreten und Raoul würde von ihr erfahren. Sam fluchte. Du heiratest einen Mann, der noch nicht mal weiß, dass du eine Tochter hast? Ich habe ihm nie von ihr erzählt. Ich war sehr darauf bedacht, diese beiden Teile meines Lebens strikt voneinander zu trennen. Sam fragte sich, was er jemals in Tanja gesehen hatte. Dann erinnerte er sich. Er war 22 gewesen, frisch aus dem College und allein im Ausland. Tanja war wunderschön gewesen, charmant und der wahr gewordene Männertraum. Ich habe bei der Kanzlei deiner Mutter eine Nachricht hinterlassen, dass du jetzt das Sorgerecht für Kelly hast, fuhr Tanja fort. Sie werden den ganzen Papierkram erledigen. Ich habe mich die letzten zwölf Jahre um sie gekümmert, Sam. Jetzt bist du mal dran. Damit verzichtest du auf das Geld, sagte er sarkastisch. Ja, ich weiß, ich kann es mir leisten. Und Kelly ist eigentlich ganz pflegeleicht. Schick sie in einen Tanzkurs und auf eine Privatschule und du wirst kaum merken, dass sie da ist. Er konnte die Abgebrühtheit seiner Ex nicht fassen. Sie ist deine Tochter. Stell mich jetzt nicht als Rabenmutter dar, erwiderte Tanja. Kelly ging es gut. Ihr hattest an nichts gefehlt. Außer an den Eltern. Tanja lachte. Ja, genau, weil du vor zwölf Jahren ja auch überglücklich gewesen wärst, wenn du herausgefunden hättest, dass wir ein Kind bekommen. Du hast mich gehasst, Sam. Du wolltest mich aus deinem Leben haben und warst gewillt, jeden Preis dafür zu zahlen. Hier kommt jetzt also der letzte Teil der Rechnung. Ich lasse ihre Sachen zusammenpacken und per Kurier zu euch schicken. Sie müssten Ende der Woche eintreffen. Das ist alles, fragte er. Was soll da noch sein? Willst du nicht mit Kelly reden? Nein, und ich bezweifle, dass sie mit mir reden will. Damit legte sie auf. Langsam legte Sam das Telefon auf den Tisch. Dabei fiel sein Blick auf die Uhr. Es war noch keine zwanzig Minuten her, dass Kelly an der Tür geklingelt hatte. Zwanzig Minuten, in denen seine Welt vollkommen aus den Fugen geraten war. Und nun? Sam kam in die Küche, wo Kelly gerade den letzten Bissen Enchiladas herunterschluckte. Francesca stand mit einem Glas Wein in der Hand an der Spüle. Er konnte es ihr nicht verdenken, auch wenn er etwas Stärkeres bevorzugen würde. Ich habe mit deiner Mutter gesprochen, sagte er. Kelly legte die Gabel weg und wischte sich den Mund mit einer Papierserviette ab, bevor sie sich ihm zuwandte. Ihre großen grünen Augen verrieten keinerlei Emotionen. Er betrachtete sie genauer, suchte nach Ähnlichkeiten, hoffte sie in den hohen Wangenknochen zu finden oder in der Form ihres Mundes. Ihm selbst sah sie überhaupt nicht ähnlich. Konnte es sein, dass seine Ex-Frau log? Nein. Diese Theorie verwarf er gleich wieder. Tanja mochte zwar auf das schnelle Geld aus sein, aber sie war nicht dumm. Warum sollte sie versuchen, ihm das Kind eines anderen unterzuschieben? Sie wusste, dass er nur einen Vaterschaftstest durchführen lassen müsste. Wäre er nicht der Vater, würde er Tanja aufspüren und Kelly zu ihr zurückbringen. Wenn Tanja aber tatsächlich mit einem Mann wegzog, der nichts von Kellys Existenz ahnte, würde sie nicht riskieren, dass Sam plötzlich mit ihrem Kind vor der Tür stünde. Hat sie dir von Raoul erzählt? fragte Kelly. Sein Vater ist irgendein zweitklassiger Graf oder so. Totaler Quatsch. Aber Tanja steht eben auf Titel und Raoul ist der einzige Erbe. Sein Dad ist ziemlich alt, aber Raoul ist erst 25. Sie werden einen Teil des Jahres in Paris wohnen und den anderen in irgendeinem großen Haus, das Raoul in Südfrankreich besitzt. Sie hat nur erwähnt, dass sie ins Ausland ziehen wird. Und dass du mich jetzt am Hals hast. Sie sagte das beiläufig, als wenn es ihr nichts ausmachte. Sam versuchte, hinter ihre Fassade zu schauen. Machte es einem zwölfjährigen Mädchen wirklich nichts aus, einfach so von der Mutter verlassen zu werden? Doch Kelly erwiderte seinen Blick ruhig. Sie blinzelte kaum und zeigte keinerlei Gefühlsregung. Sie hat mir erzählt, dass du Ballett tanzt. Er wollte auf den Teil, das er sie jetzt am Hals hatte, nicht näher eingehen. Offenbar gibt es hier in Santa Barbara eine angesehene Lehrerin, schaltete Francesca sich ein. Kelly hat ein wenig im Internet recherchiert. Kelly nickte, ihre Locken hüpften. Du wirst mir einen Termin zum Vortanzen verschaffen müssen. Ich habe meine Trainingssachen dabei, aber mehr auch nicht. Also muss ich wohl ein wenig schotten gehen. Du kannst mich morgen früh an einer Mall rauslassen, oder kann ich nicht ein Taxi nehmen? Hier draußen gibt es doch Taxen, oder? Sam hob die Hand. Ganz ruhig, eines nach dem anderen. Deine Mutter hat veranlasst, dass deine Sachen hierher geschickt werden. Sie werden Ende der Woche da sein. Kelly verdrehte die Augen. Und bis dahin soll ich was machen? Tanja hat nie erwähnt, dass du ein Geizhals bist. Ich bin kein, er schüttelte den Kopf. Garantiert würde er sich nicht mit ihr übers Klamottenkaufen streiten. Es gab wichtigere Themen, zum Beispiel die Schule. Ach nein, es war ja Juni, die Sommerferien hatten längst angefangen. Mist, das bedeutete, sie wäre den ganzen Tag zu Hause. Konnte er eine Zwölfjährige allein lassen, während er zur Arbeit ging? Er dachte daran, dass sie allein von New York nach Santa Barbara geflogen war. Sie allein lassen? Es sah eher so aus, als würde er sie einschließen müssen. Wir haben noch eine ganze Menge zu besprechen, stellte er fest. Kelly zuckte mit den Schultern. Wie du meinst, ich will einfach nur direkt mit einem Ballettkurs weitermachen. Du kannst doch morgen früh da anrufen, oder? Ich habe die Nummer im Rucksack. Der Ballettunterricht würde sie beschäftigen, was vermutlich eine gute Idee war. Ja, ich rufe gleich morgen an. Kelly hüpfte vom Hocker. Gut, ich habe die Namen meiner Lehrer aufgeschrieben und wo ich schon unterrichtet worden bin. Du musst darauf achten, entschieden zu klingen, wenn du da anrufst. Tanzlehrer reagieren auf Druck von energischen Eltern. Außerdem solltest du vielleicht erwähnen, dass du reich bist. Das mögen sie auch. Je mehr sie sprach, desto mehr erkannte er seine Ex-Frau in ihr. Danke für den Rat, sagte er trocken. Dankeschön. Sie verließ die Küche. Francesca trat an den Tresen und nahm den benutzten Teller. Wenigstens ist sie kein Mauerblümchen, murmelte sie, während sie Gabelteller und Glas zur Spüle trug. Bei dir klingt es, als wäre das etwas Gutes, er fluchte. Ich kann nicht glauben, dass Elena ausgerechnet heute Morgen abgereist ist. Was für ein mieses Timing. Francesca riss die Augen auf. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Du kannst sie nicht den ganzen Tag hier alleine lassen. Kelly kehrte zurück, bevor Sam fragen konnte, wieso nicht. Nach allem, was er bisher gesehen hatte, schien das Mädchen ganz gut auf sich selbst aufpassen zu können. Er warf einen Blick auf den Rucksack. Mehr Gepäck hast du nicht? Na, ich wollte nicht so viele Klamotten mitbringen, weil ich nicht wusste, was man hier so trägt. Ich meine, West Coast schick oder einfach nur hinterwäldlerisch hässlich. Sam wusste nicht, was er dazu sagen sollte, also schwieg er. Stattdessen ging er voran aus der Küche und die Treppe hinauf. Im ersten Stock hielt er am anderen Ende des Flurs vor dem Zimmer, das am weitesten von seinem Schlafzimmer entfernt lag. Von den fünf Räumen im Obergeschoss waren nur drei möbliert. Er führte Kelly zu dem größten Gästezimmer. In dem großen, luftigen Raum standen ein Queen-Size-Bett, eine Kommode, ein Schreibtisch und ein Schrank mit einem Fernseher. Das angrenzende Badezimmer war genauso groß wie das Schlafzimmer. Kelly ließ ihren Rucksack aufs Bett fallen und sah sich alles genau an. Sie ging mit langen, eleganten Schritten und hielt den Kopf hoch. Jahrelanges Tanztraining, dachte Sam und fragte sich, ob sie wohl einen Übungsraum benötigen würde. Brauchten Tänzer nicht Parkettfußböden und Spiegelwände? Kelly schob die Schranktür auf und öffnete die Türen der Fernsehwand. Oh, gut, ein Fernseher, Kabel oder Satellit? Kabel. Sie neigte den Kopf. Ich sehe gar keinen DVD-Player. Darum müssen wir uns diese Woche kümmern. Ich bin sicher, Tanja schickt meine DVDs mit. Nachdem ich mich eingerichtet habe, müssen wir dieses Zimmer neu streichen. Sie rümpfte die Nase. Blau ist nicht meine Farbe. Sam musterte die hellblauen Wände und den bunten Quillt auf dem Bett. Elena hatte sich darum gekümmert, die beiden Gästezimmer herrichten zu lassen. Er hatte lediglich die entsprechenden Shakes unterschrieben. Mir platzt gleich die Hutschnur, dachte er und packte den Türknauf. Brauchst du sonst noch was? Kelly schüttelte den Kopf. Ich schaue noch ein wenig fern und gehe dann früh ins Bett. Ich bin immer noch auf Ostküstenzeit. Außerdem bin ich höllisch früh aufgestanden. Sam zögerte. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Dann nickte er nur, wünschte ihr eine gute Nacht, trat auf den Flur hinaus und zog die Tür hinter sich zu. Francesca wartete in der Küche auf ihn. Sie schauten einander an. Wie geht es dir? fragte sie. Ich weiß es nicht. Er dachte an die Pläne, die sie für diesen Abend gehabt hatten. Die waren jetzt wohl hinfällig. Tut mir leid, dass unser Abend versaut ist. Er wirkte bedrückt. Ich kann's verstehen, wenn du jetzt lieber gehen möchtest. Sie lächelte. Danke für das Angebot, aber ich würde gerne noch hierbleiben. Ich habe so das Gefühl, dass du jemanden zum Reden brauchst. Seine Anspannung ließ ein wenig nach. Bist du sicher? Ja, wir sind doch schließlich Freunde. Bei dem letzten Wort zögerte sie kaum merklich, dann schüttelte sie den Kopf. Ich bin gerne für dich da. Ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber ich war mal eines genau wie du. Vielleicht fällt uns zusammen ein, wie man am besten mit der Situation umgeht. Gute Idee, aber erstmal brauche ich einen Drink. Sie zeigte auf die Weinflasche, doch er schüttelte den Kopf. Wer ist nach etwas stärkerem zumute? Kelly lauschte an der Tür. Als sie nichts hörte, öffnete sie sie langsam. Von unten drang gedämpftes Stimmengemurmel zu ihr hinauf. Gut, sagte sie sich und kehrte zum Bett zurück, um ihren Rucksack auszupacken. Sie war müde, genau wie sie gesagt hatte. Allein zu sein war besser, als mit jemandem zusammen zu sein, den sie nicht einmal kannte. Ihr Tanztrikot legte sie in eine Schublade. Sie hatte eine Garniturkleidung zum Wechseln mitgebracht, einen Badeanzug, eine kleine Tasche mit Make-up und Pflegekram sowie eine Zahnbürste. In dem mit einem Reißverschluss gesicherten Innenfach des Rucksacks steckte ihre Kreditkarte. Sollte Sam sie nicht in eine Mall fahren, würde sie das, was sie brauchte, einfach im Internet bestellen. Das hatte sie schon mal gemacht. Das war nicht so cool, wie die Sachen vorher anzuprobieren, aber es ging. Sie schaute nach, ob die Karte noch da war. Einige Kinder hatten Eltern, die sich darum kümmerten, Klamotten und CDs zu kaufen. Tanja war dafür nie zu begeistern gewesen. Kelly konnte sich nicht daran erinnern, dass ihre Mutter auch nur ein einziges Mal für sie gekocht hätte oder ihr Kleidung herausgelegt hatte. Das hatte immer das jeweilige Dienstmädchen getan, zumindest war das früher so gewesen. Seit einigen Jahren kümmerte Kelly sich um sich selbst. Nachdem sie das Gesicht gewaschen und die Zähne geputzt hatte, zog sie ihren Baumwollpyjama an und trug den Rucksack zum Schrank. Bevor sie ihn aufs oberste Fach hievte, holte sie den alten, abgeliebten Puh der Bär heraus. Das Fell war auf der einen Seite des Kopfes schon ganz blank gescheuert. Ein Arm stand in einem unnatürlichen Winkel ab, und das fröhliche Gelb des T-Shirts, das der Bär trug, war zu einem schmutzigen Grau verblichen. Kelly betrachtete das Stofftier, stopfte dann ihren Rucksack in den Schrank und schloss die Tür. Alles wird gut, sagte sie sich, nur leider glaubte sie sich nicht. Nach all den Jahren, in denen sie es angedroht hatte, war es ihrer Mutter endlich gelungen, sie loszuwerden. Was, wenn ihr Dad sie auch nicht wollte? Wo sollte sie hin, wenn er sie hinauswarf? Darüber wollte sie nicht nachdenken, also kletterte sie ins Bett und zog die Decke bis zum Kinn. Sie drückte Puh fest an sich und schloss die Augen. Aber egal, wie sehr sie die Augen auch zusammenkniff, sie konnte die Tränen nicht aufhalten, die unter ihren Lidern hervorquollen und ihr über die Wange rollten. Sam goss sich einen Scotch ein und ging dann zum Sofa hinüber, auf dem Francesca es sich bereits gemütlich gemacht hatte. Das ist verrückt. Er lehnte den Kopf gegen das Rückenkissen des Sofas und balancierte das Glas auf seinem flachen Bauch. Zwölfjährige fliegen nicht auf eigene Faust quer durchs Land. Diese schon. Kelly hat mir genau erklärt, wie sie es gemacht hat. Francesca berichtete ihm von den Internetkäufen und dem vergessenen Trinkgeld für das Taxi. Sie ist einfallsreich, gab er zu. Unabhängig. Vorlaut. Und daran gewöhnt, dass jemand hinter ihr herräumt, dachte Francesca und sah wieder den benutzten Teller vor sich, den das Mädchen einfach auf dem Tresen hatte stehen lassen. Sam trank einen Schluck. Sie hat mir mitgeteilt, dass ihr Zimmer akzeptabel sei, sie aber einen DVD-Player benötige und sich, sobald sie sich hier eingerichtet hätte, mit mir über eine neue Inneneinrichtung unterhalten wolle. Er warf Francesca einen Blick zu. Offenbar ist blau nicht ihre Farbe. Sie hat keine Angst zu sagen, was sie will. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob das etwas Gutes ist. Er schloss die Augen und atmete tief ein. Eine Tochter, nach all dieser Zeit. Francesca überlegte, dass das Ganze selbst für sie ein Schock gewesen war, dabei war sie nur eine unbeteiligte Zuschauerin. Sam musste sich fühlen, als wäre er von einem Truck überfahren worden. Wirst du einen Vaterschaftstest machen lassen? Wollte sie wissen. Er öffnete die Augen und schaute sie an. Einen DNA-Test? Dran gedacht habe ich. Ich schätze, irgendwann werde ich es tun müssen. Aber obwohl Tanja keine Probleme hat zu lügen, um ihren Willen durchzusetzen, ist sie dennoch nicht dumm. Sie weiß, dass ich kein Kind behalten würde, das nicht meins ist. Auf keinen Fall würde sie riskieren, dass ich Kelly zu ihr zurückbringe. Er schüttelte den Kopf. Ach, ich weiß auch nicht. Findest du, dass sie mir ähnlich sieht? Ein wenig um den Mund herum, aber die Haare hat sie definitiv nicht von dir. Stimmt. Er streckte die Beine aus. Ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll. Ich hatte ja keine Ahnung. Als Tanja damals gegangen ist, ich weiß nicht mehr viel, außer dass ich es kaum erwarten konnte, sie loszuwerden. Nach all den Jahren habe ich einfach nicht mit so etwas gerechnet. Warum solltest du auch? Du hattest ja keine Ahnung. Sie hat auf der anderen Seite des Landes gelebt. Butterpunkt. Er nippte an seinem Drink. Vermutlich sollte ich wütend sein oder so. Ich habe Kellys gesamte Kindheit verpasst. Aber ich fühle mich einfach nur leer. Sie beugte sich zu ihm hinüber und berührte sanft seinen Arm. Sei nicht so streng mit schlecht. Es wird eine Weile dauern, bis du die Informationen alle verarbeitet hast und dann werden auch die Gefühle kommen. Lächelnd sah er sie an. Da spricht die Psychologin in dir. Sicher, aber ab und zu muss ich die einfach mal rauslassen, sonst setzt sie noch Staub an. Okay, Miss Psychologin, was tue ich als nächstes? Ist es psychologisch gesund, wenn ich weglaufe, so schnell hatten, was passiert und dann spontan reagieren. Du und Kelly, ihr müsst euch erst mal kennenlernen, das wird eine Zeit dauern. Zeit, hm, kannst du mir ungefähr sagen, von welcher Spanne wir hier reden? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich auch nicht, von gar nichts. Sein Lächeln verblasste. Die Schlampe hat sich dafür bezahlen lassen. Francesca brauchte eine Sekunde, um zu verstehen, was er meinte. Tanja? Er nickte. Meine Mutter hat sie dafür bezahlt, Kellys Existenz zu verheimlichen. 250.000 als Anzahlung und 5.000 plus allgemeine Ausgaben pro Monat. Francesca musste ihre Lippen fest aufeinander pressen, damit ihr nicht der Mund offen stehen blieb. Aber warum würde sie sich ihrer eigenen Enkeltochter entledigen wollen? Um das zu verstehen, müsstest du meine Mutter kennen. Er nahm einen größeren Schluck. Lily Rees hat es genossen, ihr Reich zu regieren und sie tat alles, um ihre Untertanen in Schach zu halten. Mein Vater starb, als ich noch sehr jung war. Ich kann mich kaum an ihn erinnern. Wenn Lily in der Nähe war, war ihr Wort Gesetz. Wenn sie nicht da war, wie meistens, habe ich bei meinem Großvater väterlicherseits gewohnt, bei Gabriel. Der, für den du Elena angestellt hast. Genau. Er war geistig gesund und vollkommen normal. Zwei Sachen, die man von meiner Mutter nicht behaupten konnte. Er hatte ihr mehrmals angedroht, das Sorgerecht für mich einzuklagen, aber sie hat sich nicht einschüchtern lassen. Sie hatte Geld und Macht und war vollkommen furchtlos. Sein Tonfall verriet, dass er das nicht als Kompliment meinte. Mit zehn Jahren hatte ich bereits gelernt, allem zu misstrauen, was sie sagte. Sie log, weil es ihr gefiel, weil es funktionierte. Als ich etwas älter war, schickte sie mich aufs Internat. Die Ferien verbrachte ich bei Gabriel. Nach dem College bin ich nach Europa geflüchtet, wo ich Tanja getroffen habe. Er hob sein Glas. Eine Anwärterin auf den Titel der Miss California. Weit gereist, aber nicht reich. Sie wollte Geld. Ich wollte... Er zuckte mit den Schultern. Wir haben uns kennengelernt, uns verliebt, so glaubte ich meine Mutter war Fuchsteufels wild. Mochte sie Tanja nicht? Sie hassten einander, weil sie sich so ähnlich waren. Dank einer Laune des Schicksals bin ich bis nach Frankreich gereist, um eine Frau zu finden, die genau wie meine Mutter ist. Er neigte den Kopf zur Seite. Du könntest vermutlich eine Abhandlung über mich schreiben. Sie zuckte innerlich zusammen. Es passiert andauernd, dass Menschen wenn dieser Elternteil ein guter, liebevoller Mensch ist, funktionieren die Beziehungen meistens sehr gut. Wenn die neue Frau aber lügt und manipuliert, tut es das nicht. Ich brauchte drei Monate, um meinen Fehler zu erkennen. Zu dem Zeitpunkt war meine Mutter schon voll auf damit beschäftigt, das Ende meiner Ehe einzuleuten. Ich war hin und her gerissen. Sollte ich mich um mein Glück sich noch weitere sechs Monate an der Ehe festhielt. Dann zog ich einen Schlussstrich. Tanja war nur auf eine dicke Abfindung aus. Keinem von uns wurde das Herz gebrochen. Er erzählte die Geschichte so leicht hin, als hätte sie keine Bedeutung mehr. Da es schon zwölf Jahre her war, hatte Francesca auch keinen Zweifel, dass Sam längst darüber hinweg war. Er hatte mit Als deine Mutter herausfand, dass Tanja schwanger war, bot sie ihr Geld, um sie von dir fernzuhalten, schloss Francesca. Er nickte. Hätte ich von der Schwangerschaft gewusst, hätte ich die Scheidung erst mal auf Eis gelegt, zumindest bis zur Geburt des Kindes. Langsam wurde ihm bewusst, was in der vergangenen Stunde geschehen war. Ein Baby, ich kann es immer noch nicht fassen. Sie ist kein Baby mehr. Francesca schüttelte den Kopf. Sie ist ganz sicher in der Lage, sich ein paar Stunden um sich zu kümmern, aber ich würde sie nicht den ganzen 쿠 kaufen. Sie hob die Hand, um ihn zu unterbrechen. Du kannst nicht alle Probleme auf einmal lösen. Wenn einem ohne Vorwarnung ein Kind in den Schoß fällt, stellt einen das vor einige logistische Herausforderungen. Geh sie eine nach der anderen an. Er grinste. Logistische Herausforderungen? Ist das die professionelle Bezeichnung dafür? Ja, und ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich dir all diese Informationen umsonst zukommen lasse. Ich bin eine hochbezahlte Psychologin. Sie grinste. Naja, das werde ich in ungefähr 18 Monaten hoffentlich sein. Er drehte sich ein wenig herum, sodass er sie ansehen konnte. Nachdem er sein Glas auf dem Couchtisch abgestellt hatte, legte er seinen Arm auf die Sofalehne und berührte mit den Fingern Francescas Schulter. Du bist wundervoll. Und ja, das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich habe doch gesagt, dass es mir nichts ausmacht, dir zu helfen. Was sie ihm nicht sagte, war, dass er ihr durch sein Verhalten in dieser Situation nur noch sympathischer geworden war. Er sah nicht nur gut aus und war toll im Bett. Er hatte bei Kellys auftauchen total durchdrehen können, doch er war erstaunlich ruhig geblieben. Trotz des Schocks, unter dem er litt, ging er die Sache systematisch an, machte sich Gedanken um seine Tochter und schob niemandem die Schuld in die Schuhe. Er beugte sich vor und küsste sie. Sein Kuss war warm, fest und zärtlich, aber nicht leidenschaftlich. Francesca verstand das. Ein Kind, das unerwartet vor der Tür stand, konnte den Verlauf Ich sollte eigentlich an der Gliederung für meine Dissertation arbeiten, aber ich befasse mich stattdessen lieber mit kreativer Aufschieberitis. Soll ich morgen früh herkommen und dir ein wenig zur Hand gehen? Er zögerte. Du hast ja keine Ahnung, wie gerne ich ja sagen würde, aber das hier ist nicht dein Problem. Stimmt, es ist deins. Und, willst du das wirklich alles alleine managen? Auf gar keinen Fall, aber wir haben diese Abmachung. Großartiger Sex ohne Verpflichtungen. Ich mache mal eine Ausnahme. Sie schaute ihm in die Augen. Ich meine es ernst, Sam. Dann gebe ich meinen Widerstand einfach auf und sage Dankeschön. Er schaute auf die Uhr und schüttelte den Kopf. Heute Abend kann ich nichts mehr organisieren. Was bedeutet, dass ich morgen wohl nicht in die Firma gehen werde? Er berührte ihr Gesicht. Wenn es dir wirklich nichts ausmacht, vorbeizukommen, wäre das toll. Zumindest sind die Erwachsenen dann in der Überzahl. Meinst du, so hätten wir eine Chance? Francesca dachte an Kellys altkluger Art. Vermutlich wird sie uns immer noch haushoch überlegen sein, aber zumindest sind wir beide dann Verbündete. Sam lachte leise. Du bist einmalig, danke. Bei seinen Worten wurde ihr ganz warm ums Herz. Gut, dass sie romantischen Verwicklungen schon vor Jahren abgeschworen hatte. Sonst hätte dieser Mann ihr ernsthaft gefährlich werden können. Sie stand auf. Ich fahre dann mal nach Hause, wir beide müssen morgen gut ausgeschlafen sein. Er erhob sich ebenfalls. Um uns dem Grauen der Pubertät zu stellen? Genau, denk immer daran, du bist der Erwachsene. Oh, ich weiß das, jetzt müssen wir nur noch Kelly davon überzeugen. Bist du sicher, dass sie noch lebt? Gabriel lehnte sich auf dem Küchenstuhl zurück. Ich meine, es ist bereits nach neun. Du solltest vielleicht mal nach ihr sehen. Sam bezweifelte, dass Kelly über Nacht verschieden war, und er glaubte auch nicht, dass sie weggelaufen war. So viel Glück hatte er nicht. Natürlich würde ihr weglaufen seine Probleme nur aufschieben, er wäre gezwungen, sie zu suchen und wieder nach einer halben Stunde, dann sehe ich nach ihr. Gabriel zuckte mit den Schultern. Sie ist deine Tochter. Sam hatte mit dieser Vorstellung immer noch keinen Frieden geschlossen. Ein Kind, das kam ihm nicht richtig vor, nicht nach all dieser Zeit. Hinzu kam, dass Kelly nicht gerade das Kind war, das er sich ausgesucht hätte. Was willst du mit ihr machen? wollte sein Großvater wissen. Sam schaute aus dem großen Fenster über der Spüle. Wenn ich das nur wüsste, erst mal muss sie sich einleben, sie will Tanzunterricht nehmen. Wie willst du es anstellen, sie überall hinzufahren? Sie ist noch nicht alt genug für den Führerschein. Du wirst jemanden anstellen müssen. Ich weiß. Er hatte bereits einige Zeit am Telefon verbracht, aber es war nicht leicht, eine professionelle Tagesmutter für einen Teenager zu bekommen. Die Nannies wollen alle mit Babys und Kleinkindern arbeiten. Ich habe ein paar Leute auf die Suche geschickt. Sie wollen sich im Laufe des Tages bei mir melden. Gabriel nahm seine Kaffeetasse zur Hand. Tanja ist ein Miststück. Wem sagst du das? Nachdem Francesca am Abend zuvor gegangen war, hatte Sam seinen Großvater angerufen, um ihm von des Verrats unglaublich wütend gewesen. Aber wirklich überrascht hatte es ihn nicht. An diesem Morgen war er ganz früh bei Sam erschienen, um seine Urenkelin in Augenschein zu nehmen, aber bisher war Kelly noch nicht aufgetaucht. Wenigstens ist dieses Kind nicht dumm, erklärte Gabriel. Es braucht schon ein paar Gehirnzellen, um sich ganz allein hierher durchzuschlagen. Du solltest stolz auf sie sein. Sam versuchte sich zurückzuhalten, bis Gabriel das Mädchen persönlich kennengelernt hatte. Vielleicht wäre sie an diesem Morgen erträglicher. Möglicherweise war ihre fordernde Art vom Abend eher auf Müdigkeit als auf eine generelle Anspruchshaltung zurückzuführen. Wohl eher unwahrscheinlich, dachte er grimmig. Sehr unwahrscheinlich. Was auch immer kommt, ich übernehme die volle Verantwortung für sie, erklärte er. Das klingt, als wäre ich ein Hund, den du von der Straße aufgelesen hast, sagte Kelly und schlenderte in die Küche. Bekomme ich auch eine Leine und einen eigenen Wassernapf? So viel zu der Illusion, dass eine Mütze voll Schlaf etwas ändern würde, dachte Sam. Guten Morgen, begrüßte er sie. Gabriel, das ist meine Tochter Kelly. Kelly, das ist ein Urgroßvater Gabriel. Der alte Mann musterte sie von Kopf bis Fuß. Sam sah, dass sie dieselbe tief auf der Hüfte sitzende Hose, aber ein anderes bauchfreies T-Shirt angezogen hatte. Es war grün, sehr eng und trug den Schriftzug Girls Rule. Sie war barfuß. Ihre Fußnägel waren lackiert. Ihre Haut war blass. Kelly schob sich ein paar widerspenstige Locken hinter die Ohren und ging an Sam und Gabriel vorbei zum Kühlschrank. Ja, ja, wie du meinst, haben wir was zum Frühstück da? Sam musste sich zusammenreißen, um nicht zu explodieren. Gabriel klopfte mit seinem Gehstock auf den Fliesenboden. Kelly zuckte zusammen. Was? fragte sie genervt. Du solltest sie einsperren, bis sie ein Permanieren gelernt hat, sagte Gabriel zu Sam. Kelly stemmte die Hände in die Hüften. In dem Jahrhundert leben wir aber nicht mehr. Gabriels Augen verengten sich zu schlitzen. Du hast mir gar nicht gesagt, dass sie ein kleiner Klugscheißer ist, Sam. Das muss sie wohl von ihrer Mutter haben. Kelly verdrehte die Augen. Sind wir jetzt fertig? Kann ich endlich frühstücken? Ich weiß nicht, erwiderte Gabriel. Kannst du? Kelly starrte ihn an, als spräche er russisch. Sam seufzte. Du darfst jetzt etwas essen, sagte er. Können bezeichnet eine Fähigkeit, dürfen eine Erlaubnis. Oh, so einer bist du also. Sie wandte sich wieder dem Inhalt des Kühlschranks zu und murmelte etwas in Richtung seltsame alte Männer. Du hast viele Sommersprossen, merkte Gabriel an. Ach was, danke für den Hinweis. Bis eben war ich mir nämlich nicht sicher. Ich habe immer mein einfach nicht weg gehen. Sommersprossen, wer hätte das gedacht? Gabriel blickte finster drein. Können wir sie zurückschicken? Ich wünschte, ich könnte, dachte Sam. Wir brauchen alle ein wenig Zeit, uns aneinander zu gewöhnen. Kelly schloss die Kühlschranktür. Ich wäre auch lieber wieder in New York. Ich sag dir was, Grandpa. Gib mir eine Wohnung und ich komme klar. Ich gehe zur Schule, danach gesehen zu haben. Gabriel murmelte etwas Unverständliches. Sam fragte sich, ob er gerade nachrechnete, wie viel es ihn kosten würde, den Vorschlag in die Tat umzusetzen. Du gehst nicht zurück nach New York, verkündete er. Du bist noch keine 24 Stunden hier. Warum lassen wir uns nicht für ein paar Tage in Ruhe? Kelly warf ihm einen bösen Blick zu. Sag das ihm. Sie ging zur Speisekammer. nicht mit ihr gesprochen. Kelly wirbelte herum. Was? Ich habe dich um eine einzige Sache gebeten. Nur eine. Nicht zwanzig, nicht einmal fünf. Und du hast es nicht gemacht? Warum? Willst du mich einfach nur quälen oder hast du einen echten Grund? Ich war beschäftigt. Mit Dingen, die dir wichtig sind, nicht mit Dingen, die mir wichtig sind. Sam umfasste seinen Kaffeebecher so Sein erster Impuls war Kelly auf ihr Zimmer zu schicken und ihr lebenslangen Stubenarrest zu geben. Obwohl er keine Ahnung hatte, was genau als Stubenarrest angesehen wurde. Aber sie wegzuschließen klang ziemlich gut. Er dachte darüber nach, ihr zu sagen, dass sie soeben die Chance verspielt hatte, jemals irgendeinen Ballettunterricht zu besuchen, verwarf die Idee aber schnell wieder. Sie jeden Tag für ein paar Stunden aus dem Haus zu haben, wäre für sie beide eine Wohltat. Nachdem er einen beruhigenden Atemzug getan hatte, sagte er, du erinnerst dich noch an den DVD-Player, den du wolltest? Nun, den kannst du so lange vergessen, bis du gelernt hast, deinen Mitmenschen höflich und respektvoll zu begegnen. Fassungslos schaute sie ihn an. Du machst Witze. Überhaupt nicht. Mir doch egal, dann kaufe ich mir selber ein. Ach ja, die Kreditkarte, die sie sich dank seiner Mutter leisten konnte. Darum würde er sich als nächstes kümmern müssen. Wann rufst du die Ballettlehrerin an? fragte sie durch zusammengebissene Zähne. Ich möchte, dass du es jetzt gleich tust. Ich werde es tun, sobald es mir passt. Du kannst den Prozess beschleunigen, indem du dich zivilisiert benimmst, oder du kannst weiter warten. Es ist deine Entscheidung. Sie funkelte ihn wütend an. Du bist nicht mein Boss. Nun wurde er doch lauter. Da ärst du dich. Ich bin sehr wohl dein Boss. Ich weiß, dass du durch die Hölle gegangen bist und das tut mir leid. Doch das gibt dir nicht das recht, frech zu sein. Kelly schaute ihn an, als wäre er Hundescheiße unter ihren Schuhen. Wenn du dir solche Sorgen darum machst, was ich sage, dann solltest du nicht brüllen, oder gelten die Regeln nur für mich. Musst du dich nicht auch zivilisiert benehmen. Damit drehte sie sich um und verließ die Küche. Sam hielt seinen Becher weiter fest, nicht sicher, ob er den Inhalt trinken oder den Becher quer durch den Raum schleudern wollte. Na, da hast du dir ja eine eingefangen, stellte Gabriel fest. Wem sagst du das? Ich schätze, sie einzusperren würde gegen irgendein Gesetz verstoßen, sagte Sam. Francesca war sich nicht ganz sicher, ob er das wirklich als Scherz meinte. Du weißt, dass es das täte, außerdem würde es das Problem nicht lösen. Vielleicht doch, du könntest mich melden und dann würde der Staat sie mir wegnehmen. Willst du das tatsächlich? Er schüttelte den Kopf. Nein, ich will einfach nur, dass es leichter zu ertragen ist. Es ist doch erst euer erster Tag, versuchte sie ihn aufzumuntern. Es war früher Nachmittag, Francesca war eine Stunde zuvor angekommen und hatte Kelly allein bei Mittagessen in der Küche vorgefunden, während Sam sich in seinem Büro eingeegelt hatte. Sie schienen nicht miteinander zu sprechen und Kelly hatte ihre Anwesenheit kaum zur Kenntnis genommen. Jetzt saßen Francesca und Sam auf der Terrasse und genossen den warmen Nachmittag mit seiner milden Brise. Sam hielt ihre halten anstatt über seine Tochter. Doch das war im Moment keine Option, was wirklich schade war. Es war ein langer Tag. Er erzählte ihr von dem Vorfall am Morgen, als Gabriel gekommen war, um seine Urenkelin kennenzulernen. Francesca zuckte zusammen. Okay, wir würden sie also definitiv weder als schüchtern noch als zurückhaltend bezeichnen. Was hat dein Großvater dazu gesagt? Nichts, was ich in Gesellschaft wiederholen könnte. Er war auch kein großer Fan meiner Ex-Frau und findet, Kelly ihr viel zu sehr ähnelt. Was auch immer es dir bedeutet, aber ich finde, du hast die Situation sehr gut gehandhabt. Wenn sie einen DVD-Player haben will, hast du jetzt etwas, das du ihr vor die Nase halten kannst. Sie schaute ihn an wehzutun. Ich würde es nur gerne mit einem normalen Teenager zu tun haben und nicht mit Godzillas Tochter. Hat sie Zugang zu einem Computer? Ja, im anderen Gästezimmer. Dann kann sie sich den DVD-Player selber kaufen. Sie ist gut in sowas. Er grinste. Nicht mehr. Ich habe ihre Kreditkarte gekündigt. Wie das? Ich habe die Kanzlei angerufen, die den Nachlass meiner Mutter verwaltet. Tanja hatte ihnen bereits gesagt, dass ich ab sofort das Sorgerecht für Kelly habe. Der Anwalt, mit dem ich gesprochen habe, sagte, ich hätte Anspruch auf die gleichen finanziellen Zuwendungen, wie Tanja sie hatte. Alle Ausgaben für Kelly plus 5000 im Monat. Er schüttelte den Kopf. Ich habe ihnen gesagt, dass das nicht nötig ist. Sie wird bestimmt durchdrehen, wenn sie herausbekommt, dass sie nicht mehr nach Herzenslust shoppen kann. Er lachte leise. Ich weiß, ich dachte mir, ich lasse ihr selbst herausfinden. Sein Lachen verschwand. Der Anwalt hat mir noch etwas erzählt. Nach Kellys Geburt hat meine Mutter die Vaterschaft überprüfen lassen. Das Mädchen ist wirklich von mir. Francesca traute sich nicht zu fragen, ob das gut oder schlecht war. Jetzt weißt du es wenigstens. Ich hatte sowieso keine großen Zweifel, aber ja, jetzt weiß ich es mit Sicherheit. Er zuckte mit den Schultern. Ich habe auch die Ballettlehrerin angerufen. Sie ist bereit, sich Kelly morgen anzuschauen. Offensichtlich muss man ein Vortanzen bestehen, um in die Klasse aufgenommen zu werden. Scheint eine große Sache zu sein. Kelly ist morgen früh um elf Uhr dran. Soll ich sie hinfahren? Sam sah sie an. Das kann ich dir nicht zumuten. Du hast ein eigenes Leben und das beinhaltet nicht Teen Silla. Francesca lächelte. Stimmt, aber ich habe es ernst gemeint, als ich sagte, dass ich dir helfen würde. Hey, ich habe den Vormittag damit verbracht, meinen Kleiderschrank aufzuräumen, nur um nicht an meiner Gliederung arbeiten zu müssen. Kelly zum Vortanzen zu fahren wäre eine viel sinnvollere Ersatzhandlung. Ich könnte gleich morgens herkommen, dann kannst du zur Arbeit gehen. Er sah so hoffnungsvoll aus, wie ein Ertrinkender beim Anblick eines Rettungsbootes. Wirklich? Wirklich? Ich werde mich bei Gelegenheit revanchieren. Er führte ihre Hand zum Mund und gab ihr einen leichten Kuss. Das Gefühl seiner Lippen auf ihrer Haut ließ Francesca erschauern. Doch bevor sie etwas Dummes tun konnte, wie sich auf ihn zu stürzen und ihn anzuflehen, sie hier und jetzt zu nehmen, senkte er den Arm, bis ihre Hände auf dem Tischchen zwischen ihren Stühlen zu liegen kamen. Na gut, vielleicht nächstes Mal. Ich habe so eine Theorie, was Kelly angeht, sagte sie. Sie kam mir, während ich den Kleiderschrank aufräumte. Ich glaube, sie leidet sehr, weil ihre Mutter sie mir aufs Auge gedrückt hat. Nicht nur, meiner Meinung nach steckt noch mehr dahinter. So wie Kelly über ihr Leben in New York spricht, vermittelt sie den Eindruck, dort vollkommen allein gewesen zu sein. Sogar wenn man den Hang von Kindern zur Übertreibung bedenkt, klingt das alles immer noch ziemlich schlimm. Du hält man ein Kind, das sich ungeliebt und nicht willkommen fühlt. Vermutlich glaubt sie so schrecklich zu sein, dass man sie verbergen muss. Dann verlässt ihre Mutter sie und sie trifft einen Vater, über den sie nichts weiß. Kelly muss ganz fürchterlich verängstigt, einsam und extrem verletzt sein. Sam dachte einen Augenblick über ihre Worte nach. Du meinst deshalb ist sie so schwierig und schlägt sollte sie bald ein völlig anderer Mensch sein. Und was, wenn der Mensch noch schlimmer ist? Francesca lachte. Das wird nicht passieren. Das kannst du nicht wissen. Mit seinem Daumen strich er ihr über den Hand rücken. Ich habe mir im Internet ein paar Eltern Ratgeber angesehen. Es gibt Dutzende, die sich mit Teenagern beschäftigen und die Beschreibungen haben mir eine Heidenangst eingejagt. Ich will die Zeit zurück drehen und sie als jüngere Version zu mir holen. Oder als ältere. Mit 18. Was in den Büchern vollkommen fehlte, waren Angaben, was sie essen und wie viel sie schlafen soll. Francesca gab ihr Bestes, um das Kribbeln zu ignorieren, das seine Streicheleinheiten in ihr auslösten. Sie versuchte, sich auf die Unterhaltung zu konzentrieren. Sie ist kein Lama, sie Am Ende des Sommers wirst du wissen, wie viel sie braucht, um morgens fit für die Schule zu sein. Gesundes Essen. Ich wollte heute Abend was vom Chinesen bestellen. Das ist ab und zu auch okay, du musst nicht jeden Abend trockenen Tofu essen. Ich esse niemals Tofu. Immer noch der Mann für Steak? Er drehte sich zu ihr herum. Ich bin ein Mann des einfachen Geschmacks. Ich weiß, was ich mag und das nehme ich mir. Sie schmolz dahin. Sam beugte sich vor und küsste sie. Gerade als sie den Mund leicht öffnete, knallte im Haus eine Tür. Sam fluchte. Francesca seufzte, als sie das F-Wort hörte. Vielleicht nächstes Mal. Und eins und zwei und drei und jetzt! Kelly bewegte sich im Einklang mit der Musik. Sie hielt die Arme anmutig über dem Kopf, beugte sich in der Hüfte und drehte sich dabei ein wenig. Ihr Gesichtsausdruck zeugte von höchster Konzentration. Trotz der schlichten schwarzen Strumpfhose, dem ebenfalls schwarzen Trikot, den streng zurückgebundenen Haaren und der reinen ungeschminkten Haut, erinnerte sie Francesca an einen Schmetterling, der an einem perfekten Sommertag elegant und freudig von einer Blume zur nächsten flatterte. In der letzten Stunde hatte sie gelernt, dass die Welt des Balletts viel mehr aus harter Arbeit als aus lustigem Umherflattern bestand, doch das Ergebnis war einfach wunderschön anzusehen. Als die Musik ein wenig anschwoll, erhob Kelly sich auf die Zehen und fing an, sich langsam um die eigene Achse zu drehen. Ihr kleiner Rock schwang im Rhythmus der Bewegung. Francesca wusste, dass sie eigentlich ihre Unterlagen ordnen sollte oder das Fachbuch lesen, das sie mitgebracht hatte, aber sie konnte sich einfach nicht von Kellys Vortanzen losreißen. Was sie über Ballett gut? Sie hatte ein paar Mal den Nussknacker gesehen, aber ansonsten hatte sich ihre kulturelle Bildung auf gelegentliche Ausflüge in die Oper beschränkt. Obwohl sie ganz am Rand des Übungsraumes saß, konnte sie genau erkennen, wie schwierig die Schritte waren. Die erste halbe Stunde hatten die Elevinnen sich ausschließlich ganz speziellen Bewegungen gewidmet, die sehr langsam ausgeführt wurden. Aber die mangelnde Geschwindigkeit machte es nicht Choreografie geübt. Die Lehrerin hatte den Namen eines Ballettstücks und ein paar Anweisungen auf Französisch gegeben, und Kelly hatte angefangen zu tanzen. Francesca schaute ihr zu. Das schmale Mädchen bewegte sich mit einer Anmut, die Francesca neidisch machte. Mit den zurückgebundenen Haaren sah sie älter aus als zwölf. Ihre Augen wirkten viel grüner als am Abend zuvor. Sie war bereits sehr hübsch. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis ihre Schönheit voll erblühen würde. Sam konnte sich schon mal auf einigen Ärger einrichten, wenn die Jungs erst einmal anfingen, sich für Kelly zu interessieren. Die Trainerin, Miss Angelina, sprach sehr schnell und auf Französisch. Francesca hatte auf der Highschool ein paar Jahre Spanisch gelernt und konnte dank der Familie ihres Vaters ein paar Brocken Italienisch. Doch hier verstand sie nichts. Miss Angelina könnte Kelly genauso gut Anweisungen geben, einen Lebensmittelladen zu überfallen, Francesca würde es nicht mitbekommen. Anstatt jedoch zu den Waffen zu greifen, machte Kelly einen kleinen Knicks. Miss Angelina nickte und verließ den Raum. Kelly starrte ihr hinterher. In diesem Moment stand ihr die Sehnsucht wie mit Leuchtstift ins Gesicht geschrieben. Sie sah einsam aus. Verletzlich und sehr jung. Francesca stand auf. Was ist passiert? Kelly zuckte mit den Schultern. Ich bin dabei. Keine große Sache. Du hast die anderen Mädchen ja gesehen, als wir herkamen. Einige von ihnen sind ganz gut, aber die meisten... Sie zuckte erneut mit den Schultern und setzte sich in Richtung Umkleidekabine in Bewegung. Francesca wollte ihr nachgehen und sie schütteln. Zu diesem Tanzkurs zugelassen zu werden, war eine große Sache. Warum konnte Kelly sich nicht freuen? Warum sprang sie nicht jubelnd auf und ab wie andere Kinder? Hatte das Leben sie womöglich gelehrt, keine Gefühle zu zeigen, weil sie gegen sie verwendet werden konnten? Ich habe hier Kellys Aufnahmeunterlagen, sagte die Lehrerin, die gerade in den Raum zurückkehrte. Sie hatte einen leicht Wenn sie hart arbeitet, wird sie in einem Jahr zu den Fortgeschrittenen gehören. Miss Angelina schaute Francesca misstrauisch an. Sind sie ihre Mutter? fragte sie zweifelnd. Nein, eine Freundin der Familie. Francesca widerstand dem Drang, sich unter Angelinas Blick gerade hinzustellen und die Schultern zu straffen. Sie braucht einen Übungsraum. Der Unterricht findet im Sommer an fünf Tagen statt, aber wenn die Schule wieder anfängt, nur noch an drei Tagen. Sie zuckte mit den zierlichen Schultern. An den anderen Tagen wird sie alleine üben müssen, außer sie engagieren einen Privatlehrer. Einen Privatlehrer? Damit sie den Rest der Zeit tanzen konnte. Das hier war überhaupt nicht Francescas Welt. Wenigstens hatte Sams Haus genügend Zimmer. Eines davon würde man vermutlich in einen Rechnung. Die Lehrerin reichte ihr ein Blatt Papier. Das ist für einen Monat Unterricht. Francesca warf einen Blick auf die Zahl und wäre fast umgefallen. Von der Summe hätte sie locker zwei Monate leben können. Sonst noch etwas? Sie versuchte sich den Schock nicht anmerken zu lassen. Lächelnd schüttelte Angelina den Kopf. Der Rest liegt jetzt an Kelly. Bald werden wir sehen, ob sie das Rückgrat und den Ehrgeiz hat, sich ganz dem Ballett zu verschreiben. Sie besitzt sehr viel Talent, aber an diesem Punkt ihrer Karriere kommt der Erfolg nur über harte Arbeit. Kelly war erst zwölf. Francesca fand nicht, dass man da schon von Karriere sprechen sollte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sagte sie. Angelina nickte graziös und ging in ihr Büro. Sekunden später kam Kelly aus dem Umkleideraum. Das war mal was, sagte Francesca, als Kelly in Hörweite war. Ich bin beeindruckt und begeistert. Ich wusste gar nicht, dass im Unterricht so hart gearbeitet wird. Das war kein normaler Unterricht. Miss Angelina wollte sehen, was ich schon kann. Sind das die Aufnahmeunterlagen? Sie zeigte auf die Mappe. Ja, wenn wir wieder zu Hause sind, werde ich sie deinem Vater geben. Wo wir gerade davon sprechen, willst du direkt nach Hause oder wollen wir noch irgendwo etwas essen? Es ist kurz nach Mittag. Kelly stieß einen theatralischen Seufzer aus. Essen wäre okay. Francesca hätte ihr am liebsten gesagt, dass sie nicht so cool tun sollte, doch sie hielt sich zurück. Wie sie Sam am Vorabend gesagt hatte, glaubte sie, dass Kelly sich nur so unerträglich benahm, weil sie Angst hatte. Irgendwo unter der stacheligen Oberfläche wartete eine charmante junge Frau darauf zu erblühen. Das hoffte Francesca zumindest. 30 Minuten später saßen sie draußen an einem Tisch im Schatten. Kelly hatte ihr Haar immer noch zurückgebunden, trug jetzt aber Jeans und T-Shirt über ihrer Ballettskleidung. Francesca las die Karte und zuckte innerlich bei den Preisen zusammen. 12,50 Dollar für einen Salat? Wenn das die Lunchpreise waren, wie viel kostete dann ein Abendessen? Nicht mein Problem, rief sie sich in Erinnerung. Am Morgen hatte Sam ihr ein Bündel Geldscheine und einen Zettel mit all seinen Telefonnummern in die Hand gedrückt und ihr quasi befohlen, viel Spaß zu haben. sie sich um seine Tochter. Das war schon großzügig genug, da musste sie dafür nicht auch noch bezahlen. Sie hatte eingewilligt, allerdings hauptsächlich, weil sie wusste, dass sie keine andere Wahl hatte. Läden wie dieser lagen außerhalb ihres Budgets. Die Kellnerin kam. Francesca und Kelly bestellten beide den chinesischen Hühnersalat. Kelly wollte vorab einen Teller Suppe, während Francesca das frische französische Baguette, das an jedem Tisch serviert wurde, vollkommen reichte. Als sie wieder allein waren, schaute Francesca sich Sams Tochter genauer an. Das Mädchen beobachtete sie und war dabei so auf der Hut, als wäre sie nicht sicher, was als nächstes passieren würde. Okay, die Situation war für sie beide ein wenig seltsam. Vor nicht einmal 48 Stunden hatte keiner von ihnen von der Existenz der anderen auch nur geahnt. Francesca wusste, als Erwachsene war es ihre Aufgabe dafür zu sorgen, dass Kelly sich wohl fühlte. Du bist eine unglaubliche Tänzerin, sagte sie wie beiläufig, während sie ein Stück Brot mit Butter bestrich. Wie lange tanzt du schon Ballett? Seit ich sechs bin, anfangs habe ich viele verschiedene Sachen ausprobiert, Step-Tance, Modern-Dance und Ballett. Ein paar Jahre später habe ich mich dann ganz aufs Ballett konzentriert. Francesca versuchte, sich zu erinnern, ob sie sich als Kind jemals auf irgendetwas anderes konzentriert hatte, als darauf mit ihren Schwestern Spaß zu haben. Tut es weh, auf den Zehenspitzen zu tanzen? Ein wenig, aber man gewöhnt sich dran. Ich mache seit über einem Jahr Spitzentanz, das ist keine große Sache. Das bezweifelte Francesca. Für mich klingt es aber so. Allerdings muss ich zugeben, dass ich noch nie ein sonderlich gutes Körpergefühl hatte. Wenn ich eine der Bewegungen versuchen würde, die du machst, würde ich vermutlich jemandem das Auge ausstechen. Um Kellys Mundwinkel erschien ein leichtes Lächeln, doch sofort presste sie die Lippen fest aufeinander. Hast du jemals getanzt? Francesca wusste, dass sie nicht von Headbanging auf dem Schulball sprach. Ich war in der Highschool Cheerleader. Zählt das auch? Kelly verdrehte die Augen. Auf gar keinen Fall. Ja, dachte ich mir schon. Ich kann nicht mal sagen, dass ich darin besonders gut war. Ich war enthusiastisch, hatte aber nicht viel Talent. Einige der anderen Mädchen hatten jahrelang Gymnastik gemacht und konnten mit ihren Körpern Sachen anstellen, die mich immer wieder erstaunt haben. Ich hingegen sah nie den Sinn darin, mich als Mensch wie eine Brezel zu verknoten. Kelly nahm sich ein Stück von dem Brot. Bist du geschieden? Der Themenwechsel kam unerwartet, aber Francesca freute sich, dass sie augenscheinlich eine normale Unterhaltung führten. Nein, ich war verheiratet, aber mein Mann ist gestorben. Kelly riss die Augen auf. Echt? War er schon so alt? Ich habe noch nie jemanden gekannt, der gestorben ist. Ist es nicht gruselig, auf eine Beerdigung zu gehen? Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Tods Tod war unerwartet gekommen und sie hatte die folgenden Tage wie in einem dichten Nebel verbracht. Ich bin für ein paar Wochen wieder zu meinen Eltern gezogen, was sehr hilfreich war. Meine ganze Familie war für mich da, vor allem meine Schwestern. Du hast Schwestern? Kelly klang interessiert. Ja, drei. Katie ist ein Jahr älter, Brenner ist mein Zwilling und Mia ist neun Jahre jünger als ich. Kelly beugte sich vor. Du hast eine Zwillingsschwester? Sie nickte. Wir sind allerdings zweieige Zwillinge, also sehen wir uns nicht sonderlich ähnlich. Das ist total cool. Meine Großeltern hatten so sehr auf einen Jungen gehofft, aber mir gefällt es irgendwie, dass wir nur Mädchen sind. Kellys Gesicht nahm einen sehnsüchtigen Ausdruck an. Ich hatte gerne eine Schwester gehabt, aber Tanja wollte auf gar keinen Fall noch einmal schwanger werden. Ich war ein Unfall. Sie nahm sich noch ein Stück Brot. Sie hat es immer einen Fehler genannt. Sie meinte, nichts wäre es wert, sich krank zu fühlen und fett zu sein. Außerdem schätze ich, dass die Geburt echt heftig ist. Ihr hattet keine Kinder, oder? Zu viel Information, dachte Francesca. Todd und ich wollten noch ein paar Jahre warten, bevor wir eine Familie gründen. Und dann war er tot. Was für ein Pech, fragend schaute sie Francesca an. Willst du meinen Dad heiraten? Nein. Sie wollte erklären, dass sie nur Freunde waren, doch dann erinnerte sie sich an Kellys Definition des Wortes, die ihre Beziehung zu Sam haargenau beschrieb. Aber sie fühlte sich nicht wohl bei dem Gedanken, dass eine Zwölfjährige annehmen könnte, sie und Sam hätten Sex. Er ist reich, sagte Kelly. Tanja hat immer gesagt, das wäre die wichtigste Eigenschaft eines Mannes. Für mich nicht. Kelly stieß einen verächtlichen Laut aus. Oh bitte, du fährst einen alten Truck und trägst billige Klamotten. Warum würdest du nicht jemanden mit viel Geld haben wollen? Francesca riss sich zusammen und rief sich in Erinnerung, dass Kelly nur um sich schlug, um eine Reaktion zu provozieren. Ich studiere noch, da ist es nur logisch, dass ich keine Kohle habe. Oh nee, ist so etwas wie College, oder? Ja, ich habe bereits einen Bachelor Abschluss, dafür habe ich vier Jahre gebraucht, jetzt bin ich in einem Master Studiengang und auf dem besten Weg zu promovieren. Was ist mit deinen Eltern? Warum bezahlen sie dir nicht deine Sachen? Weil ich es nicht will. Es war meine Entscheidung noch einmal zu studieren. Ich will selber dafür aufkommen. Kelly sah ernsthaft geschockt aus. Warum? Weil es mir ein gutes Gefühl gibt. Ich will unabhängig sein. Bei dieser Entscheidung geht es darum, wer ich als Mensch bin. Du bist dumm, murmelte Kelly. In dem Moment wurde ihre Suppe gebracht und das Mädchen fing an zu essen. Warum tanzt du? Wollte Francesca wissen. Sie ignorierte die letzte Bemerkung von Kelly einfach. Das ist sehr harte Arbeit. Du schwitzt, du bekommst Muskelkater. Niemand bezahlt dich dafür. Vielleicht wirst du mal professionelle Tänzerin. Aber was wenn nicht? Dann hast du jahrelang für nichts und wieder nicht so hart trainiert. Was ist etwas anderes? Eigentlich ist es ziemlich das Gleiche. Wir beide haben langfristige Ziele, die uns einiges abverlangen. Ja, aber ich erwarte, dass Sam oder Tanja dafür zahlen. Das kann sich noch ändern, wenn du älter wirst. Niemals! Ein paar Minuten lang läufelte Kelly schweigend ihre Suppe. Dann fragte sie. Was studierst du? Psychologie. Oh, perfekt, also wirst du meinem Dad alles sagen, was deiner Meinung nach mit mir nicht stimmt. Vermutlich. Kellys grünen Augen wurden ganz schmal. Ich bin sehr klug. Ich weiß, du bist außerdem einfallsreich, unabhängig und motiviert. Kelly fing an zu lächeln. Unglücklicherweise hast Gefühl für Gemeinschaft, scheinst dich für niemanden als dich selbst zu interessieren und hast keinerlei Respekt gegenüber Autoritäten oder Regeln. Das Lächeln schwand. Francesca zuckte mit den Schultern. Ist okay, Kelly, wir alle haben unsere Fehler. Das Mädchen schaute sie an. Ist mir egal, was du denkst. Das glaube ich dir unbesehen. Also, was willst du heute Nachmittag unternehmen? Ich dachte, wir könnten shoppen gehen, damit du etwas zum Anziehen hast, bis deine Sachen hier sind. Kelly musterte Francescas Sommerkleid und schüttelte den Kopf. Nein, danke, ich bin kein Freund von Schnäppchen. Eines musste man Kelly lassen. Das Girl wusste, wie man jemanden beleidigte. Francesca nippte an ihrem Eistee. Kein Problem, ich hätte gedacht, es wäre nett, nach dem Einkaufen noch ins Kino zu gehen, aber wenn du kein Interesse hast, fahren wir eben direkt wieder nach Hause. Kelly ließ den Löffel fallen, in ihren Augen blitzte es. Francesca spürte ihre Wut. Sams Tochter gefiel es nicht, in eine Ecke gedrängt zu werden, aber Francesca wusste nicht, wie sie ihr sonst Höflichkeit beibringen sollte. Wenn Kelly jeden von sich stoßen wollte, war das ihre Sache, aber sie würde dadurch Privilegien verlieren, wie Kinobesuche und Ausflüge an den Strand. Mit ein wenig Glück und Zeit würde sie vielleicht einsehen, dass sie mit Freundlichkeit weiterkäme. Natürlich konnte Francesca sich auch irren. Unter der zornigen, unfreundlichen Fassade konnte sich ein vollkommen unerträgliches Kind verbergen. Sie hoffte jedoch, dass dem nicht so war. Für Sam und für Kelly. Ich bringe italienisches Essen mit, verkündete Brenner, als sie Francescas Wohnung betrat. Und noch viel wichtiger, ich habe Wein dabei. Francesca nahm ihr die Flaschen ab und brachte sie in die Küche. Gut, ich kann einen Drink gebrauchen. Ich war so verzweifelt, dass ich schon zum Laden gehen und irgendeine Flasche kaufen wollte. Sie betrachtete die gekühlten Flaschen Marcelli Reserve Chardonnay. Das hier ist aber viel besser. Brenner stellte einen großen Styroporbehälter auf den Tisch und nahm den Deckel ab. Ihre kurzen Haare wurden von einem Haarband zurückgehalten. Ein weites T-Shirt fiel ihr bis auf die Mitte der Oberschenkel und verdeckte beinahe ihre abgeschnittenen Shorts. Hast du Probleme im Studium? Um da Probleme zu haben, hätte ich erstmal mit meiner Dissertation anfangen müssen. bedeckten Schüsseln heraus. Hühnchen Masala, Röstkartoffeln mit roter und gelber Paprika und grüne Bohnen mit Mandeln à la Grammy M. Francesca knurrte der Magen. Danke für den Anruf und den Vorschlag, ich kann ein wenig Gesellschaft gebrauchen. Du hättest zum Essen auf die Hacienda kommen können. Francesca schüttelte den Kopf. Das ist nicht die Art von Gesellschaft, an die ich gedacht habe. Außerdem klangst du so, als käme dir eine kleine Flucht gerade recht. Stimmt. Brenner trug die Schüsseln zum Tisch und suchte dann in den Schubladen nach einem Korkenzieher. Francesca holte Teller, Servietten und Besteck und deckte den Tisch. Sie stellte für jeden von ihnen ein Weinglas hin und zog zwei Stühle heran. Grand Palo Renzo macht mich wahnsinnig. Brenner schenkte den Wein ein. Ich habe mich darauf angesprochen. Ich hatte ihn bereits einmal danach gefragt und gedacht, wir hätten die Sache geklärt. Aber mit all dem erneuten Gerede musste ich ihn noch einmal darauf ansprechen. Und? fragte Francesca nach und legte sich ein goldbraunes Stück Hühnerbrust auf den Teller. Er sagt, er denkt darüber nach, das Weingut zu verkaufen. Francesca erstarrte. Sie fing den besorgten Blick ihrer Schwester auf. Das kann nicht sein, Marcelli Wines ist ein Familienunternehmen. Das habe ich ihm auch gesagt. Sie füllte sich einen Löffel grüne Bohnen auf. Wir sprechen von einer beinahe siebzig jährigen Tradition. Ich bin... Brenner nahm ihr Weinglas zur Hand und trank einen großen Schluck. Verdammt soll er sein. Er sagt, er muss verkaufen, weil er sich nicht darauf verlassen kann, dass ich da bleibe. Die ersten 18 Jahre meines Lebens habe ich immer nur gehört, dass ich einen Mann finden, heiraten und Babys kriegen muss. Ich habe Jeff geheiratet, so wie ich es sollte, und jetzt beschwert sich unser Großvater darüber. Francesca fühlte den Schmerz ihrer Zwillingsschwester, als wäre es ihr eigener. Das ist unfair. Wenn du geblieben wärst, hätte er sich darüber auch beschwert. Ich weiß, aber nun bin ich wieder da. Ich habe meine Lektion im Bezug auf Männer gelernt. Seitdem Jeff und ich uns getrennt haben, vergrabe ich mich in der Arbeit. Innerhalb von zwei Tagen habe ich gewusst, dass ich niemals hätte gehen dürfen. Es gibt nichts, das ich mehr liebe, als durch die Weinberge zu laufen und Wein herzustellen. Ich will nichts anderes tun, wenn er wirklich verkauft. Verärgert schnitt Brenner ein Stück Hühnchen ab und steckte es in den Mund. Hast du ihm deinen Standpunkt schon mal klar gemacht? Francesca fragte, obwohl sie die Antwort bereits kannte. Brenner schüttelte den Kopf. Glaubst du wirklich, das würde etwas bringen? Ich weiß es nicht. Wenn er versteht, wie viel es dir bedeutet, könnte das einen Unterschied machen. Er wird nicht zuhören, du kennst doch seinen Dickkopf. Er will alles immer nur auf seine Art regeln. Francesca wusste, dass das stimmte. Ihr Großvater regierte die Familie mit eiserner Hand. Mehr noch, mit einer eisernen Hand aus dem 19. Jahrhundert. Seine altmodischen Regeln und Vorstellungen vom Familienleben beinhalteten, dass jeder, der nicht mit ihm einer Meinung war, jederzeit ohne aber dennoch schmerzhaft. Ich habe so viele Ideen, fuhr Brenner fort. Demnächst stehen diese wundervollen Pinot-Trauben zum Verkauf. Ich will sie unbedingt erwerben, aber er hört nicht auf mich. Schlimmer noch, das dazugehörige Land könnte mit auf den Markt kommen. Ich würde dafür töten, es zu kriegen. Francesca mochte sich wegen ihres Studiums gerade soeben über Wasser halten können, vergangenen neun Jahren das Medizinstudium finanziert hatte. Kaum hatte der Schuft es geschafft, sich als aufstrebender Kardiologe einen Namen zu machen, hatte er seine Frau gegen ein jüngeres Modell ausgetauscht. Was ist mit der Abfindung? Kannst du die nicht zum Kauf der Trauben nutzen? Francesca biss ein Stück vom Hühnchen ab und unterdrückte ein genussvolles Stöhnen. Wie immer war es ihrer Großmutter gelungen, das Fleisch einzigartig zart und köstlich zuzubereiten. Brenna zuckte mit den Schultern. Was würde sicher helfen, aber was dann? Ich hätte Trauben, aber keine Möglichkeit, sie zu verarbeiten. Ich müsste mir den Platz und die ganzen Maschinen mieten. Puh, Francesca, wir reden hier von mehreren hunderttausend Dollar. Ich weiß nicht. Sie stocherte in den Kartoffeln auf ihrem Teller herum. Okay, genug gejammert. Was ist bei dir so los? Ich habe dich gestern Abend angerufen, aber du warst nicht da. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Sag mir bitte, dass du einen fabelhaften Mann kennengelernt hast, mit dem du stundenlang heißen Sex hattest. Sie lachte. Obwohl, wenn ich genau darüber nachdenke, fände ich diese Nachricht vermutlich ein wenig deprimierend. Francesca schob die grünen Bohnen auf ihrem Teller herum. Lustig, dass du das sagst. Brenner blieb der Mund offen stehen. Nein, das kann nicht sein. Kann es doch. Naja, zumindest so in etwa. Lachend hob Brenner ihr Glas. Gut gemacht, Mädchen. Ich kann nicht glauben, dass du Sex hattest. Bist du sicher? Wart ihr alle nackt? Da sich zu dem Zeitpunkt nur wir zwei in dem Zimmer befanden, bin ich mir ziemlich sicher, mich an den Teil zu erinnern. Ja, wir waren nackt. Brenner jauchzte. Das ist so cool, okay, fang am Anfang an. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wer ist der Typ und was hat dich dazu gebracht, dein Zölibat aufzugeben? Francesca erzählte ihr von ihrem Experiment und wie Sam sie gerettet hatte. Ich finde es aufregend, dass du jemanden gefunden hast, der einer Schwangeren hilft, aber irgendwie verstört es mich auch, dass er dich zum Abendessen eingeladen hat, während du in der Verkleidung gesteckt hast. Francesca seufzte. Das hat Mia auch gesagt, als sie Samstag hier war. Ich hatte ihm zu dem Zeitpunkt bereits gestanden, dass ich nicht schwanger bin. Er arbeitet im Security Bereich und war beeindruckt, dass ich ihn so hinters Licht führen konnte. Na, wann bin ich beruhigt? »Kommen wir zum Teil mit dem Sex«, Francesca grinste. »Es ist einfach passiert. Ich fühlte mich von ihm angezogen und er sich anscheinend auch von mir. Normalerweise vermeide ich sowas. Klar, weil es ja auch viel interessanter ist, mit Männern auszugehen, die du nicht anziehend findest. Francesca ignorierte sie. Ich dachte daran, worüber wir uns vor ein paar Monaten unterhalten haben, als du begegne. Brenner hatte gerade einen Schluck Wein getrunken, den sie nun beinahe über den Tisch spuckte. »Francesca, wir haben Witze gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, waren wir betrunken. Meine Güte, so etwas kannst du doch nicht ernst nehmen. Ist das wirklich der Grund, weshalb du mit ihm geschlafen hast? Ein wenig, vielleicht. Francesca erinnerte sich an die Nacht und das Gefühl, so erregt zu sein, dass sie keine Kontrolle mehr über sich hatte. Ich bin Beziehungen in den letzten Jahren aus dem Weg gegangen, weil ich nicht wieder heiraten wollte. Aber nachdem ich mit dir und Katie gesprochen habe, habe ich mich gefragt, ob es vielleicht einen Kompromiss geben könnte. Ab und zu eine lockere Beziehung mit einem Mann, inklusive der gewissen Vorzüge, aber ohne einen Ring. Ich bin dabei, sagte Brenner. Eine Ehe macht einem nur Probleme, genau wie die Liebe. Sie schnitt ein Stück vom Hühnchen ab. Wenn ich auf meine lahme Ehe zurückschaue, bin ich mir nicht sicher, ob ich Jeff jemals geliebt habe. Er war die sichere Wahl. Zumindest wirkte es damals so. Jetzt weiß ich, dass er bloß ein kleiner, mieser Lügner war. Todd Männerin. Das hat mich echt genervt. Stimmt, ich erinnere mich noch. Jedes Mal, wenn du deine Meinung geäußert hast, hat er dir förmlich den Kopf getätschelt, als wärst du ein drolliger Welpe, der ein Kunststück vorführt. Das ist nicht das, was ich mir für mein Leben wünsche, dachte Francesca. Weder damals noch heute. Und dieser Sam ist also ganz anders? hakte Brenner nach. Oh ja, außerdem ist er genauso wenig an etwas Festem interessiert wie ich, vor allem jetzt. Fragend sah Brenner sie an. Was ist passiert? Francesca erzählte ihr, wie Kelly plötzlich vor der Tür gestanden hatte. Brenner fiel die Gabel aus der Hand und sie starrte ihre Schwester ungläubig an. Ein Kind? Er hat ein Kind? Teen Silla, wie er sie nennt. Ich glaube ja, dass Kelly gar nicht so schlimm ist, obwohl sie sich schon wie ein echter Satansbraten benimmt. Ihre Mutter hat sich nie um sie gekümmert, sondern ihr immer nur alles gegeben, was sie wollte, um sie ruhig zu stellen. Sie hat nie irgendwelche Regeln aufgestellt oder Grenzen gesetzt. Kelly ist nicht nur unabhängig, sie ist ein kleiner Diktator. Klingt ja nach einem lustigen Kind. Bist du sicher, dass der Sex das wert ist? Vermasselt ihr unerwartetes Auftauchen nicht all deine Pläne? Ein wenig, manchmal mag ich sie wirklich, doch sie macht es einem nicht leicht. Sie tut mir irgendwie leid, sie will geliebt werden. Brenners Augen verengten sich. Ich kenne diesen Tonfall, das ist der gleiche, den du drauf hattest, wenn du mal wieder einen streunenden Hund oder eine ausgesetzte Katze mit nach Hause schleppen wolltest. Du bist viel zu weichherzig. Willst du dir wirklich eine Familie ans Bein binden und das ausgerechnet jetzt? Du hast nur noch zwei Jahre bis zu deinem Abschluss. Ich weiß, du hast dir recht, ich will nicht heiraten. Ich habe immer gedacht, dass ich irgendwann einmal Kinder habe, aber in letzter Zeit bin ich mir nicht mehr sicher. Wenn ich keinen Ehemann will, müsste ich sie alleine aufziehen. und ich weiß nicht, ob ich die Schuldgefühle ertragen würde, unverheiratet schwanger zu sein. Ich meine, unsere gesamte Familie ist schließlich katholisch und die Kirche sieht das nicht sonderlich gerne. Die Grants würden ihre Rosenkränze gar nicht mehr weg legen und Grandpa Lorenzo würde dir den Hintern versohlen. Er würde mich verstoßen. Manchmal denke ich, das wäre gar nicht mal so schlimm. Francesca zuckte mit den Schultern. Das ist im Moment kein Thema. Ich habe nicht vor, schwanger zu werden oder tiefere Gefühle fürs Heim zu entwickeln. Oder für das Kind, ermahnte Brenner sie streng. Denk nicht einmal daran, sie retten zu wollen, hörst du? Ja, Ma'am. Gut. Brenner schenkte ihnen beiden nach. Jetzt will ich endlich alle Einzelheiten über euren Sex hören. zu erleben. Ich werde bestimmt keine Details ausplaudern. Na gut, dann denkt ihr was aus. Ich erkenne den Unterschied sowieso nicht. Kelly tippte die Internetadresse einer ihrer liebsten Shopping Websites ein. Cool, murmelte sie. Keine Liefergebühren. Nachdem sie sich verschiedene Hemdchen und Oberteile angeschaut hatte, wählte sie drei davon aus und wechselte dann zu den Röcken. Ein falscher Wickelrock ausging, aber vielleicht würde Sam sie mal mit zum Abendessen nehmen oder so. Eher unwahrscheinlich. Er entwickelte sich immer mehr zu einem echten Idioten. Und Francesca? Auch eher unwahrscheinlich. Vor allem nach dem, was am Nachmittag zwischen ihnen vorgefallen war. Sie schätzte, dass Francesca nur nett hatte sein wollen, als sie ihr angeboten hatte, gemeinsam shoppen zu gehen. Kelly hatte wirklich Ja sagen wollen, ein Ausflug zur Mall wäre lustig gewesen und danach noch ins Kino. Der Film auf dem Flug hierher war total doof gewesen, aber sie hatte reagiert ohne nachzudenken. Sie hatte nicht einfach nur Nein gesagt, sondern war richtig gemein gewesen. Kelly schüttelte den Kopf. Das war alles Tanjas Schuld. Wie oft hatte ihre Mutter sie so etwas gefragt? Willst du shoppen gehen, Kelly? Oder wenn nicht Ja gesagt oder sich irgendwie interessiert gezeigt hatte, hatte Tanja nur feixend gegrinst und den Kopf geschüttelt. Tja, aber ich gehe nicht mit dir, frag Mary. Oder Rosa oder Sarah oder wer auch immer gerade dafür zuständig war, sich um sie zu kümmern. Kelly hatte das Gefühl, dass Francesca anders war. Sie wäre wirklich mit ihr zum Morg gefahren. Aber was, wenn sie ihr auch Dann änderte sie ihre Lieferadresse, damit die Sachen nicht nach New York, sondern hierher geschickt wurden. Zum Schluss klickte sie auf Bestellung abschicken. Doch anstatt der freundlichen Nachricht, dass ihre Bestellung entgegengenommen worden war, erschien nur eine einzige Zeile, nämlich dass ihre Kreditkarte nicht akzeptiert werden konnte. Kelly runzelte die Stirn. Das ergab keinen Sinn. Schnell fischte sie die Karte aus ihrem Rucksack und überprüfte das Gültigkeitsdatum. Die Karte würde erst in zwei Jahren ablaufen. Also was zum Teufel? Mit Entsetzen erinnerte sie sich an Sam, der gebrüllt und ihr gedroht hatte, sie würde keinen eigenen DVD-Player bekommen und ihre Antwort, dass sie ihn sich dann eben selbst kaufen würde. Er hatte wütend ausgesehen, als sie das sagte. So wütend, dass er ihre Karte sperren würde? Das konnte nicht sein. Oder doch? Drei Minuten später legte sie den Telefonhörer auf und schrie. Sie rannte aus dem Zimmer und die Treppe hinunter. Was hast du getan? kreischte sie, als sie in die Küche stürmte. Ihr Vater stand am Herd, ein seltsamer Anblick. Außer den paar schwulen Köchen, die ihre Mutter kannte, hatte Hauchlöffel beiseite und drehte sich zu ihr um. Was ist dein Problem? Sie ballte die Hände zu Fäusten. Du hast meine Kreditkarte sperren lassen! Stimmt. Dazu hattest du kein Recht, sie gehört dir nicht, sie läuft nicht auf deinen Namen! Du bist zwölf, Kelly, du brauchst keine Kreditkarte. Seine Augen hatten eine wirklich seltsame Farbe, braun mit einem goldenen Schimmer. Im Moment waren sie dunkel und kalt und Sam sah richtig gemein aus. Aber ich habe keine Angst, sagte sie sich. Dazu war sie zu wütend. Sie gehört mir, beharrte sie. Wie soll ich mich um mich kümmern, wenn ich mir nichts kaufen kann? Ich kaufe dir, was du brauchst. Nein, du kaufst mir, was du glaubst, dass ich haben soll. Dir ist wir sprechen nach dem Essen darüber, was und wo wir etwas kaufen. Jetzt wasch dir die Hände und deckt den Tisch. Nein, wir reden jetzt darüber. Ich habe gesagt später. Ist mir egal, was du sagst, ich habe ja nicht mal was zum anziehen. Es kommt daher, dass du Francescas Angebot, mit ihr einkaufen zu gehen, abgelehnt hast. Nun wirst du mit dem leben müssen, was du hast, und zwar so lange, bis deine Sachen hier eintreffen. Kelly brannten die Augen. Sie drehte sich weg. Der gefühlte Verrat schnitt wie ein Messer durch ihre Brust. Sie konnte nicht fassen, dass Francesca ihrem Vater von dem Vorfall beim Essen erzählt hatte. Das war nicht fair. Sam seufzte. Kelly, ich versuche nicht, dir das Leben schwer zu machen, auch wenn es auf dich vielleicht so wirkt. Hier wird alles ein wenig anders laufen, als du es gewohnt bist. Du wirst dir nicht einfach kaufen, was du willst und wann du willst. Ich werde mich um dich kümmern, aber zu meinen Bedingungen. Also war sie überhaupt nicht wichtig? Wütend presste sie die Lippen aufeinander. Deine Sachen kommen am Freitag, das sind nur noch drei Tage. Wenn du nicht weißt, wie man die Waschmaschine bedient, zeige ich es dir. Sie wirbelte zu ihm herum. Ich wasche keine Wäsche, dazu hat man ein Hausmädchen. Unsere Haushälterin ist im Moment nicht da. Entweder wäschst du selber oder du trägst dreckige Sachen. Mir ist es egal. Jetzt wasch dir die Hände und deck den Tisch. Er stellte die Grillplatte am Herd aus, auf der zwei Hühnerbrüste lagen. Sie sahen blass und unappetitlich aus. Das esse ich nicht, sagte Kelly. Das ist gesund. Das sieht ekelhaft aus. Hast du die gemacht? Seine Miene verhärtete sich. Ja, und ich habe auch einen Salat zubereitet. Sie drehte sich zum Tisch um. In der Mitte stand eine Schüssel mit Eisbergsalat. Er zählt nicht mal als Gemüse. ist er nicht. Also verweigerst du mir nicht neue Klamotten, damit ich etwas zum Anziehen habe, sondern du versuchst auch mich zu Tode zu hungern. Du bist echt ein lausiger Vater. Er machte einen Schritt auf sie zu. Es ist 48 Stunden her, dass du hier aufgetaucht bist und ich finde, ich mache das hervorragend. Wenn du dich beschweren willst, mach es schriftlich. Ansonsten wasch dir die Hände, deck den Tisch und isst dein Abendbrot. Erbost funkelte sie ihn an. Geh zum Teufel, sagte sie ganz langsam und stakste dann aus der Küche. Ein Moment herrschte Stille, dann knallte etwas gegen die Wand. Aber Kelly konnte ihren Sieg nicht genießen. Sie fühlte sich einfach nur leer, hungrig und sehr, sehr allein. Ich habe mich entschieden weg zu laufen, sagte Sam nach dem Abendessen. Hast du Lust mit zu kommen? Auf dem Sofa im Fernsehzimmer kuschelte Francesca sich an ihn und schloss die Augen. Wo würden wir denn hingehen? Irgendwohin, wo es heiß ist. Eine unerforschte Insel im Südpazifik. Wir müssten den ganzen Tag nackt herumlaufen. Sie lächelte. Es gibt aber einige Er setzte sich ein wenig anders hin, sodass sein Mund ganz nah an ihrem Ohr war. Wir würden uns die ganze Zeit lieben, sodass sie immer bedeckt wären. Die leisen Worte und Sams rauchige Stimme sorgten dafür, dass Francescas Haut zu prickeln begann. Wie steht's mit Essen und Wasser? Wäre alles da. Wir würden uns einfach was bestellen. Auf einer unerforschten Insel? Wie würde man uns dort finden? Er schlang die Arme um sie und zog sie näher an sich. Psst, du verdirbst den schönen Traum. Es gäbe reichlich Essen und Wasser, ein großes Bett, Champagner. Bist du bereit? Sie dachte an den mickrigen Anfang ihrer Dissertation und das beleidigte Kind oben im Zimmer. Die erste Woche war bereits zur Hälfte um, doch die Aussichten waren immer noch nicht rosig. Sicher, wann fahren wir los? Ah, eine Frau nach meinem Geschmack. Er küsste sie und zog sie näher an sich. Seine sinnliche Wärme umhüllte sie und weckte ihr Verlangen. Sie öffnete die Lippen. Als eine Zunge in ihren Mund glitt, stöhnte Sam leise auf. Francescas Erregung wuchs, genau wie beim ersten Mal, als sie mit ihm zusammen gewesen war. Sie breitete sich in ihrem ganzen Körper aus, bis sie an nichts anderes mehr denken konnte. Rationale Gedanken waren nicht mehr möglich. Sie wollte nur noch diesen aufregenden Mann. Sam hauchte sie und streichelte seine Brust. Er fluchte. Dann verteilte er lauter kleine Küsse auf ihre Wangen und zog eine Spur aus Küssen ihren Hals entlang. Ihre Brüste schwollen an, die Brustwarzen wurden hart. Sie bog den Rücken durch und drängte sich ihm entgegen. Er ließ die Hand unter ihr T-Shirt gleiten und umfasste ihre linke Brust. Francesca keuchte auf, als ein Daumen ihre empfindliche Spitze berührte. Bebend genoss sie seine Zärtlichkeiten. Trotz ihres Verlangens, sich in dem Augenblick zu verlieren, war sie sich der Tatsache bewusst, dass sie aufhörte sie zu liebkosen. Ich weiß, ich spüle nur. Wenn das spielen ist, wie sieht es dann aus, wenn er es ernst meint? Der Gedanke schwand, sobald Sam anfing, zärtlich an ihrem Ohrläppchen zu knabbern. Sie wusste es ja auch. Immerhin hatte sie schon mit Sam geschlafen, hatte seine Berührungen erlebt, die Leichtigkeit, mit der er ihr Vergnügen bereitete. Ihr Stöße förmlich spüren. Genau das wollte sie jetzt noch einmal erleben. Seinen Körper auf ihrem, zärtliche Berührungen, sich gegenseitig zum Höhepunkt bringen. Denk an etwas anderes, befahl sie sich, doch sie konnte nicht. Ihr Atem ging schneller, ihr Herzschlag beschleunigte sich. Sie hatte nicht die Kraft, Sam von sich zu stoßen oder ihn aufzuhalten, während er die Hand langsam von ihrer wurde im Keim erstickt, als Sam den Knopf öffnete und den Reißverschluss herunterzog. Nur für eine Sekunde, flüsterte Francesca. Er schob die Finger zwischen ihre Beine und begann ihren empfindsamsten Punkt zu streicheln. Leise hauchte er ihr ins Ohr. Du bist so feucht. Sie ließ sich gegen die Rückenlehne des Sofas sinken und schloss die Augen. Ich kann nicht anders, wenn du mich so berührst. Ich mag es, dich anzufassen, überall. Er intensivierte seine Liebkosungen und Francesca stöhnte laut auf. Was ist mit Kelly? Wir hören sie, wenn sie nach unten kommt. Er biss ihr ins Ohrläppchen. Nur ein paar Minuten, es muss dir nicht gefallen. Aber das tut es ja. Sie spürte, wie er einen Finger in sie hineingleiten ließ. Gleichzeitig berührte Sam mit dem Daumen ihre empfindsamste Stelle. Diese unglaubliche Kombination entlockte Francesca einen unterdrückten Schrei. Ihre Hüften bewegten sich rhythmisch, während ihre Muskeln sich anspannten. Sie war so nah am Ziel, noch ein paar Augenblicke dieser süßen Folter und sie würde sich verlieren. Doch sie war sich bewusst, wo sie waren und das ließ sie zögern. Sie legte ihre Hand auf sein Hand Gelenk. Wir müssen aufhören. Sam schaute sie an und nickte. Du hast Rechte, wenn wir so weitermachen, werden wir Kelly bestimmt nicht hören. Er zog die Hand zurück. Halb erleichtert, halb enttäuscht, schloss Francesca ihre Shorts. Sie war erregt, unruhig und brauchte dringend Befriedigung. Wusstest du, dass ich einen Original Picasso habe? Der Themenwechsel ließ sie verwirrt blinzeln. Nein, er hängt in meinem Büro. Komm, ich zeige ihn dir. Er stand auf und zog Francesca auf die Füße. Dann ging er voran in den vorderen Bereich des Hauses. Hier gab es einen kleinen Flur, der direkt vom Wohnzimmer abging. Die erste Tür auf der rechten Seite führte in ein kleines Büro, dessen Wände von Bücherregalen gesäumt waren. Schwere Vorhänge hingen vor den Fenstern und in der Mitte des Raumes stand ein riesiger Schreibtisch. Francesca hatte kaum Zeit, die kleine Zeichnung an der rückwärtigen Wand zu betrachten, da schloss Sam auch schon die Tür und drehte den Schlüssel herum. Ich habe hier keine Kondome, sagte er und zog sie an sich. Wir werden ein wenig kreativ sein müssen. Seine Lippen berührten ihre. Die Erleichterung war beinahe so süß, wie das Verlangen schmerzhaft war. Unter den gegebenen Umständen, ohne Verhütungsmittel, mit wenig Zeit und in einer sonderbaren Umgebung, hätte sie ihn vermutlich bitten sollen, es zu vergessen, aber sie konnte nicht, nicht, wenn seine heißen, drängenden Küsse sie dazu trieben, sich an ihm zu reiben. Ihre pulsierende Scham berührte seine harte, mächtige Erektion, was sie beide aufstöhnen ließ. Du zuerst, sagte er und schob sie zurück, bis sie gegen den Schreibtisch stieß, dabei fing er bereits an, ihre Shorts zu öffnen. Sie half ihm und zog sie gemeinsam mit ihrem Slip aus. Schon war seine Zunge wieder in ihrem Mund und seine Finger waren erneut zwischen ihren Beinen. Nichts bedeutete mehr etwas außer den Gefühlen, die er weicht, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Beiner verzweifelt klammerte sie sich an ihn, saugte an seiner Zunge und spreizte die Beine noch ein Stückchen mehr. Seine Finger stießen wieder und wieder in sie hinein. Sein Daumen rieb, neckte und liebkoste ihren sensibelsten Punkt. Sie waren nur noch Sekunden von einem Höhepunkt entfernt, da unterbrach er den Kuss und ging auf die Knie. Ich will dich schmecken, stieß er heiser hervor. Dagegen würde sie keinen Widerspruch einlegen. Schnell rutschte sie an die Schreibtischkante. Sam kniete auf dem Boden, beugte sich vor und drückte einen Kuss auf ihre Mitte. Der Orgasmus überrollte sie mit aller Macht. In der einen Sekunde hatte sie noch dem intimen Akt entgegen gefiebert, in der nächsten wurde sie von einer Welle aus Leidenschaft und Erfüllung mitgerissen. Sie unterdrückte einen Schrei und umklammerte Sams Kopf mit beiden Händen. Er leckte und saugte weiter und bescherte ihr so einen zweiten Orgasmus und einen dritten. Sie erschauerte und sank schließlich keuchend auf die Schreibtischplatte. Als sie wieder einigermaßen normal atmen konnte, lächelte Sam sie an. Auf einmal war es Francesca peinlich, dass sie sich so hatte gehen lassen. Ich hätte mich ein wenig zurück halten sollen. Er grinste. Du gibst mir das Gefühl, Superkräfte zu haben. Hast du ja auch. Sie glitt vom Tisch und streckte die Hand nach dem Bund seiner Jeans aus. Jetzt bist du dran. Er legte eine Hand auf ihre. Du musst das nicht tun. Nun grinste sie. Ich weiß. Sie tauschten die Plätze, sodass er sich gegen den Schreibtisch lehen konnte und sie vor ihm stand. Sie löste seinen Gürtel und öffnete den Knopf seiner Jeans. Als der Reißverschluss unten war, schob sie Jeans und Boxershorts an seinen Oberschenkeln entlang nach unten. Er war schon hart. Sie drückte die Lippen an seinen Hals und umschloss seine Erektion mit den Fingern. Es schmeckte süß und salzig zugleich. Seine Erregung fühlte sich an wie eine kaum zu bändigende Kraft, die in weichen Samt gehüllt war. Langsam begann sie die Hand auf- und abgleiten zu lassen und wünschte sich, sie hätten ein Kondom dabei. Ein erneuter Druck ihrer Hand ließ sie beide aufstöhnen. Ich werde deinen Rekord brechen, flüsterte er heiser. Versprochen? Mit dem Daumen rieb sie über seine Spitze. Er erschauerte. Oh ja. Lächelnd kniete sie sich hin und nahm ihn in den Mund. Sam umklammerte die Schreibtischkante und murmelte etwas in der Richtung die Kontrolle behalten zu wollen. Francesca unterdrückte ein Lachen und fing an, ihn mit der Zunge zu verwöhnen. Sie war nicht sicher, ob er wirklich ihren Rekord brach, aber weit weg davon war er nicht. Nach dreißig Sekunden ging sein Atem merklich schwerer, nach fünfundvierzig fing er an zu fluchen und nach einer guten Minute ließ er sich gehen. Dein Enthusiasmus gefällt mir, sagte sie, während sie beide ihre Kleidung richteten. Er ist sehr inspirierend. Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Deiner auch, aber jetzt bin ich kurz vorm verhungern. Ist noch Pasta da? Machst du Witze? Ich bin Halbitalienerin. Wir waren zu dritt zum Abendessen, also habe ich genug für ungefähr zwanzig Mann mitgebracht. Grinsend ging Sam zur Tür. Nachdem er aufgeschlossen hatte, warf er vorsichtig einen Blick in den Flur und nickte dann. Auf dem Weg in die Küche hörte Francesca Kelly oben Rumoren. Während sie die Ravioli mit Soße aufwärmte, goss Sam ihnen ein Glas Wein ein. Hab ich dir eigentlich schon fürs Essen gedankt? Er lehnte sich gegen die Arbeitsplatte. Ungefähr viermal. Das war sehr lecker. Er hatte ihr von seinem Versuch vom Vorabend erzählt, ein gesundes Essen zuzubereiten. Francesca hatte sich sehr zusammenreißen müssen, um nicht laut zu lachen. Ja, die Grants wissen, wie man kocht, stimmte sie zu. Grand Martessa ist für die traditionellen italienischen Gerichte zuständig, während Grammy M sich einen direkten Weg in den Himmel backen könnte. Sie nahm die dampfenden Schüsseln aus der Mikrowelle und versuchte, das aufregende Nachglühen ihres Körpers zu ignorieren. Sie fühlte sich gesättigt, befriedigt und ein klein wenig verrucht. Kannst du kochen, wollte Sam wissen. Francesca zog einen der Küchenstühle unterm Tisch hervor und setzte sich. Nein, ich habe zwar alle möglichen und unmöglichen Kochkurse besucht, aber das Einzige, was ich kann, ist, etwas hübsch zu garnieren. Ehrlich gesagt, koche ich auch gar nicht gerne. Warum hast du dann die Kurse besucht? Er setzte sich ebenfalls und nahm eine Gabel. Aus Schuldgefühlen, gestand sie fröhlich. Ich habe kein Interesse an der traditionellen Rollenverteilung und in meiner Familie ist das ungefähr genauso gotteslästerlich wie den Papst nicht anzuerkennen. Also habe ich versucht, kochen zu lernen. Du kannst ihnen sagen, dass du nicht wieder heiraten willst, aber nicht, dass du nicht gerne kochst? Ich weiß, es klingt verrückt, aber auch wenn ich weiß, wie schizophren das alles ist, ändert das nichts an meinen Schuldgefühlen. Ich bin irisch, italienisch und katholisch. Schuldgefühle zu haben, gehört sozusagen zu meiner Natur. Sam aß genüsslich eine Gabel voll Ravioli. Beim Abendessen hatten sie schon verdammt gut geschmeckt, aber nachdem, was er und Francesca eben in seinem Büro getrieben hatten, waren sie einfach nur himmlisch. Genau wie Francesca. Ihre Lippen waren geschwollen, ihre Haut war leicht gerötet. Sie sah zufrieden und befriedigt aus, was ihm sehr gut gefiel. Ich will mir keinen Ärger einfangen, sagte er. Aber sollte dein Studium dir da nicht geholfen haben? Psychologen, die sich selber heilen, sie lachte. Ja, man könnte meinen, dass das so läuft, aber da liegt man falsch. Außerdem hätte ich ohne die Schuldgefühle viel zu viel Zeit zum Nachdenken. Guter Punkt, er grinste. Mir fällt gerade ein, dass ich dir den Picasso gar nicht gezeigt habe. Sie schaute ihn an und errötete leicht. Dann lachte sie erneut. Oh, naja, ich schätze, das müssen wir ein anderes Mal nachholen. Ein Wort von dir genügt. Er hatte allerdings nicht vor den gerade erlebten Quickie zur Gewohnheit werden zu lassen. Nicht mit Francesca. Ihre gemeinsame Nacht war zu außergewöhnlich gewesen. Aber jetzt, da Kelly bei ihm wohnte, war alles anders. Dein Gesichtsausdruck verrät mir, dass du in Gedanken das Thema gewechselt hast, sagte sie. Er nickte. Francesca beugte sich vor. Es sind erst ein paar Tage vergangen, gib euch Zeit. Ich weiß, wir müssen uns beide aneinander gewöhnen. Es wird noch ein wenig dauern. Er schob die Schüssel von sich. Ich verstehe das, aber trotzdem würde ich jetzt gerne mit der Lösung des Problems anfangen. Hast du denn schon herausgefunden, was genau das Problem ist? Ja, ein Kind, von dem er nichts gewusst hatte, war unerwartet in sein Leben getreten. Anstatt aber ein Kind zu sein, mit dem er etwas anfangen konnte, ein Junge oder ein stilles, normales Mädchen, war Kelly schwierig, stur und schlecht erzogen. Wir kommen nicht sonderlich gut miteinander aus, fasste er die Situation zusammen. Das kommt noch, erst einmal müsst ihr euch kennenlernen. Das ist nicht so leicht, wenn sie die meiste Zeit des Tages wegen irgendetwas sauer auf mich ist. Er nahm sein Weinglas in die Hand. War es falsch von mir, ihre Kreditkarte zu kündigen? Natürlich nicht. Ich bin schockiert, dass ihre Mutter ihr überhaupt eine gegeben hat. Das Problem ist, ihr habt beide gewisse Erwartungen aneinander, die noch nicht übereinstimmen. Ihr Ja, du hast recht. Zu schade, dass ihre Vorstellung eines Kompromisses darin besteht, dass ich alles tue, was sie will und mich ansonsten von ihr fernhalte. Er trank einen Schluck und stellte das Glas zurück auf den Tisch. Sie wird bestimmt genervt reagieren, wenn sie erfährt, dass ich eine Nanny engagiert habe. Du hast jemanden gefunden? Er nickte. Die Agentur war nicht sonderlich begeistert, Fahrdienste und Babysitting für eine Zwölfjährige leisten zu müssen, aber für das richtige Honorat tun sie es. Sie fängt am Montag an. Über den Tisch hinweg griff er nach ihrer Hand. Es war toll, dass du mir geholfen hast, aber ich kann nicht deine ganze Zeit beanspruchen. Ach, das hat mir nichts ausgemacht. Ich habe sogar noch etwas über Ballett dazugelernt, sie zögerte. Ich denke schon eine Weile darüber nach. Ich würde Kelly gerne nach dem Unterricht mit zu meiner Familie nehmen. Meine ältere Schwester steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen und wir haben einen Mädchenabend geplant, an dem wir alles besprechen wollen. Sam drückte ihre Finger und ließ ihre Hand dann los. Sie wird euch im Weg sein. Ich nehme mir den Tag frei und fahre sie selber zum Training und zurück. Das musste nicht, wehrte sie ab. Wie macht es wirklich nichts aus, Kelly mit zu dem Treffen zu nehmen? Ich denke, meine Familie wird sie mit Aufmerksamkeit überschütten, was für sie vielleicht ganz schön ist. Bist du sicher? Ja. Warum hast du gesagt, dass du schon eine Weile darüber nachdenkst? Sie verzog das Gesicht. Wegen meiner Familie, sie werden zu viel in die Situation hinein interpretieren und anfangen eine Doppel Hochzeit zu planen. Er verstand, wieso ihr dieser Gedanke Unbehagen bereitete. Dann nimm sie nicht mit, einen Tag kann ich mal blau machen. So einfach ist das nicht. Ich verstehe ziemlich gut, was Kelly im Moment fühlt. Oder ich glaube zumindest es zu tun. Als Teenager gab es oft Zeiten, Sam rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl herum. Er betete Kelly definitiv nicht an. Es ist nicht so, dass ich sie nicht mag, verteidigte er sich. Ich weiß, sie berührte seinen Arm. Ich wollte dir kein schlechtes Gewissen machen. Ich wollte nur erklären, wieso ich glaube, dass meine Familie gut für sie sein könnte. Er verstand mehr, als sie sagte. Obwohl sie in ihrer Familie falsche Erwartungen wecken würde, was ihre Beziehung zu Sam anging, war sie gewillt, Kelly mitzunehmen, weil es für das Mädchen das Richtige war. Du bist eine unglaubliche Frau. Sie lächelte. Bin ich zwar nicht, aber schön, dass du das denkst. Danke für alles. Dank mir noch nicht, ich habe keine Ahnung, was meine Familie zu Kelly sagen wird. Das nur als kleine Vorwarnung. Und ich habe keine Ahnung, was Kelly zu deiner Familie sagen wird, also sind wir quitt. Gut, sie werden Kelly in die Wangen kneifen und sie umarmen und sie zum Essen nötigen, bis jede Pore ihres Körpers von guten Gefühlen durchdrungen ist. Das wäre mal was Neues. Francescas Lächeln schwand. Sam, hast du noch mal darüber nachgedacht, was ich gesagt habe? Darüber, dass Kelly sich so benimmt, weil sie sich unsicher fühlt? Ja, das habe ich. Vermutlich hast du recht. Aber das macht es nicht einfacher, mit ihr umzugehen. Sie muss sich einfach nur geliebt fühlen. Es ist aber nicht so einfach, sie ins Herz zu schließen. Das ändert nichts daran. Er wusste, dass sie recht hatte. Lustig, er hatte gedacht, die Liebe zum eigenen Kind müsste einen auf der Stelle überwältigen. Doch so wie die Dinge im Moment standen, hatte er sogar Probleme, Kelly auch nur zu mögen. Also wirst du mir eine Rechnung stellen? fragte er. Sie grinste, beugte sich vor und senkte die Stimme zu einem heiseren Flüstern. Ich hatte mehr daran gedacht, einen Tauschhandel einzugehen. Francesca flüsterte etwas, das Kelly nicht verstand, doch das war auch egal. Sie war so wütend, dass sie zitterte. Sie hasste ihren Vater, hasste ihn aus vollem Herzen. Der Geruch von Essen hatte sie vor ein paar Minuten aus ihrem Zimmer gelockt. Sie war nach unten gegangen und hatte Francesca und Sam in der Küche gehört. Gerade hatte sie sich durchgerungen, sich zu den beiden zu Gesellen, als Sam sagen hörte, dass sie nicht leicht ins Herz zu schließen sei. Sie wirbelte auf dem Absatz herum und rannte die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Er war ein grausamer Mann. Sie sollte ihn wegen Kindesmisshandlung bei der Polizei melden. Dann würden sie ihn einsperren und er müsste den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Das hatte er verdient. Kelly warf sich aufs Bett und zog Puh den Schlimmste. Sie hasste ihn und würde ihm niemals vergeben. Egal, was kommen mochte. Auf halbem Weg zu Hacienda war Francesca am nächsten Tag immer noch keine einleuchtende Erklärung für Kellys Anwesenheit eingefallen. Aber konnte sie wohl kaum darauf hoffen, dass die Grants das Mädchen nicht bemerken würden. Sie warf Kelly einen Blick zu. Nach dem morgendlichen Training hatte sie sich eine Shorts und ein T-Shirt angezogen. Die ganze Fahrt über starrte sie schon aus dem Fenster ohne viel zu reden. Francesca überlegte, wie sie am besten zugeben könnte, dass sie ein Problem hatte. Ein großes Problem. Sie räusperte sich. Hatte ich schon erwähnt, dass meine Familie väterlicherseits aus Italien stammt? fragte sie. Kelly drehte den Kopf und schaute sie an. Nicht der Hauch von Interesse lag in ihrem Blick. Nein, tut sie aber. Die Familie meiner Mutter kommt aus Irland, also beides die klassischen europäischen Auswanderländer. Kelly schaute sie weiterhin unverwandt an, ohne etwas zu sagen. Ihre Vorstellung von Perfektion ist es, alle ihre vier Töchter glücklich verheiratet und mit fünf oder sechs Kindern zu sehen, was bis zum heutigen Tag noch nicht eingetreten ist. Aber der Druck, der auf uns lastet, ist extrem hoch. Sie wartete ab, ob Kelly etwas sagen würde, doch Sams Tochter blinzelte nicht einmal. Ich werde ihnen sagen, dass dein Dad und ich Freunde sind, fuhr sie fort. Die Sache ist die, sie werden mir nicht glauben. Also wappne dich schon mal gegen Unmengen nicht wirklich subtiler Hinweise auf Hochzeiten, Ehe, Verlobungen, ganz zu schweigen von Fragen dazu, wie viele Geschwister du dir wünschst, okay? Okay. Kelly zuckte mit den Schultern und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Landschaft, die an ihrem Fenster vorbeiflog. Ich verstehe schon, Eltern können total überreagieren. Francesca hatte das Gefühl, diese Bemerkung war ein Seitenhieb auf Sam, aber sie ignorierte ihn. Das andere, wovor ich dich warnen muss, ist, dass meine Großmütter jeden lieben. Sie werden einen Riesenwirbel um dich veranstalten, was du, wie ich weiß, total uncool finden wirst. Aber da musst du leider durch. Plötzlich wirkte Kelly etwas verunsichert. Was meinst du mit Riesenwirbel? Oh, sie werden dich umarmen und dir sagen, wie hübsch du bist und versuchen dich dazu zu bringen, ganz viele Kekse und so zu essen. Naja, der ganze langweilige Kram den Großmütter nun mal so macht. Sie lächelte. Die Unsicherheit schwand. Damit komme ich schon klar. Da bin ich mir sicher, ich wollte dich nur wissen lassen, dass es anstrengend werden kann. Francesca wollte Kelly nicht in die Enge treiben, aber sie wusste, würde sie von ihrer Familie schwärmen, würde Kelly aus trotz die gegenteilige Position beziehen und sie von der ersten Minute an hassen. Deshalb hatte sie sich entschieden, das Treffen als nicht sonderlich angenehm zu beschreiben. Kellys Neigung, relativ stur zu sein, bedeutete in dem Fall, dass sie alles tun würde, um die Grants zu mögen. Francesca glaubte fest daran, dass ein Nachmittag auf der Hacienda Kellys übertriebenes Ego ein wenig stutzen würde. Vor ihnen erhob sich die Tordurchfahrt zum Gut der Marcellys. Als sie darunter hindurch fuhren und der langen asphaltierten Auffahrt folgten, drehte Kelly sich zu ihr herum und sah sie mit großen Augen an. Du bist Marcelli Wines? So in der Art, das Weingut gehört meinem Großvater, nicht mir, aber ich bin hier aufgewachsen. Und hast Wein getrunken? Francesca lachte. Manchmal. Wow! Kelly setzte sich wieder gerade hin, schaute erst nach links, dann nach rechts. Weinreben erstreckten sich, soweit das Auge blicken konnte. Es war das erste Mal seit ihrer Ankunft, dass sie so etwas wie Begeisterung gezeigt hatte. Francesca war ganz aufgeregt. Wird das hier alles bald neuer Wein? fragte Kelly. Ich denke schon. Francesca schaute aus dem Seitenfenster. Ich bin allerdings keine Expertin. Wenn du spezielle Fragen hast, solltest du mit meiner Schwester Brenner sprechen. Sie weiß alles über unseren Wein. Kelly stellte noch ein paar Fragen und verfiel dann wieder in Schweigen. Kurz darauf bogen sie um eine Kurve und dann stand auch schon die dreigeschossige Hacienda im spanischen Stil vor ihnen. Die hellgelb verputzten Mauern wurden von einem Ziegeldach gekrönt, die vorderen Fenster schmückten schmiedeeiserne Balkone und eine Veranda lief einmal um das ganze Haus. Etwas weiter entfernt waren die verschiedenen Nebengebäude sichtbar. Francesca parkte neben der für mehrere Autos ausgelegten Garage, die ihre Eltern gebaut hatten, als ihre Töchter anfingen selbst Auto zu fahren. Kelly drehte sich zu ihr um. Deine Familie Francesca lachte. Mein Großvater ist reich, ihm gehört das Weingut. Aber wenn er stirbt, geht doch alles an die Familie, oder? Das ist eine komplizierte Frage. Francesca stieg aus und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Kelly tat es ihr gleich. Gemeinsam gingen sie auf die Hintertür des Haupthauses zu. Francesca legte Kelly eine Hand auf die Schulter. Wappne dich. Mitten in der Bewegung blieb Kelly stehen. Francesca sah, wie sie zögerte, doch bevor Sams Tochter zu der relativen Sicherheit des Trucks zurückkehren konnte, öffnete sich die Tür und die Grants kamen heraus. Francesca, rief Grandma Tessa. Wir dachten schon, du wärst zu beschäftigt, um an den Planungen für die Hochzeit deiner eigenen Schwester teilzunehmen. Grammy M trat lächelnd hinter der größeren Tessa hervor. Hör auf, sie zu schelten, Tessa. Jetzt ist sie ja hier. Und noch dazu nicht alleine. Francesca legte einen Arm um Kellys Schultern. Das hier ist Kelly, die Tochter eines Freundes. Sie verbringt heute den Nachmittag mit uns. Kelly, darf ich dir meine Großmütter vorstellen? Grand Matessa ist die Frau von Grandpa Lorenzo. Sie beugte sich zu ihr und senkte die Stimme. Das ist der italienische Teil der Familie. Kelly nickte. Schön, Sie kennenzulernen, Ma'am. Ma'am? Francesca wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Wollte Kelly etwa höflich sein? Und das hier ist Grand Mom Mary Margaret. Als wir noch klein waren, hatten wir Schwierigkeiten, ihren Namen auszusprechen, also haben wir sie Grammy M getauft. Hi, sagte Kelly. Die Grants wechselten einen Blick. Ein Freund? fragte Grammy M. Ist dieser Freund zufällig ein Mann? Francesca sah Kelly an. Siehst du, es geht schon los. Kelly lächelte tatsächlich. Francesca geht mit meinem Dad aus. Was du nicht sagst. Grammy M hob ihre hellen Augenbrauen. Nun steh nicht einfach so herum Kelly. Komm, lass dich umarmen. Die Grants kamen die Stufen der Veranda hinunter und Francesca ging aus dem Weg, damit sie Kelly umarmen, küssen und in die Wangen kneifen konnten. Letzteres ließ Kelly zusammenzucken und sich über die maltretierte Haut reiben. Aber ihr Blick, der anfangs noch um Rettung gefleht hatte, wurde schnell durch pures Staunen ersetzt, als sie das Essen sah, das für das nachmittägliche Treffen angerichtet worden war. Francesca war diese Auswahl an Keksen und Cannolis, Scones, Kuchen und Gebäck gewohnt, aber sie bezweifelte, dass Kelly so etwas jemals außerhalb einer Bäckerei gesehen hatte. Das Mädchen war gerade von den zwei esbemutternden Omas mit einem Teller an den Tisch gesetzt worden, als Brenner hereinschlenderte. Überrascht schaute sie von Kelly zu Francesca. Ist das die, von der ich denke, dass sie es ist? fragte sie an den Tresen gelehnt. Wenn du sie für Sams Tochter hältst, lautet die Antwort ja. Brenner nahm die Baseball Kappe ab und schob sich das kurze Haar aus der Stirn. Der Sam, mit dem du heißen Sex hast? Sie sprach leise genug, dass Kelly und die Grants sie nicht hören konnten. Francesca weigerte sich an das zu denken, was in der vergangenen Nacht zwischen ihr und Sam geschehen war. Wenn sie jetzt errötete, würde das Brenner nur noch mehr anstacheln. Ich kenne ehrlich gesagt keine anderen Männer mit Kindern. Brenner nahm sich einen der Kekse und biss ein Stückchen ab. Wie lange bist du noch im Dienst als Babysitterin? Nur noch heute, er hat jemanden von einer Agentur angeheuert. Brenner warf den Grants einen Blick zu und senkte die Stimme noch weiter. Und der Teil mit dem Nacktsein? Oh, der ist immer noch fabelhaft. Brenner herein. Alle umarmten einander, dann stellte Francesca ihren beiden Schwestern Kelly vor, die sie gleich noch einmal umarmten. Katie bedachte Francesca mit einem forschenden Blick. Offensichtlich würde sie nachher noch einige Fragen beantworten müssen. Francesca hatte ständig ein Auge auf Kelly, um zu sehen, wenn es ihr zu viel wurde, aber das Mädchen schien die Aufmerksamkeit der Frauen aufzusaugen wie ein Schwamm. Bin Dein Vater und ich müssen in zwei Tagen auf diese Geschäftsreise und ich versuche immer noch alles rechtzeitig fertig zu bekommen. Sie küsste ihre Tochter und lächelte Kelly an. Hallo, ich bin dafür verantwortlich, dass diese Mädchen auf der Welt sind. Ich hoffe, du hältst mir das nicht irgendwann im Laufe des Tages vor. Kelly wischte sich die Hände an einer Serviette ab und stand auf. Nett, sie kennenzulernen, Mrs. Marcelli. Erneut sorgten Kellys ausgezeichnete Manieren dafür, dass Francesca beinahe einen Herzanfall erlitten hätte. Francescas Mutter lächelte. Nenn mich doch bitte Colleen. Sie wandte sich wieder den anderen zu. Sind wir soweit? Alle mummelten nickend ihre Zustimmung und machten sich gemeinsam auf den Weg ins Esszimmer. Francesca zog Kelly beiseite. Wir werden über Katys Hochzeit reden, wie alles ablaufen soll, welches Kleid sie gerne hätte und so. Du kannst uns dabei natürlich Gesellschaft leisten, aber wenn es dich langweilt, darfst du im Wohnzimmer fernsehen. Kelly zog den Kopf ein. Ich würde gerne bei euch bleiben. Okay, solltest du deine Meinung noch ändern, ist das aber auch kein Problem. Kelly nickte und folgte ihr ins Esszimmer. Innerhalb Welches Datum, wie viele Gäste, wo sollte gefeiert werden? Katie saß an einem Ende des Tisches, ihre Mutter neben ihr. Daneben kamen Francesca und Kelly. Die Grants und Brenner hatten auf der anderen Seite des Tisches Platz genommen. Es waren Zettel und Stifte verteilt worden, Tassen mit Kaffee und für Kelly ein Glas Milch, dazu die Platten mit den Köstlichkeiten aus der Küche. Francescas Mutter nahm die Brille ab. Wenn wir von Anfang Oktober sprechen, müssen wir bedenken, dass es möglicherweise regnen könnte. Katie zuckte mit den Schultern. Darauf würde ich es ankommen lassen. Ich will wirklich gerne hier am Haus feiern. Wir können hier ein paar Zelte für den Notfall einplanen. Ich kenne eine Firma, die welche verleiht. Die machen mir bestimmt ein gutes Angebot. Brenner lehnte sich andere Leute. Für jemanden wie mich, der morgens Probleme hat, zwei zusammengehörige Socken zu finden, ist das ziemlich furchteinflößend. Kelly grinste. Beschwerst du dich etwa schon? wandte Katie sich an ihre Schwester. Ja, was, wenn die Lese noch nicht vorbei ist? Hat die zukünftige Braut darüber schon mal nachgedacht? Katie biss sich auf die Unterlippe. Ehrlich gesagt nein. Ich schätze, wenn die kommen und danach wieder in deine geliebten Weinberge verschwinden. Vielleicht bleibe ich sogar noch bis zum Empfang, bevor ich mich wieder an die Arbeit mache. Rainer grinste. Alle lachten. Katie holte eine Mappe aus ihrer Tasche, die ordentlich mit dem Wort Hochzeitskleid beschriftet war. Kommen wir zum Kleid, sagte sie. Francesca legte den Kopf auf den Tisch und stöhnte. Tröstend tätschelte ihre Mutter ihr den Arm. Ich weiß, Nähen gehört nicht zu deinen Stärken, meine Liebe, aber es gehört nun mal zur Familientradition. Francesca öffnete ein Auge und schaute Kelly an. Wir machen das Hochzeitskleid selber, keine gekauften Designerstücke für die Bräute unserer Familie. Es ist so viel Arbeit und ich bin wirklich nicht gut darin. Ich steche mir an da und in den Finger und hinterlasse blutige Flecken auf dem Satin. Man würde meinen, das reicht, um mich zu erlösen, aber das tut es nicht. Grammy M und Katie schaffen es immer irgendwie die Flecken auszuwaschen. Das ist doch krank, oder? Kelly kicherte. Hier sind meine Vorschläge. Katie ließ mehrere Bilder von Hochzeitskleidern herumgehen. Francesca richtete sich auf und schaute ihrer Mutter über die Schulter. Sie schauderte. Das erste Modell war ein Etui-Kleid, das über und über mit Perlen besetzter Spitze bestickt war. Das zweite Kleid würde noch mehr Arbeit machen. Perlen wandten sich über die langen Ärmel und den weiten Rock und bildeten ein kompliziertes Muster auf der langen Schleppe. Francesca reichte das Bild an Brenner weiter, die erbleichte. Sogar Grammy M wirkte ein Kleider, Katie. Liebes aber, wir haben nur ein paar Monate, um alles fertig zu bekommen. Sogar wenn wir Tag und Nacht Perlen aufstecken würden, bin ich mir nicht sicher, ob wir es rechtzeitig schaffen können. Willst du das Hochzeitsdatum noch einmal verschieben? Mit unschuldiger Miene schaute Katie in die Runde. Brenner stöhnte und warf einen Keks nach ihrer Schwester. Das ist nicht nett, Katie. Wirklich. Gar nicht nett. Brenner nahm das Bild des reich mit perlenverzierten Kleides und riss es in zwei Hälften. Katie lachte. Du hättest eure Gesichter sehen sollen. Erleichterung war ein so süßes Gefühl. Francesca rümpfte die Nase. Was ist sie heute wieder witzig? Wo ist das echte Kleid? Katie zog ein Bild eines ärmellosen Hochzeitskleids mit einem runden Ausschnitt hervor. Es lag eng am Oberkörper an und ging über der Taille in einen weiten langen Rock über. Auf Oberteil und Rock waren kleine Perlen verteilt, aber zum Glück war nirgendwo auch nur ein Hauch von Spitze zu sehen. Das könnten wir ja praktisch an einem Wochenende nähen, erklärte Francesca überrascht. Ich weiß, Katie wirkte zufrieden. Mir gefällt das Kleid Situation. Kelly nahm das Bild in die Hand und betrachtete das Kleid. Die Grants standen auf und stellten sich hinter sie. Wie findest du es? Katie gesellte sich ebenfalls zu ihnen. Kelly seufzte. Das Kleid ist wunderschön. Sie schaute auf. Meinst du, ich könnte beim Perlen aufstecken helfen? Na klar, wir haben genügend Arbeit für alle. Katie senkte die Stimme. Das habe ich gehört, warf Francesca ernst ein. Kelly kicherte. Theatralisch legte sich Katie die Hand aufs Herz. Was denn, ich habe gar nichts gesagt? Ja, ja, schon klar. Die Grants verschwanden in der Küche und kehrten kurz darauf mit großen Salatschüsseln wieder. Weil der ganze Süßkram ja nicht gereicht hat, murmelte Brenner. Ich muss hier raus, bevor ich aussehe wie ein Sumoringer. Francesca folgte ihr aus dem Esszimmer und durch die Hintertür nach draußen. Dort setzte Brenner ihre Baseball Kappe wieder auf. Das Mädchen scheint doch ganz in Ordnung zu sein. Wo ist der Team Ziller geblieben? Ich weiß es nicht. Auf der Fahrt hierher war sie noch genauso mürrisch wie immer. Ich schätze, der Zauber der Grants fängt an zu wirken. Wenn das so bleibt, wird Sam überschnappen vor Glück. Und wie genau wird er dir seine Dankbarkeit zeigen? Francesca grinste. Das werde ich dir ganz bestimmt nicht verraten. Schon okay, ich kann es mir vorstellen, was echt deprimierend ist. Komm nur ja nicht auf die Idee, dich in den Kerl zu verlieben. Denk dran, abgesehen von Cates Beziehung mit Zack ist die Ehe keine gute Erfindung. Ich weiß, ich werde mich garantiert kein zweites Mal darauf einlassen. Ich liebe Sam nicht, ich habe nur gern Sex mit ihm. Brenner lachte. Ich bin so stolz auf dich. Ihr Haus ist riesig, es ist echt schön und überall von Weinstöcken umgeben. Brenner ist die Schwester, die am meisten über Wein weiß. Katie hat irgendeine Firma die Partys organisiert und Mia, die war nicht dabei, ist gerade in Washington D.C. und studiert Sprachen und so ein Zeug. Die Grants waren toll, es gab so viel zu essen. Das war wie ein Buffet oder so, dabei war es kein Hotel, sondern nur ein Haus. Und dann haben wir über Katys Hochzeitskleid gesprochen, das von der ganzen Familie gemeinsam genäht wird. Also nur von den Frauen natürlich. Aber Katie hat gesagt, dass ich auch helfen darf. Kelly hielt inne und holte Luft. Beim Nähen und so und das mache ich auch, nicht weil es Spaß bringt, sondern nur aus Höflichkeit. Sam rieb sich die Augen. Er warf einen Blick auf die Uhr über dem Herd und sah, dass der Sekundenzeiger sich in die übliche Richtung bewegte. Also wenn er sich nicht plötzlich in einem alternativen Universum befand, was zum Teufel ging dann hier vor sich? Er erkannte das Mädchen nicht, das ihm am Abendbrottisch gegenüber saß. Es sah aus wie seine Tochter, aber es klang nicht wie sie. Außerdem lächelte dieses Kind. Bis zu diesem Augenblick hätte er nicht einmal sagen können, ob Kelly überhaupt Zähne hatte. Ich bin froh, dass du Spaß hattest, erwiderte er vorsichtig. Francescas Lächeln schien zu sagen, ich hab's dir doch gesagt. Sie zwinkerte ihm zu. Die Grants lieben Kelly, ich fürchte allerdings, sie könnte von dem ganzen Wangen kneifen blaue Flecken zurück behalten. Kelly rieb sich die Wange. Grandma Tessa kneift wirklich doll zu, aber sie ist trotzdem nett. Das finde ich auch. Sam füllte Lasagne auf. Immerhin haben wir ihr dieses köstliche Abendessen zu verdanken. Sie hätten uns was für die ganze Woche mitgegeben, wenn ich sie gelassen hätte, sagte Francesca. Als ich andeutete, dass du niemanden hast, der kochen kann, dachte ich, Grandma Tessa zieht hier gleich ein. Grammy M hat die Scones gebacken, erklärte Kelly. Sie sind echt gut und die Kekse erst. Wir haben noch einen Kuchen als Nachtisch mitgebracht. Sam schüttelte den Kopf. Francesca konnte sich brüsten, so viel sie wollte. Er würde sich nicht beschweren. Sie hatte hundertprozentig Recht gehabt. Kelly war durch die großmütterliche Zuneigung und den Nachmittag in der Familie Marcelli wie ausgewechselt. Er lächelte seine Tochter an. Heute sind mehrere Kartons ins Büro geliefert worden. Ich schätze, es handelt sich um deine Sachen. Ich sie sprang auf und zögerte dann. Darf ich aufstehen? Sam wäre beinahe vom Stuhl gefallen. Äh, sicher. Sie flog förmlich aus der Küche und die Treppe hinauf. Verwirrt schaute Sam Francesca an. War sie eben wirklich höflich? Francesca grinste. Ich weiß, es ist unglaublich. Wie sich herausstellte, hat sie ihre guten Manieren die ganze Zeit vor uns verborgen. Du hättest hören sollen, wie sie mit den Grants gesprochen hat. Sie hat sogar Mäum gesagt. Ich bin beeindruckt. Und ich begeistert. Ich denke, das ist ein großer Durchbruch, Sam. Kelly hatte Spaß, aber viel wichtiger noch, sie hat sich entspannt. Sobald sie sich völlig sicher fühlt, wirst du ein ganz anderes Kind kennenlernen. Das wäre wundervoll. Nun erzähl mal, wie lief es mit deiner Familie. Sie tupfte sich den Mund mit der Serviette ab. Wie erwartet, sie haben schon das Geschirr für uns ausgesucht, aber noch nicht das Besteck. Wie geht es dir damit? Du hättest Kelly nicht mitnehmen müssen, was nicht heißen soll, dass ich dir für die Verwandlung nicht dankbar bin. Sie seufzte. Ich sage mir, es ist für einen guten Zweck, und das ist es ja auch, doch es gab viele Fragen und wüste Spekulationen. Das tut mir leid. Ist ja nicht deine Schuld. Sie lächelte. Das habe ich ganz allein meinem Genpool zu verdanken. Aber ich bin dir was schuldig. Kelly ist jetzt ein ganz anderes Kind und ich würde vieles geben, damit das so bleibt. Er lachte leise. Na komm schon, nenn mir deinen Preis. Er erwartete, dass sie ihn aufziehen oder zweideutige Angebote machen würde. Doch stattdessen schaute sie ihn entschuldigend an. Es ist leider nichts, was ich mit Geld lösen ließe. Meine Familie gibt jedes Jahr am 4. Juli eine große Party. Meine Mom hat dich und Kelly dazu eingeladen. Kelly hat schon in deinem Namen angenommen. Das machte Sam nicht das geringste aus. Das klingt doch nett. Vorausgesetzt ich kann meinen Großvater mitbringen. Ohne Elena wäre er sonst ganz alleine. Kein Problem. Es sind nur die 200 engsten Freunde eingeladen. Sie schluckte. Die Sache ist nur die meine Familie denkt jetzt wir beide wären mehr als nur Freunde. Deshalb solltest du darauf gefasst sein, dass sie alle möglichen Kuppelversuche starten werden. Er lächelte. Meinst du damit, dass sie mir vorschwärmen, wie wundervoll du bist? Nein, sie werden eher deine letzten beiden Steuererklärungen sehen wollen, deine Zähne kontrollieren und dich dazu bringen, dich auf ein Hochzeitsdatum festzulegen. Ah, ganz alte Schule, hm? Den Begriff wirst du danach ganz neu definieren. Damit komme ich schon klar. Sie schüttelte getroffen. Ich komme mit allem klar. Eine plötzliche Geräuschexplosion erschütterte das Haus. Sam zuckte zusammen und schaute zur Decke. Der stete Rhythmus eines Schlagzeugs vibrierte in seinem Brustkorb. Ich schätze, sie hat ihre CD-Sammlung gefunden, sagte Francesca. Und ihre Anlage. Brenner saß auf der Kante des Schreibtischs, während ihr Großvater in ihrem kleinen Büro auf- und abtigerte. Das sind qualitativ wirklich hochwertige Trauben. Sie zwang sich ruhig zu sprechen, obwohl sie am liebsten geschrien hätte. Diesem Weinberg sagt man nach, einen der besten Pinot Noirs in den Staaten zu produzieren. Der Käufer hat mich angerufen und mir mitgeteilt, dass er von dem Kauf zurücktritt. Er wollte es mich wissen lassen, damit ich das Land erwerben kann. Bisher weiß noch niemand davon. Ich könnte aus diesen Trauben einen großartigen Wein keltern. Grandpa Lorenzo blieb vor einer Karte des Marcelli Anwesens stehen. Er fuhr die Grenze zwischen ihrem Land und dem der Giovanni mit dem Finger nach. Nein. Einfach so. Nein. Ärger flammte in Brenner auf. Ihre Bitte war nicht unverschämt oder gar unvernünftig. Sie wollte doch lediglich diese gut und ihr Großvater schien an dem Geschäft nicht interessiert. Schon gar nicht, da er im Begriff war, selbst sein Weingut zu verkaufen. Warum? Die Frage rutschte ihr heraus, bevor sie es verhindern konnte. Mit ihrem Großvater zu streiten hatte noch nie dazu geführt, dass er seine Meinung änderte. Er starrte sie an. Seine dunklen Augen verengten sich. Wir kaufen keine Trauben von Fremden. Marcelli Weine wachsen auf Marcelli Land. Unser Name bedeutet etwas. Er bedeutet einen Scheißdreck, wenn du verkaufst. Wieder waren ihr die Worte rausgerutscht, bevor sie sich zusammenreißen konnte. Ist mir doch egal, sagte sie sich. Sie war es leid, dass er ihr nie zuhörte. Ihr Großvater versteifte sich und murmelte etwas auf Italienisch. Sie verstand nicht, was er sagte, aber das war vermutlich sie es erneut. Das machen die großen Firmen alle naselang. So viel Arbeit lohnt sich nicht. Mit einer abwehrenden Handbewegung erklärte er die Unterhaltung für beendet und verließ das Büro. Wütend griff Brenner nach ihrem Kalender und schleuderte ihn quer durchs Zimmer. Die Ringbindung schnappte auf und Blätter segelten durch den ganzen Raum. Das ist nicht fair, dachte sie. Aber was war schon fair. Sie hatte ihr Schicksal an dem Tag besiegelt, an dem sie sich entschlossen hatte, Jeff zu heiraten. Ihre andere Option, mit dem Feind durchzubrennen, hätte ihre Familie zwar ausrasten lassen, aber wenigstens wäre sie dann ihrem Herzen gefolgt, anstatt ihrem Verstand. Also konnte sie wohl niemandem außer sich selbst die Schuld geben. Sich selbst und einem sehr dickköpfigen Großvater. Ihr Telefon klingelte. Was? fragte sie barsch. Hey, ich hab dir nichts getan, sagte Francesca. Was auch immer dir über die Leber gelaufen ist, ich habe nichts damit zu tun. Brenner ließ sich auf ihren Stuhl sinken. Tut mir leid, ich hatte nur gerade einen kleinen Streit mit dem alten Mann. Der für dich nicht siegreich verlaufen ist, wie es sich anhört. Tut es das jemals? Nicht mit ihm. Francesca seufzte. Willst du darüber sprechen? Nein. Okay, dann kommen wir zum Grund meines Anrufs. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit Katie und mir zu Mittag zu essen. Da sie die einzige von uns ist, die ein blühendes Geschäft betreibt, zahlt sie. Bist du dabei? Auf jeden Fall. Ich muss hier mal für ein paar Stunden raus. Du siehst so aus, als würdest du gleich vor Wut platzen, sagte Francesca, als sie auf Brenner zuging, die schon an einem der Tische vor dem Café in der Sonne saß. Ihre Zwillingsschwester erhob sich, um sie zu umarmen und ließ sich dann wieder auf ihren Stuhl fallen. Grand Palo Lorenzo und ich sind nochmal in den Ring gestiegen. Er macht mich wahnsinnig. Francesca setzte sich und stellte ihre Tasche auf dem Fußboden ab. Geht es um die Pinot Trauben? Brenner seufzte. Ich müsste es doch eigentlich besser wissen, aber ich bin so dumm. Ich musste ihn ja unbedingt danach fragen. Natürlich hat er Nein gesagt. Naja, wo läge auch der Sinn, wenn er sowieso verkaufen will, oder? Tröstend legte Francesca ihrer Schwester die Hand auf den Arm. Das weißt du doch gar nicht. Traurig sah Brenner sie an. Ich bezweifle, dass mir das Ergebnis seines Plans gefallen wird, wie auch immer er aussehen mag. Ich kann nicht glauben, dass ich endlich herausgefunden habe, wohin ich gehöre, nur um jetzt zu erfahren, dass es diesen Ort nicht mehr lange geben wird. Okay, wer ist gestorben? Katie kam an den Tisch. Niemand, Brenner erhob sich. Nur meine Chance auf ein wenig brauchen wir heute Wein und Nachtisch zum Essen. Francesca stand ebenfalls auf. Ich denke, das schreit auch förmlich nach echtem Dressing auf unseren Salaten, nicht dieses fettarme Zeug. Sie küsste Katie auf die Wange und hielt ihre Schwester dann auf armes Länge von sich, um sie genau zu betrachten. Katie hatte ihre langen kastanienbraunen Haare hochgesteckt. In ihrem eleganten Sommerkleid mit der kurzärmeligen Jacke sah sie ganz aus wie die erfolgreiche Geschäftsfrau, die sie war. Katie war immer schon hübsch gewesen, aber seitdem sie sich in Zack verliebt hatte, blühte sie regelrecht auf. Du siehst toll aus, stellte Francesca fest, als sie alle wieder Platz nahm. Danke, das liegt an der Liebe. Das Glück scheint meine Haut zum Strahlen zu bringen oder so. Das ist der Sex warf Brenner ein. Regelmäßig heißen, verrückten Sex zu haben ist besser als jede Nachtcreme. Ist das deine professionelle Meinung? wollte Katie wissen. Klar, ich schreibe gerade einen Artikel darüber. Du wirst ihn nächsten Monat in den medizinischen Fachzeitschriften lesen können. Katie lachte. Dann werde ich für immer jung bleiben. Irgendwann wird Zack auch mal erschöpft sein. Ich denke, er ist manns genug, um es mit mir aufnehmen zu können. Katies Lachen veräppte. Also, welche Krise gilt es zu meistern? Francesca und Brenner schauten einander an. Keine Krise, Brenner seufzte. Noch nicht. Grandpa Lorenzo will vielleicht das Weingut verkaufen. Erschrocken riss Katie die Augen auf. Das kann nicht sein, er ist doch total besessen von der Familientradition. Mag sein, aber er hat keinen männlichen erben. Was macht das schon, sagte sie. Du liebst das Weingut. Du weißt mehr als er. Jedes Mal, wenn er nicht auf dich hört, ist er früher oder später gezwungen, zuzugeben, einen Fehler gemacht zu haben. Brenner, das ist doch verrückt. So ist unsere Familie nun mal, erwiderte Brenner frustriert. Er wirft mir vor, ich wäre nicht loyal und er könne sich nicht darauf verlassen, dass ich bleibe. Indem ich Jeff geheiratet habe und nach L.A. gezogen bin, habe ich bewiesen, dass man mir nicht trauen kann. Katie schüttelte den Kopf. Wir sollten alle mal mit ihm reden. Du weißt, dass er nicht zuhört, er würde nur wütend werden und uns alle verstoßen. Was er ja mit schöner Regelmäßigkeit tut, murmelte Katie. Oh Brenner, es tut mir so leid. Die Kellnerin kam. Da das hier eines ihrer Lieblingsrestaurants war, wussten die drei Schwestern schon, was sie nehmen wollten. Sie bestellten Salate, Extra Brot und Wein. Als die Kellnerin gegangen war, nahm Katie den Faden der Unterhaltung wieder auf. Ich wünschte, es gäbe etwas, das wir tun könnten. Hast du schon mit dem Rest der Familie gesprochen? Brenner zuckte mit den Schultern. Ich habe darüber nachgedacht. Ich weiß, dass Grandpa Dad auch verrückt macht, aber sie alle arbeiten zusammen, wohnen im gleichen Haus. Ich will nicht, dass sie Partei ergreifen müssen. Und wenn ich sie um Hilfe bete, hätte ich außerdem das Gefühl, die Sache nicht alleine regeln zu können. Francesca verstand, wieso es ihrer Schwester widerstrebte, sich inmitten dieses Streits an ihre Eltern zu wenden. Brenner glaubte, sie müsste diese Auseinandersetzung alleine durchstehen, genauso wie Francesca darauf bestand, selbst für ihr Studium aufzukommen. Bist du sicher, dass du die Pinotrauben nicht allein kaufen kannst? Wollte Francesca wissen. Mit der Abfindung von der Scheidung könntest du dir doch vielleicht die entsprechende Ausrüstung mieten. Die Kellnerin brachte den Wein und die Schwestern stießen »Außerdem wäre es eine zu kleine Menge Wein, aber es hat mich auf einen anderen Gedanken gebracht. Sie schluckte. Und zwar auf welchen? hakte Katie nach. Meine eigene Marke zu gründen. Sie hob die Hand, bevor ihre Schwestern etwas erwidern konnten. Ich weiß es nicht, bisher ist es nur so eine Idee. Darüber nachzudenken macht mir alt. Sie atmete tief durch. Will ich wissen, was das an Startkapital bedeuten würde? Brenner grinste. Irgendwas in der Größenordnung von einer Million Dollar. Francesca wäre beinahe vom Stuhl gefallen. Katie keuchte. Nun guckt nicht so schockiert. Ich müsste es von Anfang an groß aufziehen. Wein herzustellen ist nicht mehr das Geschäft von kleinen verträumten Winzerreien. Jeden Tag gehen kleine Weingüter ein oder werden von größeren Konzernen aufgekauft. Ich müsste es groß genug aufziehen, um überleben zu können. Eine Million Dollar? Francesca war kaum in der Lage, sich so viel Geld vorzustellen. Was würde das an Zinsen bedeuten? Das willst du nicht wissen. Brenner nahm ein Stück Brot und brach es in zwei Hälften. Ehrlich gesagt will ich es auch nicht wissen. Wie schon gesagt, ich habe noch nicht entschieden, was ich tun will. Im Moment ist es noch ein reines Fantasie Gespinst. Katie tätschelte ihr den Arm. Wenn du dich entscheidest, es zu machen, bin ich mit ein paar Tausend Dollar dabei, auch wenn das im Vergleich zu einer Million nicht nach sonderlich viel klingt. Behalt dein Geld, erwiderte Brenner. Du wirst es brauchen, wenn du erst mal anfängst, Babys in die Welt zu setzen. Katie lachte. Wir sind ja noch nicht mal verheiratet. Ich habe gehört, dass Frauen heutzutage auch schon vor der Hochzeit schwanger werden können, gab Francesca zurück. Ist der medizinische Fortschritt nicht wundervoll? Katie warf ihr einen finsteren Blick zu. Sehr lustig. Zach und ich wollen ungefähr ein Jahr warten, bevor wir uns an die Ich weiß, Francesca grinste. Wohin geht eigentlich eure Hochzeitsreise? Zach hat was von Tahiti erwähnt. In eines dieser FKK Resorts? wollte Brenner wissen. Was ist nur los mit dir? Katie schüttelte den Kopf. Ich will meine Flitterwochen nicht nackt verbringen. Sie runzelte die Stirn. Das kam falsch rüber, lass es mich anders ausdrücken. Ich will in meinen Flitterwochen niemanden nackt sehen, außer Zach. Sie wandte sich an Francesca. Wo wir gerade von nackt sprechen, was zum Teufel ist bitte in deinem Leben los? Francesca verschluckte sich beinahe an ihrem Stück Brot. Sie hatte das dumpfe Gefühl, das sie heftig errötete. Ich bin nicht nackt. Vielleicht nicht, aber du hast ein zwölfjähriges Mädchen mit nach Hause gebracht. Soweit ich es von den Grants gehört habe, triffst du dich mit dem Vater der Kleinen. Stimmt das? Muss ich diese Art Klatsch wirklich von meinen Großmüttern hören anstatt von meiner Schwester? Du hattest viel zu tun, verteidigte sich Francesca. Ist ja nicht so, als hättest du mich alle Viertelstunde angerufen. Weil du dann immer unleidlich wirst, erwiderte Katie. Also schieß los. Die Kellnerin brachte die Salate. Mit Hühnchenstreifen für Katie und Francesca, mit Mais für Brenner. Oh, bitte lass mich es ihr erzählen, fliehte Brenner grinsend. Francesca zuckte mit den Schultern. Wann es dich glücklich macht? Brenner beugte sich vor und senkte die Stimme. Erinnerst du dich noch, als wir uns vor ein paar Monaten gemeinsam betrunken haben und Zugaben Entschuldige mich, aber wir haben alle zugegeben, dass wir damals in der Highschool mit ihm schlafen wollten, nicht heute. Es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wie auch immer, fuhr Brenner fort. Wir beide haben Francesca damit genervt, dass sie sich endlich einen neuen Kerl suchen soll. Stimmt, wir haben sie uns versprechen lassen, mit dem ersten normalen Single-Mann ins Bett zu gehen, Kaute. Katie wandte sich an Brenner. Hat sie? Offensichtlich. Sie hat diesen Mann während eines ihrer Experimente getroffen. Katie zuckte zusammen. Doch nicht etwa als tätowierte Bikerbraut, oder? Nein, schlimmer. Sie war schwanger. Sie unterhielten sich, Francesca klärte ihn über ihre Verkleidung auf, und dann hatten sie Sex. Francesca schluckte das Hühnchen herunter. Wir sind zusammen essen gegangen und nicht beim ersten Date miteinander geschlafen. Beide Schwestern schauten sie an. Sie seufzte. Dazu kam es erst beim zweiten Date, okay? Katie und Brenner lachten. Na, dann ist ja alles in Ordnung, erklärte Brenner und grinste breit. Sie haben es erst beim zweiten Date getan. Francesca hatte weder Lust, sich zu schämen, noch sich zu entschuldigen. Es ist einfach passiert. Ich hatte es nicht vor, aber ich bedauere es auch nicht. Sam ist wirklich toll. Katie wirkte überrascht. Miss Ich will nie wieder heiraten, wird doch wohl nicht ihre Meinung ändern. Auf gar keinen Fall, Sam und ich sind da ganz einer Meinung. Wir wollen beide eine monogame Beziehung ohne zu große emotionale Verwicklungen. Er will genauso wenig noch einmal heiraten wie ich. Sie wollen also beide nur billigen, schnellen Sex und oberflächliche Gespräche, fasste Brenner zusammen. Mein Gott, das klingt einfach perfekt. Finde ich nicht, Katie schüttelte den Kopf. Wo bleibt denn da die Romantik? Francesca schaute ihre Zwillingsschwester an. Sie ist so ein Softie. Ich bin kein Softie, protestierte Katie. Aber meinst du wirklich, du kannst eine intime Beziehung zu einem Mann haben, ohne dich in ihn zu verlieben? Auf jeden Fall. Francesca reckte das Kinn. Ich war schon einmal verheiratet. Todd war zwar nicht der Teufel, zumindest nicht absichtlich, aber trotzdem gab es nur wenig, was mir an der Ehe gefallen hat. Und sieh dir doch nur an, was Brenner für Jeff alles aufgegeben hat. Sie berührte Brenners Arm. Nimm's nicht persönlich. Tu ich nicht. Du hast ja recht. Ich mache mir die gleichen Vorwürfe, seitdem er mich einfach so verlassen hat. Katie, du warst immer die klügste von uns. Du hast mit dem Heiraten gewartet, bis du den richtigen gefunden hattest. Du hast dich in Zach verliebt und das finde ich einfach toll, aber weder Francesca noch ich haben ein Interesse daran, noch einmal zum Altar passiert, wenn du dich doch in ihn verliebst, dann könnte es kompliziert werden, vor allem, weil er eine Tochter hat. Du hast immer Kinder gewollt und du liebst es, Menschen zu retten. Sam muss nicht gerettet werden, sagte Francesca bestimmt. Ich gebe allerdings zu, dass das Mädchen ein Problem werden könnte. Ich achte einfach darauf, die Bindung zu keinem von ihnen zu intensiv werden zu lassen. Sam und ich wollen das völlig unkompliziert handhaben. Das Leben lässt dir aber nicht immer eine Wahl, ermahnte Katie. Also sei vorsichtig. Francesca lachte. Wir benutzen Kondome, wie viel vorsichtiger kann man noch sein? Teen Silla ist zurück, dachte Sam am Montag Morgen. In den vergangenen zehn Tagen hatte er gedacht, dass es gar nicht mal so schlimm war, ein Kind bei sich geirrt. Sie riecht komisch, zischte Kelly. Und sie sieht seltsam aus. Sam stand im Badezimmer vor dem Spiegel und klappte den Hemdkragen über seine Krawatte. Sie riecht nicht komisch, widersprach er seiner Tochter, obwohl ihm in Doreens Nähe auch schon ein leichter Geruch nach verwesenden Pflanzen aufgefallen war. Was ihr Aussehen anging, fand Sam sie in Ordnung. Gut, ihre Brillengläser waren ziemlich dick und irgendetwas an ihrem Mund war komisch, aber er war nicht an ihrem Äußeren interessiert, sondern einzig und allein an ihren Fähigkeiten. Sie arbeitet bereits seit 20 Jahren mit Kindern, erklärte er Kelly und band seinen Schlips zu Ende. Sie ist eine verantwortungsbewusste Autofahrerin, hat innerhalb der letzten drei Jahre keinen einzigen Strafzettel bekommen und nur die Toilette willst, ist sie deine einzige Möglichkeit. Ich musste es schon die ganze letzte Woche mit ihr aushalten, habe ihr diverse Chancen gegeben. Sie ist fürchterlich, sie spricht überhaupt nicht mit mir, hat keinen Sinn für Humor und fährt mit mir nirgendwo hin außer zum Unterricht und wieder nach Hause. Ich habe gefragt, ob wir auch mal ins Kino oder zum Einkaufen gehen können, aber sie sagt einfach nein. Das gefiel Sam gar nicht. Du darfst nach dem Unterricht gerne irgendwo hingehen. Ich hatte nicht vor, dich hier einzusperren. Zumindest nicht immer. Ich werde gleich mit ihr reden, wenn ich runtergehe. Ich bin sicher, sobald sie weiß, dass ich damit einverstanden bin, werdet ihr nachmittags zusammen eine Menge Spaß haben. Ich bin lieber allein als mit ihr zusammen. Wütend funkelte Kelly ihn durch den Spiegel an. Sie trug bereits ihre Trainingskleidung, den schwarzen Body, schwarze Strumpfhosen und den kurzen Rock. Ihre Füße hielt sie in der klassischen Ballerina-Pose, hackend zusammen, die Zehen leicht nach außen zeigend. Allein der Anblick bereitete Sam schon Rückenschmerzen. Außerdem bin ich zu alt für einen Babysitter. Sie sprach zwar leise, doch die Wut in ihrer Stimme war unüberhörbar. Besorg mir einfach einen Fahrer mit Wagen und ich komme klar. Egal was für ein Auto, es muss keine Limousine sein. Er richtete seine Krawatte ein letztes Mal und griff nach seinem Sakko. Gut zu wissen, dass du so flexibel bist, aber ich werde dir kein Auto besorgen. Du musst es ja nicht kaufen, nur mieten oder so. Nein. Ballettunterricht und wirst den Tag in meinem Büro verbringen müssen, weil ich dich nicht alleine zu Hause lasse. Aus Kellys Augen sprühten förmlich Funken. Ich wusste, dass du das sagst. Du bist so anstrengend. Nie denkst du daran, was für mich gut wäre. Ja, genau. Daran denke ich den ganzen Tag. Unglücklicherweise unterscheiden sich unsere Auffassungen, was für dich gut ist, grundlegend voneinander. Wenn Doreen dich in irgendeiner Weise misshandelt, werde ich sie nicht nur feuern, sondern sie auch verhaften lassen. Bis dahin hast du sie am Hals. Warum kann sich nicht Francesca um mich kümmern? Sie ist total cool. Das fand er auch. Unglücklicherweise hatten sie sich in der letzten Woche nur zweimal gesehen. Er musste sich um Kelly kümmern und arbeiten, sie an ihrer Dissertation arbeiten. Da blieb nicht viel Zeit für Zweisamkeit. Ihre beiden Treffen waren gemeinsame Abendessen mit Kelly gewesen. Nicht gerade die romantische, sexy, sinnliche Beziehung, die er sich vorgestellt hatte. Francesca hat ein eigenes Leben. Sie hat ihr schon mehr als genug von ihrer Zeit geschenkt. Ich werde sie nicht bitten, den Fahrer für dich zu spielen. Kelly verschränkte die Arme vor der Brust. Das bringt mich nicht gerade dazu, dich zu mögen. Immerhin nannte sie ihn weder einen unausstehlichen Mistkerl, noch rannte sie aus dem Zimmer, was vermutlich schon ein Fortschritt war. Du musst mich auch nicht mögen, erwiderte er. Ich bin dein Vater, nicht dein nicht von alleine gekommen. Das Klingeln an der Tür enthob ihn eine Antwort. Doreen war unten und würde vermutlich aufmachen, aber trotzdem verließ Sam das Badezimmer und ging in den Flur, um zu hören, wer gekommen war. Morgens um neun bekam er normalerweise keinen Besuch. Kelly drängte sich an ihm vorbei und stürmte die Treppe hinunter. Sie rannte ins Foyer und sprach Sams anfängliche Freude über ihren Anblick wich einer gewissen Neugierde, als er sah, dass Kelly sie fest umarmte. Du bist gekommen, sagte sie. Du hast mich gerettet. Sie senkte die Stimme, als sie ihren Vater näher kommen sah. Doreen ist einfach schrecklich. Sams Neugierde wich einer leichten Verärgerung. Er erkannte, was seine Tochter vorhatte. Francesca zog an einer von Kellys roten Locken. Du kennst die Frau doch kaum. Sie riecht komisch, flüsterte Kelly. Um Francescas Mundwinkel zuckte es verräterisch. Sie schaute zu Sam hinüber. Ah, der Geschäftsmann, dieser Anzug lässt dich reich und mächtig aussehen. Unglücklicherweise scheint sich in meinem Haus niemand davon beeindrucken zu lassen. Ernst schaute er seine Tochter an. Kelly, hast du Francesca angerufen, damit sie zurückfährt? Teen Silla verdrehte die Augen. Puh, ich hab die Vorstellung einfach nicht ertragen, den ganzen Sommer mit der zu verbringen. Sie zeigte in Richtung Küche. Ich musste etwas unternehmen. Ich wusste, dass du mir keinen Wagen besorgst. Francesca wirkte überrascht. Du verschenkst Autos? Kann ich auch eine Bestellung aufgeben? Ich wollte schon immer etwas Sportliches in Rot oder Silber. Sally stampfte mit dem Fuß auf. Würdet ihr beide euch bitte wieder um mich kümmern? Das hier ist wichtig. Sam ignorierte sie und nahm Francesca beim Arm. Hattest du heute schon einen Kaffee? Ja, aber davon kann ich nie genug bekommen. Ich bin kein ausgesprochener Morgenmensch. Was macht ihr da? Kellys Stimme überschlug sich. Wir ignorieren dich, bis du dich wieder wie ein zivilisierter Mensch benimmst, erwiderte Sam. Ich bin zivilisiert, schrie Kelly. Ich bin höflich und gut erzogen und du bist bloß ein blöder Arsch. Sam drehte sich zu ihr um. Sie stand da, die Hand vor den Mund geschlagen. Wenigstens sah sie selbst schockiert aus. Ich schätze, heute wird das nichts mit dem Ballettunterricht, was? sagte er ruhig. Sie ließ die Hand sinken, öffnete den Mund, schloss ihn wieder und brach in Tränen aus. Sekunden später lief sie die Treppe hinauf, wobei sie so sehr schluchzte, als würde ihr Herz brechen. Sam seufzte. Ich weiß, du sagst, ich muss Geduld haben, aber das ist wirklich nicht leicht. Francesca drückte seinen Arm. Es tut mir leid, letzte Woche sah alles so gut aus. Vielleicht Gemeinsam gingen sie in die Küche. Doreen saß am Tisch und las die Zeitung. Sie schaute auf und lächelte. Guten Morgen, Mr. Reese. Doreen, das ist meine Freundin Francesca. Die Nanny nickte freundlich. Ist Kelly bereit zur Abfahrt? Ich weiß, dass sie nicht gerne zu spät kommt. Sie wird heute nicht zum Training fahren. Sie muss lernen, ihr Temperament zu zügeln. Doreen nickte. Das ist das Alter, Mr. Reese. In ein paar Jahren wird sie sich wieder wie ein Mensch benehmen. Ich hätte gerne, dass Kelly heute im Haus bleibt, damit sie darüber nachdenken kann, was heute morgen schiefgelaufen ist. Morgen geht sie wieder zum Training. Da das nur morgens stattfindet, können sie nachmittags gerne mit ihr einkaufen oder ins Kino gehen. Doreen nickte erneut. Sicher. Sie klang zwar freundlich, aber Sam bekam den Eindruck, dass ihre Vorstellung von einem lustigen Nachmittag anders aussah, als mit einem zwölfjährigen Mädchen in der Einkaufs-Mall abzuhängen. Er und Francesca nahmen ihre Kaffeebecher mit auf die Terrasse. Sam schloss die Glastür hinter sich. Ich glaube, Doreen kann Kinder nicht sonderlich gut leiden, sagte er. Vermutlich liegen ihr Babys mehr, stimmte Francesca zu. Außerdem kann Kelly ganz schön anstrengend sein. Sie schwört, dass sie nett zu Doreen ist, und als ich bei Doreen nachgefragt habe, gab es auch keine Beschwerden. Ich weiß es nicht. Er trank von seinem Kaffee. Francesca beugte sich zu ihm hinüber. Ich weiß, du hasst mich, wenn ich Partei für deine Tochter ergreife, aber Sam, diese Frau riecht wirklich komisch. Er Das ist deine Entscheidung. Sie lehnte sich auf dem Holzstuhl zurück. Es ist so schade, dass Kelly nicht an einem Sommerprogramm teilnehmen und Kinder ihres Alters kennenlernen kann. Hat sie im Ballettunterricht schon Freunde gefunden? Ein paar, einer hat sie am Freitagnachmittag zu Hause besucht. Ich nehme an, es ist ganz gut gelaufen, zumindest hat die Mutter nicht geschrien, als ich Kelly abgeholt habe. Das ist doch schon mal was. Meine Tochter kann so lieb sein, wenn sie will, aber wenn sie nicht will, ist sie eine vollkommene. Francesca schaute ihn an. Hältst du dich etwa zurück? Ja, du wärst schockiert, wenn du wüsstest, was ich gerade gedacht habe. Francesca grinste. Das bezweifle ich, ich finde, du machst das ganz toll. Danke, das bedeutet mir viel. Er lächelte sie an, ließ den Blick über ihr dickes langes Haar, das eng anliegende Tanktop und die Shorts gleiten. Sie war sexy, hübsch, intelligent und voller Mitgefühl. Ein verführerisches Paket. Er hatte schon viele lügende, betrügende, ausnutzende Frauen kennengelernt. Francesca war definitiv keine von ihnen. Ich muss meinem Großvater noch für dich danken, sagte er. Die ganzen Jahre über hat er mir gute Manieren eingebläut, endlich hat es sich ausgezahlt. Fragend sah sie ihn an. Was meinst du? Wenn ich dich an dem Tag deines Experiments nicht angesprochen hätte, um dir zu helfen, hätten wir uns nie kennengelernt. Du könntest Kelly die Geschichte erzählen, vielleicht würde sie dann lernen, dass gute Manieren durchaus Vorteile haben. Das bezweifle ich. Arm. Du hast mir gefehlt. Du mir auch. Willst du über Nacht bleiben? Mehr als du ahnst, aber was ist mit Kelly? Hast du Lust, dich heute Abend reinzuschleichen? Es zuckte um ihre Mundwinkel. Das habe ich noch nie gemacht. Bringt es Spaß? Ich habe gehört, es ist aufregend und antörnend. Sie lachte. Das weißt du natürlich nicht aus eigener Erfahrung, richtig? Ich? Er tat schockiert. So etwas tue ich nicht. Ich bin ein ehrlicher Mann. Er beugte sich vor und küsste sie. Kelly ist normalerweise gegen zehn Uhr im Bett. Dann warte ich um elf an der Haustür, flüsterte sie. Der Gedanke brachte sein Blut in Wallung. Ich kann es kaum erwarten. Das kannst du nicht machen, sagte Sam irgendwann gegen zwei Uhr Jessica streckte sich neben ihm aus, wobei ihre nackten Beine seinen Körper berührten. Natürlich kann ich das. Und vor allem will ich es. Es wird ein paar Wochen dauern, bis du jemand neuen gefunden hast. Sag Kelly, dass sie Doreen nur noch diese Woche täglich ertragen muss. Der 4. Juli ist ein Freitag und ein Feiertag. In der nächsten Woche fahre ich sie dienstags und Donnerstags. Ich bin sicher, Doreen weiß diese Regelung genauso zu schätzen wie deine Tochter. Er stützte sich auf einen Ellbogen und schaute Francesca tief in die Augen. Und was hast du davon? Ich mag Kelly. Es bringt mir Spaß, Zeit mit ihr zu verbringen. Sie presste die Lippen aufeinander. Wenn sie sich nicht gerade wie ein Monster benimmt. Was ist mit deiner Dissertation? Sie strich ihm über den Rücken. Du sprichst gerade mit der Frau, die eine vollständige Gliederung erstellt hat. Da staunst du, was? Er war hin und her gerissen. Einerseits war er kurz davor, ihr Geld anzubieten, andererseits hätte er gern beteuert, dass sie ihm nichts schuldig war. Ich möchte das wirklich gerne tun, sagte sie. Sei einfach großzügig und sag Ja. Oder besser noch, zeig mir deine Großzügigkeit auf körperliche Weise. Sei einfallsreich, überrasche mich mit. Sie stieß einen spitzen Schrei aus, als er sie plötzlich auf den Bauch drehte. Was tust du da? Ihre Stimme wurde von dem Kissen gedämpft. Zärtlich biss er ihr in den Po. Ich überrasche dich. Den ganzen Morgen über summte Francesca vor sich hin. Sie hatte in der Nacht kaum geschlafen, hätte aber nicht glücklicher sein können. Sam Reese war ein Mann, der wusste, was man mit dem Körper einer Frau anstellen konnte. Befriedigung war nicht einmal ansatzweise das richtige Wort für das Gefühl, das ihren Körper erfasst hatte. Sie nahm ihren Kalender aus der Handtasche und blätterte durch die Seiten. Wenn sie sich in den nächsten Wochen ein paar Tage um Kelly kümmern wollte, musste sie Zeit für das Schreiben ihrer Dissertation einplanen. Die Gliederung zu erstellen war eine Sache, aber alle Informationen zusammenzustellen und zu verarbeiten, das war etwas ganz anderes. Sie blockte mehrere Stunden an verschiedenen Tagen ein, dann blätterte sie zurück, um nach den Daten ihrer Experimente zu schauen. Das in Sams Gebäude war gerade einmal drei Wochen her, das davor fünf Wochen und Francesca runzelte die Stirn, als ihr Blick auf das kleine dreidimensionale Kästchen fiel, das sie zwei Tage nach dem Experiment in der alten Mission eingezeichnet hatte. An dem Tag hatte sie einen Rollstuhl benutzt und Touristen terrorisiert. Zwei Tage später hatte ihre Periode eingesetzt. Sie war wieder das Zeichen, das den Anfang markierte. Sie blätterte vor. Kein Kästchen. Nicht einmal ein Hauch von einem Kästchen. Schockiert schlug sie den Kalender zu. Das kann nicht sein, dachte sie und versuchte die Panik zu unterdrücken. Das ist nicht möglich. Sie hatten ein Kondom benutzt. Jedes einzelne Mal. Das wusste sie. Sie war ja dabei gewesen. Drei Stunden später starrte sie das Plus Zeichen auf dem weißen Plastikstäbchen an. Ihr Kopf war leer. Sie konnte nicht denken, nicht atmen, es nicht glauben. Das passiert nicht, sagte sie sich. Das ist nicht möglich. Auf gar keinen Fall konnte sie schwanger sein. Ich verstehe nicht, was das soll, grummelte Gabriel und stocherte mit seinem Gehstock auf der Fußmatte des Beifahrersitzes herum. Aber meine Meinung interessiert ja sowieso keinen. Ich schätze, wenn ein Mann ein bestimmtes Alter erreicht hat, ist er für seine Familie nicht mehr als ein Möbelstück, das man nach Gut Dünken herumschieben kann, damit es einem nicht im Weg steht. Sam unterdrückte ein Grinsen. Du hast doch gesagt, dass du mitkommen willst. Sein Großvater warf ihm einen finsteren Blick zu. Wann habe ich das gesagt? So etwas habe ich nie gesagt. Kelly beugte sich auf der Rückbank so weit vor, wie ihr Anschnallgurt es erlaubte. Hast du wohl, als du zum Abendessen bei uns warst? Ich erinnere mich noch genau, du beschwerst dich ganz schön viel. Gabriel murmelte etwas Unverständliches. Ich darf mich beschweren. Das ist das Privileg des Alters. Aber du hast gerade behauptet, du würdest wie ein Möbelstück herumgeschoben werden, weil du alt bist. Ist das nun gut oder nicht? Langsam drehte Gabriel sich um und sah seine Urenkelin scharf an. Es ist besser, als tot zu sein. Sam warf einen Blick in den Rückspiegel. Kelly blinzelte kurz, dann lächelte sie. Ich schätze, das stimmt. Gabriel lachte unterdrückt und Sam lockerte seinen Griff um das Lenkrad ein wenig. Nach dem desaströsen ersten Treffen war er etwas vorsichtig gewesen, Gabriel zum Essen zu sich einzuladen. Aber er wusste, dass Kelly und Gabriel eine Beziehung zueinander aufbauen mussten. Außerdem gefiel es ihm nicht, seinen Großvater allein zu lassen, gerade jetzt, da Elena nicht in der Stadt war. Zum Glück hatte das Abendessen an dem Tag stattgefunden, an dem Sam zugestimmt hatte, einen Ersatz für die duftende Doreen zu finden, und Kelly war bester Laune gewesen. Grandpa Gabriel, ich war schon einmal auf der Hacienda. Es ist ein riesiges, wunderschönes Haus, verkündete Kelly fröhlich. Es sieht aus wie in Spanien mit Dachschindeln und allem. Außerdem kann man von da aus die Weinberge sehen. Brenner, das ist heute Feiertag ist. Faulpelze, murmelte Gabriel. Sam warf ihm einen warnenden Blick zu. Francesca hat gesagt, ihre ganze Familie würde zu dem Fest kommen, fuhr Kelly fort. Und ganz viele Freunde. Sie hat drei Schwestern, aber von denen werden nur zwei da sein. Die jüngste Mia studiert in Washington D.C. Japanisch. Sie soll total gut in Sprachen sein. Und Francescas älteste Schwester Katie heiratet bald. Das ist die, von der ich dir erzählt habe, Sam. Ich werde beim Nähen des Brautkleids helfen. Das ist so schön. Ist es nicht total cool, dass sie es alle zusammennähen, damit sie beim Gang zum Altar weiß, dass ihre Schwestern, ihre Mutter und ihre Großmütter daran mitgearbeitet haben? Das sind ein paar Leute zu viel, wenn du mich fragst, warf Gabriel ein. Kelly ignorierte seine schlechte Laune. Da oben, rief sie und zeigte nach vorne. Siehst du das Schild? Das tat er. Ein Rundbogen verkündete Marcelli Wines. Die Straße, die vom Highway abging, war lang und schmal. Nach ungefähr einer Viertelmeile wies ein Schild in Richtung der öffentlichen Gebäude des Weinguts, in denen der Verkauf und die Weinproben stattfanden. Sam wandte sich in die entgegengesetzte Richtung. Kelly hopste weiter aufgeregt auf und ab. Siehst du das Haus? Siehst du es? Noch nicht. Dann kam es in Sicht. Das große Gebäude, das in der Ferne auftauchte, überraschte ihn. Er hatte zwar gewusst, dass Francesca eine Marcelli war, hatte aber nie wirklich darüber nachgedacht, wie sie aufgewachsen war. Das Haus stand auf einer kleinen Anhöhe. Mehrere kleinere Gebäude waren darum herum angeordnet. Aber was seine Aufmerksamkeit wirklich fesselte, waren die schnurgeraden Reihen der Reben, die sich so weit erstreckten, wie das Auge sehen konnte. Sam trank gern Wein und hatte auch seine Lieblingssorten, aber der Prozess, wie aus den Trauben der Cabernet Sauvignon in der Flasche wurde, war ihm immer noch ein Rätsel. Sieh mal all die Autos, sagte Kelly. Das wird bestimmt ein tolles Fest. Gabriel grummelte erneut. Sam beachtete ihn gar nicht und parkte den Wagen. Er stand noch nicht ganz, da riss Kelly ihre Tür auf und kletterte in die warme Nachmittagssonne hinaus. Francesca, wir sind da! Sam stieg ebenfalls aus und sah Francesca die Stufen der hinteren Veranda hinunter kommen. Er ging um das Auto herum, um Gabriel zu helfen, doch der alte Mann winkte ab. Ich bin noch nicht so gebrechlich, dass ich nicht alleine stehen kann, schimpfte er. Dann stützte er sich schwer auf seinen Stock und richtete sich auf. Was bedeutete, dass Sam seine ganze Aufmerksamkeit auf die Frau richten konnte, die gerade seine Tochter begrüßte? Francesca trug ein weichfallendes weißes Kleid, das nicht im Mindesten sexy aussehen sollte, aber seinen Blutdruck trotzdem in die Höhe schnellen ließ. Ihr Haar hatte sie zu einem Zopf geflochten, goldene Kreolen blitzten an ihren Ohren und das dezente Make-up betonte ihre Züge. Was glotzt du so? fragte Gabriel und hob den Kopf. Sein rechter Mundwinkel hob sich, als ein Blick auf Francesca fiel, die gerade Kelly in die Arme zog und dann auf die Hintertür des Hauses zeigte. Meine Güte, wenn das die Frau ist, mit der du deine Freizeit verbringst, bist du ja doch noch nicht so tot, wie ich immer gedacht habe. Sam schaute seinen Großvater an, doch bevor er etwas sagen konnte, war Francesca schon in Hörweite. Hallo, lächelnd begrüßte sie die Männer. Sie müssen Mr. Reese sein, Sams Großvater. Wie schön, sie endlich kennenzulernen, Sir. Gabriel räusperte sich und nickte. Wenn er ihnen erzählt hat, wer ich bin, hat er vermutlich auch erzählt, dass ich brummig wie ein Bär und alt wie die Berge bin. Francesca lachte. Ehrlich gesagt meinte er, sie wären umwerfend charmant und er hat mir verboten, mit ihnen durchzubrennen. Gabriel lachte leise. Mir gefällt es, um schmeichelt zu werden, junge Lady. Hören Sie bloß nicht damit auf. Und alter Mann. Er zwinkerte ihr zu. Sagen Sie doch Gabriel. Kelly kam aus dem Haus gestürmt. Guck mal. Schlitternd kam sie vor ihnen zum Stehen und streckte die Hand aus. Ein Keks in Form einer Flagge lag auf ihrer Handfläche. Das leicht zittrige Dekor verriet Sam den Namen des Künstlers, noch bevor sie erklären konnte. Ich habe ihn selber dekoriert. Willst du mal probieren? Sie hielt Sam den Keks hin. Die Frage traf ihn völlig unvorbereitet. Natürlich, aber nur die Hälfte, du musst auch etwas davon essen. Okay. Vorsichtig brach Kelly den Keks in zwei Teile und gab ihm eine Hälfte. Er nahm einen Bissen. Mh, lecker. Kelly strahlte. Grand Matessa hat gesagt, dass sie mir das Kochen beibringt, damit ich mal eine gute Ehefrau werde. Ich habe ihr gesagt, dass mir das ziemlich egal ist, ich aber gerne kochen können würde, damit ich Partys geben kann. Sie schaute ihn an. Wenn ich in der Schule Freunde finde, kann ich die dann ja mal zu mir einladen und so. Noch mehr zwölfjährige Mädchen in seinem Haus? Sam musste schlucken. Klar, das wäre toll. Gabriel zeigte auf ein paar Stühle, die im Schatten der Bäume standen. Ich werde diese alten Knochen mal dort hinten platzieren. Warum hilfst du mir nicht, Kelly? Das Mädchen zögerte eine Sekunde, dann nickte es. Okay, willst du den Rest von meinem Keks? Der alte Mann beäugte das halb gegessene Plätzchen und zuckte mit den Schultern. Warum nicht? Dann gingen sie Seite an Seite davon. Nach ein paar Schritten griff Gabriel nach Kellys Hand und legte sie in seine Armbeuge. Kelly zog sie nicht weg. Ich denke, mein Großvater mag sie. Sam wirkte im gleichen Maße überrascht wie er freut. Kelly ist ja auch nicht so schlimm, erklärte Francesca. Er lachte unterdrückt. Welch überwältigendes Lob. Sie lächelte. Er wollte gerade noch etwas sagen, als er sah, wie ihr lächeln erstarb. Er schaute genauer hin und erkannte einen Schatten in ihren Augen. Ist alles in Ordnung? Sicher, sie lehnte sich an ihn. Ich habe an meiner Dissertation gearbeitet. Es ist nicht einfach, all die Daten in Charts und Grafiken zu packen, ohne dabei einzuschlafen. Ich würde viel lieber einfach über das reden, was ich erfahren habe. Aber so funktioniert das Hochschulwesen leider nicht. Klug und hübsch. Muss ich mir Sorgen machen, dass Gabriel dich mir weg schnappt? Vielleicht er ist sehr charmant. Das habe ich von ihm geerbt. Sie lachte. Ah, ich hatte mich schon gewundert. Sie schaute zum Haus, dann hakte sie sich bei Sam unter und zog ihn mit sich zu seinem Auto. Du wirst heute meine Familie kennenlernen, erklärte sie und seufzte. Zärtlich strich er die Falte zwischen ihren Augenbrauen glatt. Dann ließ er den Arm sinken. Das hatte ich mir fast gedacht, sagte er. Ich meine, da die Feier in ihrem Haus stattfindet. Sie lächelte. Genau, bei meinem letzten Besuche mit Kelly habe ich versucht, ihnen zu erklären, dass wir keine feste Beziehung haben, aber sie haben nicht zugehört. Wenn ich dich jetzt meiner Familie vorstelle, ist es für sie nur noch ein kleiner Schritt bis zur glücklichen Ehe. Sobald sie dich leibhaftig vor sich sehen, hören sie die Hochzeits Glocken läuten. Ich will dich nur warnen, sie gehen kein bisschen feinfühlig vor. Sie sah wirklich besorgt aus, was Sam ganz bezaubernd fand. Das ist schon in Ordnung, deine Familie macht mir keine Angst. Das sagst du nur, weil du sie noch nicht kennengelernt hast. Sie musterte ihn. Du sollst nur wissen, dass ich nichts hinter deinem Rücken angedeutet habe. Er berührte ihre Wange. Francesca, ich vertraue dir. Du bist niemand, der andere Leute hinters Licht führt. Sie wollte etwas erwidern, doch in dem Moment ging die Hintertür auf und mehrere Leute traten in den Garten hinaus. Im wusste er, dass das ihre Sippe war. Wird schon nicht so schlimm, murmelte er. Sie schenkte ihm einen mitleidigen Blick und wandte sich dann der Gruppe zu. Zehn Minuten später wusste Sam, dass er die Situation falsch eingeschätzt hatte. Und zwar vollkommen falsch. Obwohl Kelly ihm erklärt hatte, wer wer war, hatte er Schwierigkeiten, sich alle Namen zu merken. Eine der Großmütter nahm seine Wange in einen Klammergriff, der ihm beinahe die Tränen in die Augen trieb. Und die Art, wie Francescas Schwestern ihn betrachteten, verriet ihm, dass er später noch einige Fragen würde beantworten müssen. Komm, sagte die Wangenkneiferin und packte ihn am Arm. Du kannst mir drinnen helfen, und während wir arbeiten, unterhalten wir uns ein wenig. Sam warf Francesca einen hilfesuchenden Blick zu, doch sie zuckte nur mit den Schultern, als wollte sie sagen, dass sie keine Schuld trug. Ihre Mutter fragte sie etwas und sie drehte sich weg. Sam war auf sich allein gestellt. Sie sind Mrs. Marcelli? fragte er auf dem Weg ins Haus. Der Hauswirtschaftsraum ging in die große Küche über, in der ein mehr flammiger Gasherd stand, für den Elena vermutlich töten würde. Seit ihrem ersten Tag bei ihm bettelte sie um einen größeren Herd. Du kannst mich Grand Matessa nennen, sagte die Frau und dirigierte ihn zur Spüle. Hände waschen und die Seife nicht vergessen. Ja, Ma'am. Er tat, wie ihm befohlen, trocknete dann seine Hände ab und trat an die große Kochinsel in der Mitte der Küche. Hunderte von Flaggenkeksen mit roter Glasur, nahm sich selbst auch eine und zeigte ihm, wie er genau die richtige Menge herausdrückte. Wir arbeiten in Rhein, sagte sie, und schön gerade Linien ziehen. Sechs Kekse später hatte er den Dreh raus und schaffte es, einigermaßen gerade Linien auf die Kekse zu setzen. Grand Matessa arbeitete ungefähr mit der fünffachen Geschwindigkeit und tupfte kleine blaue Punkte gelernt, wollte sie wissen. Sie hat in meinem Bürogebäude eines ihrer Experimente durchgeführt. Ich bot an, ihr zu helfen. Sie war verkleidet, was ich aber nicht bemerkt habe. Das hat mich beeindruckt. Die ältere Frau sah ihn an. Sie ist ein beeindruckendes Mädchen. Ich weiß. Du hast also eine Tochter? Wo ist deine Frau? Auf dem Weg nach Europa, um einen anderen zu heiraten. Und du hast von dem Kind vorher nichts gewusst? Gar nichts. Sam war überrascht, dass leichte Wut in ihm aufkam. Sie hatte kein Recht mehr, Kelly vor zu enthalten. Zum ersten Mal seit dem Auftauchen seiner Tochter erkannte er, wie viel er bereits in ihrem Leben versäumt hatte. Ihre Geburt, ihr erstes Wort, die ersten Schritte. Er hatte Dinge verpasst, die unwiederbringlich vorbei waren. Grandma Tessa lächelte. Du siehst böse aus. Gut, du kümmerst dich um die Deinen. Die Seinen? Er nahm an, dass sie damit Kelly meinte. Sie kann ganz schön anstrengend sein. Sie nabelt sich ab. Sie wachsen auf und hören dann nicht mehr zu. Was soll man dagegen tun? Er bezweifelte, dass Kelly jemals zugehört hatte. Läuft dein Geschäft gut? Hast du Geld? Er konnte sich das Lächeln nicht verkneifen. Zurückhaltung ist nicht so ihre Sache, oder? Grandma Tessa kicherte. Ich bin eine alte Frau. Ich habe lange genug gelebt, um zu sagen, was ich denke. Francesca ist ein zauberhaftes Mädchen. Ihr Ehemann ist vor langer Zeit verstorben. Sie hat ihn betrauert, wie eine gute Frau es tut. Aber das Leben geht weiter, Dinge ändern sich. Sam machte sich eine mentale Notiz, sich nie wieder über Gabriels Fragen nach seinem Privatleben zu beschweren. Verglichen mit Francescas Großmutter war Gabriel ja der reinste Engel. Francesca muss wieder heiraten, fuhr Grandma Tessa fort. Sie hat gute Gene. Ihre Hüften sind ein wenig schmal, aber wir können ja nicht alle wie Brenner gebaut sein. Sie ist Francescas Zwillingsschwester. Eine Frau kam in die Küche. Sie war ungefähr in Francescas Alter, aber ein bisschen kleiner und mit kurzen dunklen Haaren und braunen Augen. Sie zuckte, als sie die letzten Worte ihrer Großmutter hörte. Hallo, ich bin Brenner, die mit dem gebärfreudigen Becken, sagte sie kläglich. Du hast Glück, ich bin hier, um dich zu retten. Grand Matessa runzelte die Stirn. Sam muss nicht gerettet werden. Soll ich ihn fragen? Brenner nahm ihm den Spritzbeutel ab und legte ihn auf die Arbeitsfläche. Komm, ich kenne einen Weg, wie wir hier ungesehen verschwinden können. Schön, sie kennengelernt zu haben, sagte Sam und alte Brenner hinterher. Sie führte ihn zur Haustür hinaus. Ich sehe schon, dich habe ich nicht zweimal bitten müssen, erwiderte sie. Deine Großmutter hat mir gefallen, beteuerte er. Aha, und ihre Verkupplungsversuche? Das war ein wenig heftig. Brenner lächelte. Die Marcellis machen keine halben Sachen. Vergiss nur nicht, dass du mir jetzt was schuldig bist. Sie liefen einmal ums Haus herum und kamen im hinteren Garten wieder heraus, wo schon die Tische für die Party aufgebaut waren. Große Bäume spendeten Spangen, Sam roch die Grillkohle und etwas Fruchtiges, das vielleicht die Trauben sein konnten. Da ist sie, Brenner zeigte voraus. Er schaute in die entsprechende Richtung und sah Francesca, die sich angeregt mit ihrer Mutter und ihrer anderen Schwester unterhielt. Die leichte Brise spielte mit dem Saum ihres Kleides und ein paar losen Haarsträhnen. Als sie ihren Kopf in den Nacken legte und lachte, zog sich Sams Magen zusammen, als hätte man ihm hineingeboxt. Francesca schaute auf und entdeckte ihn. Sie sagte etwas zu den beiden Frauen und kam zu Sam und Brenner hinüber. Ich habe ihn vor Grand Matessa gerettet, sagte Brenner, sobald Francesca in Hörweite war. Ich weiß nicht, wie schlimm es war, aber als ich hineinkam, sprachen sie gerade ich wusste nicht, dass sie so weit gehen würden. Er lachte leise. Ich habe keinen dauerhaften Schaden davon getragen. Brenner entschuldigte sich. Sam wartete, bis sie weg war, dann fuhr er fort. Jetzt weiß ich, warum du es deiner Familie nicht erzählen magst, wenn du dich mit einem Mann triffst. Ja, das ist definitiv ein Thema, das ich lieber nicht anschneide, gab sie zu. Und zwar aus vielen Gründen. Sie deutete auf einen kleinen Weg. Der führt durch den Garten. Hast du Lust auf einen kleinen Spaziergang? Gern. Deine Großmutter glaubt, du trauerst noch um deinen Ehemann? Ja, ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass meine Einstellung zur Ehe nichts mit Trauer zu tun hat, aber die Grants verstehen das nicht. Ich bin nicht die Art von Frau, die sie gerne hätten. Meine Schuldgefühle versuche ich durch meine Kochkurse zu kompensieren, wie ich dir ja schon erzählt habe. Bist du seit Tod's Tod mit irgendjemandem zusammen gewesen? fragte er. Nach ein paar Jahren habe ich mich ab und zu verabredet, aber ich hatte mit meinem Studium so viel zu tun und war auch nicht mit ganzem Herzen dabei. Ehrlich? Bisher war es die Mühe einfach nicht wert. Er blieb vor einem niedrigen Zaun stehen, der einen Gemüsegarten umgab. Warum jetzt? Warum mit mir? Sie schüttelte den Kopf. Du fischst nach Komplimenten, aber da beiße ich nicht an. Er grinste. Natürlich tust du das, du beißt doch gerne mal. Er zog sie an sich und schlang ihr die Arme um die Taille. Kurz bevor er sie küsste, hatte er das Gefühl, dass sie sich versteifte. Ist dir das hierzu öffentlich? Er konnte die anderen Gäste zwar nicht sehen, aber durchaus hören. Francesca zuckte mit den Schultern. Ich bin nur ein wenig angespannt. Er führte ihre Hand an den Mund und gab jedem Finger einen Kuss. Dann werde ich mich so lange zurückhalten, bis wir wieder alleine sind, einverstanden. Francesca nickte und versuchte zu lächeln. Nachdem sie auf die ordentlichen Reihen im Gemütegarten gezeigt hatte, erzählte sie, wie Grandma Tessa und Grammy M jedes Frühjahr in einen wahren Pflanzrausch verfielen, denn dieses Thema hielt sie davon ab, mit dem heraus zu platzen, was ihr wirklich durch den Kopf ging. Sie war schwanger. Von ihm, Sam. In den Leben ist so unfair, dachte sie auf dem Rückweg zum Garten. Kondome sollten zu 96% sicher sein. Sie und Sam hatten in der ersten Nacht viermal miteinander geschlafen. Wie standen wohl die Chancen bei nur vier Versuchen gleich schwanger zu werden? Sam nahm ihre Hand und drückte sie. Die Zärtlichkeit in seinem Blick weckte in ihr den Wunsch in Tränen auszubrechen oder sich auf den aber nicht an diesem Tag. Nicht in Anwesenheit ihrer Familie und vielleicht auch nicht gleich am folgenden Tag. Er war immer noch dabei, sich daran zu gewöhnen, dass er eine zwölfjährige Tochter hatte. Was würde er wohl erst zu einer Schwangerschaft sagen? Ein Baby. Sie atmete ein. Das würde alles ändern. In ihrem Leben und in seinem. Was war mit ihrem Studium? Ihren Zielen? Könnte sie das alles weiter verfolgen und trotzdem eine alleinerziehende Mutter sein? Sie hatte doch jetzt schon ab und zu Schwierigkeiten ihre Ausgaben zu bestreiten. Und was Sam anging, aus dem Augenwinkel schaute sie ihn an. Er würde nicht glücklich sein. Sie zuckte innerlich zusammen, als sie an den Schock dachte, den Kellys Ankunft ihn versetzt hatte. Zumindest war seine Sam war wie sie. Er hatte sehr deutlich gemacht, dass er nicht an einer langfristigen Beziehung oder gar einer Ehe interessiert war. Er musste sich schon genug umstellen, um Kelly in sein Leben zu integrieren. Was würde passieren, wenn er herausfände, dass es bald noch ein Kind in seinem Leben gäbe? Mit einem der kleinen Trucks fuhr Brenner zum nördlichen Ende des Anwesens und hielt am Zaun Chardonnay Trauben. Von den dicht nebeneinander hängenden Weintrauben schaute sie zum Himmel empor. Das war der Teil der Saison, von dem ihr Großvater behauptete, er mache alle zu Gläubigen. Man betete für die richtigen Temperaturen, das passende Gleichgewicht von Sonne, Wolken und Nebel. Um Regen, der in einigen Wochen fallen möge, in anderen jedoch nicht. Brenner richtete sich auf und strich sich über den Rock ihres Kleides. Sie hätte die Party nicht verlassen sollen, aber aus Gründen, die sie selbst nicht verstand, war ihr die Menschenansammlung zu viel geworden. Sie hatte sich unbehaglich und fehl am Platz gefühlt. Langsam ging sie am Zaun entlang. Verdammt, dachte sie. Sie weigerte sich, Jeff zu vermissen. Das Arschloch hatte sie für eine Jüngere sitzen lassen. Sie wollte ihn nicht zurück. Sie wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber an diesem Tag musste sie das erste Mal als Single Frau an einer größeren Feier teilnehmen. Sie und Francesca hatten mit 18 Jahren ihren Männern in einer großen Doppelhochzeit ewige Treue geschworen. In den letzten neun Jahren hatte sie vergessen, wie es sich anfühlte, allein zu sein. Eine plötzliche Bewegung erregte ihre Aufmerksamkeit. Wie angewurzelt blieb Brenner stehen. Sie wusste, was sie sehen würde, wenn sie sich umdrehte. Einen Herzschlag lang war sie dankbar dafür, dass sie besser aussah als bei ihrem letzten Zusammentreffen ein paar Monate zuvor. Sie erinnerte sich noch genau daran, wie sexy sie ihn gefunden hatte. Viel zu sexy, um es in Worten ausdrücken zu können. Wie schnippische Bemerkungen an den Kopf zu werfen. An diesem Tag war sie entschlossen, sich zusammenzureißen und höflich zu bleiben. Hallo Neck, sagte sie und drehte sich zum Zaun um. Nicholas Giovanni, einziger Erbe des Giovanni-Grund und Bodens und von Wall-Sea-Wignard kam auf sie zugeschlendert. Er bewegte sich mit einer lässigen Eleganz, die sie daran erinnerte, wie es war sechzehn und bis über beide Ohren verknallt in den Nachbars Jungen zu sein. Die Zeit musste ihm äußerst wohlgesinnt sein, denn sie hatte ihn lediglich mit ein paar kleinen Fältchen in den Augenwinkeln bedacht, die sein gutes Aussehen und seinen Sex Appeal nur umso mehr betonten. Brenner, er blieb am Zaun stehen. Ich kann die Party bis hierher hören. Sie drehte sich zu Hacienda um, konnte aber außer Weinreben nichts sehen. Leises Gelächter und Musikfetzen wehten zu ihnen herüber. Meine Einladung muss wohl in der Post verloren gegangen sein, sagte er lächelnd. Mein Großvater ist zu alt, um sich zu ändern, sagte sie. Er wird dir nie vergeben, dass du ein Giovanni bist. Ich brauche keine Vergebung. Das brauchen Männer wie du nie, dachte sie. Sie können völlig straffrei sündigen. Langsam ließ sie den Blick über seine Jeans und sein T-Shirt mit den abgeschnittenen Ärmeln gleiten. Ich nehme an, du feierst nicht zu Hause. Ich werde später noch ausgehen. Er starrte sie an. Seine dunklen Augen schienen durch ihre zerbrechliche Fassade hindurch ihre Unsicherheit erkennen zu können. Verlegen strich sie sich mit der Hand über ihr kurzes Haar. Der Schnitt gefällt mir. Sein Blick folgte ihrer Bewegung. Du siehst gut aus. Einfache Worte, bedeutungslose Worte. Sie fluchte leise, als Freude in ihr aufblühte und ihr ganz heiß wurde, wie immer wenn Nick in der Nähe war. Du auch, erwiderte sie, bevor sie sich zurückhalten konnte. Sofort war es ihr unglaublich peinlich. Sie räusperte sich und wechselte dieses Jahr eine reiche Ernte. Er nickte. Hast du gehört, dass die Schulers ihr Geschäft verkaufen? Ich habe ein Angebot abgegeben. Das war so typisch für ihn. Verdammt, Nick, sag mir nicht, die kaufst du auch. Musst du dann jeden einzelnen Hektar hier im Tal besitzen? Er grinste. Ah, das ist die Brenner, die ich kenne. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, witzig. Du stehst kurz vor einer Überproduktion. Sie dachte an die Karte im Büro ihres Großvaters, auf der sowohl das Land der Marcellis als auch Wild Sea Veneers eingezeichnet waren. Im Verlauf der letzten 20 Jahre hatte sich der Besitz ihrer nördlichen Rivalen beinahe verdoppelt. Auf gar keinen Fall kannst du dich um so ein großes Gelände kümmern oder ist das vielleicht ein Ziel? Wirst du Leute anheuern, deine Weinberge zu managen, damit du dir nicht mehr die Hände schmutzig machen musst? Wir werden die Größten und die Besten sein. Unmöglich. Außerdem hast du schon entschieden, dass Quantität für dich wichtiger ist als Qualität. Was mich zwar enttäuscht, aber nicht wirklich überrascht. Er lehnte sich gegen einen Zaunpfahl. Ich habe gehört, Lorenzo hat dir wieder die Leitung übertragen. Für den Moment. Sie dachte an die Drohung ihres Großvaters, alles zu verkaufen. Ich werde mit den weißen Trauben eine neue Cuvée kreieren. Die wird ein echter Champion. Glaub mir, gegen mich willst du nicht in einen Wettbewerb treten. Wir stellen keine Cuvée her, aber es ist keine schlechte Idee. Sicher, wenn man selber keine Ideen hat, kopiert man einfach. Er grinste. Ich werde ihn billiger produzieren und ungefähr zehnmal so viel verkaufen wie du. Ja, das würde er, verdammt nochmal. Trotzdem bleibe ich die Beste, erwiderte sie. Und pleite. Oder auf der Straße, wenn ihr Großvater wirklich verkaufte. Doch daran wollte sie jetzt nicht denken. Die Musik wurde unvermittelt laut und Brenner drehte sich zur Hacienda um. Ich gehe besser wieder, sagte sie. Er nickte. War schön, dich getroffen zu haben. Oh, klar, weil du es genießt, mit mir zu streiten. Er überraschte sie mit einem Grinsen. Ehrlich gesagt, tue ich das wirklich. Wir sehen uns, Brenner. Sie war zu verblüfft, um etwas zu erwidern. Er verschwand zwischen den Reben und sie kehrte zu ihrem Truck zurück. Als sie auf den abgesessenen Sitz rutschte, erinnerte sie sich an die Zeit, als alles noch ganz anders gewesen war. Vor Jahren war Nick ihr Universum gewesen. Sie hatte geglaubt, nicht ohne ihn leben zu können. Doch sie hatte sich geirrt. In einer Welt, in der die Marcellis und die Giovannis eingeschworene Feinde waren, hatte Nick sie gebeten, sich zu entscheiden. Das hatte sie auch getan. Aber nicht für ihn. Francesca legte eine Handvoll Besteck auf den Tisch und fing an, es zu sortieren. Es war inzwischen so warm geworden, dass sie für den Schatten, den die Bäume spendeten, dankbar war. Die Partygäste standen in großen und kleinen Gruppen verteilt auf dem Grundstück und die Band, die ihre Eltern engagiert hatten, verbreitete gute Stimmung. Alle paar Minuten ertappte Francesca sich dabei, nach Sam Ausschau zu halten. Sobald sie einen Blick auf ihn erhaschte, wurde sie von einer Mischung aus Schuldgefühl, Angst und Panik gepackt. Sie bekam ein beklommenes Gefühl in der Magengegend, die Kehle wurde ihr eng. Nichts davon war sonderlich angenehm. Hast du das gesehen? Kelly kam auf sie zugerannt. Sie zitterte förmlich vor Begeisterung. Ihre Wangen waren gerötet und die Augen strahlten. Sieh mal! Mit dem ausgestreckten Finger zeigte sie in die Richtung. Francesca drehte sich um, doch sie sah nichts, was so interessant sein könnte. Zwei Menschen saßen zusammen im Schatten, sie sprachen, die Köpfe einander zugeneigt. Das sind mein Uropa und deine Grammy M, sagte Kelly. Vor einer Weile total toll oder absolut widerlich ist. Francesca grinste. Sie wusste, wofür sie sich entscheiden würde. Es ist schön, sagte sie. Kelly rümpfte die Nase. Sie sind so alt! Das sollte dir Hoffnung für die Zukunft geben. Mit ein wenig Glück hast du in dem Alter auch noch ein liebes Leben. Kelly stöhnte. Das ist echt widerlich! Warte ab, bis du so alt bist, dann denkst du anders darüber. Na, was macht ihr zwei hier? Francesca drehte sich um und sah Sam auf sich zukommen. Kelly grinste. Gabriel hat eine Freundin! Sam sah, was zwischen Gabriel und Grammy M los war. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, gab er zu. Francesca findet das süß, erklärte Kelly ihm. Ich bin mir nicht so sicher. Liebe kennt kein Alter, sagte Francesca. Kellys Miene verhärtete sich. Ich hasse es, wenn Leute sich verlieben. Dann benehmen sie sich total doof und vergessen, was wichtig ist. Nichts anderes interessiert sie dann mehr. Sie drehte sich um und rannte zum Haus. Sam schaute ihr hinterher. Meine Ex-Frau wird sich für einiges zu rechtfertigen haben, sagte er kalt. Für das, was sie uns beiden angetan hat. Ihretwegen hat Kelly die Hölle durchgemacht und mich hat sie davon abgehalten da zu sein und das Leben für meine Tochter erträglich zu machen. Ich kann ihr vieles vergeben, aber ihre Lügen werde ich ihr niemals verzeihen. Die letzten Teller waren abgeräumt, als die Sonne hinter dem Horizont verschwand. In der Ferne wurde das Feuerwerk auf einem Stück Land aufgebaut, das noch kultiviert werden musste. Francesca und Brenner schlenderten durch die Dämmerung auf das Haus zu. Ich platze gleich, sagte Francesca und berührte ihren Bauch. Die Probleme in ihrem Leben hatten nicht den geringsten Einfluss auf ihren Appetit gehabt. Warum esse ich immer zu viel? Weil die Grants die besten Köchinnen der Welt sind, erwiderte Brenner. Ich muss hier unbedingt raus und mir ein eigenes Haus suchen. Wenn ich noch länger bleibe, werde ich am Ende des Sommers 400 Pfund wiegen. Francesca lachte. Du siehst toll aus, hör auf, dich zu beschweren. Ich sehe ganz okay aus, widersprach ihre Schwester. Du hingegen siehst umwerfend aus. Dich umgibt so ein seltsames Strahlen. Brenner kniff leicht die Augen zusammen. Das liegt an Sam, oder? Francesca fluchte im Stillen. Strahlen? Sie durfte nicht strahlen. Immerhin war sie erst seit drei Wochen schwanger. Das Baby war noch nicht einmal so groß wie ein Reiskorn. Das kommt von meiner neuen Feuchtigkeitscreme. Wirklich, die ist großartig. Brenner lachte. Du bist so eine Lügnerin. Francesca wusste, Brenner sie nur aufzog, doch das L-Wort ließ sie trotzdem innerlich zusammenzucken. Das war wenigstens ein Thema, über das sie gefahrlos sprechen konnte. Okay, ja, er ist schon ziemlich großartig und du magst seine Tochter. Kelly ist ein gutes Mädchen. Sie erreichten die Rückseite des Hauses. Brenner blieb stehen. Dann pass auf, Schwesterlein, denn ich sehe Funken zwischen euch fliegen. Mach dir keine Sorgen, da ist nichts. Sie zögerte. Nichts Ernstes zwischen ihnen? War ein Baby etwa keine ernste Sache? Wir sind noch nicht so weit Ringe auszusuchen, versprochen. Sei einfach nur vorsichtig, ich will nicht, dass du verletzt wirst. Das will ich auch nicht, Sam und ich. Das plötzliche Aufbrausen von barschen, wütenden Stimmen unterbrach sie. Francesca schaute in Richtung des Hauses und sah ihren Vater mit ihrem Großvater streiten. Was zum Teufel ist da los? Schnell lief sie auf die beiden zu. Dad sieht wütend aus, Brenner eilte ihr hinterher. Sie weiß es einfach, sagte ihr Vater gerade, als sie bei ihm ankamen. Brenner kannte sich schon immer gut mit Trauben aus. Was wäre so schlimm daran, wenn du ihr einmal zuhören würdest? Grandpa Lorenzo winkte ab. Das ist nicht der Pinot Noir Trauben zu kaufen ist eine gute Idee. Wir müssen expandieren. Das hast du nicht zu bestimmen, wütete der alte Mann. Dieses Land gehört mir und ich kann damit machen, was ich will. Sind sie betrunken? fragte Francesca leise. Unschlüssig standen sie und Brenner ein paar Meter von den beiden Männer entfernt. Ich habe keine Ahnung. Grand Matessa eilte herbei, genau wie Grammy M., die Gabriel im Schlepptau hatte. Francescas Mutter bog um die Hausecke. Marco? fragte sie. Was ist los? Mein Vater ist los, erwiderte er, ganz offensichtlich wütend. Er ist so stur wie immer. Ich habe gerade erfahren, dass Brenner ein paar Rebstöcke kaufen wollte, aber der große Patriarch der Familie hat sie nicht gelassen. Ich habe hier das Sagen, erklärte Grandpa Lorenzo. Auf den Etiketten steht mein Name. Wir haben alle den gleichen Namen, platzte es aus seinem Sohn heraus. Uns allen liegt das Weingut am Herzen. Mir aber am meisten. Ich warte und warte, aber es kommt kein Erbe und jetzt? Jetzt verlieren wir alles. Sein Sohn trat bedrohlich näher. Wage ja Alter Mann. Wenn jemand die Schuld daran trägt, dann du. Nicht ich, nicht Colleen. Du und Mama habt entschieden. Ihr habt diesen Weg gewählt. Francesca hatte keine Ahnung, wovon sie sprachen, aber der schuldbewusste Gesichtsausdruck ihres Großvaters überraschte sie. Sie drehte sich zu Grandma Tessa um und sah Tränen in ihren Augen schimmern. Sogar Grammy M. sah besorgt aus. Francesca warf Brenner einen Blick zu, die genauso verwirrt aussah, wie sie sich fühlte. Ihre Mutter begann zu weinen. Ich kann nicht, Marco, sagte sie leise. Ich kann nicht mehr so tun, als wäre es nicht passiert. Ich weiß. Ihr Ehemann legte ihr den Arm um die Schultern. Es ist dreißig Jahre her und schmerzt immer noch jeden Tag. Wütend funkelte er seinen Vater an. Verdammt seist du für deine Arroganz und deinen Stolz. Verdammt dafür, dass du uns gezwungen hast, unseren Sohn aufzugeben. Wie viele der Gäste war auch Sam vom Klang lauter Stimmen angelockt worden. Nun herrschte bedrücktes Schweigen, als Markus Worte in der einbrechenden Dunkelheit nachhalten. Was ist passiert? Nicht sondern helle ihn leise und drängte sich näher an ihn. Ich weiß es nicht. Was auch immer es war, die Familie brauchte dafür keine Zuhörer. Wir sollten gehen, sagte er. Aber wir haben noch gar nicht das Feuerwerk gesehen. Ja, dachte Sam, zumindest nicht das, welches du meinst. Wir schauen uns das Ampyr bei uns zu Hause an, gab er zurück und ging zu Gabriel hinüber, der immer noch neben Grammy M stand. Sein Großvater schaute auf und sagte etwas zu Grammy M. Dann kam er Sam langsam entgegen. Das hier ist eine Familienangelegenheit, meinte Gabriel. Da haben wir nichts zu suchen. Das sehe ich genauso. Ich sage nur eben Francesca Bescheid, dass wir gehen. Wir treffen uns am Auto. Die Marcelli Familie stand eng zusammen. Francesca hatte den Arm um ihre Mutter gelegt. Beide wirkten geschockt. Wir machen uns dann mal auf den Weg, sagte Sam. Sie schaute ihn an und nickte. Doch er war nicht sicher, ob sie ihn wirklich sah. Er wollte ihr den gleichen Trost spenden, den sie ihrer Mutter schenkte. Francesca wirkte so, als könnte sie eine Schulter zum Anlehnen gebrauchen. Sie brachte ein leicht gequältes Lächeln zustande. Normalerweise enden darüber keine Gedanken. Sie nickte. Das Licht, das aus den Fenstern des Hauses fiel, erleuchtete die eine Hälfte ihres Gesichts. Im Gedanken strich Sam ihr über die Wange und das dunkelbraune Haar, das sich an ihren Hals schmiegte. Ruf mich an, wenn du etwas brauchst, sagte er. Kelly und ich sind das ganze Wochenende über zu Hause. Ja, danke. Er winkte und machte sich auf den Weg zum Auto. Zehn Minuten später hatten sie das Grundstück der Marcellis verlassen und näherten sich dem Highway. Was ist da passiert? wollte Kelly wissen. Ich bin mir nicht sicher. Sam nahm an, dass Francesca es ihm erklären würde, wenn sie sich wiedersehen. Bis dahin hatte es keinen Zweck, Spekulationen anzustellen. Mary Margaret war verdammt aufgebracht, murmelte Gabriel. Sam warf seinem Großvater einen Seitenblick zu. Mir ist aufgefallen, dass du viel Zeit mit ihr verbracht hast. Gabriel grinste vielsagend. Sie ist eine sehr nette Frau. Das ist eklig, beschwerte sich Kelly von der Rückbank. Gabriel lachte leise und zwinkerte Sam zu. Ich hab dir doch gesagt, dass in diesem alten Körper noch eine Menge Leben steckt. Ja, das Francesca und Brenner standen Katie gegenüber. Alle drei Frauen waren in der Küche, während ihre Eltern und Großeltern sich mit gedämpften Stimmen im Wohnzimmer unterhielten. Das ist total verrückt. Brenners Stimme war rau, in ihren Augen standen Schock und Ungläubigkeit. Francesca wusste, dass sie vermutlich genauso aussah, aber im Gegensatz zu Brenner hatte sie nichts zu verlieren, wenn die Bombe, die gerade geplatzt war, wirklich stimmte. Sicher, ihr Großvater hatte angedeutet, das Weingut zu verkaufen, aber Francesca hatte nie geglaubt, dass er wirklich dazu in der Lage wäre. Irgendwann würde Grandpa Lorenzo einknicken und Brenner alles vererben, außer es gäbe einen männlichen Erben. Ein Bruder, sagte Katie fassungslos, das kann nicht sein. Doch, das kann nur zu gut sein, gab Brenner erbittert zurück. Francesca schüttelte den Kopf. Warum haben sie nie etwas gesagt? Warum haben sie das Geheimnis 30 Jahre lang bewahrt? Vielleicht ist Dad nicht der Vater, mut maßte Katie. Sie klang genauso überwältigt, wie Francesca sich fühlte. Er hat aber unser Sohn gesagt, warf Brenner ein. Was ist mit all den Malen, zu denen Grammy M gesagt hat, die Familie würde von Gott bestraft, fragte Francesca. Wir haben nie herausgefunden, was sie damit meinte. Was wenn es um diese Sache ging? Zack, Katies Verlobter, kam in die Küche. Soll ich irgendwo anders warten? fragte er. Katie schotte Francesca an, die den Kopf schüttelte. Ich denke, für Geheimnisse ist es jetzt ein bisschen zu spät. Und was jetzt? fragte Brenner. Ich kann das alles nicht glauben, das ist doch totaler Blödsinn. Francesca berührte sie am Arm. Sie spürte Brenners Schmerz ebenso sehr wie ihren eigenen. Jetzt werden wir die Wahrheit herausfinden. Katie verzog den reingehen, wird er damit drohen, uns aus der Familie zu verstoßen. Da mir das bereits einmal passiert ist, weiß ich, dass das nicht lustig ist. Wir haben keine andere Wahl, erklärte Francesca. Was mit dir passiert ist, tut mir leid, wir hätten zusammenhalten sollen, und genau das werden wir dieses Mal tun. Wenn du ihn jetzt schon nervig findest, sagte Brenner bitter, dann arbeite mal eine Weile für ihn. Sie nahm die Hände ihrer Schwestern. Kommt, wir gehen zu ihnen hinüber. Zack legte seinen Arm um Katys Schulter und zu viert gingen sie ins Wohnzimmer. Ihre Eltern saßen nebeneinander auf dem Sofa. Ihre Mutter weinte. Mit einer Hand drückte sie sich ein Taschentuch gegen die Augen und mit der anderen hielt sie sich an ihrem Ehemann fest. Grammy M. saß auf der anderen Seite neben ihr. Zum ersten Mal fiel Francesca auf, dass ihre Großmutter eine alte Frau war. Der Schmerz betonte die Falten in ihrem Gesicht und zog ihre Mundwinkel nach unten. Grandma Tessa saß allein in einem Sessel am Kamin. Grandpa Lorenzo stand neben ihr. Alle schauten auf, als Francesca ihre Schwestern und Zack eintraten. Grandpa Lorenzo runzelte unwillig die Stirn. Das hier geht euch nichts an. Francesca ignorierte ihn und ging zum Sofa. Dort quetschte sie sich neben Grammy M. nahm deren zarte Hand in ihre. Ist mit der alles in Ordnung? Ihre Großmutter versuchte sich an einem leichten Lächeln. Ich wusste, dass es eines Tages ans Licht kommen würde. Keiner von uns wollte euch Mädchen verletzen. Das müsst ihr uns glauben. Mary Margaret, rief Grandpa Lorenzo. Wirst du wohl still sein? Grammy M. zuckte zusammen. Francesca stand auf und wandte sich an ihren Großvater. Es ist schon viel zu lange geschwiegen worden. Wir sind alle Teil dieser Familie. Du kannst uns drohen, Grandpa, aber du kannst uns nicht verscheuchen. Wir wollen wissen, was los ist. Ihre Eltern tauschten einen Blick. Grand Matessa sah ihren Ehemann an. Grammy M. nickte langsam. Ja, es ist an der Zeit, sagte sie leise. Das finde ich auch, Francescas Vater erhob sich. Es ist schon längst überfällig. Es dauerte ein paar Minuten, bis jeder einen Platz gefunden hatte. Francesca saß zwischen Brenner und Grand Matessa auf dem Sofa. Ihre Mutter teilte sich mit Grammy M. die eine Chais Long und Katie und Zack die andere. Nur Lorenzo und sein Sohn standen jeder für sich allein da. Beide warfen sich quer durch das Wohnzimmer finstere Blicke zu. Die Spannung in der Luft war beinahe greifbar. Francesca fragte sich, wie lange dieses heikle Thema schon vermieden wurde, wie viele Jahre ihre Familie benötigt hatte, um endlich reinen Tisch zu machen. Sie und ihre Schwestern hatten immer gewusst, dass es in der Familie Geheimnisse gab, aber sie hatten angenommen, es handle sich um alberne, unwichtige Sachen, die vielleicht ganz interessant waren, aber keinen Einfluss auf ihr Leben hatten. Da hatten sie sich gründlich geirrt. Den Blick immer noch auf seinen Vater geheftet, fing Marco an zu sprechen. Ihr Mädchen wisst, dass eure Mutter und ich schon in der Highschool miteinander ausgegangen sind. Alle drei nickten. Francesca sah, wie ihr Vater den Blick von Grandpa Lorenzo löste und auf seine Töchter richtete. Er lächelte jede von ihnen an. Sie erkannte die Liebe in seinen Augen und das unausgesprochene Versprechen, dass sie verkraften würden, was auch immer er zu sagen hatte. Ihre Anspannung löste seine Frau an, die ihm trotz der Tränen in den Augen ein warmes, zärtliches Lächeln schenkte. Was ihr nicht wisst, ist, dass unsere Familien gegen diese Beziehung waren. Francesca richtete sich auf. Sie schaute zu Brenner, dann zu Katie. Ihre Schwestern wirkten genauso überrascht wie sie. Sie drehte sich zu Grammy M um, um eine Bestätigung für das zu bekommen, was ihr Vater gerade gesagt hatte. Du warst mit Daddy nicht einverstanden? fragte sie. Nervös verschränkte Grammy M die Hände im Schoß. Das war vor langer Zeit, liebe es. Damals war einiges anders. Grandma Tessa zuckte mit den Schultern. Wir wollten ein gutes italienisches Mädchen für unseren Marco. Aber das war in den 70ern. Haben die Leute damals wirklich noch Wert auf sowas gelegt? fragte Brenner. Traurig lächelte ihre Mutter sie an. Mehr als du ahnst. Auf deinen Vater und mich wurde sehr viel Druck seitens unserer Familien ausgeübt, damit wir einander nicht mehr trafen. Wir haben beide mit unseren Eltern gestritten. Am Ende haben wir so getan, als würden wir klein beigeben, damit wir unsere Ruhe hatten. Von da an haben wir uns nur noch heimlich getroffen. Grandpa öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber sein Sohn schnitt ihm das Wort ab. Ich erzähle die Geschichte, sagte Marco. Grandpa Lorenzo zögerte, dann nickte er. Brenner rutschte näher und nahm Francescas Hand. Francesca versuchte ihr beruhigend zuzulächeln, befürchtete aber, dass ihr das fürchterlich misslang. Eure Mutter war erst sechzehn, als wir entdeckten, dass sie schwanger war. Er hat mir sofort einen Antrag gemacht, warf Colleen ein. Wir wollten sowieso heiraten, aber das hat unseren Zeitplan ein wenig durcheinander gebracht. Unglücklicherweise waren unsere Eltern über die Neuigkeiten wenig erfreut. Francesca konnte nicht einmal ahnen, wie es für die beiden gewesen sein musste. Zwei Teenager, denen nichts als Missbilligung entgegenschlug. bestimmt ziemliche Angst gehabt. Wir haben sie fortgeschickt, sagte Grammy M. leise. Tränen sammelten sich in ihren blauen Augen. Gott möge uns dafür vergeben. Grandma Tessa nickte. Sie zog ihren Rosenkranz aus der Kitteltasche und küsste ihn. Colleen seufzte. Ich wurde zu einer Schule für ledige Mütter geschickt, bevor ich mit eurem Vater durchbrennen konnte. Niemand wusste, wo ich war. Sie dachten, sie räusperte sich. Wir alle dachten, Grammy M. schaute ihre Tochter an. Du wirst nicht die Schuld für etwas auf dich nehmen, zu dem andere dich gezwungen haben. Sie wandte sich an ihre Enkelinnen. Mein Connor, Gott hab ihn selig, Tessa, Lorenzo und und ich haben entschieden, es wäre das Beste, wenn sie den Kleinen zur Adoption freigibt. Colleen und Marco waren doch selber noch Kinder, aber sie waren dickköpfig und haben sich gegen uns aufgelehnt. Doch am Ende haben wir gewonnen. Sie klang darüber nicht sehr glücklich. Francesca schaute ihre Mutter an. Du hattest einen Sohn? fragte sie. Ja, ich habe ihn nie gesehen. Sie sagten, so wäre es leichter für mich. Sie schluckte. Tränen schimmerten in ihren Augen. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt noch schwerer hätte sein können. Sie haben ihn mir weggenommen und ich bin nach Hause gekommen. Sie richtete die Aufmerksamkeit auf ihren Ehemann. Marco hat auf mich gewartet. Unsere Eltern bestanden darauf, dass wir uns nicht mehr sehen, aber wir haben nicht auf sie gehört. Als ich 18 wurde, haben wir geheiratet. Marco ging zu seiner Frau und nahm ihre Hand. Das ist alles, sagte er leise. Nun wisst ihr ist. Francesca fragte sich, wer Mia davon berichten würde, beschloss dann aber, sich später Gedanken darüber zu machen. Sie spürte, wie Brenner tief durchatmete. Also lebt er irgendwo da draußen, ohne zu wissen, wer er ist oder was hier auf ihn wartet? Francesca drehte sich zu ihrer Schwester um. Brenners Miene war starr und ausdruckslos. Der Schmerz, den ihre Zwillingsschwester verspürte, traf Francesca wie ein Fausthieb in den Magen. Sie wollte sagen, dass ein männlicher Erbe doch jetzt wohl keine Bedeutung mehr haben konnte, dass Grandpa Lorenzo das Weingut niemals einem Fremden übergeben würde, auch wenn er ein Blutsverwandter war. Doch sie wusste, dass das nicht stimmte. All das war nur zu gut möglich. Gott hat uns bestraft, sagte Grand Mathessa. Wir hätten nicht darauf bestehen sollen, dass sie das Baby weggibt. Mach dich nicht lächerlich, fuhr Grandpa Lorenzo sie an. Gott bestraft uns nicht. Aber er klang nicht so sicher, wie er vorgab zu sein. Francesca fiel es schwer, all das zu verarbeiten, was sie gehört hatte. Wie konnten Ereignisse, die dreißig Jahre her waren, heute noch Einfluss auf ihrer aller Leben haben. Und doch war innerhalb von Minuten durch die wenigen Informationen, die sie erhalten hatten, alles anders geworden. Hat schon einmal jemand Kontakt mit ihm aufgenommen, erkundigte sie sich. Wir haben nicht geglaubt, dass das nötig sein würde, antwortete Grandpa Lorenzo. Fassungslos schaute Francesca ihn an. Nötig? Er gehört zur Familie. Irgendwo da draußen hast du einen Enkel, wir haben einen Bruder. Meine Eltern haben einen Sohn. Ist dir das völlig egal? Wir waren uns nicht sicher, sagte Colleen leise. Wir wollten sein Leben nicht durcheinander bringen. Wir hatten ja keine Ahnung, ob er überhaupt daran interessiert war, von uns zu hören. Wir wussten nicht, ob er uns vergeben würde. Ihre Mutter sprach die Worte zwar nicht aus, aber das musste sie auch nicht. Alle verstanden sie auch so. Katie klammerte sich an Zags Hand. Warum habt ihr uns nie davon erzählt? Ihr Vater zuckte mit den Schultern. Es war nie der richtige Zeitpunkt. Katie wollte protestieren, besann sich jedoch eines Besseren. Francesca überlegte, ob sie an die Geheimnisse dachte, die jede von ihnen vor ihrer Familie verborgen hielt. Katie hatte welche, die eine gelöste Verlobung betrafen. Francesca hatte nie die Wahrheit über ihre Ehe mit Todd gesagt. Und Brenner? Francesca musterte ihre Zwillingsschwester. Welche Geheimnisse hütete Brenner? Wir brauchen etwas Zeit, um das alles zu verarbeiten, sagte Francesca. Ich denke, wir sollten das Thema für ein paar Tage beruhen lassen und Sonntag beim Brunch noch einmal darüber sprechen. Katie nickte. Das sehe ich genauso, es ist nicht länger ein Thema, das nur euch angeht. Was jetzt passiert hat Auswirkungen auf uns alle. Wütend funkelte Grandpa Lorenzo sie an. Sei still, fahl er. Du bist nicht der Kopf dieser Familie. Das stimmt, Grandpa, schaltete Brenner sich gemacht. Grandpa Lorenzo fing an zu stottern, doch bevor er etwas sagen konnte, stand Brenner auf. Francesca erhob sich ebenfalls, gefolgt von Katie. Die drei Schwestern stellten sich nebeneinander auf. Wir entscheiden zusammen, Francesca schaute ihre Eltern an. Einverstanden? Ja, sagte ihr Vater. Am Sonntag werden wir weiterreden und eine Entscheidung treffen. Gemeinsam, als Familie. Katie verließ das Wohnzimmer als Erste. Ihre Schwestern folgten ihr. In stummer Übereinstimmung sprachen sie erst wieder, als sie oben in dem alten Kinderzimmer waren, das Francesca und Brenner sich früher geteilt hatten. Das Zimmer, in das Brenner nach dem Scheitern ihrer Ehe zurückgekehrt war. Sie setzten sich auf die Betten und schauten einander an. Fröhlichen 4. Juli, meinte Brenner grimmig. Francesca berührte ihren Arm. Geht es dir gut? Nicht ansatzweise. Und dir? Ich bin geschockt. Ich auch, sagte Katie und ließ sich rücklings aufs Bett fallen. Warum zum Teufel haben sie nicht schon viel früher was gesagt? Das würde ich auch gerne wissen, beteuerte Brenner. Du bist aufgebracht. Eindringlich musterte Francesca ihre Zwillingsschwester. Brenner schüttelte den Kopf. Schlimmer, ich bin am Ende. Es war furchtbar genug zu erfahren, dass Grandpa Lorenzo daran denkt, das Weingut zu verkaufen. Ich habe angenommen, ich hätte trotzdem noch eine Chance, weil er keine Fremden auf dem Land haben will. Aber wenn es da draußen irgendwo einen Erben gibt, kann ich meinen tröstendes sagen, fand aber keine Worte. Mit dem heutigen Tag hatte sich alles verändert und sie fürchtete, dass ihr Leben nie mehr so werden würde, wie es einmal gewesen war. Es war ein perfekter Sommertag, aber Francesca konnte noch nicht einmal genügend Energie aufbringen, die Vorhänge zurückzuziehen. Stattdessen rollte sie sich auf dem Sofa zusammen, zog die Beine an die Brust und stützte ihre Stirn auf die Knie. Wie hatte sich alles innerhalb kürzester Zeit nur so dramatisch verändern können? In der einen Minute war sie auf einem guten Weg gewesen, ihre Ziele zu erreichen, während sie mit einem fabelhaften Mann ausging, der zudem keinerlei Interesse in einer festen Bindung oder gar einer Ehe hatte. Und in der nächsten war sie schwanger, wusste nicht, wie sie das Sam beichten sollte und hatte auf einmal einen Bruder, der das Weingut erben und damit ihrer Schwester das Herz brechen könnte. Hinzu kamen all die Kleinigkeiten, die die neuen Umstände mit sich brachten. Die logistischen Herausforderungen, die sich dadurch ergaben, eine alleinerziehende Mutter zu sein. Die Frage, wie sie es ihrer Familie, wie sie es Sam beibringen sollte. Die Tatsache, dass ihre Eltern sie und ihre Schwestern jahrelang angelogen hatten, dass jemand Mia informieren musste und dass sie sich, obwohl sie keine feste Beziehung mit Sam wollte, im Moment nichts mehr wünschte, als dass er bei ihr wäre. Sie könnte eine feste Umarmung gut gebrauchen. Seufzend schüttelte sie den Kopf. Es hat keinen Sinn, sich das Unmögliche zu wünschen, sagte sie sich. Es war ein wunderbarer Samstag Vormittag. Sam war vermutlich mit Kelly zum Segeln gegangen oder am Strand oder fuhr mit ihr die Küstenstraße entlang. Oder er raufte sich die Haare, weil Kelly ihn in den Wahnsinn trieb. Was auch immer er tat, er dachte garantiert nicht an seine Bettgefährtin für diesen Sommer. Außer vielleicht in dem Sinne, dass er dem Herrn dankte, sich nicht näher auf sie und ihre verrückte Familie eingelassen zu haben. Diese trüben Gedanken sorgten nicht gerade dafür, dass es ihr besser ging. Also denk an etwas anderes, befahl sie sich. Aber an was? Dass das Fehlen von Symptomen die Schwangerschaft nicht weniger real machte? Dass sie einen Arzt aufsuchen und anfangen sollte, stärken? Ein Klopfen an der Tür unterbrach ihren Gedankengang. Sie richtete sich auf und erhob sich. Das ist bestimmt Brenner, sagte sie sich auf dem Weg zur Tür. Ohne Zweifel wollte ihre Schwester darüber reden, was passiert war und … Es war Sam. Francesca starrte ihn an. Er lächelte. Ich dachte, du könntest einen Freund gebrauchen, sagte er. Er sah gut aus. Ports, ein T-Shirt und seine Haare waren wie so häufig leicht zerzaust. Bei seinem Anblick begann ihr Herz schneller zu klopfen. Tränen traten ihr in die Augen. Sie hatte das dumpfe Gefühl, kurz vor einem Weinkrampf zu stehen. Sie trat zur Seite, um Sam herein zu lassen. Geht es dir gut? erkundigte er sich. Sie nickte und schluckte. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Das ist wirklich nett. Ich konnte nicht aufhören daran zu denken, was gestern auf der Party passiert ist. Ich wollte sicher gehen, dass du die Bombe, die deine Eltern haben platzen lassen, überlebt hast. Sie deutete aufs Sofa und ging dann zum Fenster, wo sie die Vorhänge öffnete und die Morgensonne einließ. Ich bin immer noch dabei, das alles zu verarbeiten, gestand sie und setzte sich neben Sam. Ich kann nicht glauben, dass ich einen Bruder habe. Er existiert schon die ganze Zeit und meine Eltern haben ihn nie erwähnt. Er verzog den Mund. Erzähl mir nichts über elterliche Geheimnisse, murmelte er. Sie wollte widersprechen, ihm sagen, dass ihre Eltern nicht mit seiner Mutter vergleichbar waren, aber dann schoss ihr durch den Kopf, ihnen mitgeteilt hatten. Ich schätze, nachdem sie ihn zur Adoption freigegeben hatten, haben sie versucht, ihr Leben weiterzuführen. Sie zuckte mit den Schultern. Aber ehrlich, ich kann nicht sagen, ob sie uns unsretwegen oder ihretwegen nie von ihm erzählt haben. Ich hasse Lügen, sagte Sam. Francesca erschauderte. Hatte sie doch selbst gerade ein riesiges Geheimnis. Sie würde es Sam noch sagen. Das musste sie nicht nur, sie wollte es auch. Es war nur eine Frage des Zeitpunkts. Sie wollte, dass die Beziehung zwischen ihm und Kelly ein wenig stabiler war, und sie wollte noch ein wenig mehr Zeit mit Sam verbringen. Sie wusste, dass sobald sie ihm die Schwangerschaft gestand, nichts mehr so wäre wie zuvor. Wäre es so schlimm, sich zu wünschen, dass er sie noch ein paar Tage länger gern hatte? Bevor sie ihre eigene Frage beantworten konnte, rutschte Sam zu ihr herüber und zog sie an sich. Sie kuschelte sich an seine warme Brust und entspannte sich. Ich wollte dich gestern Abend nicht im Stich lassen, sagte er, aber ich habe angenommen, dass deine Familie bei dem Gespräch keine Zuschauer wollte. Ist schon gut, wir haben die solche feiern immer Personal, das sich um alles kümmert. Wir wussten, für das leibliche Wohl unserer Gäste ist gesorgt und irgendjemand würde das Feuerwerk entzünden. Kelly und ich sind zum Pier hinunter gegangen, um uns das Feuerwerk dort anzusehen. Sie war die ganze Zeit über ziemlich normal, was echt nett war. Ich denke, den Streit deiner Familie mit anzuhören hat sie geschockt. Sollte sie das Thema nochmal aufbringen, sag ihr einfach, dass wir wie jede andere Familie auch sind. Wir werden wütend und kommen drüber hinweg. Mein Großvater verstößt immer mal wieder irgendwelche Familienmitglieder. Aber irgendwann ist dann alles vergeben und vergessen und das Leben nimmt seinen gewohnten Lauf. Zumindest so normal, wie es uns eben möglich ist. Sam gab ihr einen Kuss auf den Scheitel. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Das weiß ich zu schätzen, aber um jemanden zu zitieren, den wir beide kennen, für diese Art von Problem hast du nicht mit unterschrieben. Er schaute sie an. Francesca, du bist in den letzten Wochen mein Rettungsanker gewesen, an den ich mich klammern konnte. Wenn du nicht da gewesen wärst, als Kelly aufgetaucht ist, weiß ich nicht, was passiert wäre. Bei seinen Worten musste sie lächeln. Danke. Genau das meine ich. Jetzt bin ich mal dran. Ich will dir helfen. Ich weiß vielleicht nicht viel darüber, wie man Kinder aufzieht oder mit großen Familien umgeht, aber ich arbeite im Security Bereich. Ich habe Zugriff auf viele Datenbanken und bin mir sicher, dass ich deinen Bruder finden könnte. Sie lehnte sich zurück, um ihn besser anschauen zu können. Du weißt, wie man sowas anstellt? Ich bin der Beste, er zwinkerte. Und so bescheiden, sie dachte über sein Angebot nach. Lass mich das erst mit meinen Eltern besprechen, bevor ich dein Angebot annehme, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht mit ihm in Kontakt treten wollen. Jetzt, wo er kein Geheimnis mehr ist, sollte er Teil der Familie Eltern. Das musste nicht. Eindringlich sah er sie an. Weißt du was? Ich denke, wir haben die Regeln verändert. Sie schluckte. Er ahnte doch wohl nichts von ihrer Schwangerschaft, oder? Wie meinst du das? Unsere unkomplizierte, monogame, rein sexuelle Beziehung hat sich zu einer Freundschaft entwickelt. Ich weiß. Bist du damit anverstanden? Ja. Bis zu dem Augenblick, in dem du durchdrehst, wenn ich dir von unserem Baby erzähle, dachte sie. Ich auch. Er beugte sich vor und berührte zärtlich ihre Lippen. Mehr als einverstanden. Sie spürte den genauen Moment, in dem der zarte Kuss leidenschaftlicher wurde. Hitze flammte in ihr auf, und die Umarmung wurde ein wenig fester. Ihre Haut begann zu prickeln. Trotz der Fragen, des Wissens darum, dass sie ihm die Wahrheit würde sagen müssen, reagierte sie instinktiv auf Sams Nähe, seine Berührungen. Schuldgefühle plagten sie, aber sie schob sie fort, indem sie sich sagte, dass sie ihm in ein paar Tagen reinen Wein anschenken würde. Sie wollte die wenigen Tage genießen, die ihnen noch blieben und in denen alles gut zwischen ihnen war. Francesca. Sam ließ die Hand über ihren Rücken zu ihren Hüften gleiten, dann hinauf zu ihrer Brust. Bedränge ich dich zu sehr? Seine Frage erfüllte sie mit einer nie gekannten Wärme. Nicht mit der Hitze der Leidenschaft, sondern der zärtlichen Wärme des Trostes. Anstatt zu antworten, drückte sie ihm leicht die Hand. Seine Finger schlossen sich um ihre Brust. Mein Bett ist kleiner als deins, murmelte sie. Das bedeutet, wir werden uns wesentlich näher kommen. Ich hoffe, das macht ihr nichts aus. Er seufzte schwer und drückte ihr einen Kuss auf den Hals. Was ich nicht alles für Opfer bringe, um dich zu befriedigen. Ich weiß jedes einzelne davon zu schätzen. Küssend sufte er sich seinen Weg zu ihrem Schlüsselbein. Genüsslich legte sie den Kopf in den Nacken. Derart ermutigt umfasste er ihre Brüste und strich mit den Daumen über ihre empfindlichen harten Knospen. Sofort flammte das Feuer in ihr auf und ließ sie von innen heraus schmelzen. Ihr Slip war bereits feucht, sie wollte und brauchte diesen Mann mit einer Heftigkeit, die der von ihrer ersten gemeinsamen Nacht in nichts nachstand. Dabei hatte sie immer vermutet, die Intensität würde im Laufe sie konnte es kaum erwarten, ihren Behaar zu öffnen und abzustreifen. Sam neigte den Kopf und nahm ihre rosige Brustwarze zwischen die Lippen. Bei dieser sinnlichen Berührung stockte er der Atem. Seufzend fuhr sie ihm durchs Haar. Hör nicht auf, keuchte sie, als ihr Körper sich vor Erregung anspannte. Sam fuhr fort, ihre Brüste zu Liebkosen, dabei ließ die Hände zu ihren Hüften gleiten und forderte Francesca auf, sich auf seinen Schoß zu setzen. Sie kletterte auf ihn und drängte ihre Feuchtigkeit gegen seine Erektion. Durch die Kleidung hindurch spürte sie das Pochen seiner Erregung. Er wollte sie so sehr, wie sie ihn wollte. Das war nur allzu offensichtlich. Doch mit einem Mal zog er sich zurück. Ich brauche ein Kondom keuchte er. Ihr erster Gedanke war, dass sie keinen Schutz mehr benötigten. Ihr zweiter, dass es andere Gründe gab, wieso man sich schützen sollte. Ihr dritter, dass sie die Unterhaltung, die nötig war, nicht ausgerechnet jetzt führen wollte. Glücklicherweise hatte ihre Entscheidung, Sam zu ihrem Liebhaber zu machen, sie zu einem Besuch in der Drogerie verleitet, wo sie eine Packung Kondome gekauft hatte. Nur für den Fall, dass Sam sie jemals besuchen sollte. Zieh dich schon mal aus, sagte sie und eilte ins Schlafzimmer. Sie fand die Packung in ihrem Nachttisch und riss sie auf. Mit einem Kondom in der Hand kehrte sie ins Wohnzimmer zurück, wo sie einen nackten Sam auf ihrem Sofa liegend vorfand. Sie verlangsamte die Schritte und nahm den Anblick seiner breiten Brust, des flachen Bauchs und der beeindruckenden Erektion in sich auf. Schnell schlüpfte sie aus Shorts und Slip warf ihm das Kondom zu, wartete, bis er es übergestreift hatte und setzte sich erneut auf ihn. Sie nahmen ihre alten Positionen ein, sein Mund auf ihrer Brust, ihre Hände auf seinen Schultern, seine Hände auf ihren Hüften. Aber als sie sich dieses Mal auf ihn senkte, glitt er mit einer geschmeidigen Bewegung in sie hinein. Das vertraute Gefühl, von ihm gedehnt und ausgefüllt zu werden, ließ sie vor Lust erzittern. Zusammen mit der sanften Stimulation seiner Lippen an ihrer Brust war sie kurz davor, laut schreiend zu kommen. Es war zu viel und doch wollte sie, dass es niemals aufhörte. Oh Sam, keuchte sie, während sie die Hüften auf und ab bewegte. Sie schlang ihm die Arme um den Hals und versuchte sich zurück zu halten. Es wäre einfach zu peinlich, so schnell zu kommen. Aber sie konnte nicht mehr. Er fühlte sich einfach zu gut an. Die Hände an ihren Hüften drängten sie, sich schneller zu bewegen. Ihre Erregung wuchs ins Unermessliche. Sekunden später hätte sie alles getan, alles gesagt, denn als ihr Körper sich anspannte, um ihr kurz darauf die perfekte Erlösung zu schenken, konnte sie nur immer weiter auf Sam reiten an seinen Namen rufen, bis auch er sich versteifte und in seinem Höhepunkt verlor. Die Wellen der Lust veräppten nur langsam, bis sie schließlich ganz verschwanden. Francesca lehnte sich in dem Augenblick zurück, in dem Sam die Augen öffnete und sie anschaute. Keiner von ihnen lächelte, keiner sprach. Die Verbindung zwischen ihnen wuchs, bis sie einst zu werden schienen. Francesca wusste nicht, was dieses Gefühl zu bedeuten hatte und es jagte ihr höllische Angst ein. Doch als Sam sanft mit dem Daumen über ihre Unterlippe strich und fragte, ob sie den Tag gern gemeinsam mit ihm und Kelly verbringen wollte, konnte sie nur stumm nicken und ihn ganz fest in die Arme schließen. Kelly saß auf dem Vordersitz des Trucks und warf Francesca unter ihren langen Wimpern einen fragenden Blick zu. Francesca war den ganzen Morgen über so still gewesen. Sie behauptete zwar immer kein Morgenmensch zu sein, aber das hier war doch sehr außergewöhnlich, selbst für sie. Ist mit dir alles in Ordnung? fragte das Mädchen schließlich. Francesca schaute sie kurz an und lächelte traurig. Tut mir leid, mir geht im Moment unheimlich viel durch den Kopf. Kelly dachte an die wütende Unterhaltung, die sie fast eine Woche zuvor auf der Party am 4. Juli mit angehört hatte. Hat deine Familie Streit? Unbehaglich rutschte sie auf dem Sitz hin und her. Ich wollte nicht lauschen oder so, ich habe nur... Sie bisschen laut geworden. Unbewusst umfasste sie das Lenkrad etwas fester. Jetzt ist alles okay, aber die letzten Tage waren ein wenig angespannt. Kelly hätte gern noch weitere Fragen gestellt, wusste aber, dass das unhöflich wäre. Normalerweise war ihr gutes Benehmen nicht sonderlich wichtig, aber sie mochte Francesca und deshalb bemühte sie sich ernsthaft nett zu ihr zu sein. Meine Eltern haben angefangen miteinander auszugehen, als sie noch auf der High School waren, erklärte Francesca. Ihre Eltern waren mit der Beziehung überhaupt nicht einverstanden. Warum? wollte Kelly wissen. In deiner Familie mögen sich doch alle. Das habe ich auch gedacht. Offensichtlich war das nicht immer so. Damals ist ihnen viel Missbelegung entgegengeschlagen. Sie weigerten sich jedoch sich zu trennen und fingen an sich heimlich zu treffen. Dann ist meine Mom schwanger geworden. Kelly hielt den Atem an. Wow, ihre Eltern müssen mächtig wütend gewesen sein. Francesca lächelte. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie sonderlich glücklich darüber waren. Sie haben meine Mom in eine Einrichtung für schwangere Mädchen geschickt. Nachdem sie das Baby bekommen hat, wurde es zur Adoption freigegeben. Das war vor 30 Jahren. Wir haben über alles gesprochen und beschlossen, dass wir versuchen, unseren Bruder zu finden und ihn zu einem Teil der Familie zu machen. Bandert hat angeboten, uns bei der Suche zu helfen. Offensichtlich können Sicherheitsexperten auch Leute aufspüren. Kelly war weniger beeindruckt von den Fähigkeiten ihres Vaters als von dem, was Francescas Eltern getan hatten. Sie haben ihr Baby weggegeben? Sie wusste, dass Menschen so etwas taten. Natürlich. Aber sie hatte nie jemanden kennengelernt, der adoptiert war oder sein Baby zur Adoption freigegeben hatte. Bei dem Gedanken fröstelte sie. Nach dem, was meine Mom erzählt, hatte sie keine Wahl. Es ist für alle Beteiligten sehr traurig. Kelly wollte nicht darüber nachdenken, im Stich gelassen zu werden. Sie war nicht sicher, ob sie sich jemals in ihrem Leben für einen ganzen Tag sicher und gewollt gefühlt hatte. Definitiv nicht bei ihrer Mutter und bisher auch nicht bei ihrem Vater. Sie bogen auf den Parkplatz der Ballettschule. Kelly berührte Francescas Arm. Du musst nicht bleiben, ich gehe nachher mit zu Cindy, Bert hat es mir erlaubt. Francesca zögerte, dann zuckte sie mit den Schultern. Okay, hab viel Spaß. Auf jeden Fall. Francesca schaute Kelly hinterher, die zum Seiteneingang ging. Obwohl sie erst zwölf Jahre alt war, bewegte sie sich mit einer Anmut, die Francesca neidisch machte. Nachdem Kelly noch einmal gewunken hatte, verschwand sie im Gebäude. Francesca setzte zurück, bog auf die Hauptstraße ein und fuhr wieder nach Hause. Dort angekommen blätterte sie durch die Fragmente ihrer Dissertation. In ihrem Kopf wirbelten Gedanken über ihren unbekannten Bruder, die Arbeit, an der sie schreiben sollte, und ihre Schwangerschaft wild durcheinander. Schon wieder war beinahe eine würde sie es Sam gestehen müssen, und das würde sie auch tun, sobald sie wüsste, was sie sagen sollte. Gegen elf Uhr setzte sie sich endlich hin, um zu arbeiten. Um halb vier klingelte ihr Telefon. Hallo? Ist Kelly bei dir? fragte Sam ohne Begrüßung. Nein, sie ist. Ein Schwall von Flüchen unterbrach sie. Wenn sie nicht bei dir ist und auch nicht zu Hause, wo zum Teufel ist sie dann? Keine zwanzig Minuten später stand Francesca vor Sams Haustür. Sie trat ein und fand ihn, wie er unruhig in der Eingangshalle auf- und abtigerte. Ich habe noch nichts von ihr gehört. Offensichtlich war er im gleichen Maße aufgebracht und wütend. Wer ist diese Cindy und warum hast du dir keine Telefonnummer geben lassen? Francesca war nicht gewillt, sich die Schuld in die Schuhe schieben zu lassen. Sie sagte, du hättest es ihr erlaubt. Ich nahm an, das stimmte. Sam hatte sein Jackett und den Schlips abgelegt und krempelte jetzt die Ärmel seines Hemdes auf. Sogar ohne die ganzen Insignien des Erfolgs sah er sehr beeindruckend und auch sehr wütend aus. Sie hat gesagt, ich hätte es erlaubt und das reicht Francesca ließ sich weder von seiner Größe noch von seiner schlechten Laune einschüchtern. Wann hat sie je gelogen? Nach allem, was ich weiß, ist Kelly sehr offen, was ihre Wünsche angeht. Willst du mir etwa sagen, sie hat dich heute Morgen nicht gefragt, ob sie mit zu Cindy gehen kann und du hast es ihr nicht erlaubt? Er öffnete den Mund und schloss ihn wieder. er drehte sich weg und ging in die Küche. Ich habe heute Morgen Zeitung gelesen, murmelte er. Kopfschüttelnd folgte sie ihm. Und? Dann fiel der Groschen. Oh, du hast gelesen und ihr nicht zugehört. Wenn du ehrlich bist, kannst du dich überhaupt nicht erinnern, was deine Tochter heute gesagt oder nicht gesagt hat. Es kann also gut sein, dass sie dich tatsächlich gefragt hat, ob sie mit zu Cindy darf und du es ihr erlaubt hast. Hättest du nicht wenigstens nach der Telefonnummer fragen können? Er drehte sich um und schaute sie an. Hättest du ihr nicht wenigstens für 30 Sekunden zuhören können? Ich habe zugehört. Offensichtlich nicht. Kelly ist dein Kind und untersteht deiner Verantwortung. Glaubst du, das weiß ich nicht, rief er. Ich kann keinen Atemzug nehmen, ohne daran zu denken. Ich habe nicht um diese Verantwortung gebeten, aber ich tue mein Bestes sie zu erfüllen. Ohne Vorwarnung, ohne Erklärung ist in meinem Leben auf einmal alles anders. Francesca versuchte nicht in Panik zu geraten. Sam hatte nicht direkt gesagt, dass er sein Kind nicht wollte, aber was er gesagt hatte, kam dem sehr nahe. Nahe genug für sie, Augenblick wurde die Haustür geöffnet. Ich bin wieder da, rief Kelly. Francesca, du bist ja auch hier, hat Sam dich angerufen und gefragt. Kelly betrat die Küche und schaute von Sam zu Francesca und zurück. Was ist los? Plötzlich wirkte sie sehr unsicher. Hast du mich heute morgen gefragt, ob du nach dem Unterricht mit zu Cindy gehen darfst? wollte Sam wissen. Bei seinem harschen anklagenden Ton zuckte Francesca innerlich zusammen. Kelly trat einen Schritt zurück. Natürlich hab ich das und du hast gesagt, dass es in Ordnung ist. hab dir sogar ihre Telefonnummer aufgeschrieben. Sam blinzelte. Du hast was? Kelly ging zu dem Block, der neben dem Telefon lag und riss das oberste Blatt ab. Sie brachte es zu ihrem Vater und knallte es neben ihm auf die Arbeitsplatte. Mein Gott, murmelte Sam. Ich schätze, ich habe vollkommen überreagiert. Kellys Blick verengte sich. Warum bist du so böse? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich weiß, gestand Sam. Ich bin früher nach Hause gekommen und als du nicht da warst, habe ich mir Sorgen gemacht. Francesca sagte mir, dass du bei einer Freundin bist Kelly trat einen Schritt zurück. Du hast mir gar nicht zugehört? Sie klang verletzt und enttäuscht. Langweile ich dich? Natürlich nicht, ich war, kopfschüttelnd unterbrach sie ihn. Du hast deine verdammte Zeitung gelesen. Hör auf zu fluchen, junges Fräulein. Warum? Du hörst doch sowieso nicht hin. Ich dachte, du wärst anders, rief sie. Ich dachte, du wärst nicht wie sie. Aber das bist du doch. Du bist ein lausiger Vater. Du bist schrecklich. Ich hasse dich. Sam trat einen Schritt auf sie zu. Kelly, es tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe. Das wollte ich nicht. Du hast meine Gefühle nicht verletzt? Du bist mir völlig egal. Nein, das stimmt nicht. Es tut mir leid, dass du mein Vater bist. Ich wusste nicht, ob sie ihr hinterher gehen sollte. Stöhnend lehnte Sam sich gegen die Arbeitsplatte und rieb sich die Augen. Das war dann wohl mein Fehlschlag des Tages. Warum schaffe ich es nicht, diese Situation unter Kontrolle zu kriegen? Ich habe doch auch alle anderen Bereiche meines Lebens im Griff. Nur Kelly nicht. Wenn du mit ihr sprechen würdest, fing Francesca an. Ich will mit all dem nicht beschäftigen müssen. Ich will, alles wieder so ist, wie es war, bevor sie hier aufgetaucht ist. Er bot ihr einen Schluck Wasser an. Francesca konnte kaum noch atmen, doch sie schaffte es, den Kopf zu schütteln. Ihre Kehle war eng, ihr Herz schwer. Sie wusste, Sam versuchte immer noch, sich an Kellys Anwesenheit zu gewöhnen, aber sie hatte Sollte ich jetzt besser gehen? Es tut mir leid, dass ich so hasch zu dir war. Schon okay, du hast dir Sorgen gemacht. Er begleitete sie zur Tür. Francesca verabschiedete sich und eilte zu ihrem Truck. Sie musste weg von hier, bevor sie vor Sams Augen dem Drang nachgab, in Tränen auszubrechen. Sie war so ein Dummkopf gewesen, denn tief in ihrem Herzen hatte sie gehofft, dass Sam sich über das Baby freuen würde. Jetzt wusste sie, dass es für ihn nicht mehr als eine weitere Unannehmlichkeit in seinem Leben wäre und sie nur eine kleine Lügnerin, die ihn in die Falle gelockt hatte. Sam wartete eine Stunde, bevor er zu Kellys Zimmer hinauf ging. Sie reagierte nicht auf sein Klopfen, aber die Tür war nicht verschlossen. Er lag auf dem Bett, den Rücken der Tür zugewandt. Er ging zu ihr hinüber und setzte sich auf die Matratze. Es tut mir leid, sagte er, ich hätte zuhören sollen. Ist egal. Ist es nicht. Er betrachtete ihre roten Locken und die zierliche Gestalt. Wenn sie sich gegen ihn auflehnte, wirkte sie immer so erwachsen, aber jetzt zusammengerollt auf ihrem Bett war sie so unglaublich klein und schutzlos. Ein Kind. Sein Kind. Er wollte sie kontrollieren, aber Kelly war eine eigenständige Persönlichkeit. Das Beste, worauf er hoffen konnte, war eine Allianz zwischen ihnen. Er lächelte, als er sich an seine vielen Streits mit Gabriel erinnerte. Ohne Zweifel war er als Jugendlicher genauso stur und schwierig gewesen. Wie hast du mich vor kurzem noch genannt? Sie drehte sich zu ihm um. Ihre Augen waren rot und geschwollen, ihr Gesicht feucht von Tränen. Sie so traurig zu sehen, traf ihn wie ein Fausthieb in den Magen. Ein Arschgesicht, flüsterte sie. Hm, ich bin nicht sicher, ob mir das gefällt. Wie wäre es, wenn du mich einen Dummkopf nennst und ich im Gegenzug verspreche, in Zukunft besser zuzuhören? Sind wir dann quitt? Kelly starrte ihn an, ohne ein Wort zu sagen. Er beugte sich vor und strich ihr leicht über den Handrücken. Es tut mir wirklich leid. Du hast dich an die Regeln gehalten. Du hast mich um Erlaubnis gefragt und eine Telefonnummer hinterlassen. Du hast es sogar Francesca gesagt. Ich habe mich falsch verhalten. Willst du mir vielleicht einen DVD-Player kaufen, um es wieder gut zu machen? fragte sie und schniefte. Nein, aber ich kenne ein tolles Restaurant, in dem es nicht nur hervorragende Spare Rips, sondern auch einen coolen Videospielraum gibt. Ich gebe dir dafür fünf Dollar. Das ist kein DVD-Player. Das ist mir bewusst. Sie setzte sich hin. Danke, dass du dich entschuldigt hast. Gern geschehen. Sind das Chicago-Sty Rips? Er stöhnte. Es sind Spare Rips, Fleischknochen, Barbecue-Soße, einfach Rippchen. Kelly seufzte. Du musst nicht gleich ausrasten, nur weil du nicht weißt, was für Rips es sind. Kopfschüttelnd verdrehte er die Augen. Sie kicherte erst und lächelte dann. Ohne nachzudenken breitete er die Arme aus. Kelly schaute ihn an, als wenn er sich in eine Ratte verwandelt hätte. Doch gerade als er die Arme wieder sinken lassen wollte, kam sie näher. Er umarmte sie. Und zum ersten Mal, seit sie bei ihm aufgetaucht war, fühlte er, wie klein sie war. Dünn und zerbrechlich, aber voller Leben. Meine Tochter, dachte er voller Stolz. Mein Kind. Die spätmorgendliche Sonne war sehr warm. Francesca richtete ihren Strohhut und suchte sich den Weg durch die Weinreben. Was sind das für welche? fragte sie ihre Schwester. Brenna blieb stehen und presste empört die Lippen aufeinander. Ich kann nicht glauben, dass du die unterschiedlichen Trauben nicht kennst. Sie sind rot, erwiderte Francesca ein wenig unsicher. Wow, du kannst Farben erkennen. Was kommt als nächstes? Formen? Hey, mach dich nicht über mich lustig. Ich war immer schon ein langsamer Lerner, wenn du dich erinnern magst, und ich bin sehr empfindlich, was meine Fähigkeiten angeht. Brenna schüttelte den Kopf. Das ist schon 20 Jahre her. Seitdem bist du aufs College gegangen, hast deinen Bachelor mit Summa cum laude abgeschlossen und dich erfolgreich für ein Graduiertenprogramm eingeschrieben. Die Ich-bin-nicht-so-klug-wie-du-Nummer funktioniert also nicht mehr. Francesca wollte widersprechen, hielt sich dann aber zurück. Noch immer erinnerte sie sich an den Frust, den sie verspürt hatte, als alle in ihrer Klasse schon lesen konnten, nur sie nicht. Sie war neun Jahre alt gewesen, als sie plötzlich herausfand, was die tanzenden Buchstaben zu bedeuten hatten und wie man mit ihnen Wörter, kannt. Ein paar Ärzte hatten spekuliert, dass ein Teil ihres Gehirns einfach länger brauchte, um sich zu entfalten, woran auch immer es gelegen hatte. Sie hatte mehrere Jahre damit verbracht, sich dumm und langsam zu fühlen. War das wirklich schon fast 20 Jahre her? Wenn sie ihren Werdegang Revue passieren ließ, musste sie zugeben, dass sie ganz schön weit gekommen war. Okay, dann bin ich überprüfte das Spalier, das die Reben stützte. Nicht, wenn es um den Weinanbau geht. Stimmt. Brenner richtete sich auf. Und wenn es um Männer geht, sind wir beide Idioten. Außer du hast deine Fähigkeiten dank der Übung mit Sam verbessern können. Francesca wollte nicht an ihn denken. Nicht direkt. Von den Familienproblemen wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich denke, das müssen wir aber. Wir sollten darüber sprechen, Brenner. Ihre Zwillingsschwester zuckte mit den Schultern. Bist du deshalb vorbeigekommen? Das ist einer der Gründe. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Um sie beide. Es war so viel passiert. Francesca glaubte nicht noch mehr ertragen zu können. Sie wollen, dass Sam ihn aufspürt, sagte Brenner. Mom hat Sam bereits angerufen und er hat eingewilligt, ihr Sie hatte Sams Angebot weitergegeben. Ihre Eltern hatten immer noch unter einer Art Schock gestanden, doch wenn sie daraus erwachten, würden sie mit ihrem Erstgeborenen in Kontakt treten wollen, das wusste sie. Hat er dir gesagt, dass sie sein Angebot angenommen haben? Wollte Brenner wissen. Francesca schaute die Reihe von Reben entlang. Nein, aber wir haben uns auch nicht so oft gesehen. Nicht seit dem Nachmittag den Kelly bei ihrer Freundin verbracht hatte und an dem Sam ausgeflippt war. Will ich wissen, warum? Das hat verschiedene Gründe. Das klingt sehr mysteriös. Francesca winkte ab. Ist nicht wichtig. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Darüber, wie du mit all dem hier klarkommst. Grandpa Lorenzos Gerede über einen Verkauf ist eine Sache. Es hätte auch nur wichtig Tuerei von ihm sein können. Aber zu erfahren, dass es noch ein weiteres Kind gibt, Brenner zupfte ein Blatt ab. Nicht nur ein Kind, einen Enkel. Unser sexistischer Großvater ist so glücklich, dass er förmlich strahlt. Ich schätze, er träumt davon, den lange verlorenen Sohn in die Arme der Familie zurückzuführen und ihm alles beizubringen, was er wissen muss, um Marcelli Wines zu leiten. Francesca wollte sagen, dass das unmöglich war, aber sie wusste es besser. Es war vielmehr sogar sehr wahrscheinlich, dass es so kommen würde. Vielleicht hat er ja gar kein Interesse. Brenners Miene verfinsterte sich. Marcelli Wines ist ungefähr 40 Millionen Dollar wert. Würdest du dem einfach den Rücken kehren? Francesca schluckte. 40 Millionen? Sie wusste, das Land und die Weinstöcke hatten ihren Wert, aber so viel? Sag mir nochmal, warum ich mich knausernd und sparend durchs Studium quäle. Brenner lächelte. Weil du Integer bist, mein Kind. Oh, stimmt. Meinst du, ich könnte eine Barauszahlung auf mein Erbe bekommen? Darüber wirst du vermutlich mit deinem Bruder sprechen müssen. Ein Bruder. Sie konnte es immer noch nicht glauben. Sie hätten es hätte nicht so wehgetan, murmelte Brenner. Francesca stemmte ihr zu. Geheimnisse zu haben brachte einem nur Ärger. Das sagte sie sich schon seit Wochen immer wieder selbst. Wirst du mir jetzt endlich erzählen, was los ist? Eindringlich schaute Brenner sie an. Nichts ist los, wie kommst du darauf? Seit der Feier zum 4. Juli benimmst du dich seltsam. Und sag mir nicht, es liegt an unserem verschollenen Bruder, denn du warst vorher schon komisch. Francesca versuchte sich an einem Lächeln. Oh, danke für das Kompliment. Du weißt, was ich meine. Ich merke doch, dass dich etwas belastet. Also was ist es? Hast du dich doch in Sam verliebt? Fängst du an zu glauben, dass zu heiraten doch keine so schlechte Idee ist? Das Francesca seufzte. Vielleicht war es an der Zeit, es zu sagen. Wenn schon nicht Sam, dann wenigstens ihrer Zillingsschwester. Ich bin schwanger. Erschrocken riss Brenner die Augen auf. Heilige Scheiße! Machst du Witze? Nein, ich habe vor ungefähr zehn Tagen einen Schwangerschaftstest gemacht und er war positiv. Ich habe seitdem auch keine Periode mehr gehabt, also habe ich keinen Grund zu glauben, Brenner lehnte sich über den Rebstock und umarmte sie. Wow, das ist toll, du bekommst ein Baby! Sie richtete sich auf. Okay, das entspricht natürlich nicht den Plänen, die du für dein Leben gemacht hast. Ich weiß, willst keinen Mann, aber ein Kind ist etwas anderes. Bist du gar nicht aufgeregt? Ich weiß nicht. Brenner lächelte. Das solltest du aber sein, ein Baby! Erinnerst du dich noch daran, wie wir davon gesprochen haben, wie viele Kinder wir einmal bekommen und wie sie gemeinsam aufwachsen und genauso miteinander spielen wie du, Katie und ich? Dass wir sie mit zu dem kleinen Wäldchen nehmen wollen, wo sie verkleiden spielen können. Und jetzt bekommst du ein Baby! Francesca berührte ihren noch flachen Bauch. Ehrlich, Brenner, ich weiß nicht, was ich fühle. Ich habe Angst, ich bin aufgeregt. Ich mache mir Sorgen. Und wenn unsere Kinder miteinander spielen sollen, müsstest du auch langsamer loslegen. Brenner zog eine Grimasse. Was würde bedeuten, dass ich Sex haben müsste? Und im Moment ist das nicht sehr wahrscheinlich. Aber nach Katys Hochzeit wird es bestimmt bald einen Cousin oder eine Cousine für dein Kleines geben. Brenner stockte und hielt den Atem an. Du hast es Sam noch nicht gesagt, oder? Francesca schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht, wie ich es ihm beibringen soll. Erstaunt schaute Brenner sie an. Wie wäre es mit Hey Großer, eine deiner kleinen Kaulquappen ist ein bisschen zu forsch gewesen. Trotz ihrer Angst musste Francesca lächeln. Du willst wirklich, dass ich ihn Großer nenne und seine Spermien als Kaulquappen bezeichne? Vielleicht lieber nicht. Brenner drehte sich zum Weingut um. Das wird dein Leben auf jeden Fall ganz schön auf den Kopf stellen. Wem sagst du das? Warum hast du es ihm noch nicht gesagt? Das hat viele Gründe. Zum einen stehe ich unter Schock. Wir haben ein Kondom benutzt. Ich weiß, die im Kopf. Das ist ein ziemlich lausiges Argument. Stimmt, ich habe Angst. Anfangs wollte ich nichts sagen, weil er noch so viel mit Kellys plötzlich im Auftauchen zu tun hatte und Brenner fluchte. Kelly, die hatte ich ganz vergessen. Oh Mädchen, du steckst in großen Schwierigkeiten. Quasi in der gleichen Woche, in der Sam herausfindet, dass er eine Tochter im Teenager-Alter hat, bist du schwanger. Das nenne ich mal ein schlechtes Timing. Du sorgst nicht gerade dafür, dass ich mich besser fühle, erklärte Francesca ihr. Aber du hast recht, deshalb habe ich noch gewartet. Ich wollte ihn damit nicht überfallen und außerdem musste ich mich selber erst mal an die Vorstellung gewöhnen. Naja, und dann habe ich herausgefunden, dass wir einen Bruder haben und das Chaos war perfekt. Und Francesca seufzte. Sam hat Schwierigkeiten, sich an Kelly zu gewöhnen. Sie ist ein tolles Kind, aber nicht ganz einfach. Letztens ist er richtig wütend geworden und hat etwas in dem Sinne gesagt, dass sie sein Leben stört und er nicht um diese Verantwortung gebeten hat. Wenn er Kelly nicht will, will er auch dein Kind nicht? Francesca war nicht erstaunt, dass Brenner sie zu erzählen wird alles verändern. Meinst du? Ich stecke echt in der Scheiße, murmelte sie. Und du gestehst dir nicht die Wahrheit ein. Wie bitte? Brenner schaute sie an. Du willst es Sam nicht sagen, weil du nicht hören willst, was er dazu meint. Nicht, weil er ablehnend auf das Kind reagieren könnte, sondern weil du diesen Traum hast, dass er dich in die Arme reißt und dir seine unsterbliche Liebe gesteht. Francesca verdrehte die Augen. So ein Schwachsinn. Wirklich? Du bist beinahe so romantisch veranlagt wie Katie. Du bist wie das mittlere Kind, das jedermanns Standpunkt versteht und immer versucht, die Welt zu retten. Sam ist ein toller Kerl. Nach Jahren, in denen du keinen Mann in deinem Leben haben wolltest, findest du Ich bin nicht in ihn verliebt. Ich liebe ihn nicht. Ich will nichts von ihm außer Sex. Jetzt bekommen wir ein Kind und das macht alles kompliziert. Das stimmt nicht, widersprach Brenner. Das Baby ist mehr oder weniger nur eine Frage der Logistik. Wenn du nicht Angst hättest, verletzt zu werden, hättest du es ihm schon längst gesagt. Ihr müsst Einzelheiten besprechen wie das Sorgerecht. Wenn dein Herz nicht beteiligt wäre, würde dir das nichts ausmachen. Francesca gefiel überhaupt nicht, was ihre Schwester da sagte. Du irrst dich. Du willst nur nicht zugeben, dass ich recht habe, weil es dir höllische Angst macht und du es nicht leiden kannst, wenn ich etwas an dir erkenne, was du selber noch nicht begriffen hast. Das verstößt gegen deine Überzeugung, Brenna zuckte mit den Schultern. Aber wahr, du hast diese ganze Affäre mit Sam geplant, wie man den Kauf einer neuen Garderobe planen würde. Oh, ich brauche ein kleines Schwarzes, also klappere ich alle Boutiquen ab, bis ich eines gefunden habe. Aber hier geht es nicht um ein Kleid, hier geht es um Sex und du bist nicht so oberflächlich, als dass du deinen Körper hergeben könntest, ohne dein Herz mit einzubeziehen. Das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, sondern mit Vernunft. Ich will im Moment keinen Mann in meinem Leben haben. Deiner Aussage nach gilt das nicht nur für den Moment. Du hast Angst, Francesca. Wie ich schon sagte, es ist 20 Jahre her, seit du das dumme Kind in der Klasse warst. Aber du kannst es einfach nicht hinter dir lassen. Ich erinnere mich daran, wie du dich in den Schlaf geweint hast, weil du dich so minderwertig gefühlt hast. Und als du deinem großartigen, liebevollen Großvater deine Ängste gestanden hast, sagte er, du sollst dir keine Sorgen machen, du wärst so hübsch, da würde sich immer irgendein Mann finden, der sich deiner annimmt. Was Todd getan hat und was du gehasst hast. Francesca wollte davonlaufen. Warum war Brenner so gemein zu ihr? Was war hier los? Das ist alles längst Geschichte und hat mit Sam nicht das geringste zu tun. Es hat nur etwas mit Sam zu tun. Du hast Angst, Francesca, und ich mache dir keinen Vorwurf daraus. Du hast so lange gefürchtet, nicht gut genug zu sein, nicht mithalten zu können. Todd hat immer so getan, als hättest du nicht mehr verstanden als eine Briefmarke. Er wollte, dass du den Mund hältst und gut aussiehst, was du auch getan hast. Aber er hat nie zugelassen, dass du deine Persönlichkeit zeigst. Natürlich hast du da Angst, wieder mit einem Mann zusammen zu sein. Dein ganzes Leben lang hat man dir erzählt, dass Männer das einzige sind, was zählt. Dass wir uns um sie kümmern müssen, wenn du dich mit Sam einlässt, riskierst du dich selbst zu verlieren. Ich habe mich nicht auf ihn eingelassen und ich habe mich auch nicht verloren. Und das wirst du auch nicht, Brenna war sichtlich genervt. Das versuche ich dir doch die ganze Zeit zu erklären. Du bist kein unsicherer Teenager mehr, du bist eine erfolgreiche Frau, du bist selbstbewusst unkompetent und es ist vollkommen in Ordnung einzugestehen, dass dir etwas an Sam liegt. Mir liegt nichts an ihm, rief Francesca. Ich habe keine Beziehung mit ihm, ich bin einfach nur schwanger. Jemand sog scharf die Luft ein, was die beiden Frauen auf dem Absatz herumwirbeln ließ. Francesca wäre beinahe in Ohnmacht gefallen, als ihre Diskussion vertieft gewesen, dass sie ihn nicht hatten kommen hören. Panik weilte in ihr auf. Sie hatte das Gefühl, als würde ihr Leben jetzt völlig aus der Bahn geraten. Gerade als sie gedacht hatte, es könnte nicht schlimmer werden, hatte sie ihr Geheimnis im Streit mit ihrer Schwester ausgerechnet vor dem Menschen ausposaunt, der es am wenigsten für sich bewahren würde. Kein Wort, sagte sie zu ihrem Großvater. Du hast das eben nicht gehört. Der alte Mann zeigte sich wenig beeindruckt von ihren Anweisungen. Ist es von Sam, der junge Mann, der auf unserer Feier war? Sie konnte nicht lügen, wollte aber auch nicht die Wahrheit sagen. Grandpa, das ist mein Problem, um das ich mich selber kümmern werde. Seine Augen wurden ganz schmal. Männer, die Frauen Schwängern haben eine Verantwortung zu tragen. Nein, du wirst nicht mit Sam sprechen, das meine ich ernst. Du wirst schön den Mund halten. Ich mach das schon. Er sollte dich heiraten. Nein, sollte er nicht, und er weiß noch nichts von dem Baby, also denkt nicht einmal daran, es ihm zu sagen. Bitte Grandpa. Es war, als wenn man mit Petrus über das Wetter verhandeln wollte. Er sagte nichts, stattdessen schaute er von ihr zu Brenner, dann drehte er sich um und ging in Richtung Weingut davon. Francesca verschränkte die Arme vor dem Bauch. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Und es kommt noch schlimmer, sagte Brenner. Sam und Kelly sind auch mal wieder zum Abendessen eingeladen. Ich dachte, wir beide würden heute etwas zusammen machen. Gabriel setzte sich auf einen Küchenstuhl und sah Kelly fragend an. Kelly legte den Löffel beiseite und schob ihre Müsli Schale von sich. Macht ihr mich keine Gedanken, sagte sie, ich komme gut alleine klar. Unsinn, du und ich können den Tag nutzen, um einander besser kennenzulernen. Dessen war sich Kelly nicht so sicher. Sie dachte, ihr Uropa würde sie vielleicht lieber mögen, wenn sie sich nicht so gut kannten. Die neue Nanny fängt bald an, da mein Tanzunterricht für heute abgesagt wurde, werde ich einfach ein wenig abhängen, du musst dich nicht um mich kümmern. Das möchte ich aber gerne. Gabriel lehnte seinen Gießstock gegen den Tisch. Ich habe zwei Plätze auf einem Boot reserviert, das zu den Channel Islands fährt, die liegen etwas südlich von hier. Sie musterte den großen weißhaarigen Mann, der ihr gegenüber saß. Eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrem Dad war unverkennbar. Gabriel war nicht direkt nett, aber er war auch nicht allzu früchteinflößend. Am vergangenen Freitag hatte die komisch riechende Doreen ihren letzten Tag gehabt, Sam war tags zuvor zu Hause geblieben und Gabriel war heute hier. Francesca würde die Schicht am Mittwoch übernehmen. Kaylee hatte gehofft, hatte gesagt, dass sie schon genug für sie getan hätte. Der Klang seiner Worte hatte ihr überhaupt nicht gefallen. Sie dachte, Sam wäre an Francesca interessiert und dass sie irgendwann heiraten würden oder so. Kaylee hätte nichts dagegen Francesca öfter hier zu haben. Manchmal war ihr Dad ganz okay, aber meistens trieb er sie in den Wahnsinn. Jetzt aber musste sie erst einmal mit ihrem Urgroßvater fertig werden. Kommst du auf einem Boot klar? fragte sie. Ist es da sicher? Gabriel zog seine buschigen weißen Augenbrauen zusammen. Willst du damit sagen, dass ich zu alt bin, um auf einem Boot mitzufahren? Ich weiß nicht, bist du? Glaub mir, junge Dame, ich habe mehr über Boote vergessen, als du in deinem Leben jemals lernen wirst. Wenn du es vergessen hast, wird es uns nicht viel nützen, oder? Die Worte waren raus, bevor Kelly darüber nachgedacht hatte. Sie zuckte leicht zusammen und wartete darauf, dass Gabriel wütend würde. Sam glaubte es vielleicht nicht, aber sie arbeitete wirklich hart daran, erst zu denken, bevor sie sprach. Bei Tanja war es egal gewesen, weil ihre Mutter immer viel zu sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt war, aber hier schien es anders zu laufen. Zum Glück lachte Gabriel nur unterdrückt. Gutes Argument, sagte er grinsend. Und gut zu wissen, dass ich nicht der Kapitän bin, was? Sie nickte. Bist du schon mal auf einem Boot gewesen? wollte er wissen. Eines meiner Kindermädchen hat mich mal auf die Fahrt rund um Manhattan mitgenommen. Es war ziemlich cool, die Stadt mal von der Seite aus zu sehen. Wo war deine Mutter? Ich weiß nicht, verabredet nehme ich an, errunzelte die Stirn. Vermisst du sie? Kelly überlegte. Es ist komisch, hier zu sein und nicht da, verstehst du, aber sie vermissen? Sie zuckte mit den Schultern. Nein, sie vermisste sie nicht wirklich. Sie hatte ja nie Zeit mit Tanja verbracht, immer nur mit den Angestellten, aber nie mit ihrer Mutter. Hier war es anders. Sam war die ganze Zeit da, aber das war gar nicht mal so schlecht. Vielleicht verwöhnte er sie nicht und sie hasste es, keinen DVD-Player zu haben, aber sie hatten auch viel Spaß miteinander. Sie hatten angefangen, ein paar Abende in der Woche gemeinsam essen zu gehen, immer in andere Restaurants mit anderer Küche. Und sie waren im Kino gewesen. Er hatte sich geweigert, mit ihr shoppen zu gehen, aber versprochen, dass die nächste Nanny sie begleiten würde. Und ehrlich gesagt, der Gedanke an Sam in der Teenie Abteilung eines Klamottenladens war auch irgendwie seltsam. Dein Vater ist ein guter Mann, sagte Gabriel. Du bist sein Opa, du musst ihn mögen. Und du bist seine Tochter. Stimmt wohl, sie spielte mit dem Löffel herum. Aber ich kenne ihn kaum. Das kommt noch. Und er wird dich kennenlernen. Seine Worte sollten wohl ermutigend sein, doch Kelly wurde innerlich ganz kalt. Sie starrte auf die Haferflocken, die in dem Rest Milch in der Schüssel schwammen und räusperte sich. Bis er mich auf ein Internat oder so schickt. Das oder Wovon zum Teufel sprichst du? Sam wird dich nirgendwo hinschicken. Kelly schaute ihren Urgroßvater an. Meine Mom hat gesagt, dass er mich vermutlich ein paar Jahre lang behalten wird und mich dann weg schickt, wenn ich zu sehr störe. Vielleicht in eines dieser Internate oder sogar auf eine Tanzschule. Ich schätze, das wäre ganz okay. Der letzte Satz diente mir dazu, sich selbst zu überzeugen. Richtig an ihn glauben tat sie nicht. Sie wollte nirgendwo hingehen. Sie wollte Teil einer Familie sein. Sie wollte sich sicher fühlen. Willst du denn weg? fragte Gabriel. Kelly öffnete den Mund und überraschte sie beide damit, dass sie in Tränen ausbrach. Dummes Mädchen, murmelte Gabriel und rutschte mit seinem Stuhl näher an sie heran, um sie in die Arme zu ziehen. Du wohnst jetzt hier. Ich weiß, es ist schwer, sich einzugewöhnen, vor allem, wenn einen die Mutter einfach so abgeschoben hat. Aber wir sind jetzt deine Familie, ob du willst oder nicht. Du hast uns am Hals. Kelly wollte ihm so gern glauben. Wirklich. Sam ist oft böse auf mich. Natürlich ist er das. Ich bin manchmal so böse auf ihn gewesen, dass ich ihn am liebsten für den Rest seines Lebens in seinem Zimmer eingesperrt hätte. Aber ich habe mich wieder beruhigt, bis er das nächste Mal etwas verbockt hat. So sind Kinder nun mal. Stell dir einfach vor, es wäre dein Job. Er roch nach Pfefferminz und Sportsalbe. Seine Arme waren dünner als Sam's, aber von ihnen umfasst zu werden, fühlte sich genauso beruhigend an. Sie schob ihr eine Locke aus der Stirn. Meine Frau war eine der schönsten Frauen, die ich je getroffen habe. Immer wenn ich mit ihr die Straße entlang ging, haben andere Männer uns hinterher geschaut und sich gefragt, wieso jemand wie ich so viel Glück hat. Willst du ein Geheimnis wissen? Kelly wischte ihre Tränen fort. Was? Du siehst genauso aus wie sie. Sie hatte auch Erstaunen erfüllte sie. Erstaunen und etwas, das sie von innen heraus wärmte und ihr das Gefühl gab zu schweben. Hatte sie auch Sommersprossen? Wundervolle Sommersprossen. Genauso welche wie du. Francesca parkte ihren Wagen vor der Hacienda. Kelly sprang heraus, rannte zur Hintertür und stürmte ins Haus. Francesca blieb noch einen Moment sitzen. Wenn sie an diesem Tag nicht auf Kelly hätte aufpassen müssen, hätte sie vermutlich nicht den Mut aufgebracht, überhaupt zu kommen. Doch da Sam zum Abendessen erwartet wurde, hatte sie keine Wahl. Auf gar keinen Fall konnte sie zulassen, dass er ihrer Familie allein gegenüber trat, bevor sie nicht sicher war, was die anderen wussten und was sie ihm sagen würden. Oh, aber sie wollte nicht hineingehen. Nicht jetzt. Wenn Grandpa Lorenzo irgendjemandem davon erzählt hatte, sie ließ den Kopf auf das Lenkrad sinken. Wenn, gab es irgendein alternatives Universum, in dem er die Neuigkeiten nicht sofort ausposaunt hätte, sie wäre nicht überrascht, wenn ihr Vater mit der Flinte in der einen und einer Liste verfügbarer Priester in der anderen Hand an der Haustür stünde. Das einzig Gute war, niemand würde etwas zu Kelly sagen, Dessen war sie sich absolut sicher. Ihre Familie würde diesem Mädchen niemals wehtun oder es durcheinander bringen. Wenn sie mit ihren erwachsenen Töchtern doch auch nur so umgehen würden, dachte sie. Da das Unvermeidliche nicht länger aufzuschieben war, stieg sie schließlich aus dem Auto und ging ins Haus. In der Küche herrschte das übliche Chaos. Obwohl es noch früh am Nachmittag war, standen die Grants schon gemeinsam am Herd und bereiteten das Abendessen vor. In den Töpfen blubberte es, auf der Arbeitsplatte lag frisches Gemüse und der Braten im Ofen verbreitete einen köstlichen Duft. Ihre Mutter stand mit Kelly neben Katie, die am Tisch saß und irgendetwas auf einer Liste notierte. Als Francesca eintrat, drehten sich alle zu ihr um. Es gab eine Sekunde des Schweigens und in dieser Sekunde wurde ihr klar, dass alle es wussten. Sie zwang sich nicht auf dem Absatz kehrzumachen und wegzurennen. Hey, sagte sie stattdessen leise. Ihre Großmütter eilten zu ihr, um sie in den Arm zu nehmen. Während sie gedrückt und geherzt und in die Wange gekniffen wurde, bot ihr Grammie M einen Tee an und Grandma Tessa befahl ihr, sich zu setzen und die Füße hochzulegen. Da das Baby noch nicht einmal die Größe eines Radiergummis hatte, schien es ihr etwas übertrieben, sich bereits Gedanken über das zusätzliche Gewicht zu machen, aber Francesca wusste, dass die beiden es nur gut meinten. Sie versuchte, das Positive zu sehen, aber der einzige Gedanke, der in ihrem Kopf Gestalt annahm, war die Frage, was passieren würde, wenn Sam eintraf. Katie warf ihr einen mitleidigen Blick zu und stand dann auf. Kelly, ich wollte jetzt anfangen, die Schleppe mit Perlen zu besticken. Hast du Lust, mir zu helfen? Kelly grinste. Klar, erlaubst du mir wirklich, an deinem Kleid mitzunähen? Natürlich, es gibt ein spezielles Muster für den Saum. Ich dachte, das wäre das richtige für dich. Wow, Sie spürte, wie das Damokless Schwert über ihr sich immer weiter absenkte. Ihre Mutter durchquerte die Küche, blieb vor ihr stehen und nahm ihre Hände. Wie weit bist du? Sie war so dumm gewesen, zu hoffen, Grandpa Lorenzo würde ein Geheimnis auch nur eine Sekunde lang für sich behalten. Ist er gleich zum Haus zurückgerannt und hat es euch erzählt oder hat er bis zum Abendessen gewartet, um es zu verkünden. Grandma Tessa runzelte die Stirn. Lorenzo macht sich große Sorgen um dich, das tun wir alle. Francesca, liebes, murmelte Grammy M. Geht's dir gut? Freust du dich über das Kleine? Ich komme damit zurecht. Von Freude konnte sie nicht sprechen, nicht solange sie immer noch so verwirrt war. Weiß Sam es schon? fragte ihre Mutter. Nein, und ich will auch nicht, eine von euch es immer zählt. Missbilligend schaute ihre Mutter sie an. Francesca, wenn er der Vater ist. Natürlich ist er der Vater, ich schlafe nicht mit mehr als einem Mann zur Zeit und nur fürs Protokoll, es hat schon ewig keinen anderen Mann mehr gegeben. Grandma Tessa holte ihren Rosenkranz heraus und fing an zu beten. Francesca ging zum Tisch und ließ sich auf einen Stuhl sinken. Das hier lief gar nicht gut. Ich weiß, dass ich es Sam sagen muss und das werde ich auch. Ich brauche nur ein bisschen Zeit, um mir über einiges klar zu werden. Denk nicht zu lange nach, sagte Grammy M. Die Hochzeit, Francesca starrte sie an. Lass mich eines klarstellen, es wird keine Hochzeit geben, keine Ehe, Frauen sahen aus, als wären sie gerade Zeuginnen eines Mordes geworden. Sie wirkten überrascht, geschockt und mehr als nur ein wenig konsterniert. Wenn du dir wegen Sam Sorgen machst, dein Vater wird sich gerne mit ihm unterhalten, sagte ihre Mutter. Nein, Francesca erhob sich. Keine Gespräche, gar nichts, das ist mein Leben und ihr pfuscht mir da nicht rein, habt ihr das verstanden. Francesca setzte ihre Mutter an. Nein, ich treffe meine eigenen Entscheidungen, ich will nicht, dass ihr euch einmischt, ich meine es ernst. Die drei Frauen schauten einander an, dann wieder zu ihr und nickten. Francesca wusste, dass sie nicht mehr erwarten konnte. Sie hatten zugestimmt, sich nicht einzumischen, aber das hieß noch lange nicht, dass sie ihnen glaubte. Sam bog vom Freeway auf den zweispurigen Highway, zu Hacienda führte. Es war Ende Juli und der Nachmittag war warm und klar. Perfektes kalifornisches Wetter. Eigentlich sollte er in seinem Büro sein und sich mit den verschiedenen Krisen befassen, die während seiner Abwesenheit unweigerlich auftauchen würden, doch stattdessen machte er blau. Und wenn er ehrlich war, würde er im Moment nichts lieber tun. Er war sogar bereit, den Grund für seine gute Laune zuzugeben. Er konnte es kaum erwarten, Francesca wiederzusehen. Seit der Party am 4. Juli vor beinahe drei Wochen hatten sie kaum Zeit miteinander verbracht. Er war damit beschäftigt gewesen, Kelly kennenzulernen. Francesca hatte an ihrer Dissertation arbeiten müssen. Und dann war da noch die fünftägige Krise dazwischen gekommen, in der der Sohn eines französischen Bankiers entführt worden war. Da war nicht viel Zeit für Zweisamkeit geblieben. In den letzten paar Wochen hatte er sich immer wieder dabei ertappt, sie zu vermissen. Es fehlte ihm, mit ihr zu sprechen, ihr zuzuhören. Ihm fehlte es, sie lachen zu hören und über den Abendbrottisch hinweg anzuschauen. Und sie fehlte ihm im Bett. Anfangs hatte er diese Gefühle noch ignorieren können, aber davon waren sie nicht verschwunden. Im Gegenteil, sie waren immer schlimmer geworden. Tiefer, dunkler, unbequemer. Er wollte Francescas Lächeln sehen, wollte ihr Gesicht berühren, sie küssen, sie necken, sehen, wie sie errötete, miterleben, wie sie mit seiner Tochter umging. Wenn er ganz ehrlich war, musste er zugeben, dass es ihn schlimm erwischt hatte. Sich selbst ständig all die Gründe aufzuzählen, sollte, half auch nicht. Er wollte nicht glauben, dass er mit dem falschen Kopf dachte, wie sein Großvater es immer nannte, wenn die Libido das Kommando übernahm, aber das schien die einzig logische Erklärung zu sein. Und so fuhr er nun also zur Hacienda, dankbar, dass die Familie auf seinem Erscheinen bestanden hatte. Sie wollten ihm für seine Suche nach ihrem Sohn danken. Er warf einen Blick auf die Mappe, die auf dem Beifahrersitz lag. Um den Besuch etwas offizieller wirken zu lassen, hatte er alles mitgebracht, was er über den Erstgeborenen der Marcellis herausgefunden hatte. Er bog vom Highway auf den langen Privatweg ab, der zum Haus führte. Der Wein war seit seinem letzten Besuch gewachsen. Schwere Trauben glänzten im Licht der Nachmittagssonne. Er fuhr das Fenster herunter und atmete den Geruch nach Erde und Früchten ein. Eine betörende Süße lag in der Luft. Das Versprechen auf eine gute Ernte, die in wenigen Wochen stattfinden würde. Zumindest interpretierte er den Duft so. Er musste grinsen, als ob er irgendeine Ahnung vom Weinanbau hätte. Innerlich immer noch über sich schmunzelnd stellte er das Santa Barbara war keine große Stadt, aber verglichen mit der Einsamkeit der Hacienda war es eine brodelnde Metropole. Sam? Er drehte sich um und Sabrenner auf sich zukam. Sie trug Shorts und ein T-Shirt, dazu einen großen Hut, dessen breite Krempe ihr Gesicht vor der Sonne schützte. Er betrachtete sie genauer, während sie näher kam. Er suchte nach Ähnlichkeiten mit ihrer Schwester. Ihre Augen hatten die gleiche Form, aber eine andere Farbe. Francescas Gesichtszüge waren mehr eine Mischung beider Familienzweige, während Brenner eindeutig die italienischen Züge der Marcellis geerbt hatte. Im Gegensatz zu Francesca war sie vollbusig und hatte wohlgerundete Hüften. Ihre Schönheit war weniger offensichtlich als die ihrer Schwester, aber nicht weniger eindrucksvoll. Ich weiß, dass du nicht hier bist, um bei Katies Kleid zu helfen, sagte sie, als sie bei ihm angekommen war. Ach, das tun die Mädchen gerade, an Katies Brautkleid nähen? Brenner grinste. Das reinste Östrogenfest da drin. Willst du einen kleinen Spaziergang machen, bis sie so weit sind, eine Pause einzulegen? Ich nehme an, wenn du zu früh hineingehst, werden sie dich noch zur Mitarbeit abkommandieren. Er schüttelte sich. Ich hab's nicht so mit Perlen. Wie deine Tochter sagen würde, ach was, komm, ich lass dich meine Trauben bewundern. Er folgte ihr den Weg zurück, den sie gekommen war. Sie bog in die Reihe Reben ab, die dem Haus am nächsten lag. Ab und an blieb sie stehen, um sich vorzubeugen und die wachsenden Trauben zu begutachten. Bisher ist es ein sehr gutes Jahr, sagte sie. Könnte sich das noch ändern? Sicher, von jetzt auf gleich. Zu viel Sonne, zu wenig Sonne, Regen zur falschen Zeit, gar kein Regen, zu viel Regen, es kann zu heiß, zu kalt, zu neblig werden. Das klingt ja so, als könnte man von Glück reden, überhaupt eine Ernte zu haben. In manchen Jahren ist das auch so. Sie trat einen Schritt zurück und zeigte auf die Trauben. Chardonnay. Woher weißt du, wann sie reif sind? Aus Erfahrung, das ist meine erste Ernte seit langer Zeit, also bin ich ein wenig nervös. Sam runzelte die Stirn. Ich dachte, du bist die Schwester, die alles über den Weinanbau weiß. Francesca hat mir gesagt, dass dieses Weingut dein Ein und alles ist. Brenna zuckte mit den Schultern. Das stimmt, aber was sie anscheinend vergessen hat zu erwähnen, ist, dass ich auch eine totale Idiotin bin. Sie ging weiter und er folgte ihr. Ihm wirbelten mehrere Fragen durch den Kopf, aber er wollte kein gefährliches Terrain betreten. Gerade als er das Thema wechseln wollte, fing sie wieder an zu sprechen. Gemäß den Erwartungen meiner Familie habe ich mit 18 geheiratet. Jeff fing gerade mit dem Medizinstudium an und jemand musste die Rechnungen bezahlen. Er war an der University of California in Los Angeles, also konnte ich nicht mit ihm verheiratet sein und weiter hier wohnen. Im Laufe der Jahre hatte ich immer weniger mit dem Weingut zu tun. Das Leben ging weiter. Es hat mir gefehlt. Aber mein Leben war an der Seite meines Ehemannes. Sie schaute ihn an. Das war der idiotische Teil. Weil die Ehe nicht funktioniert hat. Sie nickte. Ich wurde zu einem 27 jährigen Klischee. Dr. Jeff verließ die Frau, die in all die Jahre unterstützt hatte und nahm sich eine jüngere. Sie werden in wenigen Monaten heiraten. Das tut mir leid. Ich bin einfach nur erleichtert, es hinter mir zu haben. Sie streckte die Hände in die Taschen ihrer Shorts. Ich war zu jung, um zu heiraten. Selbst mit dem richtigen Mann wäre es eine Herausforderung gewesen. Aber die Erwartungen der Familie können einen ganz schönen Unterzugzwang setzen. Etwas in ihrem Tonfall erregte seine Aufwechsamkeit. Was versuchst du mir zu sagen? Brenner zuckte mit den Schultern. Meine Eltern sind mittlerweile in diesem Jahrtausend angekommen. Aber die Grants und Grandpa Lorenzo nicht. Sie sind sehr traditionell und haben es nicht so mit neumodischen Ideen. Machen sie sich Sorgen, weil ich von Kellys Mutter geschieden bin? Was? Nein, es ist nur... Brenner presst die Lippen aufeinander. Ich liebe meine Schwester. Sie kann manchmal nerven, aber ich liebe sie. Meine Großeltern lieben sie auch. Du redet. Ihm ging ein Licht auf. Er grinste. Du willst mich vorwarnen, dass wir uns auf nicht gerade sanfte Weise verkuppeln wollen. Sie zögerte. So in der Art. Bevor ihm eine passende Antwort einfiel, kam Kelly aus der Hintertür des Hauses gerannt und rief seinen Namen. Sie winkte, als sie ihn sah und kam zu ihnen gelaufen, um ihn zu begrüßen. Du bist da, sie klang erfreut. Ich habe den ganzen Nachmittag an dem Kleid gearbeitet. Es ist das schönste Kleid, das ich je gesehen habe. Wir verwenden diese kleinen glänzenden Perlen und winzige Glaskugeln, um daraus kleine Blüten und ein Weinreben Muster zu sticken. Ich habe mir heute nicht ein einziges Mal in den Finger gestochen, aber Francesca schon. Sie musste kurz zu müssen, weil sie das nicht so gut kann, aber da sie in anderen Sachen gut ist, wäre das schon in Ordnung. Sie holte wieder Luft. Dieses Mal lachte Sam. Du willst mir also sagen, du bist gelangweilt und willst nach Hause? Nein, gar nicht, ich will nie wieder weg, mir gefällt es hier. Francesca und ihre Familie sind so cool. Ein Geräusch ließ ihn aufblicken. Er sah Francesca in der Haustür stehen. Sie trug Shorts und ein Hemd. Ihr Haar war offen und ein wenig zerzaust. An einem Finger hatte sie ein Pflaster und auf der Wange einen kleinen Schmutzfleck. Sie hätte nicht schön aussehen sollen, sie hätte nach gar nichts aussehen müssen. Doch in der Sekunde, in der er sie anschaute und ihre Blicke sich trafen, loderten die Flammen in ihm auf. Sie brannten hell und heiß. In der Spanne dieses Herz Schlags löste sich seine Entschlossenheit, jegliche feste Beziehung zu vermeiden und nur auf seinen Kopf und nicht auf seine Hormone zu hören, in nichts auf. Er wollte sie. In seinem Bett und auch außerhalb davon. Er würde nehmen, was auch immer er kriegen konnte. Zum Teufel mit den Konsequenzen. Sam, könntest du mir wohl kurz helfen? fragte Colleen. Sicher. Er folgte ihr in die Küche, wo sie ihn bat, die Tomaten für den Salat zu waschen. Ich weiß nicht, was wir mit dem ganzen Gemüse machen sollen, das dieses Jahr in unserem Garten wächst, überlegte sie laut, während sie Zucchini schnitt. Ich hoffe, es macht dir wirklich nicht mehr wohin damit. Sam hielt eine Tomate hoch, die er gerade abgewaschen hatte. Nur wenn die Anleitung zur Zubereitung mitgeschickt wird. Ansonsten ist das Waschen von Tomaten so ziemlich das Einzige, was ich hinbekomme. Colleen Marcelli, die stilvoll mit einer hellen Hose und einer passenden kurz ämmeligen Bluse bekleidet war, hob die Augenbrauen. Ich dachte, Francesca könnte Sie ist nicht so oft bei mir, doch wenn, dann lasse ich sie nicht in der Küche arbeiten. Nach allem, was sie getan hat, um mir mit Kelly zu helfen, käme ich mir dabei äußerst undankbar vor. Ich weiß, dass Francesca es sehr genießt, Zeit mit deiner Tochter zu verbringen. Sie hat Kinder schon immer gemocht, aber das geht wohl den meisten Frauen so. Er dachte an seine Ex-Frau, aber Tanja war noch nie wie die meisten Frauen gewesen. Colleen war mit den Zucchini fertig und machte sich nun an den roten und gelben Paprikas zu schaffen. Du hast nicht wieder geheiratet? Nein, Ma'am. Francescas Mutter lächelte ihn an. Ich weiß, ich bin neugierig, es ist nur, sie seufzte. Ich sorge mich eben um meine Kinder. Francesca ist ein ganz besonderer Mensch. Sie hat es verdient, glücklich zu sein. Manchmal stellt uns das Leben vor Situationen, die anfangs nicht ideal scheinen, sich am Ende aber als gut für alle Beteiligten herausstellen. Sam schaute sie an. Wann hatte er den Faden der Unterhaltung verloren? Mrs. Marcelli, Colleen, unterbrach sie ihn lächelnd. Bitte nenn mich doch Colleen. Okay, Colleen, ich finde Francesca wundervoll und möchte auch, dass sie glücklich ist. Und dann ist er ja noch Colleen. Einzelkind zu sein kann so Mom. Sam hob den Kopf und sah Francesca in der Tür zur Küche stehen. In ihren Augen blitzten die unterschiedlichsten Gefühle auf. Was machst du da? wollte sie wissen. Colleen duckte sich. Sam und ich haben uns nur unterhalten. Dann ist es an Sam wischte sich die Hände an einem Stück Küchenrolle ab und folgte ihr nach draußen. Er wusste nicht, was los war, aber auf jeden Fall schien irgendetwas in der Luft zu liegen. Auf der Party war ihm das gar nicht aufgefallen. Lag das daran, dass da so viele Gäste gewesen waren oder war in den letzten Wochen irgendetwas vorgefallen? Etwas anderes als ist Dinner nicht ansatzweise, dachte Francesca, nachdem das Essen endlich zu Ende war und die Familie gemeinsam ins Wohnzimmer umzog. Die Kuppelversuche der Familienmitglieder hatten jegliche Subtilität verloren und glichen eher einem knallharten Verkaufsgespräch. Sam hatte die offensichtlichsten Kommentare zwar einfach überspielt, aber sie hatte seine Verwirrung ob der Hartnäckigkeit, mit der vorgegangen wurde, gespürt. Francescas Familie bewahrte zwar wie versprochen ihr Geheimnis, aber das auch nur mit größter Mühe. Wenn Francesca nicht wollte, dass die Grants ihr Strickzeug herausholten und vor Sams Augen anfingen, Babysocken zu stricken, würde sie ihm bald die Wahrheit sagen müssen. Diese Entscheidung muss ein andermal gefällt werden, dachte sie und konzentrierte sich wieder auf das vorliegende Thema. Beim Dinner hatte Sam erklärt, Neuigkeiten bezüglich des unbekannten Marcelli-Sohnes zu haben. Also lauschten jetzt alle ganz gespannt, was er zu sagen hatte. Er öffnete die Mappe, die vor ihm auf dem Couchtisch lag. Ich habe ihn gefunden, er richtete seine Worte an Francescas Eltern. Ihre Mutter köchte auf und ergriff die Hand ihres Mannes. So schnell? Sein Name ist Joe Larsen. Er wurde von Cynthia und Joseph Larsen adoptiert, als er vier Tage alt war. Sie leben in San Diego. Francesca hörte zu, wie Sam das Leben ihres Bruders vor ihnen ausbreitete, wo er zur Grundschule gegangen war, dass er keine anderen Geschwister hatte. Seine Adoptiveltern starben, als Joe zwölf Jahre alt war. Francesca erstarrte. Ihre Eltern hielten den Atem an, ihre Mutter fing an zu weinen, genau wie die Grants. Sam schaute keine anderen Familienmitglieder, die sich um ihn kümmern konnten, also kam er in eine Pflegefamilie. Ihre Mutter schlug die Hände vors Gesicht. Das ist nicht richtig, das darf nicht wahr sein, warum hat mich denn niemand informiert? Sam sagte nichts, aber Francesca kannte die Wahrheit. Als ihre Mutter das Baby weggegeben hatte, hatte sie alle Rechte und jegliche Verantwortung abgegeben. Der Staat gab ihn eher an Fremder, als ihn zu einer Mutter zurück zu bringen, die keinerlei Interesse daran gezeigt hatte, ihr Kind selbst groß zu ziehen. Grandma Tessa holte ihren Rosenkranz aus der Tasche und fing an zu beten. Grandpa Lorenzo war merklich blass geworden. Sam fuhr mit seinem Bericht fort. Nach der Highschool ist Joe zur Navy gegangen. Sie haben ihn sofort in die OCS gesteckt, die Schule für Offiziers Anwärter. Ein Jahr nach dem Abschluss hat er die Ausbildung zum Navy SEAL angefangen und das ist auch sein heutiger Job. Er ist ein SEAL. Hast du ein Foto? fragte Colleen. Sam zog es aus der Mappe heraus und reichte es ihr. Sie schaute es sich eine gute Minute lang an, bevor sie die Augen schloss. Francesca nahm ihr Mischung aus irischen und italienischen Gesichtszügen. Er sah seinem Vater ähnlicher als seiner Mutter und war ein gut aussehender Mann. Ein Fremder, der ihr Bruder war. Brenner schaute ihr über die Schulter. Er ist wirklich einer von uns. Gab es daran je einen Zweifel? fragte Francesca. Ich hatte es ein wenig gehofft, gab Brenner zu. Ihr wollt die Verwandtschaft sicher mit einem DNA-Test bestätigen, sagte Sam. Aber es war nicht schwer, ihn aufzutreiben. Er ist der fehlende Marcelli. Wir müssen sofort mit ihm in Kontakt treten, Grandpa Lorenzo nahm das Foto in die Hand. Ihm sagen, wer er ist, er hat hier eine Geschichte, ein Erbe. Eine Erbschaft, murmelte Brenner. Der alte Mann nickte. Ich weiß nicht, Colleen schüttelte den Kopf. Es ist so lange her, er hasst uns bestimmt. Nein, das tut er nicht, beruhigte sie ihr Ehemann. Was auch immer er für uns empfindet, es wird ein Schock für ihn sein, von uns zu hören, sagte Francesca. Sie fragte sich, wie es wohl sein mochte, zu erfahren, dass man irgendwo eine ganze Familie hatte. Joe Larson hat sein ganzes Leben in völliger und Kenntnis über uns verbracht. Er wird Zeit brauchen, um das alles zu verarbeiten. Ihr könnt ihn nicht einfach überfallen. Das weitere Vorgehen muss sorgfältig geplant werden. Dazu haben wir keine Zeit, widersprach Grandpa Lorenzo. Er gehört zur Familie, das ist das Einzige, was zählt. Brenner stand auf und verließ den Raum ohne ein Wort. Francesca schaute ihr Traums. Francesca hat recht, sagte ihre Mutter. Als ich 16 war, habe ich auf euch alle gehört und getan, was ihr gesagt habt. Stattdessen hätte ich jedoch auf mein Herz hören sollen. Dieses Mal entscheiden Marco und ich allein. Er ist nicht nur euer Sohn, warf Grandpa Lorenzo ein. Er ist auch mein Enkel. Er könnte mein Erbe sein. Nein, Colleen und Marco standen auf. Du hältst dich da raus, sagte Colleen bestimmt. Wir werden unsere Entscheidung ganz alleine treffen. Sie wischte ihre Tränen ab und wandte sich an Sam. Danke, dass du ihn gefunden hast. Es war mir eine Freude, helfen zu können. Ich lasse euch die Kontaktdaten hier. Er legte eine Visitenkarte in die Mappe und reichte sie Colleen. Kelly rutschte unruhig hin und her. Francesca schaute sie an und schenkte ihr ein Lächeln. Alles in Ordnung? fragte sie, nachdem ihre Eltern das Zimmer verlassen hatten. Glenpa Lorenzo grummelte immer noch vor sich hin. Die Grants umarmten einander und wischten sich die Tränen ab. Das ist echt komisch, sagte Kelly. Mir tun alle irgendwie leid. Ja, Familien sind kompliziert, stimmte Francesca zu. Glaubst du, gefällt ihm zu erfahren, dass er eine Familie hat? Ich weiß nicht, ich hoffe es. Freist du dich darüber? Ich denke, diese neuen Ereignisse werden viele Leben verändern, erwiderte sie. Kelly nickte. So wie an dem Tag, als Tanja mich weggeschickt hat, damit ich bei meinem Dad lebe. Sie schaute zu Sam, der inzwischen aufgestanden war und sich mit Lorenzo unterhielt. Anfangs war es komisch, aber es wird immer besser. Das freut mich. Francesca meinte das ehrlicher, als das Mädchen wissen konnte. Wenn Sam sich an sein Leben mit Kelly gewöhnen konnte, würde er vielleicht beim Gedanken an ein zweites Kind nicht völlig ausflippen. Oder war das reines Wunschdenken von ihr? Sam berührte Kelly an der Schulter. Wollen wir dann mal nach Hause? Kelly nickte und erhob sich. Ich will nur noch den Grants und Katie Tschüss sagen. Kelly ging zu dem Rest der Familie, der in einer Ecke beisammen saß und Sam stellte sich neben Francesca. Wie geht es dir? fragte er. Gut, wir stehen alle noch ein wenig unter Schock. Sie schaute ihn an. Tut mir leid, wie der Abend gelaufen ist. Meine Familie hat mit ihren Kuppelversuchen echt den Vogel abgeschossen. Ich habe es überlebt. Er senkte die Stimme. Auf das Risiko hin, mit Waffengewalt zur Ehe gezwungen zu werden, was hast du am Wochenende vor? Ich dachte, wir könnten ein wenig Zeit am Samstagnachmittag an den Strand gehen. Danach bleibt sie über Nacht bei einer Freundin. Ich dachte, wir könnten auch eine kleine Pyjama-Party veranstalten. Francesca musterte sein Gesicht, die kleinen Fältchen in den Winkeln seiner goldbraunen Augen, sein leichtes Lächeln. Sie versuchte immer noch, sich von seiner Bemerkung bezüglich der Zwangsheirat zu erholen. Er hatte ja keine Ahnung, wie nah er damit der Wahrheit gekommen war. Ein paar Tage noch, dachte sie. Sie würde nur noch ein paar Tage mit ihm verbringen. Nächste Woche passte sie noch einmal auf Kelly auf und an dem Freitag in knapp einer Woche würde sie Sam von dem Baby erzählen. Es war schon lange überfällig. Ich würde gerne über Nacht bleiben. Sie lächelte, obwohl sie wusste, dass es vielleicht ihre letzte gemeinsame Nacht sein könnte. Aber nur, wenn ich oben schlafen darf. Der Abend war warm und sie ließen die Balkontüren offen. Die nachtaktiven Tiere lieferten die leise Hintergrund Musik zu ihrem schweren Atem. Sie standen in Sams Schlafzimmer. Bis hierhin hatten sie es noch geschafft, ohne übereinander herzufallen, aber Francesca fürchtete, dass sie sich nicht mehr länger zusammenreißen konnten. Sam legte ihr eine Hand an die Wange und strich mit den Fingerkuppen zärtlich über ihre Haut. Francesca schlang die Arme um seine Hüfte. Seine harten Muskeln am Rücken zitterten unter ihrer Berührung, während sie ihn streichelte. Dann konzentrierte sie sich wieder auf den noch recht flüchtigen Kuss. Sams Lippen berührten ihre nur ganz zart, als wartete er darauf, dass sie anfing ihn zu verführen. Sie ließ die Zunge über seine Unterlippe schnellen. Er stöhnte und sie tat es noch einmal. Erneut stöhnte er. Als er den Mund für sie öffnete, ließ sie die Zunge hineingleiten, um mit ihm zu spielen, ihn zu erregen, ihn zu verführen. Die Vorfreude in ihr wuchs. Die Hitze strömte vom Unterleib zwischen ihre Beine. Als ihre Zungen einander berührten, sprühten die Die Eröffnungsschritte ihres sinnlichen Tanzes ließen sie zittern und nach mehr verlangen. Mit der anderen Hand berührte er ihren Kiefer. Plötzlich übernahm er die Kontrolle. Er vertiefte den Kuss, bevor er seine Lippen um ihre Zunge schloss und sanft daran saugte. Zwischen ihren Beinen spürte sie ein Ziehen und ihre Brüste schwollen beinahe schmerzhaft an. Sie drängte sich ihm Lippen eine feurige Spur zu ihrem Ohr zu ziehen. Er knabberte an der Ohrmuschel, dann saugte er die zarte Haut hinter ihrem Ohrläppchen zwischen die Lippen und ließ die Hände zu ihren Brüsten wandern. Wir haben beide noch viel zu viel an, hauchte er. Stimmt dagegen sollten wir etwas unternehmen. Er küsste sie aufs Schlüsselbein während seine Daumen über ihre aufgerichteten Brustwarzen strichen. Sie keuchte und als er ihre Brüste umfasste und sie sanft zu kneten begann, ließ sie den Kopf in den Nacken fallen. Nur eine Sekunde, sagte er, ich will noch nicht aufhören dich zu küssen. Mit seinen Fingern fuhr er ihre Kurven nach und umkreiste ihre Brustwarzen. Sie erschauerte. Verdammt, murmelte er. Mit einer fließenden Bewegung zog er sein Polohemd aus der Jeans und über den Kopf. Berühr mich. Er nahm ihre Hände und legte sie sich auf den Bauch. Er war warm. Die feinen Härchen auf seiner Brust kitzelten ihre Handflächen und kribbelten an ihren Fingern. Sie erkundete seine harten männlichen Formen, während er sich an den Knöpfen ihres Kleides zu schaffen machte. sich auf und der Stoff fiel zu Boden. Nun stand sie nur noch in BH-Slipp und Sandalen vor ihm, die sie sich schnell von den Füßen kickte. Sam ließ die Hände über ihre Taille nach oben wandern, bis er ihre Brüste umfassen konnte. Francesca tastete nach seiner Erektion. Er war hart, lang und zuckte unter ihrer Berührung zusammen. Sie streichelte ihn und liebkoste mit dem Daumen seine Spitze. Sam stöhnte und zog Francesca an sich, um sie leidenschaftlich zu küssen. Bad, murmelte Sam an ihren Lippen. Er drängte sie nach hinten, sie gehorchte und er suchte und fand den Verschluss ihres BHs und öffnete ihn. Der Hauch von Spitze fiel ebenfalls zu Boden. Sam unterbrach den Kuss, um ihre harten blieb stehen und nahm seinen Kopf zwischen die Hände, um ihn an Ort und Stelle zu halten. Ihr Körper spannte sich an, ihr war so heiß. Er leckte und saugte an einer Brust und liebkoste die andere mit der Hand. Ungekanntes Verlangen durchströmte sie. Sie flüsterte seinen Namen, sprach ihn dann lauter aus. Er wandte seinen Kopf, sodass nun ihre andere Brust in den Genuss seiner Lippen kam. Das Ziehen zwischen ihren Beinen wurde immer stärker, war beinahe schon schmerzhaft. Die Hitze wirbelte durch ihren Körper, das Verlangen wuchs, seine Finger bewegten sich in einem Rhythmus, bei dem ihr schwindelig wurde. Plötzlich richtete Sam sich auf und zog die Schuhe aus. Bevor sie wusste, was geschah, hatte er ihr das Höschen abgestreift und war aus seinen Jeans gestiegen. Seine Boxershorts fielen gleichzeitig mit zu Boden. Im Bruchteil einer Sekunde waren sie beide nackt. Sie hatte kaum Zeit, sich auszumalen, wie großartig es werden würde, da fand sie sich auch schon mit gespreizten Beinen auf dem Bett wieder. Sam küßte sie und ließ gleichzeitig einen Finger in sie hineingleiten. Sams Zunge und Finger bewegten sich in perfektem Einklang. Er zog sie einmal hinaus, dann ein zweites Mal. Da spürte Francesca schon, dass sie kurz davor war, zu kommen. Wie immer mit Sam war ihr Orgasmus ohne Vorwarnung und von unglaublicher Intensität. Sie konnte es nicht kontrollieren, sich nicht zusammenreißen. Laut stöhnend klammerte sie sich an Sam. Er verlagerte sein Gewicht ein wenig und suchte mit dem Daumen nach dem Punkt, an dem sie sich am meisten nach seiner Berührung sehnte. Er umkreiste ihn einmal und sie war endgültig verloren. Ihr Körper erzitterte, als die Erlösung sie überwältigte. Jeder ihrer Muskeln schien sich in rhythmischer Ergebung zusammenzuziehen. Heiße Lust rollte über sie hinweg, bis ihr Kopf ganz leer war und sie nichts mehr tun konnte, außer zu fühlen, einfach nur zu fühlen. Sie öffnete die Augen und sah, dass Sam sie anschaute und lächelte. Gott, du bist unglaublich. Er verteilte kleine Küsse auf ihrem Mund, ihren Wangen, ihrer Nasenspitze und ihren Augenlidern. Ich zittere richtig. Ich will dich so sehr und ich will, dass es gut wird, aber wie zum Teufel soll ich mich zurückhalten können, nachdem ich das eben mit ansehen durfte. Niemand sagt, dass du dich zurückhalten musst. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Er griff nach seiner Jeans und holte ein Kondom aus der Tasche. Und ich will dich nicht enttäuschen. Sie rutschte weiter nach hinten und streckte die Arme aus. Sam, das ist physisch gar nicht möglich. Ich muss dich nur sehen und schon bin ich feucht. Zeig mir dann noch das hier. Beinahe ehrfürchtig berührte sie seine Erektion. Und ich bin es, die sich zurückhalten muss, um nicht auf der Stelle zu kommen. Du bist so leicht zu befriedigen, sagte er und streifte das Kondom über. Das ist eine deiner besten Eigenschaften. Sie kicherte immer noch, als er sich zwischen ihre Beine kniete und in sie hineinglitt. Ihr Körper dehnte sich, um ihnen seiner vollen Größe aufzunehmen. Sam streichelte ihre Brüste und drückte die Knospen vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger zusammen. Ich will, dass du noch mal kommst für mich. Seine Stimme war leise und rau. Sie öffnete die Augen, er schaute sie an. Wenn du darauf bestehst, das tue ich. Er ließ die Hand zu ihrem Bauch gleiten, dann noch ein Stück weiter hinunter, um erneut ihren geschwollenen und sensiblen Punkt zu stimulieren. Nech die Augen schließen, flüsterte er. Sieh zu, was wir hier machen. Zusehen? Sie neigte den Kopf ein wenig nach unten. Sie waren beide nackt. Er war in ihr und berührte sie, und sie konnte alles sehen. Er fand die Stelle, die ihr das meiste Vergnügen bereitete und fing an, sie zu streicheln. Gleichzeitig zog er sich aus ihr zurück, jedoch nur, um erneut in sie einzudringen. Sie konnte alles gleichzeitig sehen und fühlen, rein und raus, langsam, bis auf seinen Daumen, der sich immer schneller und schneller bewegte. Ihr Atem kam stoßweise, ihre Muskeln spannten sich an. Ja, hauchte er. Komm für mich, Francesca. Sie hob ihren Blick zu seinem Gesicht und sah, dass er ebenfalls zuschaute. Er beugte sich vor und küsste sie. Im gleichen Augenblick strich sein Daumen über ihre empfindlichste Stelle und er stieß tief in sie hinein. Das war zu viel. Nein, es war nicht genug und dann war es doch und ein weiterer Orgasmus kündigte sich an. Helflos klammerte sie sich an Sam, um nicht in der Flut der Gefühle unter zu gehen. Irgendwann spürte sie, wie seine Hände sie an der Hüfte packten und er immer und immer wieder in sie hinein stieß. Sie fühlte, wie er sich versteifte und wusste, dass er kurz davor stand zu kommen. Diese Erkenntnis war so erotisch, dass auch sie noch einmal kam und ihn dadurch schließlich zum Höhepunkt brachte. Danach hielten sie einander eng umschlungen, bis ihre Körper sich beruhigt hatten und ihr Atem langsamer ging. Ich habe geschrien, sagte sie, als sie sich schließlich wieder stark genug fühlte, um die Augen zu öffnen. Sam lächelte. Ich weiß. Francesca und Sam schliefen ein, erwachten irgendwann mitten in der Nacht, liebten sich erneut und schliefen wieder ein. Irgendwann kurz vor dem Morgengrauen stand Francesca schließlich auf. Sie zog sich an und trat an die Balkontüren, die immer noch offen standen. Von dort konnte sie das Meer sehen und dahinter den Horizont. Es war immer noch dunkel, doch an den Rändern des Himmels war das erste Grau zu erkennen. Hinter ihr lag Sam quer auf dem Bett. Sie hatte unter seinem Arm herausschlüpfen müssen, der über ihrem Bauch gelegen hatte. Er war so warm und entspannt gewesen. In wachem Zustand war er vieles, stark, sanft, liebevoll, verführerisch, wenn er sie anlächelte. Brenners Worte schossen ihr durch den Kopf. Dass sie Sam nur noch nichts von dem Baby erzählt hatte, weil sie Angst vor dem hatte, was er sagen würde. Während sie voll auf damit beschäftigt war, ihre erste erwachsene, nur auf Sex beruhende Affäre zu genießen, Sam mit seiner Tochter zu helfen und sich an seiner Gegenwart zu erfreuen, hatte sie sich da Nein, dachte sie entschlossen. Auf gar keinen Fall würde sie zulassen, dass die Regeln derart geändert wurden. Sie hatte keine Komplikationen gewollt. Sie hatte etwas Leichtes, Einfaches gewollt. Spaß, Ablenkung, nicht mehr. Nur war es inzwischen sehr viel mehr, und jetzt gab es außerdem ein Baby, das sie in ihre Überlegungen mit einbeziehen musste. Langsam drehte sie sich um und betrachtete den schlafenden Sam. Sie hatte sich das Versprechen abgenommen, es ihm zu sagen, und das würde sie auch tun. Freitag. Nur noch sechs Tage. Und dann? Sie wusste auch nicht, was dann passieren würde. Du wolltest mich sehen, Chef? Jason betrat Sams Büro. Sam nickte und bedeutete ihm, in dem Ledersessel vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen. Setz dich doch, ich habe gerade ein Telefonat mit einem Kunden beendet, der dabei ist, seine Partys für die Feiertage zu planen. Jason seufzte. Es ist Juli, selbst die Kaufhäuser haben ihre Weihnachtsdekoration noch nicht aufgehängt. Du weißt, dass wir immer sehr früh ausgebucht sind. Jason nickte. Was ist denn dieses Jahr angesagt? Das übliche Aspen, London, Paris. Sams Firma bot einigen der reichsten Familien der Welt Schutz. Wenn diese Familien eine Feier ausrichteten, bedeutete das für seine Leute erhebliche Mehrarbeit, weil erwartet wurde, dass sie sich auch um die Sicherheit der geladenen Gäste kümmerten. Außerdem habe ich Anrufe von drei Firmen erhalten, die um erhöhte Sicherung ihrer leitenden Angestellten bitten und von einem ehemaligen Mafia-Informanten, der gerne noch sein Rentenalter erleben würde. Jason runzelte die Stirn. Haben wir am Freitag nicht unser übliches Planungsmeeting? Doch. Und warum erzählst du mir das alles schon jetzt? Sam behielt einen neutralen Gesichtsausdruck bei. Die Johnsons haben gerade eben erst bezüglich ihrer Feiertagspläne angerufen. Sie wollen verreisen. Jason stöhnte. Sam, nein, nicht noch ein Trip in die Wildnis. Ich habe noch nicht mal alle meine Impfungen für Afrika beisammen. Wir reisen in die blaue Zone. Weißt du, was das heißt? Sam schüttelte den Kopf und versuchte nicht zu lachen. Die blaue Zone ist ein Teil des afrikanischen Luftraums, in dem es keine großartige Überwachung des Flugverkehrs gibt. Niemand ist zuständig, also stehen die Chancen ziemlich gut, dass zwei Flugzeuge ineinander krachen. Das klingt gefährlich. Es ist die Hölle, murmelte Jason. Die pure Hölle. Die Johnsons wollen nicht nach Afrika. Wohin dann? Sie haben extra nach dir gefragt. Offensichtlich betet ihr Jüngster dich an. Sam, rollte Jason. Wo fahren sie hin? Wusstest du, dass bei uns im Winter auf der südlichen Halbkugel Sommer herrscht? Jason riss die dunklen Augen auf. Heilige Scheiße, doch nicht die Antarktis. Man kommt mit dem Schiff hin. Sam, ergestattete sich ein kleines Lächeln. Monaco, Jason, sie verbringen Weihnachten in Monaco. Jason schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und grinste. Echt? Echt. Aber das liegt doch gar nicht auf der Südhalbkugel. Ich wollte dich nur ein wenig in die Irre führen. Sam grinste. In dem Moment hörten sie die vertrauten ungleichmäßigen Schritte im Flur. Jason erhob sich, als Gabriel das Büro betrat. Guten Morgen, Sir, er deutete auf den Sessel, den er soeben freigemacht hatte. Jason, Gabriel nickte. Er warf Sam einen finsteren Blick zu, dann setzte er sich. Der Flur wird auch immer länger, krummelte der alte Mann. Es gab mal eine Zeit, da habe ich nur ein paar Schritte bis zu deinem Büro gebraucht. Guten Morgen, Gabriel. Sam ignorierte die Beschwerde seines Großvaters. Er hatte schon einmal den Fehler begangen, ihm einen Rollstuhl anzubieten. Damals hatte Gabriel ihm beinahe den Kopf abgerissen. Du bist schon früh auf, sagte er stattdessen. Ich bin auf der Suche nach Informationen. Gabriel schaute Jason an. Setz dich, ich bekomme noch einen steifen Nacken, wenn ich die ganze Zeit zu dir aufsehen muss. Jason zwinkerte ihm zu. Jawohl, Sir. Mein Enkel nimmt dich zu hart ran. Das finde ich auch. Gabriel murmelte etwas, das keiner verstand und wandte sich dann wieder an Sam. Beim Four Seasons Hotel gibt es ein Restaurant. Das soll ganz nett sein. Was weißt du darüber? Erstaunt schaute Sam seinen Großvater an. Du willst essen gehen? Du hast Restaurants. Willst du nicht lieber für eine Weile zu mir und Kelly ziehen? Sobald er die Einleitung ausgesprochen hatte, wollte er sie wieder rufen. Sein Bedürfnis, allein mit Francesca zu sein, wuchs von Tag zu Tag. Noch eine Person im Haus zu haben, würde die bereits schwierige Situation nur noch komplizierter machen. Mir geht es alleine sehr gut. Warum kann ein Mann denn nicht ab und zu mal zum Abendessen ausgehen? Jason gab ein ersticktes Geräusch von sich. Als Sam ihn anschaute, schien er eine Art Anfall zu haben. Gibt es ein Problem? fragte Gabriel ihn scharf. Nein, Sir. Jason räusperte sich und setzte sich gerade hin. Ich kenne das Restaurant, es ist hervorragend. Welche Art von Speisen bevorzugt die Dame denn? Dame? Sam wäre beinahe vom Stuhl gefallen. Du hast ein Date? fragte er seinen Großvater. Ich führe Mary Margaret zum Essen aus, ja, nicht, dass dich das etwas angeht. Mary Margaret? Langsam fiel der Groschen. Grammy M? Gabriel funkelte ihn an. Sam hätte schwören können, dass der alte Mann errötete. Sie ist eine sehr feine Lady, erklärte er, und schon seit einiger Zeit verbitwet. Sie bringt mich zum Lachen. Es gibt kein Gesetz, das das verbietet. Natürlich nicht, stimmte Sam mehr als nur ein wenig beeindruckt zu. Ich bin sicher, das Restaurant wird Ihnen beiden gefallen, sagte Jason. Gut zu wissen. Gabriel stützte sich auf seinen Stock und erhob sich. Dann marschierte er zur Tür. Und ihr zwei macht euch besser wieder an die Arbeit, rief er den beiden Männern über die Schulter hinweg zu. Sam wartete, bis sein Großvater die Tür hinter sich geschlossen hatte. Dann lehnte er sich in seinem Stuhl zurück und grinste. Wer hätte das gedacht? Jason lachte leise. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass mein Großvater sich nach all den Jahren auf einmal wieder mit einer Frau verabredet. Andererseits freut es mich zu sehen, dass die Sportausrüstung der Familie Reese auch im hohen Alter noch einwandfrei zu funktionieren scheint. Als Francesca am frühen Montagmorgen aus ihrer Wohnung kam, war sie erstaunt, Brenner an ihrem Truck stehen zu sehen. Sie verlangsamte den Schritt, während sie ihre Zwillingsschwester musterte. Brenner trug zum ersten Mal ein Kleid und hatte sich auch ein wenig geschminkt. Das ist aber eine Überraschung, begrüßte Francesca Brenner mit einer Umarmung. Brenner zuckte mit den Schultern. Ich dachte, du hättest vielleicht gerne Gesellschaft. Wenn sie bedachte, wie schnell Neuigkeiten in ihrer Familie die Runde machten, fand Francesca es noch bemerkenswerter, dass 30 Jahre lang niemand ein Wort über ihren Bruder verloren hatte. Mom und Dad haben gestern Abend angerufen. Wann hast du erfahren, dass sie mich gebeten haben, Kontakt mit Joe aufzunehmen? Ungefähr 15 Minuten, nachdem sie aufgelegt hatten. Ich vermutete, dass du nicht unbedingt erpicht darauf bist, allein zu gehen. Das stimmte. Doch nach ihrem Streit im Weinberg hatte sie es nicht über sich gebracht, Brenner anzurufen und um Unterstützung zu bitten. Vielleicht hattest du recht, sagte sie als Entschuldigung. Fragend sah Brenner sie an. Womit genau? Francesca schob sie in Richtung Beifahrerseite. Steig ein und ich werde den ganzen Weg nach San Diego vor dir zu Kreuze kriechen. 15 Minuten später waren sie auf dem Freeway Richtung Süden. Solltest du nicht eigentlich diese Woche nochmal auf Kelly aufpassen? Wollte Brenner wissen. Francesca nickte. Ich habe Sam gestern Abend angerufen und ihm erklärt, warum ich sie heute nicht vom Ballettunterricht abholen kann. Er nimmt sie am Nachmittag mit in die Firma, was bestimmt ganz gut ist. So können sie ein wenig Zeit miteinander verbringen und sich noch besser kennenlernen. Ich habe sie dann den Rest der Woche. Brenner warf ihr einen fragenden Blick zu. Ich schätze, du hast ihm bisher noch nichts von dem Kleinen gesagt. Freitag. Ich wollte erst diese Woche hinter mich bringen. Hast du Angst? Ich bin paralysiert. Sie lächelte. Denn du hattest recht. Mir liegt sehr viel an ihm. Und bitte mich nicht, das näher zu analysieren, denn was das genau bedeutet, weiß ich selbst nicht. Die Einzelheiten sind nicht wichtig. Brenner ließ sich gegen die Lehne ihres Sitzes sinken und seufzte. Ich liebe es, recht zu haben. Das ist ein guter Start in den Tag. Francesca lachte. Gut, wenn du so klug bist, hast du dann auch schon eine Idee, was wir unseren großen Bruder sagen werden? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass wir ihn nicht verärgern wollen. Joe Larson ist ein Navy Seal. Bildet die Army diese Jungs nicht zu wahren Killermaschinen aus? Vermutlich kann er uns mit einer Cocktail-Serviette umbringen. Was du nicht sagst. Zweieinhalb Stunden später passierten sie die Grenze von San Diego County. Brenner rutschte unruhig auf ihrem Sitz herum. Vielleicht war das doch keine so gute Idee, also, dass ich mitkomme, meine ich. Ich weiß nicht, ob ich den Mann treffen will, obwohl ich sicher bin, dass er die Aussicht, Millionen zu erben, sehr aufregend finden wird. Du glaubst wirklich, dass Grandpa Lorenzo ihm das Weingut anbietet und Joe's annehmen wird? Würdest du das etwa nicht tun? Selbst wenn er persönlich kein Interesse daran hat, kann er es immer noch verkaufen und das Geld einstecken. Was würde Grandpa Lorenzo niemals zulassen? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich denke, er ist von der Vorstellung geblendet, endlich einen männlichen Erben zu haben. Das ist sein Traum, seit dem wir Kinder waren. Egal wie oder wo er aufgewachsen ist, Joe gehört zur Familie. Du weißt, was das bei uns bedeutet. Dem konnte Francesca nicht widersprechen. Die Familie ging über alles. Sie haben. Wie er wohl war, war er wütend darüber, dass man ihn zur Adoption freigegeben hatte. Sie fuhren in die Stadt. Dreißig Minuten später bogen sie auf den Hotelparkplatz. Ihre Eltern hatten einen Anwalt gebeten, ein Treffen im Café in der Lobby zu arrangieren. Jetzt geht's los. Brenner stieg aus dem Truck. Wenn ich ihm an die Kehle gehe, halt mich bitte zurück. Wenn er die Ausbildung genossen hat, die du behauptest, wird er sicher alleine mit dir fertig. Gutes Argument. Sie betraten die Hotellobby. Ein kleines Hinweisschild zeigte den Weg zum Café. Die üppigen Pflanzen und das leise Plätschern eines Springbrunnens hätten eigentlich eine beruhigende Wirkung haben müssen, aber Francesca spürte, wie nervös sie war. Beruhigend legte sie sich eine Hand auf den Bauch. Brenner drückte ihren Arm. Geht mir genauso, gab sie zu. Ich überlege mir schon die ganze Zeit eine witzige Begrüßung, aber über Hi bin ich noch nicht hinaus gekommen. Wie wäre es mit Hi, ich bin deine Schwester? Brenner verdrehte die Augen. Du bist hier doch die professionelle Psychologin. Wäre es nicht besser, nicht gleich so mit der Tür ins Haus auszufallen? Vielleicht, aber manchmal ist es auch besser, gleich von Anfang an die Karten auf den Tisch zu legen. Sie näherten sich dem Kaffee. Der Wartebereich war leer, Brenner schaute zu den Tischen. Willst du dich setzen? Ich kann nicht. Ich auch nicht. Sie versuchten sich mit Small Talk abzulenken. Francesca ließ dabei den Blick über die Menschen in der Lobby schweifen und »Meinst du, dass wir ihn von dem Foto wieder erkennen? Er könnte inzwischen auch völlig...« In dem Moment bog ein Mann um die Ecke und kam auf das Kaffee zu. Er war groß, dunkelhaarig und beinahe das Spiegelbild von ihrem Vater. Francescas Mund war auf einmal wie ausgetrocknet, Brenner hielt den Atem an. »Ich hatte immer noch gehofft, dass es eine Verwechslung ist, aber die Hoffnung kann ich jetzt begraben,« murmelte sie. Der Mann war gut gebaut und trug eine Jeans und ein T-Shirt. Als er sie erblickte, hob er fragend eine Augenbraue. Sein Mund verzog sich zu einem leichten Lächeln. »Sehr nett,« sagte er, als er in Hörweite war. »Als der Anwalt mich anrief und bat, euch hier zu treffen, hätte ich ihn »Francesca blinzelte. Ihr fiel nichts ein, was sie hätte sagen können. »Du machst Witze, oder?« fragte Brenner ihn. Er grenzte. »Ich hab noch nie einen Dreier gehabt, aber hey, irgendwann ist immer das erste Mal. Francesca wurde ganz blass. Brenner lächelte nur. »Joe Larson, in ungefähr zwei Minuten wirst du finden, dass es das ekligste ist, das du jemals gesagt hast.« Er sah kein bisschen besorgt aus. »Seid ihr zwei Cops?« »Schlimmer, wir sind deine Schwestern.« »Aber das hier ist nur ein Büro,« beschwerte sich Kelly. Sie schaute sich in dem großen Vorzimmer der Firma ihres Vaters um. »Ich dachte, es wäre...« Sie zuckte mit den Schultern. Irgendwie anders. Sam grinste. »Wie die Waffenkammer in den James-Bond-Film?« Kelly überlegte kurz und nickte dann. »Ja, was ist mit den ganzen coolen Maschinen und so, den Sachen, die dir helfen, die bösen Jungs zu schnappen?« »Tut mir leid, das hier sind nur Büros. Aber du musst doch, weiß ich nicht, Pistolen und Laserwaffen haben oder so.« Er hob die Augenbrauen. Laserwaffen. »Siehst du denn überhaupt nie fern? Auf dem versuchen, unsere Aufträge legal abzuwickeln.« »Versuchen, hm?« Sie lächelte. »Willst du mir von den anderen erzählen?« Er zog an einer ihrer Locken. Nicht ein Sterbenswort. Anfangs war Kelly ein wenig betrübt gewesen, dass Francesca an diesem Tag nach San Diego fuhr, um ihren Bruder zu treffen. Sam hatte Doreen ja bereits gehen lassen und die neue Nanny würde erst in der nächsten Woche anfangen. Kelly war überrascht gewesen, als ihr Vater ihr sagte, er würde sie nach dem Ballett mit ins Büro nehmen. Auch wenn sie es niemals zugeben würde, nicht einmal, wenn man sie folterte oder mit einer Laserkanone bedrohte, gefiel es ihr, irgendwie mit ihrem Dad herumzuhängen. Wenn er nicht gerade versuchte, alles zu bestimmen oder seinen Sturkopf zeigte, konnte er echt nett sein. Aber sie würde es nicht zu sehr mögen, hatte sie beschlossen, denn es konnte immer noch passieren, dass Sam sie leid war und wegschickte. Sie bogen um eine Ecke und prallten fast mit einem riesigen Mann zusammen, der aus einem der Büros auf den Flur trat. Er war groß, hatte mächtige Schultern und dunkle Haut. Sein Kopf war kahl rasiert. Er war alt, bestimmt schon über dreißig, aber er war umwerfend. Hey Boss, Jason, Sam legte eine Hand auf Kellys Schulter. Darf ich dir meine Tochter vorstellen? Kelly, das ist Jason Carlton. Er hat schon mehrere spezielle Sicherheitsoperationen für unsere anspruchsvollsten Klienten geleitet. Jason zog eine Grimasse. Was dein Dad damit meint, ist, er drückt mir immer die grießgrämigsten reichen Leute aufs Auge. Kelly kicherte. Jason zwinkerte. Du gibst ihr also die große Führung, Sam? Zeigst du ihr auch die Spielereien? Sam schüttelte den Kopf. Kelly ist bereits gefährlich genug, auch ohne, dass ich ihr den Umgang mit einer Pistole beibringe. Kelly wollte gerade sagen, dass sie gar nicht sicher war, ob sie den Umgang mit einer Waffe lernen wollte, da seufzte Jason. Das meine ich doch nicht, die anderen Sachen, Infrarot, Nachtsichtgeräte. Sam schaute sie an. Hättest du da Lust drauf? Kelly hatte keine Ahnung, von was genau sie da sprachen, aber es klang lustig, also nickte sie. Sam warf einen Blick auf die Uhr. Ich erwarte in wenigen Minuten einen Anruf aus Deutschland, aber vielleicht danach. Keine Hektik, Boss, sagte Jason fröhlich. Ich habe die Reise für die Johnsons schon fertig geplant. Ich zeige Kelly gerne unsere Spielzimmer. Sam zögerte. Okay, aber halte sie von allem gefährlichen fern. Ich will nicht, dass ihr mich nachts unbemerkt umbringt. Kelly sah ihm hinterher, als er ging. Sie war sich einigermaßen sicher, dass ihr Dad einen Scherz gemacht hatte, aber eben nicht zu 100%. Vertraute Sam ihr nicht? Sie seufzte. Tanja hatte es zumindest nie getan. Bevor sie zu viel darüber nachdenken oder gar traurig werden konnte, ging Jason den Flur hinunter zum rückwärtigen Teil der Büroflucht. Sie traten durch eine Flügeltür in eine nachgemachte Straßenszene mit Gebäuden auf beiden Seiten. An der Wand neben der Tür stand ein riesiger abgeschlossener Schrank. Jason drückte seinen Daumen auf ein kleines Glas Quadrat und die Tür schwang auf. Er wühlte in dem Schrank herum und kam mit einer Auswahl an Brillen, Kopflampen wie Waffen aussehenden Geräten und kleinen Scheiben hervor, die er in seine Tasche steckte. Nur damit du gar nicht erst auf die Idee kommst, dich hier mal alleine umsehen zu wollen, Kleine, sagte er und schloss die Türen. Versuche es mal, er deutete auf den Schrank. Sie schaute ihn an und dann auf das kleine Glas Quadrat. Tut das weh? wollte sie wissen. Er grinste. Kein bisschen, komm, trau dich, kleines Mädchen. Zögernd drückte sie ihren Daumen auf das Glas. Eine weibliche Computerstimme verkündete, sie sind nicht autorisiert, diese Einheit zu öffnen. Wenn sie versuchen, sich trotzdem Zugang zu verschaffen, ertönt ein automatischer Alarm. Bitte kehren sie umgehend zum Empfang zurück. Cool, hauchte Kelly. Ja, oder? Also glaub nicht, dass du deine Freunde mitbringen kannst, um sie zu beeindrucken. Werde ich nicht. Gut, er setzte ihr eine Brille auf. Als erstes probieren wir die Nachtsichtgeräte aus, danach das Infrarot. Er reichte ihr ein langes, wie ein Gewehr aussehendes Ding. Es war groß, aber extrem leicht. Die funktionieren nur auf vorher festgelegten Zielen. Er setzte nach Trainingsziel. Er zeigte ihr eine kleine Platte im Schaft des Gewehrs. Die feuern einen Lichtstrahl ab, der vom Sensor auf dem Ziel eingefangen wird. Er grinste. Hast du jemals Paintball gespielt? Sie schüttelte den Kopf. Nach diesem Spiel heute wirst du darin eine wahre Expertin sein. Francesca Brenner und ihr Bruder saßen an einem Tisch und schenkten dem Essen, die Pommes Fritz auf seinem Teller hin und her. Meine Adoptiveltern starben, als ich zwölf war, sagte er, durch einen Autounfall. Ich habe die Nacht bei einem Freund verbracht, sonst wäre ich bei ihnen gewesen. Sie hatten keine Verwandten, also wurde ich ins Pflegesystem abgeschoben. Der Humor, der anfangs in seinen Augen aufgeblitzt hatte, war längst erloschen. Francesca beugte sich zu ihm. Aber wenn du wusstest, dass du adoptiert bist, wieso hast du das niemandem gesagt? Hätte man dann nicht doch vielleicht versucht, mit deiner biologischen Familie in Kontakt zu treten? Ich war bereits einmal weggegeben worden. Warum hätte ich denken sollen, dass sie ihre Meinung ändern würden? Hast du deshalb nie versucht, deine biologischen Eltern zu finden? fragte Brenner. Er zuckte mit den Schultern. Ich wollte mich immer bei einem dieser Suchregister anmelden, damit, wenn jemand nach mir sucht, er mich auch finden würde. Diese einfache Aussage verriet Francesca eine Menge. Joe war gewillt, ihnen eine zweite Chance zu geben. Er hatte schweigend zugehört, als sie ihm die Umstände seiner Geburt erzählten und wie verzweifelt ihre Eltern sich wünschten, ihn kennenzulernen. Es musste ihm doch auch etwas bedeuten. Wir haben dich gefunden, sagte Brenner und stibitzte ihm Pommes Fritz vom Teller. Und was nun? Sagt ihr es mir? Brenner zuckte mit den Schultern. Du solltest mitkommen, um die Familie kennenzulernen. Meine Familie ist jetzt die Navy. Naja, zu Hause warten drei Generationen von Marcellis darauf, dich zu treffen, erklärte Brenner. Joe wirkte nicht sonderlich beeindruckt. Francesca wandte ihrer Aufmerksamkeit ihrer Zwillingsschwester zu. Brenner hatte von allen am meisten zu verlieren, sollte der verschollene Marcelli-Erbe zu Hause auftauchen. Und doch hatte die Chemie zwischen ihr und Joe sofort gestimmt. Hast du Angst? forderte sie ihn heraus. Joe machte sich nicht die Mühe, ihr zu antworten. Er schaute sie nur an, ohne zu blinzeln. Brenner lächelte. Willst du mich mit einem richtig großen Messer bedrohen? Ich brauche keine Hilfsmittel. Du schüchterst mich nicht ein, Joe. Aber ich glaube, wir machen dir Angst. Ich schüttelte den Kopf. Und dann ist er natürlich noch das Erbe. Francesca starrte sie an. Was tust du da? Er wird es früher oder später sowieso herausfinden. Francesca sah den Schmerz in den Augen ihrer Schwester und verstand auf einmal ihren Plan. Brenner wollte wissen, ob Joe Interesse an dem Weinberg hätte. Sie würde es lieber jetzt erfahren, als abzuwarten und weiter im Ungewissen zu bleiben. Brenner war schon immer die mutigste der Marcelli Schwestern gewesen. Joe lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Was für ein Erbe. Hast du jemals von Marcelli Wines gehört? fragte Brenner. Vielleicht. Er runzelte die Stirn. Sind das die gleichen Marcellis? Genau. Stell dir einfach Weinberge vor, soweit das Auge reicht. Einen traditionellen Großvater, dem alles gehört, und vier Schwestern. Kein einziger männlicher Erbe in Sicht. Bis jetzt. Josmine veränderte sich nicht. Du verarschst mich. Nein, du hast gerade den Jackpot gewonnen. Sein Mund verzog sich zu einem leichten Grinsen. Wie viel ist das alles wert? Brenner schluckte. Ihr Schmerz zerriss Francesca beinah das Herz. Ungefähr vierzig Millionen. Meinst du, dafür könntest du dich für einen Besuch auf dem Weg nach Nauten machen? Na klar, verdammt, das würde ich schon für zwei Millionen tun. Schön zu wissen, dass du käuflich bist. Joes Grinsen verschwand. Jeder Mann hat seinen Preis und jede Frau auch. Meiner ist eine Million, sagte Brenner. Und was ist mit ihr? Joe zeigte auf Francesca. Brenner schüttelte den Kopf. Oh nein, sie hat Prinzipien. Joe schaute Francesca an. Geld ist wesentlich zuverlässiger als alles andere. Wo wir gerade davon sprechen, er legte einen Zwanziger auf den Tisch. Ich muss zurück zur Arbeit. Töten und verstümmeln? Er lächelte. Genau, damit verbringe ich meine Tage. Sie standen alle gleichzeitig auf. Francesca kritzelte die Telefonnummer der Hacienda auf ein Stück Papier. Ruf bitte an. Er nahm die Nummer und starrte sie eine Weile an. Klar, dann musterte er die Frauen. Nett, euch kennengelernt zu haben. Gleichfalls, sagte Francesca. Er drehte sich um und ging davon. Francesca sah ihm hinterher. Er ist nicht so, wie ich es erwartet habe. Geht mir genauso. Das Schlimme ist, ich mag ihn irgendwie. Abgesehen davon, dass er das Geld will, was mir nicht gefällt, was ich meinst du, er wird anrufen? Brenner nahm ihre Handtasche. Sofort, würdest du das etwa nicht tun? Francesca berührte ihren Arm. Ich weiß, dass es dir damit nicht gut geht. Kann ich dir irgendwie helfen? Brenner blinzelte ein paar Mal. Eine einzelne Träne rollte ihr über die Wange. Ich komme schon darüber hinweg. Gib mir nur ein paar Tage. Ich muss mir einen Plan überlegen. Wollt hatte. Francesca wusste, das würde wesentlich länger dauern als nur ein paar Tage. Das war so cool, Gabriel. Vor Aufregung war Kelly ganz außer Atem. Sie saß auf dem Schreibtisch ihres Urgroßvaters und hielt eine Dose Limonade in der Hand. Da waren diese Terroristen und die hatten Geiseln und wir haben sie gefangen und so. Ich hatte eine 60-prozentige Tötungsrate. Gabriel schaute zu Jason. Sind es gut heißen wird? Der große Mann zuckte mit den Schultern. Sie hatte Spaß und sie ist gut, muss in den Genen liegen, er zwinkerte ihr zu. Du wärst noch so ein richtiges Papa-Kind, was? Kelly hatte nie einen Vater gehabt, deshalb war sie nicht sicher, was das bedeutete, aber der Klang des Wortes gefiel ihr. Es freut mich, dass du Spaß hattest, sagte Gabriel. Sein Telefon klingelte, er nahm den Hörer auf und Kelly glitt vom Tisch. Doch bevor sie gehen konnte, winkte er sie zu sich. Sie trat näher und erlegte einen Arm um ihre Taille, zog sie an sich und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Kelly ging in den Flur hinaus. Wow, Gabriel hatte sich gerade so benommen, als wenn er sie wirklich mochte. weiß nicht, ich bleibe hier, bis mein Dad nach Hause fährt. Warum begleitest du mich dann nicht? Ich muss noch eine Besorgung machen und könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Okay. Sie folgte ihm in Sams Büro. Ihr Dad telefonierte auch. Sie hatte immer gedacht, im Security Business ginge es darum, ein Bodyguard zu sein, aber anscheinend musste man auch ziemlich viel telefonieren. Jason machte eine Bewegung, als würde er einen Schlüssel im Schloss umdrehen. Sam griff in die oberste Schublade seines Schreibtischs und holte einen Schlüssel heraus, der in einem blauen Schlüsselring hing. Eine ebenfalls daran hängende Plastikscheibe war mit den Worten »sichere Daten« bedruckt. Jason ging voran in den Materialraum. Mit dem Schlüssel öffnete er einen Aktenschrank. Darin standen verschiedene Ordner und eine schmale Metallkassette. Jason zeigte auf die Akten. »Streng geheim«, sagte er leise und öffnete die Kassette. Darin lag ein Stapel Geldscheine. Er nahm sich einige Zwanziger heraus und verschloss die Kassette wieder. »Ihr bewahrt hier Bargeld auf?« fragte Kelly. »Klar, das ist unsere Notfallreserve für den Fall, dass jemand außerhalb der Banköffnungszeiten das Land verlassen muss. Außerdem gibt es noch unsere kleine Portokasse für so Sachen wie Geburtstagspartys und so. Erwartungsvoll schwieg er. Sie starrte ihn an. »Wer hat Geburtstag?« Jason verschloss den Schrank und legte Kelly eine Hand auf die Schulter. »Dein Dad, Kelly, sein Geburtstag ist in einer Woche. Ich möchte gerne, dass du mir hilfst, einen Kuchen für ihn auszusuchen. Wir müssen auch aber weshalb es mir nur noch mehr Spaß bringt, ihn zu veranstalten. Jason grinste. Kelly versuchte ebenfalls zu lächeln, aber sie fühlte sich irgendwie komisch. Ihr Dad hatte Geburtstag und sie wusste es nicht einmal. Was, wenn sie seinen Ehrentag verpasst hätte? Dann wäre er sicher ziemlich wütend auf sie geworden. Ich werde ihm ein echt cooles Geschenk kaufen, dachte sie, während sie Jason aus dem Gebäude folgte. Aber was und wie? Er hatte ihre Kreditkarte gekündigt und sie hatte kein Geld. Sie würde sich etwas einfallen lassen müssen, und zwar schnell. Sam fuhr vom Parkplatz, er war zufrieden, was den Verlauf des Nachmittags anging. Kelly hatte im Büro ihren Spaß gehabt. Die meiste Zeit über hatte Jason sich um sie gekümmert und er hatte nur Positives über ihr Verhalten zu berichten. Vielleicht war Tins Silla ja ein für allemal verschwunden. An einer roten Ampel warf er Kelly einen Blick zu. Auch wenn er Tanja in ihr erkennen konnte, sah er doch vor allem seine Großmutter. Und doch war Kelly ganz einzigartig. Wie wäre es mit Italienisch zum Abendessen? fragte er. Wir könnten zu dem Restaurant am Strand fahren. Kelly zuckte mit den Schultern. Was ist los? fragte er. Sie schaute ihn an. Nichts, es ist nur, du musst mir ein Taschengeld geben, okay? Ich meine, ich bin zwölf. Ich habe mehr als bewiesen, dass ich mit Geld umgehen kann. Ich hatte jahrelang eine eigene Kreditkarte, aber die hast du mir weggenommen. Ich brauche aber etwas Geld, um Sachen kaufen zu können. Ihre Ampel auf grün sprang, trat er aufs Gas. Wofür brauchst du das Geld? Wollte er wissen. Ist das wichtig? Muss ich dir eine Liste schreiben? Vielleicht Taschengeld. Dem Argument, sie könne gut mit Geld umgehen, weil sie jahrelang eine Kreditkarte gehabt hatte, wollte er nicht folgen. Aber er sah ein, dass sie den Umgang mit Geld lernen musste. Dazu wäre ein Taschengeld durchaus geeignet, aber wie viel und wie oft? Sollte er es an irgendwelche Aufgaben binden oder ihr einfach so geben? Eindeutig zu viele Fragen. In seinem Hinterkopf machte sich das leichte Pochen eines Kopfschmerzes bemerkbar. Ich werde darüber nachdenken. Wütend funkelte sie ihn an. Du bist so gemein. Wieso kannst du nicht einfach ja sagen? Du gibst mir nichts, Zeit gebeten. Sie setzte ihre Tirade fort. Als sie auf den Hof einbogen, dachte er nur, dass er wohl etwas voreilig gewesen war mit seiner Annahme, sie hätte sich endlich in ein normales Kind verwandelt. Offensichtlich lauerte Tinzilla immer noch dicht unter der Oberfläche. Kelly, komm jetzt sofort aus deinem Zimmer, rief Sam durch die geschlossene und verriegelte Tür. Nein, mir geht es gut, geh nur zur Arbeit und lass alleinlassen? Niemals. Er schaute auf die Uhr und stöhnte. Um neun Uhr hatte er ein Treffen mit Klienten, die aus Brasilien eingeflogen waren. Kelly war den ganzen Abend über wegen der Taschengeld Diskussion böse gewesen, aber er hatte erwartet, dass sie am Morgen darüber hinweg wäre. Offensichtlich hatte er sich geirrt. In ihrer Beziehung schienen sie immer zwei Schritte vor und zweieinhalb zurück zu machen. Er wünschte, er würde einen Weg finden, zu ihr durchzudringen, damit sie sich wie rationale Menschen miteinander unterhalten könnten. Aber da sie ein Teenager und er ein vollkommen unerfahrener Vater war, lag die Wahrscheinlichkeit dafür nicht sonderlich hoch. Kelly, ich weiß, dass du böse bist, aber Schmollen wird nicht dazu führen, dass ich meine Meinung ändere. Wenn du nicht sofort rauskommst, wirst du den Rest der Woche nicht zum Ballettunterricht gehen. Er hörte etwas, das wie ein Schluchzen klang. Fein, sagte sie mit tränen erstickter Stimme. Lass mich einfach hier, okay? Geh weg. Obwohl ihre Laune ihm auf die Nerven ging, machten ihre Tränen ihn nervös. Kelly, verdammt, jetzt sag mir endlich, was los ist, bist du krank? Ich kann nicht, sie schniefte. Nein, nichts dergleichen, ich kann es dir nicht sagen, hör einfach auf, mich zu fragen, okay? Nein, es war nicht okay. Er rüttelte am Türgriff. Mit einem Schraubendreher hätte er die Tür in weniger als 30 Sekunden geöffnet, aber irgendetwas in seinem Inneren sagte ihm, dass das nicht der beste Weg war, die Situation zu hand haben. Wenn du nicht mit mir sprichst, sprichst du dann mit jemand anderem? fragte er, Gabriel oder Francesca? Er hörte Kelly weinen, dann herrschte Stille. Schließlich sagte sie, ich spreche mit Francesca. Okay, ich rufe sie an und stell sie zu dir durch. Er rannte förmlich in sein Schlafzimmer, wo er die Nummer aus dem Gedächtnis wählte. Hallo? Hey, ich bin Sam. Es tut mir leid, dass ich dich so früh störe. Ich weiß, du wolltest ist schon okay, was ist los? Wenn ich das nur wüsste. Kelly weigert sich, ihr Zimmer zu verlassen, will mir aber nicht sagen, warum, aber sie hat zugestimmt, mit dir zu reden. Francesca seufzte. Oh Sam, ich dachte, es liefe inzwischen besser bei euch. Dachte ich auch. Anscheinend habe ich mich geirrt. Kannst du mit ihr sprechen? Natürlich. Er eilte zu Kellys Zimmer zurück und klopfte an die Tür. Francesca ist am Telefon, du kannst jetzt rangehen. Er hörte ein Klicken, dann Kellys Stimme. Sam, leg auf, ich meine es ernst. Er zögerte und tat ihr dann den Gefallen. Während er im Flur auf und ab tigerte, hörte er ihre Stimme gedämpft durch die Tür. Drei Minuten später klingelte das Telefon. Er schnappte sich den Hörer. Was? Francesca lachte. Sei nicht so panisch, ihr geht es gut. Ich habe versprochen, dir nicht zu erzählen, was mit ihr los ist. Flippt deswegen bitte nicht aus. Ich komme jetzt zu euch rüber und dann werden sie und ich unterhalten. Danach rufe ich dich in der Firma an und erzähle dir alles. Was ist denn nur los? Sam, du wirst mir einfach vertrauen Das konnte er. Bitte ruf mich vormittag an. Versprochen. Gut. Er grinste. Danke, Francesca, ich bin dir was schuldig. Nein, bist du nicht. Bis später. Er legte den Hörer auf. Ich gehe jetzt zur Arbeit, rief er Kelly durch die geschlossene Tür zu. Francesca wird in Kürze hier sein. Ich weiß, jetzt ist alles gut, Sam, mach dir keine Sorgen. Er hörte die Erleichterung in Kellys Stimme. Tränen schienen verschwunden zu sein. Irgendwie war Francesca in nur wenigen Minuten ein kleines Wunder gelungen. Verdammt, sie war gut. Besser als gut sogar. Vor langer Zeit hatte er gelernt, dass Frauenlogen um ihren Willen durchzusetzen und dass man ihnen unter keinen Umständen trauen durfte. Aber Francesca war anders. Sie war ehrlich. Gerade heraus und sie würde vertrauen. Und das tat er auch. Das ist echt eklig. Kelly kam aus dem Bad und ließ sich auf das Bett fallen. Francesca überlegte sie darauf hinzuweisen, dass sie sich in den nächsten 30 oder 40 Jahren schon daran gewöhnen würde, fand jedoch den Gedanken dann selber zu deprimierend. Es war besser, sich auf das Positive zu konzentrieren. Wenigstens weißt du jetzt, dass du erwachsen wirst. Kelly schaute sie an und lächelte. Ich wusste bereits, dass das passieren würde. Sie zuckte zusammen und legte sich eine Hand auf den Bauch. Wie lange dauert es, bis der Schmerz wieder weg geht? Eine halbe Stunde oder so. Francesca zeigte auf die Heizdecke, die sie mitgebracht hatte. Versuch die mal, Wärme hilft. Kelly legte sich die Decke auf zunehmen oder so, weil ich mich die letzten Tage so aufgedunsen gefühlt habe. Ja, das gehört leider dazu. Genau wie die Krämpfe und die ekligen Blutungen? Wer hat sich das nur ausgedacht? Das gehört alles zum Fluss des Lebens, wenn du mir dieses Wortspiel verzeihst. Kelly rümpfte die Nase. Das ist nicht lustig. Francesca legte sich neben sie. Geht es dir Wusste alles darüber, meine Mom hat mir ein paar Sachen erzählt und wir haben in der Schule darüber gesprochen. Aber es zu hören und das Blut wirklich zu sehen ist echt nicht das Gleiche. Eine Sekunde dachte ich, ich würde sterben. Dann fiel mir alles wieder ein, aber ich konnte es meinem Dad nicht erzählen und wusste nicht, was ich tun sollte. Francesca strich ihr über die roten locken. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Ich auch. Wir gehen den Tag ruhig an. Entspannen uns einfach ein bisschen. Wenn dir morgen danach ist, kannst du wieder zum Unterricht gehen. Am Nachmittag muss ich für eine halbe Stunde zu meiner Doktormutter, aber ansonsten habe ich diese Woche keine Pläne. Kelly lächelte. Mir gefällt die Vorstellung heute mit dir hier abzuhängen. vielleicht können wir den DVD Player im Fernsehzimmer benutzen, weil ich hier oben ja immer noch keinen habe. Das stimmt, wie traurig, stell dir nur mal vor, ohne einen eigenen DVD Player durchs Leben zu gehen. Vielleicht könntest du einen Brief an UNICEF schreiben und sie um einen bitten. Ach, warte, die sind ja damit beschäftigt, den hungernden Kindern auf der Welt zu helfen. Kelly schob ihre Hand beiseite. Ich verstehe schon, ich bin ein verwöhntes Girl, dass das, was es hat, nicht zu schätzen weiß. Ja, so etwas in der Richtung. Kelly grinste. Okay, ich höre auf, mich wegen des DVD Players zu beschweren. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Francesca setzte sich hin. Ich muss deinen Dad anrufen. Auf keinen Fall, ich will nicht, dass er das weiß. Es wird ihn nicht überraschen. Sam hat ein paar Erfahrungen mit Frauen und versteht, was einmal im Monat mit uns los ist. Aber er ist mein Dad, es ihm zu sagen, ist total krank. Deine Periode zu bekommen, ist ein natürlicher Prozess des Lebens, Kelly. Er muss wissen, was dich heute Morgen so traurig gemacht hat. Sie seufzte schwer. Okay, aber ich will nicht mit ihm darüber reden. Niemals. Das meine ich ernst. Das kann ich verstehen. Warum suchst du nicht schon mal einen Film aus, während ich mit Sam telefoniere? Francesca musste ein paar Minuten in der Leitung warten, dann hörte sie Sams schokoladig samtige Stimme. Also, was war der Grund für die Krise? Kelly hat ihre Tage bekommen. Es sind ihre Ersten und da ist sie verständlicher Weise total war ihr alles viel zu peinlich, um dich darauf anzusprechen. Das war alles? fragte Sam. Ihre Tage? Francesca runzelte die Stirn. Das ist eine große Sache. Mädchen haben sehr ambivalente Gefühle, was diesen Teil des Erwachsenwerdens angeht. Es ist immerhin der körperliche Beweis dafür, dass sie nie wieder Kind sein werden. Außerdem ist es echt kein Vergnügen und oft mit ziemlichen Schmerzen verbunden. Wie auch immer, sie kann sich nicht jedes Mal verstecken, wenn sie ein Problem hat. Hör mal, ich muss zurück zu meinem Meeting. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ich werde mich darum kümmern, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Bye. Er legte auf. Francesca startete das Telefon an. Wie auch immer, wiederholte sie mehr als nur ein wenig erbost. Das ist deine einzige Reaktion auf dieses unglaublich wichtige Ereignis im Leben deiner Tochter und du wirst dich darum kümmern? Ich glaube nicht. Kelly kam in die Küche. Alles in Ordnung? Francesca legte das Telefon beiseite und lächelte. Vollkommen, log sich fröhlich. Es hatte keinen Sinn, Kelly traurig zu machen, nicht wenn das arme Kind sich sowieso nicht gut fühlte. Francesca würde sich Sam schnappen, bevor er mit Kelly reden konnte. Irgendwie würde sie ihn schon davon überzeugen, dass er seiner Tochter eine Pause gönnen und ihr gegenüber etwas sensibler sein musste. Sam spürte erneut einen leichten Kopfschmerz. Das kam regelmäßig vor, seit dem Kelly in sein Leben getreten war. Er ignorierte das Weinregal auf dem Tresen und wandte sich direkt dem harten Zeug zu. Nachdem er sich ein Glas genommen hatte, trat er an die Bar und öffnete eine Flasche Single Malt Scotch. Ich mache keine Witze, Sam, Francesca war ihm gefolgt. Du liegst komplett falsch. Es ist eine Frauenangelegenheit, die du unmöglich verstehen kannst. Du wirst mir einfach glauben müssen. Er trank sein Glas in zwei Zügen aus. Die Flüssigkeit brannte in seiner Kehle und seinem Magen. Er schenkte sich nach. Sie hätte es mir einfach sagen können. Nein, das konnte sie eben nicht. Es war ihr peinlich und sie hatte Angst. Ich würde gerne sehen, wie du reagierst, wenn du aufwachst und um dich herum überall Blut ist. Das Bild gefiel ihm gar nicht, also ignorierte er es. Sie hat mich aus ihrem Zimmer ausgesperrt, sie ist nicht herausgekommen und sie hat mir nicht gesagt, was los ist. Und das aus gutem Grund. Ich bin ihr Vater. Du bist ein Fremder für sie. Wie lange ist es her, dass Kelly bei dir vor der Tür stand? Die paar Wochen? Das reicht nicht, um einander wirklich kennenzulernen. Sie lehnte sich gegen die Bar. Du bist dir noch nicht mal sicher, ob du sie gerne bei dir hast. Manchmal nicht, gab Sam zu. Er ging zum Sofa und setzte sich. Aber manchmal er zuckte mit den Schultern. Francesca setzte sich auf die Kante des Club Sessels und beugte sich ein wenig vor. Sei etwas nachsichtig mit ihr, was diese Sache angeht. Es war falsch von ihr, mich aus ihrem Zimmer auszusperren. Nächstes Wochenende werde ich das Schloss ausbauen lassen. Fein, aber tu es nicht in einem Wutanfall. Er schaute sie an. Warum ergreifst du ihre Partei? Ich dachte, du wärst auf meiner Seite. Ich bin die neutrale dritte Partei. Der Klang dieser Worte gefiel ihm gar nicht. Francesca, ich hatte einen höllischen Tag, ich hatte Kundenbesuch und habe mir den ganzen Morgen Sorgen um Kelly gemacht, nur um zu erfahren, dass sie wegen nichts und wieder nichts einen riesigen Aufstand gemacht hat. Für sie ist es aber wichtig, er war nicht überzeugt. Ich wollte einfach nur einen ruhigen Abend verbringen, ohne Streit, ohne Missverständnisse, ohne Vorhaltung. Ist es zu viel verlangt? Wir könnten etwas zu Essen bestellen, du könntest zum Abendessen bleiben und zum Frühstück. Er lächelte. Sie erwiderte das Lächeln nicht. Du verstehst einfach nicht, worum es hier geht. Kelly hatte auch einen harten Tag. Sie muss jetzt umsorgt und verwöhnt werden. Sie braucht das Gefühl, etwas Besonderes zu sein und sie braucht ein Verständnis. Im Moment muss sie das Wichtigste in deinem Leben sein. Er schluckte den Rest seines Drinks hinunter. Warum zum Teufel, sie wird es doch sowieso wieder ruinieren. Francesca erhob sich und schaute ihn wütend an. Ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast. Sofort fühlte er sich schuldig. Ich weiß, ich habe es nicht so gemeint. Das hatte er wirklich nicht. Es war nur so, dass er Kelly einfach nicht verstand. Jedes Mal, wenn er dachte, er hätte es kapiert, stellte er fest, dass er sich geirrt hatte. Ihm lag viel an ihr. Er wünschte sich nur, sie wäre nicht so unglaublich frustrierend. Lern sie richtig kennen, Sam. Bemühe dich, ein wenig Zeit mit ihr zu verbringen. Das tue ich. Aber nicht genug. Du verstehst sie nicht und deshalb geratet ihr immer wieder aneinander. Du bist der Erwachsene in dieser Beziehung. Vielleicht solltest du dich auch dementsprechend benehmen. Mit diesen Worten drehte sie sich um und verließ den Raum. Sekunden später knallte die Haustür ins Schloss. Sam lehnte sich auf dem Sofa zurück und schloss die Augen. Es sah nicht so aus, als würde er in dieser Nacht noch zu irgendeinem Vergnügen kommen. Sein Tag hatte mies angefangen und schien genauso schrecklich Franziska gesagt. Das tat er doch. Irgendwie. Am Vortag hatte er sie sogar mit zur Arbeit genommen. Okay, sie hatte die meiste Zeit mit Jason verbracht, aber trotzdem. Verdammt. Er stellte das Glas ab. Franziska hatte recht. Wieder einmal. Er ging nach oben und klopfte an Kellys Tür. Komm rein, rief sie. Er trat ein und fand seine Tochter mit einem Buch in der Hand zusammengerollt auf dem Bett liegend vor. Wie geht es dir? fragte er. Misstrauisch musterte sie ihn. Gut, ich weiß, dass Franziska dir alles erzählt hat, aber ich will nicht darüber sprechen. Gott sei Dank. Was möchtest du denn tun? Sie zuckte mit den Schultern. Großartig, das half ja enorm. Er überlegte, was er an kalten, regnerischen Tagen mit seinem Großvater unternommen hatte, als er in Kellys Alter war. Er lächelte. Hast du schon mal Schach gespielt? Sie verdrehte die Augen. Geht es noch langweiliger? Vermutlich nicht, aber das ist keine Antwort auf meine Frage. Sie seufzte. Nein, und ich will es auch nicht lernen. Schade, denn wenn du ein Spiel gewinnst, würde ich dir dafür einen DVD-Player kaufen. Sie riss die Augen auf. Wirklich? Wirklich. Sie ließ das Buch fallen. Nur ein Spiel. Mehr braucht es nicht. Schnell kletterte sie aus dem Bett. Dann mal los. Du musst es ihm sagen, Francesca. Francesca rollte sich auf dem schmalen Sofa zusammen und schaute ihrer Mutter zu, die im Wohnzimmer auf und ab lief. Das werde ich auch. Wann? Ihre Mutter blieb vor ihr stehen und schaute sie an. Dein Großvater hat bereits gedroht, Sam selbst anzurufen. Und das willst du doch wohl nicht. Nein, das wollte sie nicht. In einem Satz von dem Baby zu erfahren und bedroht zu werden, würde ihm vermutlich einen Herzinfarkt bescheren. Lorenzo erwartet, dass bald eure Verlobung verkündet wird. Francesca richtete sich auf und stellte die Füße auf den Boden. Das ist nicht seine Entscheidung. Ihre Mutter kam zu ihr und setzte sich neben sie. Liebst du Sam denn nicht? Ihrer Mutter gegenüber zuzugeben, dass sie mit einem Mann geschlafen hatte, den sie nicht liebte, war nicht gerade das, was sie sich wünschte. Daran liegt es nicht. Also nicht allein. Sie hatte ihn anfangs nicht geliebt und nun war sie schwanger, verwirrt und eine Lügnerin. Woran dann? Sam ist nicht der Mann, der heiratet. Wenn sie sich verlieben, sehen sie das anders. Das war genau der Punkt. Sam liebte sie nicht und sie wusste nicht genau, was sie für ihn empfand. War es Liebe, ständig bei ihm sein zu wollen? Reichte es ihn und seine Tochter anzubeten und sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen zu können? Wir haben uns darauf geeinigt, dass es eine unverbindliche Beziehung bleibt, sagte sie schließlich und hielt den Atem an. Ihre Mutter wirkte nur ein wenig missbilligend. Ich verstehe. Es ist so, ich will nicht heiraten, platzte es aus Francesca heraus. Zumindest dachte ich das bisher immer. Wegen Todd? Zum Teil, aber hauptsächlich, weil ich immer so unsicher war. Sie dachte an die Unterhaltung, die sie in der vergangenen Woche mit Brenner daran, dass es an der Zeit war, die Vergangenheit loszulassen. Ich habe mich in meinem Leben noch nie sonderlich fähig gefühlt, selbstbewusst. Als Kind und Teenager war ich die dumme Marcelli-Schwester. Für Todd war ich nur schmückendes Beiwerk. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Glaubst du, wenn du einen Mann liebst, verlierst du dich selber? Bisher war es so. Und jetzt? Jetzt war ihr Leben ein einziges Chaos. Ich weiß es nicht mehr. Ihre Mutter legte ihr eine Hand ans Kinn und schaute ihr in die Augen. Francesca, was immer du und Sam bezüglich eurer Zukunft entscheidet, er muss von dem Baby erfahren. Ich werde es ihm sagen. Wann? Freitag. Egal, was kommt. Die neue Nanny fängt am Montag an. Freitag ist der letzte Tag, an dem ich mich um Kelly kümmere. Ihre Mutter schüttelte den Kopf. Warte nicht länger. Wir haben dich nicht zu einem Menschen erzogen, der andere hinters Licht führt. Francesca zuckte innerlich zusammen. Aussagen wie diese führten immer dazu, dass sie sich wie eine Sechsjährige fühlte. Ihre Mutter ließ die Hand in den Schoß fallen. Eines noch, was auch immer du wegen Sam unternimmst, mach es, weil du es willst und nicht, weil andere Menschen es sagen. Nicht einmal ich. Francesca wusste, dass ihre Mutter daran dachte, wie sie damals Joe zur Adoption freigegeben hatte. Das werde ich. Versprich es mir, Francesca. Versprich mir, deinem Herzen zu folgen, sogar wenn du Angst hast. Es gibt kein größeres Bedauern im Leben, als es nicht versucht zu haben. Glaub mir, ich lebe damit schon seit 30 Jahren. Francesca zog ihre Mutter in die Arme. Das tut mir so leid. Das muss es nicht. Du hast nichts falsch gemacht. Noch nicht. Ich halte deinen Großvater bis Freitag zurück, aber keinen Tag länger. Klingt fair. Allerdings hatte sie keine Ahnung, was sie sagen würde. Sam von dem Baby zu erzählen war eine Sache, aber ihm von ihrem Herzen zu erzählen, sie war nicht sicher, was sie wollte. Irgendwie kam ihr ein Leben ohne ihn gar nicht mehr so verlockend vor. Sie war gern mit ihm zusammen, unterhielt sich gern mit ihm. Sie mochte Kelly, aber Sam war ein Mann, der Lügen nicht verzieht. Würde er verstehen, warum sie gewartet hatte, um ihm von dem Baby zu erzählen? Oder würde er in ihr nur eine weitere Frau sehen, die es darauf abgesehen hatte, ihn zu täuschen? Francescas zweiter unerwarteter Besucher kam kurz nach neun am folgenden Morgen. Sie öffnete die Tür und da stand Sam vor ihr. Er trug einen seiner Anzüge und sah gut genug aus, um auf dem Cover von GQ zu erscheinen. Ihr Herz machte einen kleinen Sprung, um ihre Brust wurde es ganz eng und ihre Oberschenkel begannen zu prickeln. Wenn sie es nicht besser wüsste, würde sie glauben, sie wäre krank oder hätte sich verliebt. Sie bedeutete ihm einzutreten und schloss dann die Tür hinter ihm. Du warst gestern Abend richtig böse auf mich, sagte er an Stelle einer Begrüßung. Das stimmt. Er schob die Hände in die Hosentaschen und wippte auf den Fersen. Deshalb »Natürlich, wieso auch nicht?« Dann verstand sie. »Nur weil wir uns beide streiten, heißt das nicht, dass ich mich vor meiner Verantwortung drücke. Ich weiß, er sah sie an. Es tut mir leid, du hattest recht. Sie erwiderte seinen Blick. Womit? Mit Kelly. Und welch einschneidendes Erlebnis ihre Periode für sie ist. Dass ich das erst nicht kapiert habe, jetzt verstehe ich es. Francesca war eher amüsiert, als befriedigt Recht gehabt zu haben. Du hast deine Teenager Erziehungsratgeber gelesen. Er grinste verlegen. Vielleicht er richtete sich auf. Kelly und ich haben uns gestern Abend lange unterhalten. Über ihr Leben hier und wie anders alles ist. Und auch darüber, dass wir einander besser kennenlernen wollen. Wir werden beide eine Liste mit unseren Erwartungen schreiben und wie wir uns das Familienleben vorstellen. Dann sprechen wir darüber und verhandeln, soweit es nötig ist. Wir haben einen Termin für Samstag morgen vereinbart. Kelly hat vorgeschlagen, dass du als Vermittlerin dabei bist und ich finde die Idee gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, gab Francesca ehrlich zurück. Sie war begeistert, dass Sam gewillt war, seiner Tochter auf halben Weg und doch hatte sie höllische Angst davor, wie die Dinge am kommenden Samstag zwischen ihnen stehen würden. Wie Kelly gestern Abend schon gesagt hat, du bist genauso Teil der Familie wie wir beide. Zwar nicht durch Blutsverwandtschaft, aber durch dein Engagement. Sie wollte so gern zustimmen, hatte aber das Gefühl, kein Recht dazu zu haben. Sam zog die Hände aus den Taschen und trat näher. Ich weiß, dass wir es anders abgesprochen hatten, murmelte er nah an ihren Lippen. Es ist inzwischen viel komplizierter und chaotischer, aber ist das wirklich so schlimm? Ich weiß es nicht. Es war ihr nicht möglich, rational zu denken, wenn er sie küsste. Das Gehirn versagte ihr den Dienst. Ihr Körper ergab sich und alles, was sie wollte, war, Sam mit ins Bett zu nehmen. Er knabberte an ihrer Unterlippe. Nun denk darüber nach. Er ließ sie los und ging zur Tür. Ich sehe dich heute Abend. Und dann war er fort. Francesca lehnte sich gegen die Wand und schloss die Augen. Kompliziert und chaotisch. Das war ihr egal. Zumindest wenn am Ende alles gut würde. Aber würde es das? Die Uhr tickte. Wo würden sie und Sam am kommenden Freitag stehen, was ihre Beziehung Wie geht es dir? fragte Francesca, als sie Kelly am Nachmittag von der Ballettschule abholte. Besser, keine Krämpfe mehr, aber die Blutung ist immer noch zu eklig, um es in Worte zu fassen. Oh, und ich bin nicht mehr so aufgedunsen, das ist doch schon mal was. Kelly zog die Klammern heraus, die ihr Haar hielten und schüttelte ihre Locken. Du hast gesagt, dass du heute Nachmittag zu deiner Doktormutter musst, richtig? Stimmt, wenn du einverstanden bist, fahren wir erst bei ihr vorbei und danach zu einem Café am Strand, das ich kenne. Klingt gut. Sie quatschten über Filme und Mode, bis Francesca auf das Gelände der Universität einbog. Wow, ganz schön riesig, staunend sah Kelly sich um. Bist du schon mal auf dem Campus gewesen? Nein, ich wusste nicht, dass es hier so hübsch ist. Francesca erklärte, an welchen Gebäuden sie vorbeifuhren und parkte schließlich vor den Psychologielaboren. Hier hat meine Doktormutter ihr Büro. Wir werden doch aber nichts Ekliges zu sehen bekommen, oder? Fragte Kelly und stieg aus dem Auto. Keine Katzen mit Dräten im Kopf, oder so? Nein, nichts dergleichen. Hier werden nur Menschen Gemeinsam gingen sie über den Weg zu der großen Flügeltür. Was macht ihr hier wirklich? wollte Kelly wissen. Du bist ja irgendwie noch im College, aber was ist der Unterschied, wenn man seine Dissertation schreibt? Nun, ich habe bereits einen Bachelor, erklärte Francesca. Du weißt, was das ist? Ja, das heißt, dass du dein Studium abgeschlossen hast. Genau, danach kann man sich noch weiter bilden. Ich bin in einem Programm, wo ich sowohl einen Magister als auch meinen Doktor mache. Ehrlich gesagt sollte ich jetzt an meinem Schreibtisch sitzen und an meiner Arbeit für den Master schreiben. Die reißt du dann nur ein und bekommst eine Note? Ich wünschte, es wäre so einfach. Sie betraten das Gebäude und gingen einen langen Flur entlang. Aber da hängt noch ein bisschen Fassung auf sich hatte und wie man das Thema für seine Dissertation fand. Entsetzt schaute Kelly sie an. Dafür musst du ja noch ewig zur Schule gehen. Hoffentlich nicht, ich habe vor, irgendwann auch mal ein Leben zu haben. Da musst du dich aber ganz schön ran halten. Stimmt, manche Leute haben damit Probleme, aber mir ist es sehr wichtig, meinen Doktortitel zu bekommen. Wenn man in etwas gut sein in den ersten Stock hinauf. Genau. Am Ende des Flurs angekommen betraten sie das Hauptlabor. Rechts vom Empfangstresen lagen die verschiedenen Untersuchungsräume. Die Büros befanden sich auf der linken Seite. Eine ältere Frau saß am Empfang. Sie lächelte, als sie Francesca erblickte. Du bist uns aus dem Weg gegangen, sagte Marge Overton und grinste. Ich würde ja zu gerne glauben, dass wie habe ich da so meine Zweifel. Stimmt, das Bild passt nicht einmal ansatzweise, gab Francesca zu. Marge, das ist Kelly. Kelly, Marge. Obwohl es einen Abteilungsleiter für diesen Bereich gibt, ist Marge diejenige, die hier wirklich das Sagen hat. Ohne sie wären wir verloren. Natürlich wärt ihr das, Marge nickte zustimmend. Kelly lächelte schüchtern. Hallo. Was ist heute los? Irgendein interessantes Projekt? Dan arbeitet mit mehreren Vierjährigen an seinem Assoziationsspiel. Gut, Francesca wandte sich an Kelly. Dazu zu sehen wird dir Spaß machen. Ich bring dich eben hin, bevor ich zu meinem Termin gehe. Okay. Fünf Minuten später saß Kelly neben einem rothaarigen Doktoranden im Beobachtungsraum. Dan holte seine am Computer erstellten Grafiken hervor und fing an, sie Kelly zu erklären. Sie ist zwölf, Dan. Komm ihr bloß nicht mit Infinitesimal Rechnung. Francesca ging zur Tür. Kelly, wenn er anfängt, dich zu Tode zu langweilen, ich bin im ersten Büro auf der linken Seite. Ich komme schon klar, sagte Kelly. Francesca lachte leise. Dan würde vermutlich in weniger als 30 Sekunden in sein Fachkauderwelsch verfallen, aber er war ein guter Kerl, der Kinder wirklich gern hatte. Sie ging zum ersten Büro auf der linken Seite und klopfte an die Tür. Francesca, sagte ihre Doktormutter, hast du dich tatsächlich noch daran erinnert, wo ich zu finden bin? Ja, ja, ich weiß. Francesca trat ein und setzte sich auf den Besucherstuhl vor Emilys Schreibtisch. Ich habe meine Gliederung fertig. Du machst Witze. Ihre Doktormutter, eine attraktive Frau, Mitte 40, nahm die Seiten entgegen, die Francesca ihr hinhielt. Ich habe dir so oft gesagt, dass du nicht deine ganze Zeit damit verbringen kannst, unschuldige Passanten zu belästigen, bin mir aber sicher, dass du mir nicht zugehört hast. Ich höre immer zu, was du sagst, Emily lächelte. Wenn das nur wahr wäre, sie nahm ihre Brille zur Hand und schob sich die dunklen Haare aus der Stirn. Mal sehen, was wir hier haben. Einer der Vierjährigen nahm einen Kinderstuhl und warf ihn auf den ihm gegenüber sitzenden Jungen. Kelly blühte Mund offen stehen. Sollen die das machen? fragte sie und zeigte auf den zweiten Jungen, der prompt den ersten schlug. Beide brachen in Tränen aus. Dan stieß einen unterdrückten Fluch ihn waren ganz interessant, aber seine Erklärungen waren viel zu technisch. Anfangs war sie etwas beleidigt gewesen, dass Francesca sie als erst zwölf bezeichnet hatte, aber nach zehn Minuten mit Dan verstand sie, was sie damit gemeint hatte. Sie stand auf und schlenderte aus dem Zimmer und den Flur entlang. Francesca hatte gesagt, dass sie ungefähr eine halbe Stunde brauchen würde und die war beinahe um. Sie sah einen Stuhl vor dem Büro stehen, in dem Francesca war und ließ sich darauf fallen. Sie und ihr Dad wollten an diesem Abend noch einmal Schach spielen. Am Vorabend hatte Kelly kaum verstanden, wie sich die verschiedenen Figuren bewegen durften. Sie wusste jetzt, dass ihr Dad sie hereingelegt hatte. Es würde noch Jahre dauern, bis sie gut genug war, um ihn zu schlagen und den DVD-Player zu gewinnen, aber das machte ihr nichts aus. Er wusste, worauf er sich einließ, als er ihr das Angebot gemacht hatte. Vielleicht hatte er doch vor, sie ein Weichen bei sich zu behalten. Obwohl er in einigen Dingen echt nervtötend war, war er alles in allem gar nicht mal so schlecht. Er war ... Kelly zuckte zusammen, als sie merkte, dass sie hören konnte, was in dem Büro gesprochen wurde. Sie lehnte den Kopf gegen die Milchglas Scheibe, damit die Worte deutlicher zu hören waren. Als sie ihren eigenen Namen hörte, verspannte sie sich unwillkürlich. Kelly ist die Tochter eines Freundes von mir, erklärte Francesca gerade. Sie ist eine begnadete Tänzerin und nimmt jeden Tag Unterricht. Wir verbringen diese Woche gemeinsam und haben viel Spaß zusammen. Das klingt wie ein schöner Kurzurlaub. Ja, genau, es ist wirklich schön, mit Kelly zusammen zu sein. Sie ist ein tolles Kind. Obwohl Kelly sich nicht gern als Kind bezeichnen ließ, wurde ihr bei Francescas Worten ganz warm. Ich habe euch hereinkommen sehen, sagte die andere Frau. Sie hat tolle Haare. Ich weiß, sie hasst ihre Locken, aber ich finde sie wundervoll. Die andere Frau lachte. Ich habe mal versucht, eine Dauerwelle machen zu lassen, die genauso aussieht. 80 Dollar und drei Stunden später sah ich aus wie ein schlecht frisierter Pudel. Es war wirklich entmutigend. Kelly unterdrückte ein Lächeln. Sie hat außerdem ganz bezaubernde Sommersprossen, fuhr Francesca fort. Ach, was gebe ich drum, noch einmal so jung und hübsch zu sein. Wenn ich ihr beim Tanzen zusehe, fühle ich mich wie eine alte Schachtel. Liebes, im Vergleich bist du eine alte Schachtel. Francesca lachte. Oh, danke vielmals. Kelly stand auf und ging schnell zum anderen Ende des Flurs. Ihr brannte das Gesicht und ihr Magen fühlte sich ganz komisch an. Jedes Mal, wenn sie ihre Mutter über sie hatte sprechen hören, was nicht oft gewesen war, weil nur wenige Schönes wie Francesca. Francesca fand sie hübsch. Francesca mochte sie. Wenn Francesca und Sam zusammen kämen, müsste Kelly sich vielleicht keine Sorgen mehr darüber machen, weggeschickt zu werden. Sie dachte daran, wie ihre Mutter sie immer versteckt und ignoriert hatte. So etwas würde Francesca niemals tun. Sie würde ihr Kind nie im Stich lassen. Sie würde nie Geburtstage vergessen oder Sachen sagen, die Kellys Gefühle verletzen. Viele von Kellys Freunden hatten Stiefeltern und einige davon waren ganz okay, während andere ganz fürchterlich waren. Was, wenn ihr Dad anfangen würde, sich mit einer anderen Frau zu treffen? Das darf nicht passieren, beschloss sie. Francesca war genau der Mensch, den sie und ihr Vater in ihrem Leben brauchten. Irgendwie würde sie einen Weg finden, die beiden zusammen zu bringen. Am Donnerstagmorgen richtete Sam seine Krawatte und ging dann zurück in den begehbaren Kleiderschrank, um Handy, Brieftasche und Jackett einzusammeln. Er hatte heute ein weiteres Treffen mit den brasilianischen Klienten, danach ein Arbeitsessen mit seiner Büromanagerin. Ein hiesiger Unternehmensverband wollte im folgenden Sommer ein kleines Filmfestival sponsern und hatte Sam gebeten, sich mit ihnen zu treffen, um die Sicherheitsvorkehrungen zu besprechen. Er schaute auf die Uhr. Francesca würde Kelly heute zum Ballettunterricht bringen, damit er früh ins Büro fahren und sich auf den Tag vorbereiten konnte. Ohne sie würde er das alles überhaupt nicht schaffen. Sie war ergriff nach seiner Brieftasche, doch sie rutschte ihm aus den Fingern und fiel zu Boden, wo sie aufgeklappt liegen blieb. Als er sich hinunterbeugte, um sie aufzuheben, fiel ihm ein silberner Streifen auf. Wut wallte in ihm auf. Verdammt noch mal, fluchte er. Er richtete sich auf und nahm die Platinkreditkarte genauer in Augenschein. Sie war da, wo sie sein sollte. Genau da, wo sie tags zuvor nicht gesteckt hatte, als er hatte tanken wollen. Kelly, brüllte er und trat auf den Flur hinaus. Seine Tochter steckte den Kopf zur Tür hinaus. Sie war bereits für den Unterricht angezogen. Die Haare waren ein einziger Wust an Locken. In einer Hand hielt sie ein weißes Band. Hör auf zu brüllen, sagte sie. Ich bin ja hier, was ist los? Sie ist so cool, dachte er und hätte am liebsten mit der Faust ein Loch in die Wand geschlagen. Du hast dir meine Kreditkarte genommen, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Wovon redest du da? Sie klang besorgt und überrascht, als wenn sie keine Ahnung hätte, was er meinte. Doch erkannte sie inzwischen lange genug, um die leichte Anspannung in ihren Schultern zu bemerken und den Portemonnaie steckte. Heute morgen ist sie wieder genau da, wo sie hingehört. Sie verdrehte die Augen. Ja, klar, also gibst du mir die Schuld. Vielleicht hast du sie verlegt oder sie gestern einfach übersehen. Sie war nicht da, also habe ich sie gestern Abend sperren lassen. Lustig, dass nur ein Kauf mit ihr getätigt worden ist, in einem Klamottenladen im Internet. Finster schaute er sie an. Die Bestellung habe ich auch rückgängig gemacht. Du hast was getan? fragte sie ungläubig. Das ist wieder so typisch. Immer musst du alles kaputt machen. Er hatte sie beim Stehlen erwischt und erwartet, dass sie in die Luft gehen würde, doch dass sie ihm vorwarf, die Bestellung storniert zu haben, verblüffte ihn. Du hast mich beklaut, brüllte er. Du mich auch, sie trat in den Flur hinaus und funkelte ihn wütend an. Du hattest kein Recht, mir meine alte Kreditkarte wegzunehmen. Ich habe nichts Schlimmes mit ihr getan und dieses Mal habe ich auch nichts Böses angestellt. Du hast gestohlen. Vielleicht ist das in New York normal, aber hier zählt das definitiv nicht zum guten Ton. Ich habe nicht länger warten. Ich hatte keine andere Wahl. Also ist das alles mein Fehler? Was ist los mit dir? Wenn du erwachsen genug bist, um zu klauen, wieso kannst du nicht auch erwachsen genug sein, die Verantwortung für dein Tun zu übernehmen? Ich bin erst zwölf, was willst du von mir? Ein besseres Benehmen als das. Du hast Hausarrest. Tolle Neuigkeiten. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Dir gefällt es, der Starke zu sein, oder? Hast du als Kind auch immer die kleineren Kinder vermöbelt? Er hätte nicht gedacht, noch wütender werden zu können, doch er hatte sich geirrt. Versuch nicht, von dir abzulenken. Du bist die jenige, die gestohlen hat. Ich sehe schon, dass ich wohl anfangen muss, mein Geld und meine Kreditkarten wegzuschließen, was ein ziemlich erbärmliches Zeugnis über den Stand unserer Beziehung ablegt. Warum schließt du mich nicht auch einfach weg? forderte sie ihn heraus. Das ist doch das, was du willst. Vielleicht sehe nur ich das so, aber von meinem Standpunkt aus klingt es so, als wenn ihr beide einmal tief durchatmen und euch beruhigen müsstet, schaltete Francesca sich da plötzlich ein. Sam drehte sich um und sah sie am Treppengeländer stehen. Erleichterung durchflutete ihn. Sie würde wenigstens wissen, was zu tun war. Wie lange bist du schon hier? fragte er. Ich kam irgendwann zwischen dem ersten Schuss und der letzten Salve, sagte sie. Wollt ihr darüber sprechen? Kelly funkelte sie an. Er liegt 100%ig falsch. Wage es ja nicht, seine Partei zu ergreifen. Sprich nicht so mit ihr, ermahnte Sam sie. Kelly stieß einen verächtlichen laut aus. Sam kochte vor Wut und Francesca wischlich langsam das Gefühl, sie hätte lieber ausschlafen und so den ganzen Streit umgehen sollen. Aber jetzt war sie nun einmal hier und steckte mittendrin in einer ziemlich verfahrenen Situation. Denn so sehr Sam auch das Recht hatte, auf seine Tochter wütend zu sein, fehlte New York angekommen. Sie war im Einkaufszentrum gewesen, um ihre Garderobe zu ergänzen. Und nach allem, was Francesca wusste, lebte sie sich hier gut ein und war ziemlich glücklich. Warum also sollte sie es riskieren, den Zorn ihres Vaters auf sich zu ziehen, indem sie seine Kreditkarte stahl? Langsam wandte sie sich an Sam. Erzähl mir, was passiert ist. Er erklärte, wie er am Tag zuvor tanken gewesen war, seine Kreditkarte nicht finden konnte und bei der Gesellschaft angerufen hatte, um sie sperren zu lassen. Es hat gestern nur eine Belastung gegeben, sagte er, bei einem Klamottenladen im Internet. Er warf seiner Tochter einen wütenden Blick zu. Wir alle wissen, dass Kelly im www shoppen geht. Francesca ignorierte seinen Sarkasmus. Okay, Kelly, jetzt lass uns deine Geschichte hören. Hast du die Kreditkarte genommen? Sam wollte gerade einwerfen, dass sie sie natürlich genommen hatte, aber Francescas erhobene Hand ließ ihn verstummen. Bitte lass sie selber antworten. Kelly seufzte schwer. Sie senkte den Kopf, sodass die Locken ihr ins Gesicht fielen. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Siehst du, sagte Sam. Francesca ignorierte ihn. Kelly, kannst du bitte meine Frage beantworten? Kelly hob den Kopf und reckte das Kinn. Okay, ich habe sie genommen, aber es ist nicht so, wie er denkt. Francesca musterte die grünen Augen des Mädchens, sah darin Schmerz und Angst. Es war kein Akt der Auflehnung gewesen, die Karte zu nehmen, erkannte sie. Es ging um etwas völlig anderes. Was ich denke, ist, dass du sie ohne Erlaubnis genommen und benutzt hast. Sam klang immer noch wütend. Und dafür musst du bestraft werden. Francesca stimmte ihm insgeheim zu, dass kein Grund gut genug wäre, um jegliche Konsequenzen zu vermeiden, aber eine Sache interessierte sie trotzdem. Warum? fragte sie leise. Was? Sam wirbelte zu ihr herum. Wen interessiert schon das Warum? Sie wollte neue Klamotten, noch mehr von etwas, Du bist so dumm, rief Kelly. Du glaubst, weißt alles, aber das stimmt nicht, du weißt überhaupt nichts. Francesca seufzte. Kelly, du weißt, dass du nicht so reden sollst. Einen Erwachsenen dumm zu nennen, ist niemals eine gute Idee. Damit machst du deinen Dad nur noch wütender. Und du verspielst dir mein Mitgefühl. Kellys Unterlippe zitterte. Ist auch egal, bestraft mich doch, macht mir nichts. Es machte ihr so viel aus, dass es Francesca weht hat, sie nur anzusehen. Bitte erzähl uns den Grund. Kelly atmete stockend ein und wandte sich dann an ihren Vater. Es war eine Lederjacke für dich, sagte sie und ihre Stimme klang schrill. Für deinen verdammten Geburtstag, okay? Ich habe dich um Taschengeld gebeten, aber du hast mich einfach ignoriert. Du wolltest nicht einmal darüber reden. Dein Geburtstag ist schon nächste Woche, also was hätte ich tun sollen? Sams Miene wirkte undurchdringlich. Fang nicht auch noch an zu fluchen, junges Fräulein. Du steckst bereits in ausreichenden Schwierigkeiten. Francesca wäre beinahe hinten übergefallen. Mehr hatte er nicht von Kellys Eingeständnis mitbekommen, außer dass sie ein Schimpfwort benutzt hatte? Was war mit der Tatsache, dass sie ihm etwas zum Geburtstag hatte kaufen wollen? Der Zweck heiligte zwar nicht die Mittel, aber Kellys Motive waren absolut selbstlos gewesen. Das Kinn des Mädchens zitterte. Francesca wusste genau, was Kelly dachte. Sie hatte versucht, ihrem Vater zu zeigen, dass er ihr etwas bedeutete, und er warf es ihr vor die Füße. Ohne ein weiteres Dann klickte das Schloss. Sam stöhnte. Großartig, ich wollte bis zum Wochenende warten, bis ich das Schloss ausbaue. Ich schätze, ich hätte es gestern Abend machen sollen. Er ging zu seinem Schlafzimmer. Francesca zögerte, nicht sicher, nach wem sie zuerst sehen sollte. Dann fiel ihr ein, dass Sam in wenigen Minuten zur Arbeit aufbrechen würde, Kelly jedoch den ganzen Tag über hier wäre. Sam, warte! Sie eilte ihm nach. Du kannst jetzt noch nicht gehen. Sie fand ihn in seinem begehbaren Kleiderschrank, wo er gerade sein Jackett anzog. Ich habe Kunden von auswärts, sagte er. Das hier muss warten. Ich möchte nicht, dass Kelly heute zum Ballettunterricht geht. Ich will nicht, dass sie irgendwo hingeht. Sie soll in ihrem Zimmer bleiben und darüber nachdenken, was sie falsch gemacht hat. Wir sprechen heute Abend darüber. Du sprichst vielleicht mit ihr heute Abend darüber, aber mit mir sprichst du gleich jetzt und hier. Er seufzte. Francesca, ich habe dafür keine Zeit. Dann verschaffst du sie dir besser. Sie schaute ihn an. Sam, du liegst in dieser Sache falsch. Ich heiße nicht gut, was Kelly getan hat. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass sie deine Kreditkarte genommen hat. Gut, dann sind wir darin ja schon mal einer Meinung. Er nahm seine Aktentasche und ging ins Schlafzimmer. Nein, sie packte seinen Arm. Sie hat dir ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Sie hat herausgefunden, dass du Geburtstag hast und wollte dir etwas wirklich Schönes besorgen. Bedeutet dir das denn gar nichts? Er schüttelte den Kopf. Wer hätte mir eine Karte basteln können oder so? Sie ist zwölf und nicht fünf. Sie hat dich um Taschengeld gebeten, was bedeutet, dass sie dir mit legalen Mitteln ein Geschenk besorgen wollte. Eine Lederjacke? fragte er ungläubig. Wir sprechen hier von einer Menge Geld. Ich weiß nicht, wie hoch das aktuelle Taschengeld für Mädchen ihres Alters ist, aber es reicht hoffentlich nicht, um in einer Woche genug für eine Lederjacke zusammen zu sparen. Das sehe ich genauso, aber sie versucht doch nur dir zu zeigen, dass sie dich mag. Sie will, dass ihr beide eine Familie seid. Das sehe ich schon, aber du vergisst dabei die Tatsache, dass sie gelogen und gestohlen hat. Er zog die Augenbrauen zusammen. Ich kann ihr eine Menge vergeben, Francesca, aber nicht die Täuschung. Francesca schluckte. Ich verteidige gar nicht, was sie getan hat. Komisch, denn in meinen Ohren klingt es so. Dann drehte er sich um und ging. Francesca setzte sich. Ihr war ein wenig komisch, aber sie glaubte nicht, dass es sich um morgendliche Übelkeit handelte. Vielmehr war es eine Mischung aus Angst und Schuld. Wenn Sam wegen Kelly so wütend wurde, was würde dann passieren, wenn er die Wahrheit über ihr kleines Geheimnis erfuhr. Sie sagte sich, dass sie bis zum großen Geständnis noch gut einen Tag Zeit hätte. Wenn bis dahin alles ruhig blieb, würde er vielleicht entspannt genug sein, um es zu verstehen. Natürlich könnte es auch anfangen morgens Silbermünzen zu regnen. Sie war nicht sicher, wie lange sie da saß und versuchte, die richtige Kombination aus Wörtern zu finden, die Sam alles erklären würden. Irgendwann hörte sie, dass eine Tür geöffnet wurde, dann leise Schritte auf dem Teppich. Kelly setzte sich neben sie auf die oberste Treppenstufe. Sie zog ihre Knie an die Brust und schlang die Arme um ihre Beine. Ich hab's echt vermasselt, flüsterte sie. Francesca nickte langsam. Das beschreibt es ziemlich treffend. Ich schätze, ich habe es Taschengeld geben wollte, bin ich panisch geworden. Du hättest mich um ein Darlehen bitten können. Kelly schaute sie an. Ihre grünen Augen füllten sich mit Tränen. Du hast doch kein Geld. Ich hatte Angst, du würdest ja sagen, obwohl du es dir nicht leisten kannst und dann müsstest du ohne Essen oder so auskommen. Francesca wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Also zog sie Kelly einfach in die Arme. Ich bin vielleicht eine arme Doktorandin, aber ich habe genug zum Leben. Außerdem schickten die Grants mich immer mit ausreichend Essen nach Hause. Damit könnte ich die gesamte Einwohnerschaft von Baltimore verköstigen. Sie lehnte ihren Kopf gegen Kellys. Aber es war süß, dass du dir Sorgen gemacht hast. Kelly drehte sich ein Geschenk für ihn. Ehrlich gesagt ist das das geringste deiner Probleme, Kleine. Aber ich will ihm etwas Nettes kaufen. Es ist das erste Mal, dass ich an seinem Geburtstag bei ihm bin. Francesca hörte die Dringlichkeit in ihrer Stimme und erinnerte sich an jedes Gefühl, jede Nuance, als sie im selben Alter gewesen war. Das Leben war so viel ernster. Ich verstehe, aber Ich habe seine Kreditkarte genommen und das war falsch und vielleicht auch dumm. Vielleicht? Kelly gab ein ersticktes Lachen von sich und hob den Kopf. Okay, es war dumm. Gut, wir machen langsam Fortschritte. Kannst du mir jetzt erzählen, was du hättest tun können, anstatt dich an der Kreditkarte deines Vaters zu vergreifen? Kelly schniefte. Ich weiß es nicht. Natürlich weißt du das, Alternativen hättest du gehabt. Sie dachte eine Sekunde lang nach. Dann straffte sie die Schultern und rieb sich mit den Handrücken über die feuchten Wangen. Ich hätte mit dir sprechen können oder mit Gabriel. Ihn habe ich irgendwie ganz vergessen. Er hätte mir das Geld geliehen und wäre vielleicht sogar mit mir einkaufen gefahren. Was noch? Kelly schaute sie an. Du willst, dass ich versorben. Ja, aber es wäre ehrlich gewesen. Ehrlich zu sein ist wichtiger? Francesca fühlte sich, als hätte sie ein scharlachrotes Haar auf der Brust. Haar für Heuchlerin. Ich finde schon. Und ich denke, dein Dad sieht das genauso. Er hat eine ziemlich große Abneigung gegen Leute, die ihn anlügen. Kelly zuckte zusammen. Er war so unglaublich wütend. Du wirst dich heute Abend bei ihm entschuldigen, wenn er nach Hause kommt. Auf gar keinen Fall, er hat auch Schuld. Francesca seufzte. Ich kann dich nicht dazu zwingen, aber ich werde dir ein Geheimnis verraten. Bis du dich entschuldigt hast, wird es zwischen dir und deinem Dad nicht wieder normal sein. Und je länger du wartest, desto schwieriger wird es. Kelly wirkte nicht überzeugt. Ich werde darüber ich schätze, wir fahren heute morgen wohl nicht zum Ballettunterricht, oder? Nein. Wenn ich so weitermache, werde ich nie eine professionelle Tänzerin. Konzentrieren wir uns erst mal darauf, dass du dein 13. Lebensjahr erreichst. Danach können wir uns intensiv um die Karriere deiner Wahl kümmern. Kelly lächelte und warf sich Francesca in die Arme. Danke für dein Verständnis. Du bist die Beste. Francesca zog sie eng an sich. Kelly und Sam hatten noch schwierige Zeiten vor sich. Aber sie wusste, dass am Ende alles gut würde. Wäre es nicht schön, Teil dieser Familie zu sein? Die Entwicklung der Beziehung zwischen Vater und Tochter aus der Nähe mitzuerleben? Sie merkte, dass sie sich das immer mehr wünschte. Sam kam kurz nach sechs Uhr nach Hause. Er fand Francesca in der Küche, wo sie gebratenes Huhn und eine Soße auf Teller verteilte. Hühnchen Masala, sagte sie. Meine Mom ist gestern bei mir vorbeigekommen und hat genug mitgebracht, um zehn Leute satt zu kriegen. Ich dachte, ich teile meine Beute mit euch. Er stellte seine Aktentasche auf die Arbeitsplatte. Wie war dein Tag? Gut. Sie schaute ihn nicht an, während sie sprach. Er hatte den Eindruck, sie war immer noch genervt. Wenn ich dir sage, dass ich glaube, ich hätte auf dich hören sollen, würde es das dann besser machen? fragte er. Meinst du es auch so? Ja, ich muss mir angewöhnen, erst einmal tief durchzuatmen, bevor ich reagiere, und vielleicht ein wenig mehr zuzuhören. Sie hörte auf zu arbeiten und schaute ihn an. Willst du mir die Einzelheiten des Denkprozesses mitteilen, die dich zu dieser Einsicht gebracht haben? Ich war heute Morgen wütend, zu wütend, um klar zu denken. Was Kelly getan hat, ist indiskutabel, aber du hast recht. Ihre Motive lassen die Sache in einem anderen Licht erscheinen. Er hob die Hand. Damit will ich nicht sagen, dass sie nicht eine Strafe verdient hat. Das klingt wesentlich vernünftiger als das, was du heute Morgen von dir gegeben hast. Francesca stellte die Pfanne mit dem Hühnchen ab. Er nahm das als Zeichen ihrer Vergebung und ging zu ihr. Francesca schmolz förmlich in seiner Umarmung dahin. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich brauche. Er schaute ihr direkt in die Augen. Höre ich da etwa Dankbarkeit heraus? fragte sie leicht hin. Auch, aber es ist mehr als das. Er küsste sie. Du bist mir sehr wichtig. Mehr als wichtig, dachte Sam. Lebenswichtig. Er wollte ihr gerade sagen, wie wichtig sie ihm war, als sie sich aus seiner Umarmung löste. Du solltest besser hinaufgehen und deine Tochter aus ihrem Elend erlösen. Sie ist überzeugt, dass ihre Strafe darin bestehen wird, in eine kleine Hütte in den Wäldern verbannt zu werden, wo sie sich von nichts anderem als Blättern und Baumrinde ernähren kann. Ich dachte eher an so etwas wie eine Woche Fernsehverbot. Ich bin sicher, das wird eine Erleichterung für sie sein. Sie gab ihm einen kleinen Schubs in Richtung Tür. Geh schon, ich mache euch noch das Er wollte die Sache mit Kelly klären, aber während er die Treppe hinaufstieg, nagte der Gedanke an ihm, dass mit Francesca irgendetwas nicht stimmte. Es war, als wenn sie geahnt hätte, dass er über ihre Beziehung hatte sprechen wollen und diese Unterhaltung nicht führen wollte. Was ihn zu der Frage führte, warum nicht? War das hier alles zu viel für sie? Er wollte nicht darüber nachdenken. Sie zu verlieren wäre eine Katastrophe. Nicht nur Kellys wegen, sondern auch, weil sie ihm inzwischen sehr viel bedeutete. Er brauchte sie. Er vertraute ihr. Auf der obersten Treppenstufe blieb er stehen. Brauchen, Vertrauen, Verlangen, Sehnsucht, zum Teufel. Irgendwann hatte er sich, ohne es zu merken, in sie verliebt. Immer noch verblüfft von dieser Erkenntnis ginge zu Kellys Zimmer. Als er die Tür öffnete, schaute sie ihn an. Angst und Bedauern sprachen aus ihrem Blick. Keiner von ihnen sagte etwas. Er war nicht sicher, was ihre Gründe dafür waren. Seiner war, dass er es nicht schon wieder falsch machen wollte. Schließlich streckte er einfach die Arme aus. Sie rannte zu ihm und warf sich in seine Umarmung. Er drückte sie an sich. Er runzelte die Schmerzen, wir es schon noch richtig machen, murmelte er. Sie nickte. Meinst du, das wird schon bald passieren? Er lachte leise. Das hoffe ich doch sehr. Er atmete tief durch. Du weißt, dass du immer noch in Schwierigkeiten steckst. Sie kuschelte sich enger an ihn. Ich weiß, es ist okay. Seltsam, wie es das mit einem Mal tatsächlich war. Kelly betrachtete sich, indem vom Boden bis zur Decke reichenden Spiegel. Sie hob ihr linkes Bein ein wenig höher, versuchte die perfekte Linie zu finden. So ist es gut, sagte Miss Angelina anerkennend. Strecken, so wie Kelly, Mädchen, seht ihr, wie sehr sie sich anstrengt. Kelly spürte einen scharfen Schmerz in ihrem Bein und ihrer Hüfte, aber sie ignorierte ihn. Perfektion hatte ihren Preis. Wie oft hatte man ihr das gesagt? Der Ballettunterricht war der einzige Ort, an dem sie nicht immer alles vermasselte. Also war sie entschlossen, ihr Bestes zu geben. Gegen ihren Willen glitt ihr Blick von ihrem eigenen Spiegelbild zu dem Fenster hoch oben in der gegenüberliegenden Wand. Sie konnte ein Stück blauen Himmel und Palmwipfel erkennen. Wenn sie die Augen schloss, konnte sie sich vorstellen, die Brandung des Meeres zu hören. Sie wusste, wenn sie fragte, würde Francesca mit ihr nachher an den Strand fahren. Sie würden quatschen und Spaß haben. Francesca würde kein Wort mehr darüber verlieren, dass Kelly sich bei ihrem Vater entschuldigen sollte, auch wenn Kelly wusste, dass Francesca das immer noch wollte. Kelly war klar, dass es richtig wäre, aber es war schwer, die Worte auszusprechen. Schwer und furchteinflößend. Denn was, wenn er doch in Wirklichkeit immer noch böse war? Was, wenn es nicht reichte, zu sagen, dass es ihr leid tat? Was, wenn sie ihm nicht wichtig war? Und drehen, sagte Miss Angelina. Die Anweisung traf Kelly unvorbereitet. Sie begann sich zu drehen, doch dann passierte irgendetwas und sie fiel. Ihr Knöchel verdrehte sich schmerzhaft und sie knallte auf den Boden. Kelly! Sie schaute auf und sah Francesca auf sich zu ein. Die Notizen für ihre Dissertation lagen zerstreut auf dem Boden. Miss Angelina hockte neben Kelly. Wo tut es weh? fragte die Lehrerin und streckte die Hand nach Kellys Knöchel aus. Der ist nicht gebrochen, glaube ich. Wahrscheinlich nur eine leichte Zerrung. Der Schmerz schoss durch ihren Körper, doch das war es nicht, was Kelly zum Weinen brachte. Stattdessen kamen die Tränen, weil sie müde war und sich verzweifelt wünschte, dass ihr Dad stolz auf sie wäre und sie vielleicht sogar liebte. Aber was, wenn dem nicht so war? Es war zu viel, alles. Sie wollte einfach nur nach Hause. Als Miss Angelina ihr half aufzustehen und Gewicht auf ihren verletzten Knöchel zu bringen, war es so viel einfacher, sich in den Schmerz fallen zu lassen, die Augen zu verdrehen und ohnmächtig zu werden. Sam stürmte ins Haus. Geht es ihr gut? fragte er Francesca, die gerade die Treppen hinunterkam. Ja, alles in Ordnung. Der Arzt sagt, es ist nur eine Zerrung, keine Verstauchung und am Montag wird sie sich schon wieder das Herz aus dem Leib tanzen. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Er stellte seine Aktentasche auf den Boden und lockerte die Krawatte. Diese Woche war die reinste Hölle. Wem sagst du das? murmelte Francesca. Zum Glück ist schon Freitag. Oh, gut. Er schaute sie an. Du klingst nicht glücklich darüber, dass die Woche fast vorbei ist. Sie zuckte mit den Schultern. Wie du schon sagst, es kam eins zum anderen. Er nahm seine Krawatte ab und zog das Jackett aus. Wir verbringen einfach ein ruhiges Wochenende zusammen. Nur wir drei. Wie klingt das? Gut. Francesca lächelte. Aber er merkte, dass ihr etwas auf der Seele lag. Bevor er sie jedoch danach fragen konnte, trat sie einen Schritt zurück und zeigte nach oben. Warum siehst du nicht nach unserer Patientin? Klar. Er gab ihr einen flüchtigen Kuss, dann ging er die Treppe hinauf. Kelly lag auf ihrem Bett, den rechten Fuß auf zwei Kissen gebettet. Sam setzte sich auf den Rand der Matratze. Eine Sportverletzung, hm? Bist du jetzt für den Rest deines Lebens gezeichnet? Kelly verdrehte die Augen. Mir geht es gut, ich habe mir nur dumm den Fuß verdreht. Ich weiß nicht, warum ich nicht richtig aufgepasst habe. Francesca sagte, dass du auch ohnmächtig geworden bist. Es muss ziemlich doll weh getan haben. Sie zuckte mit den Schultern. Hart im Nehmen, was? Vielleicht. Er schob ihr eine Locke aus der Stirn. Sollst du deinen Knöchel kühlen? Ja, die ersten 24 Stunden, wir machen gerade eine Pause. Sie schaute ihn an. Bist du böse? Er runzelte die Stirn. Warum sollte ich? Du musstest früher aus der Firma nach Hause kommen und so. Ich dachte, Kelly wollte nicht sagen, was sie dachte. Sie hatte nämlich nicht gewollt, dass Francesca Sam anrief. Wäre er nicht heimgekommen, hätte das doch bedeutet, dass sie ihm nicht wichtig war. Und sie wollte ihm wichtig sein. Doch er war hier und sah besorgt aus, was gut war. Ich musste doch sicher gehen, dass es dir gut geht. Er lächelte. Du bist meine Tochter. Ich sorge mich um dich. Er wurde ganz eng in der Brust. Wirklich? Aber sicher. Sie schaute ihm in die Augen und versuchte zu erkennen, ob er es so meinte oder nicht. Sie wollte ihm so sehr glauben, dass sie kaum atmen konnte. Wenn sie sich dafür entschuldigte, seine Kreditkarte genommen zu haben, würde er vielleicht etwas ganz Nettes sagen. Sie öffnete den Mund. Ich weiß, ich habe… In dem Moment kam Francesca herein. Vielleicht ist es an der Zeit, dir ein sichereres Hobby zu suchen, sagte sie grinsend. Zum Beispiel malen. Verärgerung wallte in Kelly auf. So sehr sie Francesca auch mochte. Sie hasste es, dass sie gerade jetzt hier hereingeplatzt kam, wo es mit ihrem Dad so gut lief. Wenn Francesca sie nicht unterbrochen hätte, hätte Kelly sich entschuldigen können. Im Gegensatz zu dir habe ich mein Leben im Griff, gab Kelly schnippisch und ohne nachzudenken zurück. Ich habe nicht vor, mit knapp 30 noch eine arme Studentin zu sein. Ich werde Erfolg haben. Sobald die Worte ausgesprochen waren, wusste sie, dass sie einen richtig dicken Fehler gemacht hatte. Mit einem Mal fühlte sie sich ganz klein und gemein und er war übel. Aber das war nicht das Schlimmste. Das wirklich Schlimme war der Blick, mit dem ihr Vater sich zu ihr umdrehte und sie anschaute. Und der Ausdruck von Schmerz und erlittenem Verrat auf Francescas Gesicht. Francesca gab einen erstickten Laut von sich und verließ das Zimmer. Sam stand auf. Verdammt, Kelly, fluchte er. Was ist nur los mit dir? Tränen füllten ihre Augen. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Das sagst du der falschen Person. Panik erfüllte sie. Sie hatte Francesca verletzt, was sie nie vorgehabt hatte. Ich meinte es nicht so. Aber du hast es gesagt. Er schüttelte den Kopf. Du hast dein Leben vielleicht schon genau geplant, aber so wie du dich im Moment benimmst, wirst du es vermutlich alleine leben, weil niemand mit dir zusammen sein will. Sie weinte zu sehr, als dass sie viel hätte erkennen können. Aber das Schweigen, das folgte, verriet ihr, dass er gegangen war. Francesca schaffte es die Treppe hinunter, doch sie fand ihre Handtasche nicht. Sie suchte immer noch in der Küche, als Sam hinter sie trat. Er drehte sie zu sich um, zog sie in die Arme und hielt sie fest. Es tut mir leid, murmelte er. Sie schüttelte den Kopf, versuchte zu sagen, dass es okay war, dass sie es verstand, aber das tat sie nicht. Kellys Worte hatten sie getroffen wie vergiftete Pfeile und waren tief in ihre Seele eingedrungen. Mit wenigen, kurzen Sätzen hatte sie Francesca auf das verängstigte, dumme Kind reduziert, das sie einst gewesen war. Das Kind, das Angst gehabt hatte, nie klug genug zu sein, um es in der Welt zu schaffen. Das Mädchen, dessen Großvater ihm immer wieder gesagt hatte, dass es sich darüber nicht den hübschen Kopf zerbrechen sollte. Irgendein netter Mann würde sich schon kümmern. Aber Francesca hatte nie gewollt, dass sich jemand um sie kümmerte. Sie wollte stark genug sein, um auf eigenen Beinen zu stehen. Und das war sie auch. Es fühlte sich nur nicht so an. Oh Liebes, ich weiß, wie wir das tut, flüsterte Sam ihr ins Ohr und streichelte ihr den Rücken. Du bist seit dem Moment, in dem Kelly hier hereinmarschiert ist, auf ihrer Seite. Du hast alles für sie getan und das ist jetzt der Dank. Ich wünschte, ich könnte das ändern. Er löste sich ein wenig von ihr und nahm ihr Gesicht in seine Hände. Was auch immer dir das jetzt bedeuten mag, ich finde dich unglaublich. Diese letzten Wochen haben mir gezeigt, dass du eine ganz besondere Frau bist. Ich schätze mich sehr glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Seine Augen strahlten. Es war ein warmes, sanftes Licht, das sie hätte schweben lassen müssen. Doch stattdessen machte es ihr Angst. Sam, nicht. Sie schob ihn von sich. Sag nichts Nettes über mich. Er verspannte sich. Weil ich die Regeln ändere, weil ich mehr will als etwas Unverbindliches. Es war, als würde ihr jemand das Herz aus der Brust reißen. Wenn sie nicht schwanger gewesen wäre, wenn sie ihn nicht die letzten Wochen über angelogen hätte, hätte sie nichts glücklicher machen können, als diese Worte zu hören und zu wissen, dass ihm etwas an ihr lag. Er sie vielleicht sogar liebte. Denn in den letzten Tagen hat er sie festgestellt, dass sie mehr für ihn empfand als jemals zuvor für irgendwen. Sie konnte sich ein Leben mit ihm vorstellen, eine Zukunft. Sie sah vor sich, wie sie gemeinsam alt wurden, glücklich waren. Für Sam war sie nicht nur ein hübsches Gesicht, ein Anhängsel. Er sah sie als selbstbewusste, fähige Frau. Er verließ sich auf sie, glaubte an sie. Er hielt sie für stark, sah sie als ebenbürtig an, als Partnerin. Mit ihm hatte sie endlich alles gefunden, was sie immer gewollt hatte. Aber würde sie es behalten können? Bitte setz dich. Sie ging zum Küchentisch und zog einen Stuhl heraus. Wir müssen miteinander reden. Er zog eine Grimasse. Die vier meistgehassten Worte eines jeden Mannes. Er setzte sich. Lass mich raten, du bist nicht an etwas Intensiverem als einer Affäre interessiert. Tränen brannten ihr in den Augen, aber sie blinzelte sie fort. Du könntest nicht falsch erliegen. Sein Gesicht erhellte sich. Großartig, wo ist dann das Problem? Es gab keinen schonenden Weg, die Neuigkeiten zu verkünden, also sagte sie es gerade heraus. Ich bin schwanger. Er starrte sie an. Dann lachte er. Ja, genau. Jetzt mal ehrlich, was ist los? Sie seufzte. Das ist kein Witz. Ich bin wirklich schwanger. Er sagte nichts, reagierte nicht, saß einfach nur da und schaute sie an. Sie versuchte, seine Miene zu deuten, doch es gelang ihr nicht. Seit wann? fragte er. Sie war nicht sicher, ob er wissen wollte, wie lange sie schwanger war oder seit wann sie es wusste. Beides würde ihm nicht gefallen. Ich bin ungefähr in der siebten Woche. Es muss in unserer ersten Nacht passiert sein. Er stand auf und schob den Stuhl dabei energisch nach hinten. Die Anspannung war in seinem Körper und seinem Gesicht zu sehen. Sein Mund war verkniffen, die Augen zu schlitzen verengt. Schwanger, fragte er ungläubig. Du bekommst ein Baby? Sie nickte. Ich weiß, das ist ein Schock für dich. Ein Schock? Er lief in der Küche auf und ab. Dann lehnte er sich gegen die Arbeitsplatte und verschränkte die Arme vor der Brust. Ein Schock! Wie zum Teufel konnte das passieren? Der Angriff hätte sie nicht überraschen dürfen, aber er tat es doch. Sie klammerte sich an die Tischkante. Auf die übliche Weise? Wir haben ein Kondom benutzt. Ich weiß, ich war dabei. Ihr kam ein Gedanke. Bezweifelst du etwa, dass es von dir ist? Natürlich nicht. Ich denke nicht, dass du in der Gegend rumgebumst hast, wenn du darauf hinaus willst. Aber guter Gott, musstest du denn unbedingt schwanger werden? Reicht es nicht, dass gerade schon Kelly in mein Leben geplatzt ist? Sie hatte gewusst, dass er darüber nicht glücklich sein würde, obwohl sie im Stillen davon geträumt hatte. Seine Verärgerung sollte sie nicht überraschen. Keiner von ihnen hatte das hier gewollt. Doch sie musste zugeben, seitdem sie sich von dem Schock erholt hatte, gefiel ihr die Vorstellung, ein Baby zu bekommen. Vor allem Sams Baby. Ich habe es nicht mit Absicht gemacht, sagte sie. Ich würde sagen, hierfür sind wir beide zu gleichen Teilen verantwortlich. Er schüttelte den Kopf. Ich weiß, tut mir leid, ich wollte dir nicht die Schuld geben. Aber ein Baby, jetzt, ich hatte nicht vor, seine Stimme veräppte. Er überließ es Francesca, sich den Rest des Satzes zu denken. Er hatte nicht vorgehabt, jemals Kinder zu kriegen und nun hatte er schon Kelly und konnte ein Baby überhaupt nicht gebrauchen. Hatte er das sagen wollen? Oder war es noch schlimmer? Wollte er ihr sagen, dass er nicht vorhatte, irgendetwas mit ihrem Baby zu tun zu haben? Ich komme schon klar, sie erhob sich. Du musst dich nicht darum kümmern. Er runzelte die Stirn. Ich werde zu meiner Verantwortung stehen. Seiner Verantwortung, weil er natürlich kein Baby haben wollte. Wie lange weißt du es schon? fragte er. Sie war so in dem Gefühl der Zurückweisung gefangen, dass sie ihm antwortete, ohne darüber nachzudenken. Ungefähr fünf Wochen. Die Stille, die im Raum hing, wirkte auf einmal dunkel und bedrohlich. Instinktiv trat Francesca einen Schritt zurück. Sam rührte sich nicht, aber das bedeutete nicht, dass er noch immer der gleiche fürsorgliche Mann war, den sie zu lieben gelernt hatte. Er schien größer zu werden, wütender. Die winzige Hoffnung, an die sie sich bis jetzt geklammert hatte, erstarb, als sie sah, wie sein frustrierter und verwirrter Gesichtsausdruck sich in Abscheu und Verachtung verwandelte. Es ist nicht so, wie du denkst, sagte sie schnell. Verdammt, Sam, sieh mich nicht so an. Ich bin hier nicht der Feind. Ich habe es dir nicht erzählt, weil Kelly gerade mal zwei oder drei Wochen bei dir war. Du standest immer noch unter Schock und brauchtest nicht noch etwas, worüber du dir Sorgen machen musstest. Die Worte klingen richtig, sagte er leise. Vernünftig. Du hast an meine Gefühle gedacht. Das weiß ich zu schätzen. Hör auf, verlangte sie. Du musst nicht sarkastisch werden. Dann sag mir, was sonst. Du hast mich angelogen. Du hast mich hintergangen. Sie erkannte die Gefahr, die in seiner Art des Denkens lag. Ich habe nicht gelogen. Du hast mir die Wahrheit vorenthalten. In meinen Augen besteht da kein großer Unterschied. Wütend funkelte er sie an. Du belügst mich seit Wochen. Ich habe dich in mein Haus gelassen, in mein Leben, in mein Bett. Ich habe mit dir Liebe gemacht. Ich dachte, du wärst anders. Ich dachte, du wärst nicht wie Tanja. Aber verdammt, ich habe mich geirrt. Sieht so aus, als wenn ich ein weiteres glückslos gezogen hätte. Die Gemeinheit seiner Anschuldigungen erschüttete sie bis ins Mark. Nein, das stimmt nicht. Ich bin für dich da gewesen. Ich habe mich gut um dich und Kelly gekümmert. Das habe ich nicht verdient. Was hat dich dazu gebracht, es mir schließlich zu erzählen? Brauchst du Geld? Es war, als hätte er sie geschlagen. Wie kannst du es wagen, mir sowas zu unterstellen? Ich kann alles sagen, was ich will, verdammt nochmal. Wenn ich an all die Male denke, an denen ich auf deinen Rad gehört habe. Als wenn du wüsstest, wovon zum Teufel du überhaupt redest. Als wenn du nicht ganz eigene Pläne verfolgt hättest. Er kam auf sie zu, was sie zurückweichen ließ, bis sie gegen den Herd stieß. Einen halben Meter vor ihr blieb er stehen und ragte drohend vor ihr auf. Du bist eine elende Lügnerin und wenn du auch nur eine Sekunde lang glaubst, du kannst das Kind gegen mich verwenden, hast du dich geirrt. Es ist mir egal, was dafür nötig ist, aber du wirst nie wieder ein Stück von meiner Tochter oder von mir zu sehen bekommen. Entsetzen bezeichnete nicht ansatzweise, was sie fühlte. Was war mit dem Baby? Was mit ihren und Sams Gefühlen? Er mochte sie, dessen war sie sich sicher gewesen. Wie konnte sich das so schnell ändern? Du irrst dich, sagte sie, was mich angeht, was das alles angeht. Raus! Er drehte sich um und verließ die Küche. Francesca starrte ihm hinterher. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Und dann war es auch egal, weil sie nicht eine Sekunde länger in diesem Haus bleiben konnte. Sie rannte ins Foyer, wo sie ihre Handtasche fand. Sie nahm sie, rannte nach draußen und schwor sich, nie wieder zurückzukehren. Kelly hielt sich am Treppengeländer fest. Ihr Knöchel pochte, aber das war nicht der Grund, weshalb sie sich nicht bewegen konnte. Nichts war mehr gut und vielleicht würde es auch nie wieder gut werden. Sie hatte sich auf den Weg nach unten gemacht, um sich bei Sam und Francesca zu entschuldigen. Sie hatte alles wieder gut machen wollen. Stattdessen hatte sie deren Streit mit angehört. Es war ein schlimmer Streit. Schlimmer als alles, was jemals zwischen Tanja und ihren Freunden abgegangen war. Francesca war schwanger. So viel hatte Kelly verstanden. Und wenn Francesca ein Kind bekam, brauchte sie Kelly nicht mehr als Teil ihrer Familie. Und Sam hatte Francesca hinausgeworfen. was bedeutete, sie würden nicht heiraten. Und wenn Sam eine andere fand, könnte es sein, dass sie so schrecklich war wie Raoul. Er könnte beschließen, dass eine neue Verlobte keine Zwölfjährige brauchte, um die man sich kümmern musste, und Kelly wegschicken. Er würde sie wegschicken. Und sie hatte keinen Ort, wo sie hingehen konnte. Sam schlief nicht. Die Stunden bis Mitternacht verbrachte er damit durchs Erdgeschoss seines Hauses zu Tigern. Gegen ein Uhr nachts ging er in den Garten hinaus. Als die Sonne endlich aufging, war er erschöpft. Sein ganzer Körper tat ihm weh. Und er war nicht überzeugt davon, die Situation mit Francesca auf bestmögliche Weise gemeistert zu haben. Sie hatte gelogen. Ihm fiel es immer noch schwer, ihr Handeln in Einklang mit dem Menschen zu bringen, in den er sich verliebt hatte. Jede andere Frau hätte er ohne Umschweife aus seinem Leben gestrichen und keinen Gedanken mehr an sie vergeudet. So hatte er es mit Tanja gemacht und mit allen anderen Frauen, die er bisher kennengelernt hatte. Sogar mit seiner Mutter, nachdem sie gestorben war. Er hatte den bitteren Erinnerungen den Rücken gekehrt und sich geschworen, diesen Fehler nicht noch einmal zu begehen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt war er damit erfolgreich gewesen. Er hatte seine Beziehungen immer sehr oberflächlich gehalten. Niemand war ihm unter die Haut gegangen, niemand hatte ihm etwas bedeutet und niemand hatte ihn hintergangen. Mit Francesca hatte er das Gleiche gewollt, doch das war nichts geschehen. Kelly war aufgetaucht, hatte sein Leben auf eine Weise durcheinandergebracht, die ihm zeigen sollte, was für einen Charakter er wirklich hatte. Er nahm an, dass sich, was seine Tochter betraf, Erfolg und Versagen die Waage hielten. Doch klar war, ohne Francescas Hilfe sähe die Bilanz ganz anders aus. Da hätte er auf der Erfolgsseite nichts zu verbuchen gehabt. Verdammt sollte sie sein, aber sie hatte ihn dazu gebracht, Dinge zu sehen, die er nicht sehen wollte. Kelly und er hatten vermutlich noch einen weiten Weg vor sich, bis zwischen ihnen eine normale Vater-Tochter-Beziehung entstanden war, aber ohne Francesca würden sie die ganze Zeit damit verbringen, sich gegenseitig anzuschreien. Francesca hatte ihm beigebracht, zuzuhören, ruhig zu bleiben, sich Kellys Seite der Geschichte anzuhören. Francesca hatte ihm Hoffnung gegeben, dass er lernen könnte, ein guter Vater zu sein. Sie hatte ihn an sich selbst glauben lassen, an sie, an sie beide zusammen. Er hatte sich in sie verliebt, nur um dann herauszufinden, dass sie genauso war wie alle anderen. Aber irgendetwas daran kam ihm nicht ganz richtig vor. Sie war nicht wie Tanja, denn Tanja hatte sich nie um jemanden gekümmert, außer um sich selbst. Und auch seine Mutter war immer nur daran interessiert gewesen, alle um sich herum zu manipulieren und hatte vor keinem Mittel zurückgeschreckt, um ihren eigenen Willen durchzusetzen. Er kannte viele Frauen, die nur auf sein Geld aus waren, sein Haus, das Geschäft, seinen Namen. Doch worauf war Francesca aus? Auf ein Baby? Er schüttelte den Kopf. Er würde seine Seele verwetten, dass sie nicht absichtlich schwanger geworden war. Sie hatten sich geschützt und es war schiefgegangen. Also war er nicht wütend wegen des Babys, sondern weil … Mitten im Garten blieb er stehen, fröstelnd, feucht von Tau und kaum in der Lage, klar zu sehen. Die ersten rosafarbenen Sonnenstrahlen waren gerade eben über dem Haus aufgetaucht. Francesca und er würden ein Baby bekommen. Er hatte die Worte gehört, als sie sie gesagt hatte, doch er hatte sie nicht aufgenommen. Nicht bis zu dieser Sekunde. Ein Baby. Ein Säugling. Vor seinen Augen erschienen Bilder von Windeln und Decken, von Schaukelstühlen und Autositzen. Von einem lächelnden Baby, einem Krabbelkind, einem ersten Schritt, einem ersten Wort. All die Dinge, die er bei Kelly verpasst hatte. Nein, nicht verpasst. Alles, dessen er beraubt worden war. Er ballte die Hände zu Fäusten und hob das Gesicht zum Himmel. Wenn es eine Frau auf der Welt gab, mit der er bereit gewesen wäre, ein Kind zu kriegen, war es Francesca. Er liebte sie. Hatte sie geliebt. Doch dann hatte sie ihn betrogen. Warum hatte sie es für sich behalten, fünf ganze Wochen lang? Nicht nur ein paar Tage oder eine Woche. Fünf. Sie hatte mit ihm geschlafen, wohlwissend, dass sie sein Kind in sich trug. Sie hatte mit ihm gelacht, ihn angelächelt, ihn gehalten. Und das alles, während sie eine Lüge lebte. Wie konnte er das, was er wollte, mit dem, was er wusste, in Einklang bringen? Dafür gab es keine einfachen Antworten. Zumindest nicht hier im Garten. Unendlich müde machte er sich auf den Weg ins Haus und ging in die Küche. Vielleicht würde er nach ein paar Stunden Schlaf Clara sehen. Vielleicht würde er aufwachen und feststellen, dass alles nur ein böser Traum war und er es immer noch wagen konnte, zu vertrauen und sein Herz zu verschenken. Gibt es denn niemanden mehr auf der Welt, der noch Bargeld hat? fragte Kelly sich verärgert. Als sie einen weiteren Schlüssel in der Tür von Security International ausprobierte. Der dritte funktionierte und öffnete das Schloss mit einem lauten Klick. Es war beinahe 6.30 Uhr am Samstagmorgen. Sie nahm an, dass sie noch ein paar Stunden hatte, bevor die Mitarbeiter eintreffen würden, aber sie wollte kein Risiko eingehen. Nicht, wenn so viel auf dem Spiel stand. Sam war die ganze Nacht über aufgewesen. Sie wusste es, weil sie in seinem Zimmer nachgesehen hatte. Endlich, kurz nach dem Morgengrauen, hatte sie ihn ins Bett gehen hören. Als sie 15 Minuten später aus ihrem Zimmer geschlichen war, hatte sie ihn schnarchen hören. Sie hasste es, dass sie erst in sein Büro gehen musste, aber gegen Mitternacht hatte sie seine Brieftasche durchsucht und nicht mehr als 20 Dollar darin gefunden. Nicht ansatzweise genug, um wegzulaufen und niemals gefunden zu werden. Was bedeutete, sie brauchte mehr Bargeld. Und sie kannte nur einen Ort, wo sie es herkriegen konnte. Nachdem sie die Eingangstür vorsichtig hinter sich abgeschlossen hatte, ging sie in Sams Büro. Da machte sie das Schlüsselspiel noch einmal, bis sie den fand, der zu seinem Schreibtisch gehörte. Sie nahm den Schlüssel heraus, der zu dem Aktenschrank mit der Geldkassette passte und schlicht den Flur entlang. Sie wollte nicht stehlen. Nicht wirklich. Aber welche Wahl hatte sie? Sie besaß ja leider keine eigene Kreditkarte mehr. Und keine Kreditkarte zu haben, hatte bedeutet, dass sie im Internet die Busverbindung zum Büro hatte heraussuchen müssen. Das hatte sie viel Zeit gekostet. Aber sie hatte einen Plan. Sobald sie das Geld hätte, würde sie einen Bus nach San Francisco nehmen. In einem Bus wäre sie einigermaßen sicher, weil Sam sicherlich davon ausging, dass sie fliegen würde. Und während er damit beschäftigt war, die Erste-Klasse-Reservierungen durchzusehen, würde sie im Dickicht der Stadt verschwinden. Sie betrat den Nebenraum und öffnete den Aktenschrank. Als sie gerade einige Dollarnoten abzählte, legte sich plötzlich eine Hand auf ihre Schulter. Erschrocken schrie sie auf und das Geld flog durch die Luft. Als sie sich umdrehte, sah sie ihrem Urgroßvater direkt ins Gesicht. Du bist früh auf, sagte er. Sie öffnete den Mund, schloss ihn wieder und brach dann in Tränen aus. Sam erwachte um halb neun. Eine Dusche und zwei Tassen Kaffee später fühlte er sich immer noch wie von einem Bus überfahren. Um Viertel nach neun beschloss er, nach Kelly zu sehen. Seit ihrem Ausbruch am Vorabend hatte er nicht mehr mit ihr geredet, denn danach hatte Francescas Ankündigungen ihn vollkommen aus der Bahn geworfen. Während er die Treppe hinaufstieg, fragte er sich, wie er Kelly die Nachricht von dem Baby am besten beibringen könnte. Vielleicht sollte er warten, bis er selbst wusste, wie es weiterging. Sie könnten darüber sprechen, wenn… Sie war weg. Sam stand in ihrem Zimmer und starrte fassungslos auf ihr sorgfältig gemachtes Bett. Es fehlten nicht viele ihrer Sachen, aber instinktiv wusste er, dass sie gegangen war. Weggelaufen. Panik packte ihn. Meine Tochter, dachte er verzweifelt. Wo ist sie hingegangen? Nur für den Fall, dass sein Bauchgefühl sich irrte, durchsuchte er das ganze Haus und überprüfte dann seine Brieftasche. Seine Kreditkarten waren alle da, aber sein letzteres Bargeld fehlte. Er schnappte sich das Telefon vom Nachttischchen und wählte Francescas Nummer. Eine erstickte, tränenerfüllte Stimme meldete sich. Hallo? Ist sie bei dir? Francesca räusperte sich. Was? Sam? Ist Kelly bei dir? Nein, natürlich nicht. Was ist passiert? Sie ist weg. Weggelaufen. Ich wär die ganze Nacht auf, also muss sie irgendwann heute Morgen abgehauen sein. Nein, oh Sam, sie kann doch nicht ganz alleine draußen herumlaufen. Was wirst du tun? Sie finden. Willst du, dass ich dir helfe? Frustration, Angst und der Drang, etwas unternehmen zu müssen, festigten seinen Entschluss. Ich will gar nichts von dir. Dann legte er auf. Ihr seid alle gefeuert, verkündete Sam am nächsten Tag. Jeder einzelne von euch ist gefeuert. Wir sind die erfolgreichste Security-Firma an der Westküste und ihr wollt mir sagen, ihr könnt mein zwölfjähriges Mädchen nicht finden. Der Teil seiner Sicherheitsmannschaft, der in der Stadt weilte, hatte sich im Konferenzraum versammelt. Sam schritt vor der Tafel auf und ab. Gabriel saß auf einem Stuhl an der Tür. Jason ignorierte die Neuigkeit, seinen Job los zu sein. Wir haben alle Flughäfen, Bahnhöfe und Busstationen überprüft, Boss. Wir haben mit Taxiunternehmen gesprochen und sogar mit Mietwagenfirmen für den Fall, dass sie einen gefälschten Ausweis hat. Wütend schaute Sam ihn an und ersparte sich auf das Offensichtliche hinzuweisen, dass Kelly zwölf war und keine Ahnung hatte, wie man ein Auto fuhr. Niemand hat sie gesehen, es gibt keinerlei Hinweise. Der Mann rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum. Sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Sam drehte seinen Mitarbeitern den Rücken zu. Geht, sagte er schwach. Alle von euch, seht zu, dass ihr verschwindet. Es folgte das Geräusch von Schritten, dann Stille. Er drehte sich um und sah, dass Jason und Gabriel den Raum nicht verlassen hatten. Resigniert ging er zum Tisch hinüber und ließ sich neben Jason auf einen Stuhl sinken. Und jetzt? fragte er leise. Jason sah so müde und besorgt aus, wie Sam sich fühlte. Es ist an der Zeit, den Vorfall der Polizei zu melden. Sam wollte nicht zugeben, dass er versagt hatte. Zur Polizei gehen, wenn er wusste, dass seine Leute schneller arbeiteten und sich nicht an irgendwelche Richtlinien halten mussten. Aber niemals hatte er die scharfe Klinge des Versagens stärker gespürt als in diesem Moment. Er schaute seinen Freund an. Wir müssen sie finden, Jason. Lieber Gott, sie ist ganz allein da draußen. Da kann alles Mögliche passieren. Gabriel entschuldigte sich und verließ erschöpft den Raum. Sein Humpeln war in den letzten 24 Stunden stärker geworden. Langsam machte sich sein Alter bemerkbar. Sam und Jason erstellten einen neuen Plan. Als sie fertig waren, bedeckte Sam sein Gesicht mit den Händen. Das ist alles ganz allein meine Schuld, sagte er. Das Letzte, was ich zu Kelly gesagt habe, allein bei dem Gedanken daran, wurde ihm ganz schlecht. Sie kann nicht weg sein. Das darf nicht sein. Ich habe so viel in ihrem Leben verpasst. All die frühen Jahre, die bekomme ich niemals zurück. Aber ich will die Zukunft, die wir zusammen haben sollen. Ich will sie aufwachsen sehen, ihr beibringen, Schach zu spielen. Ich will da sein, wenn sie ihre erste Verabredung hat. Er ließ die Hände sinken und dem Jungen eine Heidenangst einjagen. Jason schenkte ihm ein schwaches Lächeln. Darin bist du bestimmt gut. Sam nickte. Ich will ihr helfen, ein College auszuwählen. Er hatte einen Kloß im Hals. Verdammt, Jason, ich will sie einfach nur in meinen Armen halten. Daddy? Die leise Stimme, das eine Wort, ließen augenblicklich sein Herz schneller schlagen. Er drehte sich zur Tür um und sah dort Kelly stehen. Tausend Gedanken wirbelten ihm durch den Kopf, aber er konnte sich auf keinen von ihnen konzentrieren. Er konnte einfach nur aufstehen und um den Tisch herumgehen. Dann kam Kelly auch schon auf ihn zugelaufen. Sie warf sich ihm in die Arme und er drückte sie an sich. Sie war warm, lebendig, sie atmete und sie weinte. Du bist okay, sagte er, unfähig die Information zu verarbeiten. Du bist hier. Ich war die ganze Zeit hier. Sam streichelte ihr übers Haar, über den Rücken, dann berührte er ihr Kinn, damit sie ihn anschaute. In ihren Augen schimmerten Tränen, aber nie hatte er etwas Schöneres gesehen. Geht's dir gut? Sie schniefte und nickte. Ich wollte weglaufen. Ich bin hergekommen, um mir Geld zu holen. Da hat Gabriel mich gefunden. Sam empfand nur reines Glück. Er schaute zu Jason, der wie ein Dummkopf grinste. Hast du davon gewusst? Kein Stück. Der alte Mann hat es uns beiden ganz schön gezeigt. Sam erinnerte sich, dass sein Großvater nur wenige Minuten, nachdem er ihn angerufen hatte, gekommen war. Er hatte darauf bestanden, das Haus zu durchsuchen, während Sam seine Mitarbeiter anrief. Kein Zweifel. Der alte Fuchs hatte die Zeit genutzt, um die Schlüssel wieder an ihren Platz zu legen. Sam hatte nicht bemerkt, dass sie weg gewesen waren. Er seufzte. Niemand hat sich die Mühe gemacht, die Büroräume zu durchsuchen, oder? Jason schüttelte den Kopf. Tut mir leid, Boss. Er erhob sich und wollte in dem Moment gehen, in dem Gabriel den Konferenzraum betrat. Der alte Mann wirkte sehr zufrieden mit sich. Sam fiel auf, dass das Humpeln mit einem Mal gar nicht mehr so schlimm war. Du hast uns alle zum Narren gehalten, sagte Sam. Er war zu erleichtert, um böse zu sein. Ich wollte allerdings nur dich zum Narren halten. Sam setzte sich und zog Kelly auf seinen Schoß. Es tut mir leid, was ich zu dir gesagt habe. Darüber, dass ich nicht mit dir zusammen sein will. Das war nicht nur gemein von mir, es stimmt auch überhaupt nicht. Kannst du mir verzeihen? Ist schon gut. Sie schlang ihre dünnen Arme um seinen Hals. Kelly, du bedeutest mir alles. Ich weiß, zwischen uns war es nicht leicht. Aber ich denke, wir machen Fortschritte. Gute Fortschritte. Ich kann mir nicht, er konnte sich sein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Ich liebe dich. Sie richtete sich auf. Wirklich? Von ganzem Herzen. Ich wäre am Boden zerstört, wenn du gehen würdest. Sie riss die Augen auf. Dann willst du mich nicht wegschicken? Nein, niemals. Er nahm ihre Hand in seine. Ich kann dir aufrichtig sagen, dass mir dieser Gedanke niemals gekommen ist. Nicht ein einziges Mal. Er schenkte ihr ein kleines Lächeln. Mich wirst du nicht mehr los, Kleine. Das ist schon in Ordnung. Sie schaute ihn an, senkte den Blick und errötete. Ich habe dich vorhin Daddy genannt. Ich weiß, das hat mir gefallen. Sie seufzte und lächelte dann. Mir auch. Erneut schmiegte sie sich an ihn und erhielt sie ganz fest. Während er ihr über den Rücken strich, schaute er seinen Großvater an. Wir beide werden uns nachher noch unterhalten, alter Mann. Gabriel zuckte mit den Schultern. War doch für einen guten Zweck. Du hast mir beinahe einen Herzinfarkt beschert. Ich weiß, du wolltest, dass Kelly erfährt, wie viel sie mir bedeutet und ich bin froh, dass ich ihr das jetzt sagen konnte. Aber du hättest die Sache nicht so weit treiben dürfen. Als ich dachte, Kelly wäre ganz allein da draußen. Er schüttelte den Kopf. Daran wollte er nicht denken. Gabriel kicherte. Sam, du bist so ein Blödmann. Sam versteifte sich, Kelly keuchte und setzte sich gerade hin, doch Gabriel sprach einfach weiter. Du hast gedacht, ich hätte das für Kelly getan. Dabei habe ich es für dich gemacht. Du bist derjenige, der herausfinden musste, wie viel sie dir bedeutet. Sam schaute ihn böser an. Warum musst du dich eigentlich immer überall einmischen, Alter? Er hielt inne und lehnte sich auf dem Stuhl zurück. Zum Teufel. Gabriel hatte ihm eine ganz schöne Lektion erteilt. Die letzten 27 Stunden waren ein einziger Albtraum gewesen, den er nie vergessen würde. Wenn das nötig gewesen war, um ihm zu zeigen, wie sehr er seine Tochter liebte, dann war es das wert. Dein Vorgehen gefällt mir trotzdem nicht, murmelte Sam. Dann streichelte er Kelly über die Wange. Strahlend lächelte seine Tochter ihn an. Gabriel setzte sich. Ist mir recht. Im Herzen bin ich schon immer ein Cowboy gewesen und habe mein eigenes Ding durchgezogen. Er nickte Kelly zu. Sie hat mir eine sehr interessante Geschichte über dich und Francesca erzählt. Da ist also noch was Kleines unterwegs, hm? Gabriel klang eher stolz als überrascht, was in Ordnung war, denn Sam war geschockt genug für sie beide. Du weißt davon? fragte er Kelly. Sie nickte. Ich wollte gerade nach unten kommen, um mich bei Francesca für das zu entschuldigen, was ich zu ihr gesagt hatte und bei dir dafür, dass ich deine Kreditkarte genommen hatte. Gabriel lachte leise. Du musst zugeben, dieses Kind ist verdammt pfeffig. Sam ignorierte ihn. Und dabei hast du von dem Baby gehört? Mhm. Sie wischte sich über die Wangen. Deshalb bin ich auch weggelaufen. Francesca war immer diejenige, die zwischen dir und mir alles wieder ins Lot gebracht hat. Ich hatte gehofft, ihr zwei würde zusammenkommen oder so. Aber als ich das von dem Baby gehört habe, wusste ich, dass sie mich nicht mehr will. nicht, wenn sie ein eigenes Kind bekommt. Neue Tränen rannen ihr über die Wangen. Dann hast du ihr gesagt, sie soll gehen und ich nahm an, ihr würdet jetzt doch nicht heiraten und ich dürfte nicht bleiben. Ach, Liebes. Gabriel schnalzte mit der Zunge. Du hast einiges wieder gut zu machen, mein Junge. Bevor Sam etwas erwidern konnte, gab es vor der Tür einen Aufruhr. Gabriel schaute auf die Uhr. Genau im richtigen Moment. Wer ist das? fragte Kelly. Die Familie Marcelli. Ich habe sie angerufen, als du vermisst wurdest. Der alte Mann lachte. Sie haben sich Sorgen gemacht und wollten wissen, was sie tun können. Ich habe vorgeschlagen, heute Morgen hier vorbeizuschauen. Er blinzelte Sam zu. Ich nahm an, ungefähr um diese Uhrzeit, hättest du die Grenze deiner Belastbarkeit erreicht, sodass Kelly und ich Mitleid mit dir haben könnten. Kelly sprang von Sams Schoß und eilte zur Tür. Sie haben sich wirklich Sorgen um mich gemacht? fragte sie aufgeregt. Wow, das ist so cool. Als sie aus dem Raum lief, schaute Gabriel seinen Enkel an. Es scheint, dass alle von Francescas Braten in der Röhre wissen. Lorenzo nimmt es nicht gut auf. Er hatte eine Verlobung erwartet, gefolgt von einer schnellen Hochzeit. Sam stand auf. Sie wussten es? Haben es denn alle außer mir gewusst? Gabriel zuckte mit den Schultern. Seht so aus. Sam trat auf den Flur hinaus. Tatsächlich, da standen die Grants, Grandpa Lorenzo sowie Colleen und Marco und unterhielten sich mit einigen Mitarbeitern. Er nahm an, er sollte erleichtert sein, dass Katie und Brenner nicht auch noch mitgekommen waren. Seine Tochter wurde gedrückt, geherzt und von den Grants in die Wange gekniffen. Die Freude, in ihrem Gesicht zu sehen, löste etwas von der Anspannung in seiner Brust. Er hatte einen höllischen Morgen hinter sich und es sah nicht so aus, als würde der Rest des Tages weniger stressig werden. Danke, dass ihr vorbeigekommen seid, sagte er über das Stimmengemurmel hinweg. Wie ihr sehen könnt, geht es Kelly gut. Die Unterhaltung verstummte. Fünf Erwachsene schauten ihn an. Fünf Augenpaare, die ihn vorwurfsvoll musterten. Mit einem Mal fühlte Sam sich, als wäre er acht und hätte gerade einen Baseball durch ein Kirchenfenster geworfen. Er versuchte zu lächeln, doch irgendwie wollten seine Mundwinkel sich nicht bewegen. Grandpa Lorenzo kam auf ihn zu. Du entehrst meine Enkelin, wir haben einen Begriff für Männer wie dich. Sam wollte ihn nicht hören. Er wusste allerdings nicht, wie er sich gegen den wesentlich älteren Mann verteidigen sollte. Obwohl er genügend Manöver kannte, um Lorenzo zwanzigmal zu Boden gehen zu lassen, schien es ihm unangebracht, sie gegen seinen zukünftigen Schwieger Großvater einzusetzen. Lorenzo murmelte etwas auf Italienisch, die Grants schauten nur unwesentlich freundlicher. Er wollte lieber nicht wissen, was Francescas Eltern gerade dachten. Du wirst sie heiraten, erklärte ihm der alte Mann. Das ist einfach das Richtige. Nein, das wird er nicht. Alle drehten sich um. Francesca kam den Flur entlang. Sie stellte sich zwischen Lorenzo und Sam. Lass ihn in Ruhe. Ihr Großvater brüllte los. Du bist schwanger. Er ist der Vater. Er sollte das Richtige tun. Sam drehte sich um und sah Gabriel an der Wand lehnen. Sie hast du auch angerufen? Sicher, sie muss doch dabei sein. Gibt es noch mehr Überraschungen? Das liegt ganz bei dir. Großartig. Francesca erwiderte Lorenzos Blick ebenso finster. Sam und ich werden tun, was für uns richtig ist. Nicht was du willst, nicht was meine Eltern wollen, nicht was sonst irgendjemand will. Aber das Baby, dem wird es gut gehen. Ich habe schon mal einen Mann geheiratet, den ich nicht geliebt habe. Das wird mir kein zweites Mal passieren. Sie liebte ihn nicht? Die Worte brannten wie Feuer in Sams Herz. Du liebst mich nicht? Die Frage platzte einfach so aus ihm heraus. Sie wirbelte zu ihm herum. Willst du diese Unterhaltung wirklich hier führen? Er ließ einen Blick über ihre Familie gleiten, Gabriel und Kelly, seine Angestellten, die sich im Hintergrund hielten. Ich dachte, die hätte ich alle gefeuert, murmelte er und zeigte dann auf den Konferenzraum. Wie wäre es dort drinnen? Fein. Sie rauschte an ihm vorbei. Er folgte ihr und dabei versuchte er, Bild aus dem Kopf zu kriegen, wie alle sich jetzt zusammendrängten, um zu hören, was sie besprachen. Francesca ging quer durch den Raum. Als sie das andere Ende erreicht hatte, drehte sie sich zu Sam um, sagte aber nichts. Sam musterte sie. Ihre langen braunen Haare, die bei jeder Bewegung mitschwangen, die Form ihrer braunen Augen, ihren Mund. Er erinnerte sich an den Tag, als sie einander kennengelernt hatten, sie als Hochschwangere, vielleicht war das ein Zeichen gewesen. Sie bekam sein Baby. Er erinnerte sich daran, noch vor wenigen Stunden wütend auf sie gewesen zu sein. Er hatte viele Dinge gesagt, die er nun bereute. Nach den letzten Ereignissen verstand er, warum sie ihm die Wahrheit so lange verschwiegen hatte. Er hatte genug damit zu tun gehabt, sich um Kelly zu kümmern. Francesca hatte ihm Zeit geben wollen. Sie hatte sich überhaupt nicht wie seine Ex-Frau benommen. Er … Du hast viel wieder gut zu machen, sagte sie angespannt. Du warst ein echtes Arschloch, Sam. Du hast nicht fair gekämpft. Ihre scharfen Worte passten so gar nicht zu den warmen und freundlichen Gedanken, die er sich gerade gemacht hatte. Er brauchte einen Moment, um umzuschalten. Ich? Sie stemmte die Hände in die Hüften. Du, wenn wir uns streiten, bleiben wir dabei fair. Keine Schimpfwörter, kein Davonlaufen. Wir bleiben, bis der Streit bereinigt ist, egal wie lange das dauert. Sie hat recht, dachte er. Okay, es tut mir leid, dass ich dich eine Lügnerin genannt habe. Ich war so überrascht und verletzt, aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass ich so um mich geschlagen habe. Das wird nicht wieder passieren. Sie sah nicht überzeugt aus, nickte aber. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Ich hätte bleiben und mich mit ihr streiten sollen, egal wie traurig ich war. Und nur um das klar zu stellen. Ich habe dir die Information nicht zu meinem Vergnügen vorenthalten. Ich habe kurz vor dem 4. Juli herausgefunden, dass ich schwanger bin. Ich wollte es dir nicht gleich sagen, weil ich es selber nicht glauben konnte. Dann kam die Sache mit meinem Bruder dazwischen, die uns alle ganz schön aufgewühlt hat. Dazu die Probleme mit Kelly. Ich wollte dir einfach etwas Zeit geben. Du hättest diese Entscheidung nicht für mich treffen dürfen. Ich weiß, ich weiß, dass es falsch war und ich entschuldige mich dafür. Sie atmete tief ein. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich es dir nicht erzählt habe. Ich wusste, du würdest dich aufregen und ich wollte nicht, dass sich irgendetwas zwischen uns ändert. Was? Wir bekommen ein Baby. Natürlich wird sich etwas verändern. Er konnte nicht glauben, dass er sie liebte und sie gleichzeitig am liebsten angeschrien hätte. Wie sollte da alles beim Alten bleiben? Ich wusste, dass es anders werden würde. Nun wurde sie auch etwas lauter. Das ist ja genau der Punkt. Ich mochte es, mit dir zusammen zu sein, mochte, was uns verbannt. Ich fing an, dich wirklich zu mögen, was nicht nur gegen die Regeln verstieß, sondern mir eine Heidenangst einjagte. Also habe ich die Wahrheit verheimlicht und mich schrecklich schuldig gefühlt. Du hättest mir vertrauen müssen, stieß er hervor. Schrei mich nicht an. Du hast angefangen. Sie stampfte mit dem Fuß auf. Verdammt, Sam, ich bin ein ruhiger, rationaler Mensch, kein Schreihals. Bei mir scheinst du gerne mal zu schreien. Ihr Blick verfinsterte sich. Wage es ja nicht, jetzt das Thema Sex aufzubringen. Ich meinte, wenn wir uns streiten, dann schreist du. Tue ich nicht. Tust du doch, und zwar genau jetzt. Ich bin... Sie presste ihre Lippen aufeinander, dann senkte sie die Stimme. Du bringst das Schlimmste in mir zum Vorschein. Ihre Wangen röteten sich, sie atmete schwer und blieb standhaft. sie glaubte, dass er falsch lag, würde sie es ihm sagen. Ob es um Kelly ging, ihr Baby oder irgendeinen anderen Teil ihres Lebens. Um den großen Tisch herum ging er auf sie zu. Ich liebe dich, Francesca Marcelli. In der Stille, folgte, hörte er nicht nur, wie sie nach Luft schnappte, sondern auch ein Seufzen von draußen vor der Tür. Sie schüttelte den Kopf. Das kannst du nicht, ich habe gelogen, ich wusste, wie sehr du es hast, hintergangen zu werden und habe es trotzdem getan. Er kam näher und nahm ihre Hände. Erzähl mir wieso. Weil sie blinzelte die Tränen fort. Weil ich dich nicht verlieren wollte und ich dachte, das würde ich dann unweigerlich. Ich liebe dich, Sam. Sein Herz setzte einen Schlag aus. Wirklich? Sie nickte. Auch wenn du mich verrückt machst. Du behandelst mich nicht, als wäre ich dumm. Bei dir bin ich gleich berechtigt. Du hörst mir zu, du vertraust mir. Zumindest hast du das getan. Er beugte sich vor und küsste sie. Ich vertraue dir immer noch. Wie könnte ich auch nicht. Du tust das Richtige, selbst wenn es betut. Egal was passiert, du versteckst dich nicht. Sie schniefte. Du dich auch nicht. Als Kelly ohne Vorwarnung vor deiner Tür stand, hat das deine Welt komplett auf den Kopf gestellt. Aber selbst wenn du dich wütend und frustriert und in die Ecke gedrängt gefühlt hast, hast du es weiter versucht. Er schaute zur Tür, dann senkte er die Stimme. Ich habe ein paar Dinge gesagt, die ich bereue, dass es mir leid tut, sie bei mir zu haben. Francesca nickte. Aber das hast du zu mir gesagt, im Vertrauen, es ist in Ordnung, Zweifel zu haben. Diese Zweifel helfen uns zu beurteilen, was wir tun. Du hast es weiter versucht, hast durchgehalten und sie ins Herz geschlossen. Er lächelte. Ich liebe sie, er zog Francesca an sich. Und ich liebe dich. Ich will, dass wir eine Familie sind, Francesca. Ich befinde mich immer noch in einer Art Schock Zustand wegen des Babys, aber ich bin auch aufgeregt. Ich möchte, dass du mich heiratest. Nicht, weil es das Richtige ist oder weil alle auf dem Flur Druck auf uns ausüben, sondern weil du es willst, weil du dir ein Leben mit mir vorstellen kannst. Lächelnd küsste Francesca ihn. Wenn sie noch irgendwelche Zweifel bezüglich ihrer Gefühle gehabt hatte, waren die in den letzten 24 Stunden zerstreut worden. Es war ihr unglaublich schlecht gegangen, sie hatte sich so verloren gefühlt. Ich brauche dich, flüsterte sie. Er lachte leise. Nicht halb so sehr, wie ich dich brauche. Sag, dass du mich heiraten wirst. versprich mir, mich immer zu lieben, was beinahe so lang ist, wie ich dich lieben werde. Sie hielt ihn fest und seufzte. Ich liebe dich, Sam, von ganzem Herzen. Und ja, ich werde dich heiraten. Auf dem Flur ertönte lauter Jubel. Dann müssen wir es wenigstens nicht mehr offiziell verkünden, murmelte er. Meine Familie besteht nicht unbedingt auf feierliche Verkündungen. Ich auch nicht, erwiderte er und zog sie an sich, um sie leidenschaftlich zu küssen. Auf Wiederhören bei Audible 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 Vielen Dank.